Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Litt, aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Dora Held, Mathilda oder Irgendwer stirbt immer. Es spricht Katja Danowski. Prolog Was für ein herrlicher Tag, dachte Mathilda glücklich, während George an dem Baum neben Selmas Vorgarten pinkelte. Der Himmel über ihr war blau, die Sonne schien, und obwohl das Laub sich bereits bunt gefärbt hatte und die Luft schon nach Herbst roch, war heute nochmal ein richtig schöner Spätsommertag. Und das im Oktober. Das hatte sie sich nach den Aufregungen der letzten Monate wirklich verdient. Mathilda sah sich zufrieden um und bewunderte die Blumenpracht in Selmas Garten. Die gelben Rosen vor dem Haus blühten noch immer. Dazwischen leuchteten rote Astern, gelbe Dalien und späte Sonnenblumen, die bis an das Rieddach reichten. Es sah aus wie auf einem Kalenderblatt für englische Gärten. Selma hatte einen grünen Daumen. Und viel Zeit. Und keine freilaufenden Gänse, die den Zaun zum Blumengarten überwinden konnten, so wie das Mathildas Gänse manchmal machten. Ihr Garten war nichts gegen diesen Blütentraum hier. Aber sie wollte sich nicht beklagen. Um nichts auf der Welt würde sie ihren Hof tauschen. George! Sie rief nach ihrem Hund und setzte ihren Spaziergang langsam fort. Mathilda liebte die Hauptstraße durch ihr Dorf. Die alten Kastanienbäume links und rechts rahmten die Allee, seit Mathilda denken konnte. Sie schlenderte an den vertrauten Häusern, Höfen und Gärten vorbei, ohne jemanden zu treffen. Die Straße war wie ausgestorben. Eine friedliche Ruhe lag über dem Dorf, ab und an unterbrochen von Möwenschreien und dem Bellen eines Hundes. Niemand war in der Mittagszeit draußen. Die Dorfbewohner machten Mittagsschlaf, lasen nach dem Essen endlich in Ruhe die Tageszeitung oder brachten ihre Küchen nach dem Kochen wieder in Ordnung. Langeweile hatte hier niemand. Am Feuerwehrteich blieb Mathilda stehen, weil George plötzlich wie ein Irrer begann, um den Teich zu jagen, in dem drei Enten ihre Runden drehten. Zwei flogen davon, eine schwamm weiter. Der Hund drehte fast durch und setzte seine Jagd fort. Er hatte noch nie eine erwischt. Dafür war er zu ungeschickt, fand Mathilda, und fiel zu langsam. Trotzdem setzte sie sich einen Moment auf die Holzbank neben dem Teich und hielt kurz ihr Gesicht mit geschlossenen Augen in die Sonne. Irgendwann würde George erschöpft aufgeben. Manche Dinge regelten sich von selbst. Das hatte doch was Gutes. So wie dieser Tag heute. Sie saß in der Sonne, in ihrem wunderschönen Dorf, an einem wunderschönen Tag. Ihr Hund war zwar ein bisschen verrückt, dafür war ihr Sohn gerade frisch verliebt, ihre Tochter frisch getrennt, ihr Mann gut gelaunt und ihr Bruder wieder gesund. Das Dorf war friedlich, die Vögel zwitscherten, zwei Schmetterlinge flatterten um sie herum, Libellen tanzten über dem Teich, die Ente schwamm immer noch im Kreis, und nachher würde Mathilda mit George nach Hause gehen, mit Gunnar eine schöne Tasse Kaffee trinken und den frisch gebackenen Käsekuchen essen. Vorher wollte sie aber noch einen kleinen Abstecher in den Dorfgasthof machen, um da mal guten Tag zu sagen und um zu hören, was es so Neues gab. Es gab meistens irgendetwas Neues. Man musste sich nur für die anderen Menschen und deren Leben interessieren. Und das tat sie, weil sie alle mochte, die hier mit ihr in diesem Dorf lebten, seit sie denken konnte. Mathilda schlug die Augen wieder auf und sah George an, der wie immer ohne Ente dafür mit hängender Zunge auf sie zutappte. Sie beugte sich vor und streichelte seinen Kopf. Mach dir nichts draus, George, sagte sie tröstend. Was willst du auch mit einer Ente? Komm, wir gehen weiter. Sie stand auf und sah sich um. Ihr Dorf. Ihr schönes Leben. Sie war in diesem Moment sehr glücklich. Und so froh, dass die turbulenten letzten Monate endlich vorbei waren und nun alles wieder in den richtigen Bahnen lief. Einige Monate zuvor Donnerstag, 23. Mai George! Aus! Entschlossen griff Mathilda nach dem Halsband, um das hysterische Bellen des Hundes abzustellen. George fiepte und knurrte. Mathilda schob ihn energisch ins Wohnzimmer und schloss die Tür hinter ihm. Erst dann öffnete sie dem Briefträger, oder besser der Briefträgerin. Sie war neu. Eine junge Frau, klein und etwas zu dick. Und die Nachfolgerin von Horst, der die letzten 30 Jahre im Dorf die Post gebracht hatte. Ein schweres Erbe. Guten Morgen! Mathilda stand in der offenen Tür und lächelte die Briefträgerin an. Keine Sorge, George ist weggesperrt. Er ist immer etwas aufgeregt, wenn Fremde klingeln. Skeptisch sah die junge Frau an Mathilda vorbei. Dann übergab sie ihr einen Stapel Post. Wenn Sie einen größeren Briefkasten hätten, müsste ich nicht immer klingeln. In Ihren passt ja kaum was rein. Horst hat hier immer seine Frühstückspause gemacht. Er hat sowieso geklingelt, erklärte Mathilda. Möchten Sie eine Tasse Kaffee trinken? Ist ganz frisch. Nein, danke. Die Briefträgerin wandte sich schon wieder zum Gehen. Dafür habe ich echt keine Zeit. Kümmern Sie sich doch bitte um einen neuen Briefkasten. Ich kann die Post ja schlecht vor die Tür legen. Schönen Tag noch. George überschlug sich fast beim Bellen. Mathilda sah der Frau nach, die zu ihrem Postauto ging. Was für eine unhöfliche Person. Sie passte mit ihrer pampigen Art überhaupt nicht in das Dorf. Hier ging man freundlich miteinander um und nahm sich zwischendurch auch mal Zeit, ein paar Neuigkeiten auszutauschen oder übers Wetter zu reden. Mit Horst war es so viel netter gewesen. Die neue Briefträgerin musste wirklich noch viel lernen, bis sie ihn richtig ersetzen konnte. Langsam schloss Mathilda die Haustür, ließ George aus dem Wohnzimmer und ging die Post durchblätternd in die Küche. Eine Rechnung der Genossenschaft, bei der sie ihr Tierfutter bestellten, der Katalog eines Gartenversands, die Werbung eines Reiseveranstalters und ihre wöchentliche Illustrierte. Mathilda lächelte und strich mit einem Finger über das Titelblatt, auf dem Prinz Harry sie ansah. Sie liebte das englische Königshaus. Und sie kannte sich aus. Hatte doch ihre Leidenschaft für diese Familie schon bei der Trauung von Prinzessin Diana mit Charles begonnen. Seither trugen alle ihre Hunde Prinzennamen, wenn sie denn rüten waren. George hatte vor zwei Jahren den verstorbenen William abgelöst, einen Berner Sennenhund, der mit fast 14 Jahren sanft entschlafen war. Es war nur folgerichtig, den neuen Spanielwelpen nach Williams Sohn zu benennen. Mathilda hoffte nur, dass der kleine Prinz nicht so laut war wie der immer noch kläffende Hund. Und nicht so dumm. George, jetzt iss aber mal Ruhe, brüllte Mathilda unvermittelt in den Flur und war überrascht, dass es tatsächlich sofort still war. Der Hund tapste langsam in die Küche, blieb vor Mathilda stehen und sah sie verblüfft an. Platz, George. Sie zeigte auf seinen Korb und wartete, bis er sich hingelegt hatte. Fein gemacht. Und Frauchen trinkt jetzt Kaffee und guckt, was es Neues bei den Royals gibt. Und danach fängt sie an, Kuchen zu backen. Du bleibst da liegen. Ihr Sohn Max hatte ihr zu Weihnachten dieses Zeitschriften-Abo geschenkt. Jetzt bekam sie ein Jahr lang jeden Donnerstag mit der Post eine wunderbare Zeitschrift mit wunderbaren Fotos und dem neuesten Klatsch und Tratsch aus den Königshäusern. Das hatte den Donnerstag sofort zu Mathildas Lieblingsvormittag gemacht. Zumal sie an diesem Tag morgens allein im Haus war. Ihre Mutter Ilse ließ sich donnerstags abwechselnd in der einen Woche zum Friseur und in der anderen zur Fußpflege fahren. Seit Gunnar in Rente war, übernahm er diese Fahrten. Mathilda genoss es sehr, an diesen Tagen in aller Ruhe mit den Royals Kaffee zu trinken. Sie schenkte sich eine Tasse ein, setzte sich an den Küchentisch und schlug mit einem wohligen Seufzer die Zeitschrift auf. Sie hatte noch nicht einmal das Inhaltsverzeichnis gelesen, als sie jemanden ins Haus kommen hörte. Hier klingelte normalerweise niemand. Die Haustüren waren nie abgeschlossen. Nur die neue Briefträgerin hatte das noch nicht begriffen. George hob träge den Kopf und ließ ihn gleich wieder sinken. Er bellte nur bei Fremden. Mathilda ahnte, wer es war. Guten Morgen, Mathilda! Du musst noch eine Torte backen. Ihre Nachbarin, Irene Mommsen, stand mit einer Tortenhaube in der Hand schon in der Küche. Wir haben zu wenig für das Sommerfest. Ich habe dir meine Tortenhaube mitgebracht, falls du keine mehr hast. Noch eine? Mathilda wartete, bis Irene ihr Mitbringsel auf die Spüle gestellt und Platz genommen hatte. Dann stand sie auf. Möchtest du einen Kaffee? Ja, gern. Irene blätterte schon. Also, ich mag diese Frau von Prinz Harry nicht. Ich finde die arrogant. Schauspielerin eben. Ich glaube ja, dass sie nur irgendeinen Prinzen heiraten wollte und Harry ist ihr zufällig vor die Flinte gelaufen. Das kann doch nicht gut gehen. Mathilda mochte es gar nicht, dass jemand das Heft vor ihr durchblätterte. Es war ihr Heft und sie wollte die Erste sein, die die Seiten umschlug. Ilse hatte es auch schon ein paar Mal gemacht. Mathilda hatte deshalb das Heft immer versteckt, wenn sie vormittags keine Zeit gehabt hatte, es als Erste zu lesen. Und jetzt blätterte Irene darin, die sich auch noch bei jeder Seite den Zeigefinger mit Spucke befeuchtete. Mathilda stöhnte leise und Irene sah hoch. Was hast du gesagt? Warum ich noch eine Torte backen muss? Wir haben zu wenig und keiner hat Zeit. Sie klappte die Zeitschrift zu und schob sie weg. Und dann bist du mir eingefallen. Mathilda stellte die Kaffeetasse vor Irene ab und schob die Zeitschrift wie zufällig noch weiter zur Seite, bevor sie sich wieder setzte. Aber ich hab doch schon zwei Kuchen gebacken und jetzt auch noch eine Torte? Kann das nicht jemand anderes machen? Ach, Mathilda, Irene lächelte sie an, während sie Milch in die Tasse kippte. Du hast doch Zeit. Machst du deine Friesentorte? Die kommt immer gut an. Und was gibt es sonst so Neues? Während Mathilda noch überlegte, ob sie was dazu sagen sollte, redete Irene schon weiter. Hast du mitbekommen, dass Holger wieder zu Hause wohnt? Welcher Holger? Na, der Sohn von Christa und Hans. Holger Kruse. Seine Frau hat ihn rausgeschmissen. Das wundert mich nicht. Holger kommt wirklich nach seinem Vater. Hans hatte früher doch auch dauernd irgendwelche Techtelmächtel, weißt du noch? Als der damals mit Hannelore nach dem Schützenfest in der alten Tenne von Wagner rumgeknutscht hat und Christas Vater ihn erwischt hat, der hat ihn vielleicht versohlt. Mann, Mann. Irene kicherte schadenfroh. Mathilda sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen an. Dass ausgerechnet Irene sich darüber mockierte, war wirklich seltsam. Irene, das ist Ewigkeiten her. Da war Hans 17 und noch gar nicht mit Christa verheiratet. Aber schon mit ihr zusammen, entgegnete Irene sofort. Wie der Vater, so der Sohn. Seine Frau hat Holger auf einer Geschäftsreise überrascht. Wie im Film. Mit seiner Sekretärin. Woher weißt du das denn? Irene zuckte die Achseln. Das habe ich irgendwo gehört. Das war das Problem mit Irene. Sie hörte immer irgendwo irgendetwas und sorgte zuverlässig dafür, dass es sofort die Runde machte. Vor einiger Zeit hatte sie Gunnar im Wartezimmer seines Hausarztes getroffen. Auf dem Rückweg war er noch tanken gefahren und überrascht gewesen, als der Tankstellenbesitzer ihm beim Bezahlen gute Besserung gewünscht hatte. Irene war vor ihm da gewesen. Gunnar mochte sie nicht. Er hielt sie für eine neugierige, angeberische und sensationslösternde Ziege. Mathilda musste sie immer verteidigen. Das tat sie nicht, weil sie Irene mochte, sondern weil sie keinen Unfrieden in der Nachbarschaft wollte. Für Streit war das Dorf zu klein. Und Mathilda hatte ein großes Herz. Sie liebte Harmonie und Frieden. Armer Junge, sagte sie jetzt und dachte, dass der kleine Holger Kruse damals mit den roten Haaren und den Sommersprossen sehr niedlich gewesen war. Er hatte sie immer ein bisschen an Prinz Harry erinnert. Wer weiß schon, was da los war. Die Leute reden auch viel dummes Zeug. Irene hatte ihren Kaffee ausgetrunken und war aufgestanden. Aber es ist immer was Wahres dran. So, ich muss los. Sie wandte sich zur Tür, drehte sich aber noch einmal um. Kann es sein, dass Max eine neue Freundin hat? Ich meine, ich hätte ihn mit so einer Hübschen an der Hand gestern in Husum gesehen. Wie waren da einkaufen? Nils brauchte neue Schuhe. Warum wusste Irene eigentlich sämtliche Neuigkeiten immer früher als alle anderen? Das will er uns wohl in Ruhe erzählen. Er kommt ja demnächst, um die Schuppentür zu reparieren. Mathilda sah Irene gelassen an. Ganz so, als würde sie die Tatsache, dass ihr Sohn endlich eine Freundin hatte, kaum interessieren. Vielleicht bringt er sie ja mit. Irene war mit der Antwort zufrieden. Die war ja so hübsch. Also dann danke für den Kaffee und bis morgen. An der offenen Haustür stehend, fiel Mathilda noch was ein. Irene? Ja? Ich glaube nicht, dass sie arrogant ist. Das ist Unsicherheit. Und er liebt sie. Wer? Wen? Na, Prinz Harry, seine Meghan. Ah, naja. Tschüss, Mathilda. Mit einem sehnsüchtigen Blick auf die Illustrierte beschloss Mathilda, sofort mit dem Backen anzufangen. Sonst würde sie das ja gar nicht alles schaffen. Sie hatte gerade beide Hände in der Teigmasse, als George kurz anschlug und zur Tür schoss. Als sie aus dem Küchenfenster sah, fuhr Gunnar den Wagen in die Auffahrt. Mathilda knetete weiter. Gunnar stieg umständlich aus, ging um den Wagen und öffnete die Beifahrertür. Ilse würdigte ihren Schwiegersohn keines Blickes und schritt langsam zur Haustür, um energisch zu klingeln. Mathilda hielt inne, die Finger teigverklebt. Wieso benutzte sie eigentlich nie ihren Schlüssel? Es klingelte lange. Dann zweimal kurz, dann nochmal mit Nachdruck. George fing an zu bellen, während Gunnar noch am Auto stand. Mathilda schüttelte den Teig, so gut es ging ab, und griff zu einem Geschirrhandtuch, mit dem sie den Türgriff anfasste. Es musste ja nicht alles eingesaut werden. Hast du geschlafen? Ilse, frisch frisiert, guckte sie vorwurfsvoll an, bevor sie den Finger von der Klingel nahm. Du blöder Hund! Sei still! Sie ging an Mathilda vorbei. Mathilda sah sofort, dass die Laune im Keller war. Das merkte auch George. Er wartete ab, bis Ilse an ihm vorbei war, bevor er sich wieder in seinen Korb verzog. Mathilda warf einen kurzen Blick nach draußen, ließ die Tür offen stehen und folgte ihrer Mutter. Die saß mittlerweile am Küchentisch und trommelte mit den Fingern auf der Platte. Ich habe über eine Viertelstunde auf ihn gewartet, sagte sie anklagend, wie eine Blöde vor dem Friseur, nur weil dein Mann sich so vertrödelt hat. Mathilda befeuchtete ihre Hände und ließ sie wieder in den Kuchenteig sinken. Kneten beruhigte. Und Ilse war noch nicht fertig. Der wird im Alter wirklich immer langsamer. Ich hatte ihm doch gesagt, dass ich um elf Uhr fertig bin. Und wann war er da, der feine Herr? Um Viertel nach. Und ich stand da, unmöglich, wirklich. Wieso hast du dich denn nicht noch so lange beim Friseur hingesetzt? Mathilda knetete hingebungsvoll. Die haben doch einen Wartebereich. Sollen die Leute denken, dass ich im Salon abgeholt werden muss, weil ich zu senil bin und mich draußen verlaufe? Das fehlt ja wohl noch. Nein, der Herr kann vielleicht mal pünktlich sein. Das wäre schon ein echter Fortschritt. Möchtest du einen Kaffee? Was backst du da eigentlich alles? Da ist doch schon ein Kuchen im Ofen. Ja, und dann mache ich noch eine Friesentorte für das Sommerfest morgen im Gemeindehaus. Wir verkaufen wieder Kuchen für das Rote Kreuz. Und wer bezahlt dir die Zutaten? Für drei Kuchen? Lass mich raten. Die bezahlen wir doch wieder. Wir haben sie ja eine Blöde gefunden. Du kannst auch nie Nein sagen. Mathilda rollte mit den Augen, ohne dass ihre Mutter das bemerkte. Es war immer dasselbe. Sie drehte sich erst um, als sie ihren Mann reinkommen hörte. Hallo Gunnar, hast du meine Blumen aus der Gärtnerei abgeholt? Gunnar lächelte. Ich habe sie in die Garage gestellt. Danke. Sie sah ihren Mann liebevoll an. Nächste Woche würde sie, Ilse, zur Fußpflege fahren. Gunnar brauchte dringend mal eine Pause. Hat denn alles geklappt? Nein, blaffte Ilse dazwischen. Er kam zu spät. Die Hände in den Hosentaschen stand Gunnar zwischen Ehefrau und Schwiegermutter und vermied es, Ilse anzusehen. Die Frau in der Gärtnereihe hat die zurückgestellten Pflanzen nicht gleich gefunden und musste erst mal ihren Chef fragen. Ich habe fast eine halbe Stunde warten müssen. Tut mir leid. Das riecht gut hier. Nach Kaffee und Kuchen. Hast du noch einen Kaffee für mich? Setz dich doch auf die Terrasse, Schatz. Mathilda war fertig mit dem Teig und spülte ihre Hände ab. Ich bringe dir den Kaffee raus. Dankbar verzog sich Gunnar. Ilse sah ihm mit hochgezogenen Augenbrauen nach. Lässt er sich auch noch bedienen, der feine Herr. Mathilda nahm unbeeindruckt eine Tasse aus dem Schrank. Erst dann drehte sie sich zu ihrer Mutter um. Lass ihn doch einfach mal in Ruhe. Er konnte nichts dafür, dass die in der Gärtnerei die Blumen nicht gefunden haben. Ich hatte extra angerufen, damit sie mir die zurückstellen und es deshalb schneller geht. War ja wohl nichts. Ilse erhob sich umständlich. Ich gehe jetzt rüber. Was gibt es zum Mittagessen? Mit einem erschrockenen Blick sah Mathilda auf die Uhr. Es war ja schon halb zwölf. Ach, ich kann Bratkartoffeln mit Spiegelei machen. Viel mehr schaffe ich nicht. Die Kuchen sind ja noch nicht fertig. Um eins gibt es Essen, ja? Ilse blieb entsetzt an der Küchentür stehen. Um eins? Nein, ich muss um halb meine Tabletten nehmen, also halb eins. Und mach nicht wieder so viele Zwiebeln rein. Ich muss sonst dauernd aufstoßen. Sie sah sich kurz um, dann beugte sie sich vor und nahm Mathildas Zeitschrift vom Tisch. Die nehme ich mal mit. Ich, begann Mathilda, aber Ilse wartete die Antwort gar nicht erst ab. Die Haustür fiel schon hinter ihr zu. Ich habe sie doch noch gar nicht gelesen, sagte Mathilda leise. Dann goss sie ihrem Mann eine Tasse Kaffee ein und ging damit in den Garten. Du hast die Zwiebeln vergessen, mit angewidertem Gesicht stocherte Ilse in den Bratkartoffeln. Die Dinger schmecken nach nichts. Du wolltest doch keine, bemerkte Gunnar. Du hast gesagt, du müsstest von Zwiebeln immer aufstoßen. Ilse ließ ihr Besteck fallen und lehnte sich abrupt zurück. Mathilda, ich habe gesagt, wenig Zwiebeln. Ich habe nicht gesagt, keine Zwiebeln. Kein Mensch macht Bratkartoffeln ohne. Mit einem kurzen Blick auf ihren Schwiegersohn fügte sie hinzu, es sei denn, man isst das in Polen so. Ich habe keine Ahnung, wie man in Polen Bratkartoffeln zubereitet, antwortete Gunnar so ruhig wie er konnte. Ich war noch nie in Polen. Und ich glaube, das auch hin und wieder mal erwähnt zu haben. Er tupfte sich langsam mit der Serviette den Mund ab, dann legte er sie neben seinen Teller und stand auf. Mathilda, entschuldige, aber ich muss weiter streichen, das trocknet sonst zu schnell an. Sie nickte. Mach das lieber, lass den Teller ruhig stehen. Gunnar stellte ihn trotzdem in die Spüle, bevor er nach draußen ging. Eine Weile war Ruhe, dann hob Ilse den Kopf und sagte, wie in einer Pommesbude, jeder steht auf, von der Wille. Manieren sind das. Wir sind doch nicht in Mutter. Lass es bitte, unterbrach Mathilda sie laut. Ich will solche Sätze in meiner Küche nicht mehr hören. Und dein Gerede über Polen habe ich auch langsam richtig satt, hörst du? Keiner von uns war jemals dort. Es ist bestimmt ein schönes Land. Nur Gunnar, und das weißt du ganz genau, Gunnar ist in Bremen geboren. In Bremen, nicht in Polen. Aber seine Eltern sind Polen. Ilse ließ ihr Besteck klirrend auf den Teller fallen. Die ganze Sippe ist doch zugezogen. Ostpreußen, Mutter. Seine Familie ist nach dem Krieg aus Ostpreußen gekommen, damals. Es ist lange her. Zack ich doch. Ilse stand auf und sah sie mit schmalen Augen an. Die ganze Sippe. Sie ging. Und Mathilda stützte seufzend ihr Kinn auf die Faust. Ilse hatte immer das letzte Wort, bevor sie ihren beleidigten Abgang machte. Aber Mathilda war ein friedliebender Mensch. Ansonsten hätte sie schon lange Mordgedanken gehabt. Zur gleichen Zeit in Hamburg. Die Neonröhre über dem Tresen flackerte, bevor sie mit einem leisen Ping erlosch. Pitt Petersen ließ den Lappen in die Spüle fallen und sah resigniert nach oben. Jetzt war es fast ganz dunkel in der Bar PP. Es war die dritte Lampe, die an diesem Abend ausgefallen war. Heute war nicht sein Tag. Er streckte den Arm aus und tippte gegen die dunkle Röhre. Sie blieb dunkel, war aber noch heiß. Pitt fluchte und tauchte den Finger in das lauwarme Spülwasser. Was für ein Dreckstag. Ganz schön süß da hier, sagte plötzlich Hermann, der schon seit Stunden nahezu unbeweglich am Tresen saß. Machst du mir noch ein Bier? Das ist das letzte für heute. Pitt knifft die Augen zusammen, um im halbdunkel Bier zu zapfen. Kommt wohl keiner mehr. Ich mach dann Feierabend. Hermann nickte. Nicht viel los heute. Die ganze Woche nicht. Pitt schob ihm das Bier über den Tresen, der dringend mal wieder abgewischt werden musste. Pitt hasste putzen. Du musst eine Frau einstellen. Dann kommen auch wieder mehr. Nix mehr los, seit Eva weg ist. Pitt sah Hermann irritiert an. Wirst du jetzt auf den letzten Metern geschwätzig? Er rieb mit den Fingern über den klebrigen Tresen, widerlich. Wo soll ich denn eine Frau herkriegen? Schild. Was? Hermann trank das Bier langsam aus, stellte das Glas ab und wischte sich über den Mund. Dann kletterte er vom Barhocker und schwankte langsam zum Spielautomaten, unter dem leere Pappkartons standen. Er riss eine Klappe ab und kam zurück. Gib mal einen Stift. In der Schublade fand Pitt einen alten Filzstift. Hermann nahm ihn und kritzelte etwas auf die Pappe, die er Pitt anschließend hinhielt. Ins Fenster, sagte er, kramte einen Geldschein aus der Hosentasche und legte ihn hin. Stimmt so. Tschüss. Die Tür fiel hinter ihm zu. Verblüfft hielt Pitt die Pappe in den Händen. Servicefrau gesucht. Die Schrift war nicht schön, die Rechtschreibung falsch, aber die Idee war gut. Pitt nickte, der alte Hermann hatte recht. Seit Eva ihn verlassen hatte, lief die Kneipe nicht mehr. Zum einen gab es nichts mehr zu essen, weil Pitt weder Lust noch die Fähigkeit besaß, irgendwelche Suppen oder Frikadellen zu machen. Zum anderen hatte Eva auch ständig mit den Gästen gelabert, dazu hatte Pitt noch weniger Lust. Er hätte auch gar nicht gewusst, worüber er mit ihnen reden wollte. Die sollten hier ihr Bier trinken, bezahlen und wieder gehen. Fertig. Aber jetzt kam, außer Hermann und ein, zwei anderen traurigen Gestalten, überhaupt niemand mehr. Weil es nichts zu essen gab. So ein Schwachsinn. Er hatte eine Kneipe und kein Restaurant. Aber eine Angestellte könnte zumindest putzen. Pitt ging langsam zur Tür, um abzuschließen. Seine Schuhe machten auf dem Linoleum ein schmatzendes Geräusch. Die Idee war wirklich nicht schlecht. Er hatte zwar keine Ahnung, wie er eine Angestellte bezahlen sollte, aber darüber könnte er später nachdenken. Er stellte einen der leeren Kartons auf den Tisch und riss eine zweite Pappe ab, die er, so gut er konnte, beschriftete. Hübsche Frau für Service gesucht. Er stellte das Schild ins Fenster. Die Scheibe war schmierig, aber man müsste es trotzdem von außen lesen können, hoffte er zumindest. Seine Stimmung hob sich augenblicklich. Pitt Petersen war schon mit allen möglichen Situationen fertig geworden. Das würde auch so weitergehen, davon war er überzeugt. Der Blick in die Kasse ernüchterte ihn wieder. 24,80 Euro der gesamte Tagesumsatz. Er nahm einen 10-Euro-Schein heraus und schob ihn sich in die Hosentasche. Ein Döner und ein Bier für ihn? 14,80 Euro fürs Kassenbuch, das musste reichen. Warum denn Hain vom Finanzamt das Geld hinterher schmeißen? Er griff zu den beiden übervollen Müllsäcken und öffnete die Hintertür. Falls eine potenzielle Kandidatin gleich morgen das Schild sah, musste sie ja nicht sofort über den Müll fallen. Das erste, was er hörte, war ein tiefes, extatisches Gebrüll, das aus einem der oberen Fenster drang. Da ging es anscheinend mal wieder zur Sache. Mit einem Anflug von Neid sah Pitt hoch. Als er die Kneipe übernommen hatte, war er der festen Überzeugung gewesen, dass das Stundenhotel in unmittelbarer Nachbarschaft ihm genügend Kunden bescherte, aber er hatte sich geirrt. Die Damen tranken oben und ihre Freier waren entweder erschöpft oder hatten schon zu viel Geld ausgegeben. Keiner von denen kam anschließend noch zu ihm. Die einzige Ausnahme waren die Vermieter. Hermann sagte, das wären die Zuhälter. Pitt war es egal. Er kannte noch nicht mal ihren Namen. Es waren drei, die ab und zu herkamen. Zwei hatten rasierte Schädel, einer von ihnen mit überdimensionalem Vollbart, einer war rothaarig, mit einem ungepflegten Schnauzbart. Alle waren sie muskelbepackt und großflächig tätowiert. Der größte von ihnen hatte sogar ein Tattoo am Hals. Kill you, stand dort. Mehr musste Pitt nicht wissen. Sie bockten ihre Harley Davidsons am Straßenrand auf, kamen breitbeinig in die Kneipe, tranken Bier und bezahlten. Alles andere interessierte Pitt nicht. Er stopfte die Müllsäcke in die Tonne und wollte gerade wieder reingehen, als oben plötzlich ein hektischer Lärm ausbrach. Er hörte Schreie, Türen knallen, irgendjemand kreischte, die Fenster flogen auf, dann laute Rufe, Polizei, niemand bewegt sich, Arme nach vorn, ganz ruhig bleiben, Hände weg da. Instinktiv presste Pitt sich an die Wand und zwang sich ruhig zu atmen. Mit Bullen war er noch nie ausgekommen und er hatte mit dieser Sache, was immer das da oben zu bedeuten hatte, sowieso nichts zu tun. Er hatte einfach keinen Bock von den Bullen ausgefragt zu werden. Irgendetwas fanden die doch immer bei ihm. Ganz langsam schob er sich in Richtung Tür, er musste hier weg. Er konnte den Seitenausgang nehmen, bevor die runter kam. Als er die Tür schon fast erreicht hatte, sah er aus den Augenwinkeln einen Schatten. Ein klatschendes Geräusch ließ ihn zusammenzucken. Er drehte den Kopf in die Richtung, aus der es gekommen war. Oben knallte ein Fenster zu. Und dann sah er sie. Zwei Beutel, umhüllt von silbriger Folie, lagen direkt neben der Mülltonne auf dem schmutzigen Hinterhofboden. Irgendjemand hatte sie runtergeworfen. Ohne nachzudenken, stieß er sich von der Wand ab, griff nach den Beuteln und huschte zurück in die Kneipe. Der Karton ohne Klappe stand noch auf dem Tisch. Er warf seinen Fund hinein, seine Jacke obendrauf und verließ blitzartig sein Lokal. Fünf Minuten später fuhr er mit seinem alten klapprigen Renault die Reeperbahn hinunter zum Hafen. Pitt bremste ab, weil ein paar Meter vor ihm ein betrunkener Mann auf die Straße torkelte. Einer seiner Begleiter riss ihn an der Jacke zurück, der Betronkene schlug wütend in die Luft. Pitt fuhr langsam weiter. Nicht jetzt noch einen Unfall riskieren, bevor er nicht wusste, was in den beiden Beuteln war. Ein kleines Lächeln stahl sich in sein Gesicht. Vielleicht war es doch sein Glückstag heute. Ein Gottes Geschenk, das vom Himmel gefallen war. Er fuhr vorschriftsmäßig, sah kurz in den Rückspiegel, hinter ihm war nichts Auffälliges zu sehen. Vor ihm ragten die Hafenkräne in den Himmel, er fuhr langsamer, suchte einen passenden Ort und bug dann in eine kleine Seitenstraße, in der er auf Anhieb einen Parkplatz vor einer Autowerkstatt fand. Pitt stellte den Motor aus und sah sich um. Nichts. Die Werkstatt war zu, niemand war auf der Straße. Keine Polizei, keine Harleys mit tätowierten Fahrern. Er wartete noch eine Sekunde, dann drehte er sich um und griff in den Karton, den er einfach hinter dem Beifahrersitz geworfen hatte. Unter der Jacke tastete er nach dem ersten Beutel und zog ihn raus. Vorsichtig wickelte er die silberne Folie ab, die in mehreren Bahnen um den Beutel gewickelt war. Pitt wusste, dass die Damen von oben ab und zu Drogen anboten, Amphetamine, Crystal oder Ecstasy. Er hatte auch schon was gekauft. Er selbst nahm die Sachen nicht, er hasste es, Tabletten zu schlucken, aber ab und zu tat er dem einen oder anderen Kumpel eingefallen. Deshalb wusste er, was das Zeug wert war. Er lächelte, als er ans Ende der Folie kam. Mit so einem Erlös könnte er locker die hübsche Servicekraft bezahlen. Das Lächeln gefror, als er im Dämmerlicht sah, was er da in der Hand hatte. Der Beutel enthielt keine bunten Pillen, sondern ein weißes Pulver. Pitt ahnte sofort, was das war, öffnete vorsichtig eine Ecke und tupfte mit feuchtem Finger ein paar Krümel auf die Zunge. Vom Wert dieses Beutels konnte er bis zu seiner Rente mehrere Servicekräfte bezahlen. Ihm wurde heiß und kalt. Er hatte hier schätzungsweise ein Kilo Kokain auf dem Schoß. Und unter seinem Sitz lag noch mal so viel. Hektisch wickelte er die Folie wieder drum und schob die Beutel unter den Beifahrersitz. Sein Herz pochte. Er spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach. Wie festgetackert blieb er im Auto sitzen, die Finger um das Lenkrad geklammert, den Blick aufs Armaturenbrett fixiert. Wer immer das Zeug von oben in den Hinterhof geworfen hatte, er würde es wieder haben wollen. Und zwar schnell. Kill you. Pit sah plötzlich das Tattoo am Hals vor sich. Pit atmete tief ein und aus. Er keine Ahnung, dass er das Kokain hatte. Dank der kaputten Lampen sah die Kneipe geschlossen aus. Niemand hatte ihn gesehen. Er hatte auch niemanden getroffen. Seit Eva weg war, war die Kneipe sowieso nicht mehr jeden Tag geöffnet. Das war nichts Besonderes. Aber es war ausgeschlossen, das Zeug dort zu lagern. Er musste ein absolut gutes Versteck finden. Wenn Kill you fündig würde, nicht auszudenken. Cool bleiben, ganz cool. Pits Atmung wurde langsam ruhiger. Nach und nach entspannte er sich. Sein Blick fiel auf die geschlossene Werkstatt, vor der er gerade parkte, und plötzlich hatte er eine Idee. Eine geniale Idee. Er zog sein Handy aus der Tasche und wählte eine Nummer. Eddie, hier ist Pitt. Freitag, 24. Mai. Mathilda stand vor dem Herd und wendete Frikadellen. In zwei Pfannen. Die Abzugshaube machte einen Mordslärm. Aus dem Radio auf der Fensterbank dröhnte beschwingte Schlagermusik. Mathilda sang den Text laut mit und konnte deshalb Gunnar nicht hören, der schon eine ganze Zeit hinter ihr an die Küchentür gelehnt stand und sie beobachtete. Sie war so klein, dachte er, und immer noch so zierlich. Man sah ihr nicht an, dass sie schon Großmutter war. Sie war immer noch hübsch, seine Mathilda, immer noch textsicher, immer noch gut gelaunt. Er war froh, dass er mit ihr verheiratet war, und das schon sehr lange. Brätst du Frikadellen für einen guten Zweck? Mathilda zuckte zusammen und drehte sich sofort um. Du bist das. Ich habe dich gar nicht kommen gehört. Gunnar trat näher und stellte das Radio leiser, bevor er ihr über die Schulter sah. Er schüttelte den Kopf. Das sind ja Massen. Wer soll die denn alle essen? Mathilda wendete die Frikadellen erneut, dann wischte sie sich die Hände an der Schürze ab und zuckte die Achseln. Max ist so dünn. Und da habe ich gedacht, ich Woche morgens, mittags und abends Frikadellen essen. Warum nicht? Wann kommt er denn? Jeden Moment. Mathilda sah aus dem Fenster, als sie das Knirschen der Reifen auf dem Kiesweg hörte. Da ist er schon. Sie drehte die Herdplatten niedriger und ging zur Haustür, von wo sie ihrem Sohn zulächelte. Er nahm sein Werkzeug aus dem Auto, ließ den Kofferraumdeckel zufallen und kam schwer beladen auf sie zu. Hallo Mama, bin ich zu spät? Nein, schön, dass du da bist, Mathilda umarmte ihn. Er war zwei Köpfe größer als sie. Sie konnte es immer noch nicht fassen, was aus ihrem kleinen, süßen, blonden Max geworden war. Der Junge war mittlerweile fast 30, wohnte in Husum, arbeitete als Tischler und war eindeutig erwachsen. Es war zu übrigens, dann kannst du noch welche mitnehmen. Ich habe auch Rosinenstuten beim Bäckerbus für dich gekauft. Den magst du doch so gern. Mama, ich wohne in Husum, nicht auf Haiti. Max beugte sich runter und küsste sie auf die Wange, bevor er seine Mutter mit ausgestreckten Armen von sich schob. Wir sind eine erschlossene Gegend. Es gibt seit neuestem sogar Supermärkte. Wasch dir die Hände vorm Essen. Kurz darauf betrat Max die Küche. Sein Vater saß schon auf der Eckbank. Der Tisch war gedeckt. Seine Mutter stellte gerade die Schüssel mit den Kartoffeln neben die Platte mit ca. Frikadellen. Setz dich hin, es wird sonst kalt, sagte sie und lächelte ihn an. Max klopfte seinem Vater kurz auf die Schulter, bevor er sich viel zu tun. Ja, Max streckte seine langen Beine aus und sah sich um. Kommt Oma nicht? Nein, Mathilda setzte sich auf ihren Platz. Oma muss um halb eins essen, wegen ihrer Tabletten. Jetzt ist es halb zwei, das ist ihr zu spät. Da haben wir ja Glück. Max grinste seinen Vater an, oder? Friedliches Mittagessen, herrlich. Dann komme ich jetzt immer um ihren Sohn an. Rede bitte nicht so. Warum? Betont harmlos Max sie an. Es stimmt doch, es gibt nichts, worüber sie sich nicht beschwert. Das letzte Mal fing sie bei meinen Haaren an, machte bei der Jeans weiter und irgendwann habe ich ihr dann auch noch zu viel gegessen. Gunnar grinste und spießte eine Kartoffel auf die Gabel. Ja, das ist deine Oma. Er er Max sah sie an und hakte noch mal nach und wenn sie früher essen will, kocht sie dann selbst? Mathilda sah ihn irritiert an. Natürlich nicht. Ich habe für sie schon vorab gekocht. Halb eins meint halb eins, keine Diskussionen. Du bist viel zu nett zu ihr, antwortete Max und seufzte. Oma lässt euch ganz schön springen. Die benimmt sich mittlerweile wie Queen Mom. Queen Mom hatte Anstand und wusste wie man sich benimmt, bemerkte Gunnar und zog die Platte mit den Frikadellen zu sich. Das liegt bei Königs in den Genen. Hier leider nicht. Gunnar, bitte, ich will das nicht hören und Max grinst nicht so blöde. Sie ist deine Großmutter. Mathilda schob ihm die Kartoffeln zu und eine alte Frau. Jetzt nimm dir. Natürlich. Max stach etwas halbherzig mit der Gabel in die Kartoffel und verlor sie prompt auf halbem Weg zum Teller. George fiebte leise, als sie ihn am Ohr streifte, bevor sie auf dem Boden landete. Der Hund frisst keine Kartoffeln, sagte Gunnar. Du musst eine Frikadelle runterfallen lassen. Das machst du nicht. Mathilda drohte mit der Gabel. Max lachte, hob die Kartoffel auf und betrachtete seine Eltern. Sein Vater war groß, seine früher dunklen Haare waren grau. Er war ein stiller Mann, oft nachdenklich, er hasste Streit und gab schon allein deshalb meistens nach. Mathilda war heiter, entspannt und erstaunlicherweise immer gut gelaunt. Max hatte sich schon oft gefragt, wie sie das hinbekam. Oft lächelte sie die Probleme einfach weg und wartete, dass sie so verschwanden. Wenn Max sich manchmal darüber aufregte, lächelte Mathilda auch das weg. Erzähl doch mal, was gibt's Neues bei dir? fragte sie jetzt neugierig. Sie wartete gespannt auf seine Antwort. Kann es sein, dass Max eine neue Freundin hat? Mathilda hoffte, er würde es ihr von sich aus erzählen. Sie würde ihm selbstverständlich nicht sagen, dass sie das von Irene wusste. Nichts Besonderes. Max zögerte einen Moment, dann nahm er sich die zweite Frikadelle. Das heißt, ich habe letzte Woche Harald Wiesner getroffen. Er kam gerade aus dem Bauamt. Kann es sein, dass der ein bisschen wirr ist? Er war total nervös, als ich ihn gegrüßt habe. Unser Bürgermeister? Mathilda sah ihn etwas enttäuscht an und schob ihm noch mal die Kartoffeln zu. Nimm doch Kartoffeln. Wieso war der nervös? Gunnar sah seinen Sohn an. Was hat er gesagt? Nichts. Max hob die Schultern. Der hat mich nur komisch angeguckt. Keine Ahnung, vielleicht hatte er ein Bier zu viel beim Mittag essen. Ach, der hat dich wahrscheinlich nicht erkannt, meinte Mathilda. Und dann war es ihm peinlich, weil er als Bürgermeister natürlich alle seine Schäfchen sofort erkennen müsste. Die Schäfchen gehören zum Pastor, korrigierte ihr Sohn sie, und ich wohne seit zehn Jahren nicht mehr in diesem Dorf. Da muss er mich auch nicht auf dem Schirm haben. Nee, das war es nicht. Er wirkte irgendwie wirr. Wisst ihr da was? Hat er Probleme? Harald hat keine Probleme, Mathilda winkte ab, höchstens vielleicht Termindruck. Der ist ja immer so in Hektik und hat viel Stress als Bürgermeister. Der ist Bürgermeister von Dettebüll und nicht von New York, Max grinste. Wo hat der denn Stress? Nimm doch noch eine Frikadelle, Max. Mathilda ignorierte seine dankend ablehnende Geste und legte ihm eine weitere auf den Teller. Nach dem Essen lockerte Max seinen Gürtel um zwei Löcher und ging in den Garten, um sich anzusehen, was er reparieren sollte. Die Schuppentür schloss nicht mehr. Max bewegte die Tür ein paar Mal, bis er das Problem sah. Es war nur das Scharnier, eine leichte Sache. Der blau gestrichene Schuppen stand dicht neben dem Haus und beherbergte den Rasenmäher, die Fahrräder und diverse Gartengeräte. Als Kind hatte er diesen Schuppen geliebt, vielleicht weil er blau und weit genug vom Gänsestall entfernt war. Max hatte stundenlang auf dem Eimer mit dem Rasendünger gesessen und Comics gelesen. Hier waren ihm weder die Gänse noch seine Großmutter in die Quere gekommen. Sein heiliges geheimes Versteck, dachte er, wobei es nicht sehr lange geheim gewesen war. Der Schuppen war herrlich eingewachsen. Er musste einige Efeuzweige zur Seite biegen, um besser an die Tür zu kommen. Dann setzte er den Akkuschrauber an. Wenn du damit fertig bist, kannst du auch gleich noch mal zu mir kommen und die Fußleiste im Flur festmachen. Der Akkuschrauber rutschte ab, ein Efeuzweig schlug zurück und traf Max im Gesicht. Ilse Petersen stand mit verschränkten Armen hinter ihrem hoch konzentrierten Enkel. Deine Mutter kracht beim Staubsaugen immer dermaßen dagegen, dass sie sich gelöst hat. Hallo Oma, ich freue mich auch dich zu sehen. Max rieb sich über die schmerzende Wange und drehte sich langsam zu Ilse um, die sofort einen Schritt zurück trat. Sie hasste Umarmungen zur Begrüßung. Das hatte sie auch ihren Enkelkindern von klein auf eingebläut. Völlig unnötig, Max hatte ohnehin nicht das Bedürfnis, ihren Wunsch zu unterlaufen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, ja, schnarrte sie nur knapp. Also jedenfalls ist die Fußleiste im Flur lose. Du bist doch ohnehin da, dann kannst du die auch gleich festschrauben. Und meine Haustür schabt über dem Boden, die muss auch mal abgeschliffen werden. Bis nachher. Max sah seiner Großmutter nach und atmete einmal tief aus, bis sie hinter ihrer Haustür verschwunden war. Mal eben abschleifen. Das ging nicht mal eben, das war Arbeit. Und eigentlich war er hier, weil sein Vater ihn um Hilfe bei der kaputten Schuppentür gebeten hatte. Freundlich gebeten hatte er ihn. Sein Vater kannte keinen Befehlston. Da war seine Oma ein ganz anderes Kaliber. Dass seine Eltern das Zusammenleben mit ihr aushielten. Kopfschüttelnd wandte er sich wieder der Tür zu. Während er die Schrauben löste, überlegte er, seit wann seine Großmutter eigentlich so ein Drachen war. Immer schon, befand er und betrachtete das kaputte Scharnier. Sie war nie so gewesen wie die Großmütter der anderen, so weich und rund und freundlich. Eine, Sie hatte immer schon nur das gemacht, was sie wollte. Und dazu gehörten sicher keine Bastelnachmittage mit ihren Enkeln und keine Märchenstunden. Oma Ilse roch nicht nach Kuchenteig und Schokolade. Sie hasste alles Süße, trank den ganzen Tag schwarzen Kaffee und rauchte jeden Abend vor dem Schlafengehen eine Zigarette auf der Terrasse. Die ausgetretene Kippe ließ sie liegen. Mathilda würde sie am nächsten Tag ohnehin entfernen, bevor die Kinder sie sich in den Mund stecken konnten. Ilse hatte noch nie etwas mit Kindern anfangen können. Die normale Begrüßung lautete Max und seine Schwester Nele kannten es gar nicht anders. Die Lieblosigkeit der Oma hatte bei ihnen jedoch keine Schäden hinterlassen. Dafür waren ihre Eltern immer schon zu liebevoll gewesen. Eigentlich war es ein Wunder, dass Ilse Petersen eine Tochter wie Mathilda zustande gebracht hatte. Na, wie weit bist du? Mathilda war plötzlich neben ihm aufgetaucht, in der Hand einen Korb mit Äpfeln aus dem Garten. Sie setzte den Korb ab und strich über die blaue Holztür. Das sieht ja gut aus. Endlich schließt sie wieder. Sehr schön. Sie trat einen Schritt näher und sah zu ihm hoch. Sag mal, Was? Überrascht ließ Max den Akkuschrauber sinken, den er gerade in die Kiste legen wollte. Wieso fragst du? Ach, weißt du, Irene hat dich wohl mit einer jungen Frau gesehen. Mathilda legte den Kopf schräg und lächelte. Hat sie mir gestern erzählt. Stimmt das? Max nickte, warf noch einen abschließenden Blick auf sein Werk und sammelte sein Werkzeug ein. Was Irene immer verbreitet abziehen kann. Dass du sie als Nachbarin überhaupt aushältst. Er hatte keine Lust, hier buchstäblich zwischen Tür und Angel mit seiner Mutter sein Liebesleben zu besprechen. Das musste warten. Ich muss noch zu Oma rüber. Du hast ja ihre ganzen Fußleisten beim Staubsaugen kaputt gemacht. Er sah sie an. Du Tier. Mathilda setzte sich auf die Bank, die neben dem Schuppen stand und sah zu ihm hoch. Ach Max, du weißt doch, sie meint es nicht so. Sie ist eben alt, da kann man auch mal drollig werden. Mama. Max ging vor ihr in die Hocke und legte ihr die Hand aufs Knie. Sie ist nicht drollig, sie ist böse. Es tut mir leid, das zu sagen. Ich weiß, dass du es nicht hören willst, aber bieten lässt. Es war doch nie anders. Sie nutzt dich nach Strich und Faden aus und dann bist du auch noch der Prellbock für alles. Ich kann ihr gar nicht sagen, wie ich das finde. Max, sie ist nein, unterbrach er sie und richtete sich wieder auf. Du musst sie nicht dauernd entschuldigen. Wir alle wissen doch, woran wir sind und glaubt nicht, dass irgendjemand im Dorf sie ausstehen kann. Und das war übrigens nie anders. Sie hat Pitt schon vor Jahren aus dem Haus gejagt. Das habe ich damals schon schlimm gefunden. Da war ich noch nicht mal volljährig und sie schon böse. Es reicht, Max. Erprobt stand Mathilde auf und hob die Hand. Es reicht. Ich möchte das nicht weiter vertiefen. Ich backe jetzt Apfelkuchen. Sie griff oder Pitt sein Onkel. In den Augen von Oma Ilse war er das schwarze Schaf der Familie. Für Mathilda war das ein schlechtes Thema. Ein ganz schlechtes. Oma Ilse hatte es vor Jahren schon geschafft, ihren eigenen Sohn vom Hof zu vertreiben. Mathilda litt darunter sehr. Aber sie redete nie über Dinge, die sie belasteten. Dabei belastete die Sache mit ihrem Bruder sie schon so auch wegen Max, weil Max an seinem einzigen Onkel früher sehr gehangen hatte. Auch wenn Onkel Pitt so ganz anders war als Mathilda. Aber Max hatte damals schon ein Faible für alles, was nicht ins Dorf passte und worüber Oma Ilse sich aufregte. Und das hatte der schräge Pitt immer geschafft. Das Beste an Eddie war, dass er nie Fragen stellte. Das hatte er noch nie gemacht in all den Jahren, in denen sie sich schon kannten. Und das waren mittlerweile 55. Sie waren schon als kleine Jungs die besten Kumpels gewesen zum Leidwesen des Dorfes. Sie waren immer gemeinsam in alle Prügeleien verwickelt, gemeinsam von der Schule geflogen, waren gemeinsam bei der Bundeswehr gewesen, hatten sich dann für ein paar Jahre aus den Augen verloren und sich schließlich im Knast wieder getroffen. Eddie hatte eine Tankstelle überfallen, Pitt ein Auto geklaut und damit auch noch einen Unfall verursacht. Nach ihrer Entlassung hatten sie wieder Kontakt, wenn auch eher sporadisch. Deshalb hatte Pitt sofort an Eddie gedacht. Und nicht nur, weil er gerade eben vor einer Autowerkstatt geparkt hatte. Sobald Pitt kurz nach Mitternacht das Hamburger Stadtgebiet verlassen und die Autobahn nach Heide erreicht hatte, atmete er auf. Er hatte den Rückspiegel nicht aus den Augen gelassen, um sicher zu gehen, dass ihn niemand verfolgte. Aber anscheinend war sein Aufbruch unbemerkt geblieben. Er gab Gas und fuhr jetzt wesentlich entspannter in Richtung alter Heimat. Natürlich wusste keiner seiner Dorf am Arsch der Welt stammte. Und genau deshalb würde ihn auch niemand hier vermuten. Er hatte immer erzählt, dass er in einer Hinterhof Siedlung in Hamburg-Barmbeck aufgewachsen war und früh den Kampf auf der Straße gelernt hatte. Sie sollten ihn nicht für einen vertrottelten Bauernsohn aus Dettebüll halten. Er war auch schon lange genug weg aus diesem Drecksdorf und er wollte nichts mehr damit weniger. Seine spießige Schwester Mathilda lebte immer noch in ihrem Elternhaus zusammen mit ihrem langweiligen Mann, das war doch völlig krank, mit über 60. Und dann auch noch Tür an Tür mit ihrer bösartigen Mutter. Ilse war es, die ihn damals beim Autodiebstahl bei den Bullen verpfiffen hatte, diese alte Hexe. Nein, mit denen war Pitt durch, aber sowas von durch. Eddie wohnte tatsächlich zumindest war er da gemeldet. Er hatte das Elternhaus übernommen, sich eine Autowerkstatt daneben gebaut und schraubte jetzt ständig an irgendwelchen Karren herum, die er anschließend irgendwohin verkaufte. Wo die Autos herkamen, wusste Pitt nicht. Wohin Eddie sie auf seinen wochenlangen Fahrten brachte, auch nicht. Es war ihm auch egal. Pitt steckte sich eine Zigarette an und drehte das Radio lauter, um nicht vor lauter Eintönigkeit einzuschlafen. Die Autobahn war zu Ende. Jetzt fuhr er die ewig lange, wenig befahrene und absolut öde Bundesstraße entlang, die an Heide und Husum vorbei zum Ende der Welt führte. Hier war wirklich nichts, gar nichts. Ein paar Häuser rechts und links, Kühe, Pferde, hin und wieder ein Hof, eine Biogasanlage, wieder ein paar Stunde. Er bekam Kohldampf, es gab noch nicht einmal einen Imbiss auf der Strecke, er hatte fast vergessen, wie trostlos es hier war. Erleichtert sah er das Schild, das vor der Abfahrt der Bundesstraße stand, die letzten zehn Kilometer. Als er das Ortseingangsschild passierte, nahm er den Fuß vom Gas. Langsam fuhr er die Hauptstraße runter, vorbei an der alten Schule, vorbei an den Häusern und Höfen, die sich in all den Jahrzehnten kaum verändert hatten. Rechts war der Friedhof, links der Gasthof Kruse, da hatte er auch mal Hausverbot gehabt. Humorloser Vollidiot, dieser Wirt. An der Ecke konnte er sein Elternhaus sehen, er drehte den Kopf sofort zur Seite und bog in den Westweg ein. Das dritte Haus von links war Eddies. Das Tor stand offen. Er fuhr den Wagen auf den Hof und stellte den Motor aus. Hier wartete er einen Moment, dann sah er sich um. Kein Mensch zu sehen, alles schlief, was auch sonst. Er stieg aus, schloss das Auto ab, ging zur Haustür und drückte die Klinke runter. Die Tür war offen. Pitt betrat den dunklen Hausflur und hörte laute Stimmen aus dem Fernseher. Eddie? Keine Antwort. Pitt folgte den Stimmen und schob die angelehnte Wohnzimmertür auf. Auf dem überdimensionalen Flachbildschirm fuhren Mördertrucks durch die Wildnis Amerikas. Auf dem flachen Couchtisch stapelten sich Chipstüten, Bierdosen und leere Mini-Salami-Packungen. Auf dem grünen Sofa lag Kumpel Eddie und schnarchte leise. Pitt blieb vor ihm stehen und sah zu ihm hinunter. Eddie? Er bückte sich und knuffte ihn leicht in den Arm. Ey, Eddie! Was? Wie angestochen schoss er hoch, starrte Pitt verwirrt an, bevor er sich wieder entspannte und zurücklehnte. Bier? Ja. Pitt schob einen Stapel Klamotten zur Seite, bevor er sich auf einen Sessel setzte. Hast du was zu essen? Umständlich stand Eddie auf und verschwand. Pitt sah sich um. Er brauchte das perfekte Versteck für die beiden Tüten. Er musste gut überlegen, wo es am besten war. Eddie klapperte in der Küche herum. Pitt stand langsam auf und ging ihm nach. An den Türrahmen gelehnt sah er zu, wie Eddie eine Dose Ravioli in 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 einen Topf kippte und mit dem Kopf zum Kühlschrank deutete Bier. Im Kühlschrank stand tatsächlich nur Bier, nichts anderes, dafür schätzungsweise 30 Dosen Bier. Pitt öffnete eine und trank aus der Dose. Und sonst? Jo, antwortete Eddie und nahm einen Teller von dem schmutzigen Stapel in der Spüle. Er ließ kurz kaltes Wasser darüber laufen, dann stellte er ihn neben den Herd. Muss ja. Mit den Händen in den Hosentaschen wartete er darauf, dass die Ravioli warm wurden. Schließlich tunkte er den Zeigefinger in den Topf, nickte, schaltete die Herdplatte aus, nahm den Topf und ließ den Inhalt auf den Teller gleiten. Danke. Pitt nahm ihm den Teller ab. Hast du eine Gabel? Eddie nickte, griff wieder in die Spüle, ließ wieder kaltes Wasser laufen und wischte die Gabel an seiner Jeans ab. Ja. Während Pitt die lauwarmen Ravioli in sich hineinschlang, verfolgte Eddie interessiert die Rally der Murder Trucks und machte sogar einige Bemerkungen über PS und Hubraum Größen. Mittendrin sagte er plötzlich, bis wann bleibst du eigentlich? Bis morgen, ich Grüner Schrank, Werkstatt Schlüssel hängt am Haken neben der Haustür. Okay. Pitt schob sich die letzte Gabel in den Mund, dann stellte er den Teller ab. Das mache ich gleich mal, nicht, dass ich das morgen vergesse. Mhm. In Eddies Werkstatt sah es ähnlich aus wie in Eddies Wohnzimmer. Überall stand etwas herum. Die Regalböden an der Wand bogen sich unter der Last von Lackdosen, Kisten und Kanistern. Mitten in der Werkstatt lagen lose Bretter, die nur notdürftig die Grube abdeckten. Durch die Lücken sah man auf dem Boden Reifen, Werkzeuge, Felgen und jede Menge Tüten mit Schrauben und Ersatzteilen liegen. Das blanke Chaos. Pitt blieb neben der Tür stehen. Sein Blick fiel auf den grünen Schrank, aus dem er das Öl holen sollte. Er ging um die verschiedenen Haufen herum und öffnete die Schranktür. Zwei leere Kanister fielen ihm entgegen. Darin drängten sich Flaschen und Kanister, Öl, Scheibenreiniger und andere Flüssigkeiten. Pitt schloss den Schrank, kein gutes Versteck. In der hintersten Ecke stand ein anderer alter Werkzeug schrank offen. Hier hortete Eddie jede Menge Folien, Planen, alte Putzlappen, ganz hinten mehrere Blechdosen. Pitt lächelte. Er brauchte genau vier Minuten, um den gesamten Schrank auszuräumen, zwei leere Blechdosen zu finden, den Stoff aus dem Auto zu holen, alles in den Dosen zu verstauen und die Folien und Planen wieder davor zu stopfen. Er lächelte zufrieden. Das perfekte Versteck. Kein Schwein würde hier suchen. Als er zurück ins Wohnzimmer kam, starrte Eddie noch immer auf die Trucks in der Wüste. Inzwischen saß er aber aufrecht und hatte eine Tüte Chips in der Hand. Gefunden? Ja. Pitt ließ sich in den Sessel fallen. Bist du eigentlich in den nächsten Wochen hier? Ich habe irgendwann nochmal einen Termin in der Gegend. Da wollte ich wieder bei dir pennen. Ohne den Blick vom Fernseher zu nehmen, schob Eddie sich eine Handvoll Chips in den Mund und antwortete undeutlich Ich unterm Stein neben dem Schuppen. Musste aber liegen bleiben. Kannste dir nehmen. Pitt nickte zufrieden. Das lief ja endlich mal. Wurde auch Zeit. Er wachte mitten in der Nacht in seinem Sessel auf, weil er aufs Klo musste. Der Fernseher lief noch immer. Eddie war verschwunden. Vermutlich hatte er die Couch mit dem Bett getauscht. Stöhnend stand Pitt auf, griff zur Fernbedienung Eddie hatte seit dem Tod seiner Eltern nichts verändert. Neben der Küche war früher das Gästezimmer gewesen, wobei diese Bezeichnung geschmeichelt war. Es war ein Raum, in dem ein Doppelbett, ein alter Sessel und ein Regal mit Einmachgläsern standen. Das war zumindest in all den Jahren so gewesen. Eddies Vater hatte sich dieses Bett damals in den Vorratsraum gestellt. Wenn er besoffen war, kam er nicht mehr die Treppen hoch. Dieses Gästezimmer war gut frequentiert, entweder von Eddies Vater oder von Pitt, der immer dann bei Eddie übernachtete, wenn er Ärger mit seiner Mutter gehabt hatte. Er drückte auf den Lichtschalter und war sofort von dem hellen Licht geblendet. Er schloss kurz die Augen, dann sah er sich erstaunt um. Es war überraschend sauber hier. Das Bett hatte jetzt einen hellen Überwurf. Der Sessel war neu, die alten Weckgläser verschwunden und es hing sogar Gardinen vor dem Fenster. Pitt schüttelte den Kopf und fragte sich, was in Eddie gefahren war. Gegen den Rest des abgewrackten Hauses war das hier ja die reinste Kuschelbude. Pitt kickte die Schuhe von den Füßen und legte sich, so wie er war, auf den Überwurf. Er musste Eddie fragen, was das hier für einen Grund hatte. Vielleicht hatte sein alter Kumpel ja auch endlich mal eine Freundin, die sich weigerte, in Eddies alten Kinderzimmer oder, schlimmer noch, im Schlafzimmer seiner toten Eltern zu schlafen. Wie auch immer, Pitt verschränkte die Arme hinter dem Kopf und sah nach draußen in die Dunkelheit. Vielleicht war es besser, ein paar Tage hier zu bleiben, damit keiner auffällig, dass er zusammen mit diesen Beuteln verschwunden war. Nein, es war besser, morgen die Kneipe wie gewohnt aufzumachen. Das Zeug war hier sicher, niemand würde es hier vermuten. Er musste nur eine passende Gelegenheit finden, es wieder abzuholen. Aber vorher brauchte er einen Plan, einen richtig guten. Max drehte sich auf die Seite und sah das Gesicht der noch schlafenden Alina an. Sie war wirklich die schönste Frau, die erkannte. Er konnte es immer noch nicht fassen. Aber sie hatte sich tatsächlich auch in ihn verliebt. Vor drei Monaten, zwei Wochen und einem Tag. Vorsichtig schob Max die blonde Locke, die sich über Alinas Gesicht gelegt hatte, aus ihrem Gesicht. Alina schlug die Augen auf und lächelte. Max, sagte sie leise, guten Morgen. Er zog sie an sich und küsste sie. Kaffee? Mh, gern. Sie schmiegte sich an ihn und seufzte glücklich. Ach, geht es uns gut. Max genoss ein paar Minuten ihre schlaftrunkene Wärme, bis er sich aus ihrer Umarmung löste und langsam in die Küche tappte. An den Küchentresen gelehnt, wartete er darauf, dass der Kaffee in die Kanne lief und sah dabei nach draußen. Drei Monate, zwei Wochen und ein Tag. Und gestern hatten sie zum ersten Mal darüber gesprochen, ob sie zusammenziehen würden. Max hätte das lieber heute als morgen in Angriff genommen. Das Leben war gerade sehr schön. Vor drei Monaten und drei Wochen hatte er Alina das erste Mal gesehen. Er sollte in dem Haus, in dem sie wohnte, Einbauschränke einbauen. Nicht in ihrer Wohnung, sondern in der des Hauseigentümers unter ihr. Der war aber für drei Wochen im Urlaub und hatte den Schlüssel bei Alina hinterlegt. Max hatte also im Blaumann bei ihr geklingelt und war vom Blitz getroffen worden, als ein zauberhaftes Wesen ihm die Tür geöffnet hatte. Er war nicht in der Lage gewesen, irgendetwas halbwegs Intelligentes zu sagen und hatte gerade so ein Ich bin der Tischler und soll hier den Schlüssel für unten holen zustande gebracht. Sie hatte ihm freundlich lächelnd den Schlüssel gegeben. Als Max eine halbe Stunde später kurz mal aus dem Fenster schaute, konnte er nur noch sehen, wie dieses zauberhafte Wesen mit dem Fahrrad wegfuhr. Ihr Lächeln hatte Max den ganzen Tag über beim Arbeiten begleitet. Er solle den Schlüssel später einfach in den Briefkasten werfen, das hatte sie gesagt. Aber Max ließ sich Zeit beim Einbau des Schranks, das erhöhte die Chance, dass sie wiederkam, solange er noch da war. Erst als sein Chef sich am späten Nachmittag etwas besorgt erkundigte, ob alles in Ordnung sei und warum er für den Schrank so lange bräuchte, räumte Max sein Werkzeug ein und gegen. Den Wohnungsschlüssel schob er vorsichtshalber in die Tasche. Am nächsten Tag fuhr er morgens zur selben Zeit wieder zum Haus, um Alina den Schlüssel zu bringen. Er habe den doch aus Sicherheitsgründen nicht einfach in den Briefkasten werfen wollen. Wieder lächelte sie und bedankte sich freundlich. Am dritten Tag klingelte er am Abend bei Alina und entschuldigte sich für die abermalige Störung, er glaube aber ein Ladekabel in der Wohnung ihres Vermieters liegen gelassen zu haben. Ihr Lächeln war auch diesmal wieder umwerfend, sie nahm den Schlüssel vom Haken und ging mit ihm runter. Max nahm das Ladekabel von der Fensterbank und suchte vergeblich nach den richtigen Worten. Er fand sie nicht und freundlich lächelnd verabschiedeten sie sich wieder. Am vierten Tag fuhr er auf dem Weg zur Arbeit einen kleinen Umweg und kam zufällig in dem Moment vorbei, als Alina im strömenden Regen auf ihr Fahrrad steigen wollte. Er hielt an, erzählte irgendetwas von verrückten Zufällen und bot an, ihr Rad in den Bulli zu laden und sie zur Arbeit zu fahren. Sie wischte sich die Regentropfen aus dem Gesicht und nahm das Angebot dankbar an. Seitdem wusste er, dass sie im Bauamt angestellt war. Am selben Abend waren sie zusammen essen gewesen, ganz ohne Vorwand. Alina hatte ihn danach in ihre kleine Mansarden Wohnung noch auf einen Kaffee eingeladen. Und dann hatten sie sich das Wochen und einem Tag gewesen. Max wurde vom abschließenden Gurgeln der Kaffeemaschine aus den Gedanken gerissen. Er holte zwei Kaffeebecher aus dem Schrank, gab Kaffee und Milch hinein und ging zurück ins Schlafzimmer. Alina hatte sich aufgesetzt, zwei Kissen hinter sich gestopft und sah ihm jetzt mit strahlenden Augen entgegen. Ich liebe Sonntage, sagte sie, fast so sehr wie dich. Sie nahm den Kaffeebecher entgegen und probierte einen Schluck. Perfekt, meinte sie. Irgendwie schmeckt der Kaffee bei dir immer besser als bei mir. Woran liegt das? Daran, dass ich ihn dir ans Bett bringe? Max lachte, kehrte wieder ins Bett zurück und griff nach seinem eigenen Becher, vermute ich zumindest. Womit das Thema dann geklärt wäre. Alina küsste ihn auf die Schläfe. Dann bist an sie gleichzeitig. Wo wollen wir? Wann wollen wir? Beide lachten. Dann sagte Max du zuerst. Nein, du, ich rede immer zuerst. Sag du, wo wollen wir was? Max rutschte dichter an sie heran. Ich wollte wissen, wo wir nach einer Wohnung suchen sollen. Also in welcher Gegend? Eher in der Stadt oder auf dem Land? Außerhalb sind die Wohnungen auf jeden Fall günstiger. Aber runzelte ein bisschen die Stirn. Ich habe ja keins. Fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, wobei ich andererseits auch gern auf dem Land bin. Max strich ihr eine Locke hinter das Ohr. Ich habe doch ein Auto. Lass uns das am besten von der Wohnung abhängig machen. Wenn wir eine finden, die uns beide umhaut, ist das die Entscheidung. Pass auf, ich hole gleich mal meinen Laptop, dann schauen wir, was momentan überhaupt so im Angebot ist. Wolltest du danach fragen, wann wir anfangen zu suchen? Nein, eigentlich nicht, Alina lachte. Das können wir aber trotzdem machen. Sie stellte ihren Becher auf den Boden und sah ihn mit großen Augen an. Ich wollte nur wissen, wann ich denn mal deine Familie kennen lerne. Max umfasste den Becher mit beiden Händen und zuckte mit den Achseln. Keine Ahnung, irgendwann demnächst mal. Was heißt demnächst? Alina hielt ihren Blick auf ihn gerichtet. Wir könnten doch heute Nachmittag mal zu ihnen raus fahren. Wie weit ist das denn? Eine halbe Stunde mit dem Auto? Nein, mehr, korrigierte Max. Fast eine Stunde. Viel Landstraße, viel Trecker, kaum Überholmöglichkeiten. Du, und ohne Anmeldung ist das auch schlecht. Ich weiß ja gar nicht, ob sie überhaupt Zeit haben. Und mein Vater ist immer ein bisschen überfordert von spontanen Besuchen. Er krümmte unter der Bettdecke die Zehen und entschuldigte sich im Geiste bei seinem sanften Vater. Aber meine Mutter hat eine Ärztin hier in Husum. Sie sagte kürzlich, dass sie demnächst mal wieder einen Termin hat. Dann können wir sie doch zum Essen treffen. Wann ist denn dieser Termin? Max atmete tief aus. Keine Ahnung, demnächst. Max, energisch rückte Alina ein Stück zur Seite. Möchtest du nicht, dass deine Eltern mich kennenlernen? Ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung? Gibt es etwas, was ich von dir wissen sollte und noch nicht weiß? Dann sag es mir jetzt. Was sollte das denn Alina fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare. Na, zum Beispiel eine Ex-Freundin, die noch jeden Tag bei deiner Mutter in der Küche sitzt und mit ihr Pläne schmiedet, wie sie dich zurückbekommen kann? Ja, lach nicht so doof. Das habe ich neulich in einem Roman gelesen und die Ex-Freundin hat Basta bestehen würde, hätte er sie Alina schon lange vorgestellt, dachte er. Aber leider gab es ja noch Oma Ilse. Am Nachmittag hörte endlich der feine Sprühregen auf. Der Himmel riss auf und die Sonne schien. Alina kam aus dem Bad. Sie trug ein weißes Sommerkleid und hatte die Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Von hinten schlang sie die Arme um Max, gespannt. Auf Krabbenbrot mit Spiegelei. Max grinste. Auch keine schlechte Idee, antwortete er und stellte den letzten Teller in den Schrank. Ich habe aber weder Krabben noch Schwarzbrot noch Spiegelei. Hast du eine Idee, was wir da machen können? Wir gehen zum Hafen. Alina löste sich von ihm. Wir müssen sowieso mal an die Luft. Schau raus, es ist herrlich draußen. Touristen und Einheimischen, die offenbar eine ähnliche Idee gehabt hatten. Alle Tische vor den Lokalen waren besetzt, das Wetter war jetzt zu schön, um drinnen zu essen, also kauften Alina und Max sich Fischbrötchen und schlenderten die Dockkokstraße entlang, die zum Außenhafen führte. Und wie alt sind die Kinder deiner Schwester? Alina wollte wirklich alles wissen. Einerseits fühlte Max Zelte, ein kleiner Eiertanz. Paula und Pia sind Zwillinge. Letztes Jahr sind sie in die Schule gekommen. Sie sind jetzt siebeneinhalb. Süß! Alina schob ihre Hand in seine. Die Einschulung habt ihr bestimmt kräftig in der Familie gefeiert, oder? Bei uns ist sowas immer Anlass für ein Familienfest. Mit jeder Menge zu essen und noch mehr Alkohol. Bei einer Einschulung? Erstaunt blieb Max stehen. Alina zog ihn weiter. Bei jedem Familienfest. Dazu gehört auch die Einschulung. War es schön? Ja. Max dachte an den Tag zurück. Ich war mit meiner Mutter da. Mein Vater konnte nicht mit, weil es Oma nicht so gut ging. Eine böse Stimme in ihm ergänzte, das war gelogen. Sie hatte auf ihren Fuß pflege Termin auch an diesem Donnerstag bestanden. Wo käme man dahin, wenn man seine Routinen wegen einer solchen Lappalie aufgeben würde? Einschulung hin oder her. Sie war eine Frau mit Prinzipien. Ist deine Oma die Mutter deines Vaters? Nein, die meiner Mutter. Die Eltern meines Vaters sind schon lange tot, aber meine Mutter hätte es nicht ausgehalten, nicht an der Einschulung ihrer Enkeltöchter teilzunehmen, deshalb hat mein Vater verzichtet. Konnte man so erklären. Die böse Stimme machte es anders und sich zum Dank dafür vermutlich den ganzen Tag von seiner Schwiegermutter anblaffen lassen. Aber Ilse dachte gar nicht daran, den Termin zu verschieben. Sie genoss es einfach, ihre Familie mit ihrer Bösartigkeit zu schikanieren. Ich finde es toll, dass deine Oma bei deinen Eltern wohnt. Ich mag diesen Familienzusammenhalt. Meine Eltern haben ebenfalls lange mit meiner Großmutter zusammengelebt. Die war auch so süß. Max zuckte zusammen, biss sich aber auf die Lippen. Seine böse Stimme gab keine Ruhe. Wer bitte hat gesagt, dass Oma Ilse süß ist? Und was macht deine Schwester beruflich? Sie ist Hausfrau und Mutter und mit einem Zahnarzt verheiratet, der ein Idiot ist, ein arroganter Sack, aber aus irgendeinem Grund liebt Nele ihn oder vielleicht Alina einen guten Eindruck von seiner Schwester bekam. Bevor sie schwanger wurde, hatte sie als Krankenschwester gearbeitet, in der Uniklinik in Kiel. Aber ihr Mann hielt es nicht für nötig, dass sie berufstätig ist und sie muss es ja auch finanziell nicht mehr. Und hat sich zu einer richtigen Zahnarztfrau Zicke entwickelt. Das musste man leider feststellen. Alina konnte glücklicherweise keine bösen Stimmen hören. Erzähl mir von deiner Mutter. Wie ist sie so? Meine Mutter? Max musste tatsächlich überlegen, wie er Mathilde am besten beschrieb. Sie ist ein durch und durch positiver Mensch. Das trifft es vielleicht. Sie hat fast immer gute Laune. Sie beschwert sich nie und macht alles, worum man sie bittet. Manchmal macht sie zu viel für andere, finde ich. Aber sie macht es. ihre Kinder und Enkel und ist mit ihrem Leben total zufrieden, weil sie es schafft, alles auszublenden, was jeden normalen Menschen wahnsinnig machen würde. Oma Ilse an der Spitze. Mathilde hat Geduld wie eine Heilige und sieht immer nur auf die schönen Dinge. Sie liebt das englische Königshaus und meinen Vater, fuhr Max fort, und sie ist eine geniale Köchin. Ich habe Glück mit stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn auf die Wange. Aber deine Mutter hat ja auch Glück mit dir. Du hast sie wirklich schön beschrieben. Und dein Vater? Siehst du ihm ähnlich? Max hob die Schultern. Weiß ich gar nicht. Kann man selbst schlecht sagen. Mein Vater ist ein ganz ruhiger. Er hat in einer Druckerei gearbeitet und seit er Rentner ist, kümmert er sich um die Viecher. Wir haben Gänse und Enten. Die werden groß gezogen und dann zu Weihnachten verkauft. Er liest viel und spricht wenig. Weil seine giftige Schwiegermutter ihm sowieso immer das Wort abschneidet. Und er ist nicht nur ruhig, er wird auch immer trauriger. Das Tragische war, dass sein Vater es nie geschafft hatte, seine Frau zu überreden, irgendwo dann kennengelernt. Ich finde diese alten Liebesgeschichten immer so romantisch, vor allen Dingen die, die auch noch gut ausgehen. Meine Mutter war Trauzeugin bei einer Freundin und mein Vater war ein Bekannter des Bräutigams. Es war angeblich Liebe auf den ersten Blick. Oh, wie schön, Alina lächelte beseelt. Und sie kommen auch beide aus dieser Gegend? Sie sind beide echte Nordfriesen? Nur meine Mutter, war die knappe Antwort. Mein Vater ist zugereist. Er ist in Bremen aufgewachsen. Und war der größte Fehler, den Mathilda in den Augen ihrer Mutter in ihrem ganzen Leben gemacht hatte. Denn anstatt Nils Mommsen zu heiraten, dessen Hof an die Felder von Ilse und ihrem Mann Hans grenzten und der in Mathilda so verliebt war, war sie zur Hochzeit ihrer Freundin Gerda gegangen, einer Freundin, der Ilse überhaupt nicht leiden konnte und damit nicht genug, verliebte sie sich genau dort Hals über Kopf in diesen Polacken. Gut, er war in der Nähe von Bremen geboren, aber seine Eltern waren aus Ostpreußen. Sie waren fremd, alle, die ganze Familie. Und diesen Fremden schleppte Mathilda nun auf den Hof und ließ sich das erste Mal in ihrem Leben nicht reinreden. Sie heiratete ihn einfach so und das nahm Ilse ihr bis heute übel. Die Ehe mit diesem Polen, so nannte sie ihn konsequent, als wäre das ein Schimpfwort und dabei war er noch nicht einmal aus Polen. Max blieb stehen und atmete tief durch. Ist das Verhör jetzt beendet oder willst du noch was wissen? Alina lachte auf. Ach Max, ich will dich doch nicht quälen. Ich finde es nur so schön, mir vorzustellen, wie du als kleiner Junge warst und in welchem Umfeld du aufgewachsen bist. Hattet ihr früher eigentlich auch Tiere? Wir hatten ja Meerschweinchen. Wir hatten echte. Max legte den Arm um ihre Schulter und ging langsam weiter. Also echte Schweine und Kühe. Die wurden erst verkauft, als mein Großvater ja kein Landwirt. Deshalb wurden die Felder verpachtet, die Tiere verkauft und jetzt gibt es nur noch Geflügel. Auch daran hatte Ilse ihrem Schwiegersohn die Schuld gegeben. Nils Mommsen hätte kein einziges Tier verkauft. Ganz im Gegenteil, sie hätten das Land zusammengelegt und die größte Landwirtschaft der ganzen Gegend gehabt. Der vom Himmel gefallene Pole hatte ihr Lebensglück zerstört. Als wenn Ilse das Wort Glück gekannt hätte. Jetzt blieb Alina überrascht stehen. Ihr hattet einen Bauernhof? Das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, du wärst in Nibül aufgewachsen. Das sage ich immer, weil kein Mensch das Kaff Dettebül kennt. Es liegt in der Nähe von Nibül. Ich kenne Dettebül, sagte Alina und sah Max an. Da bin ich mal durchgefahren. Das Ja, jede Menge sogar, aber alles ohne großen Wert. Die Felder sind an die umliegenden Bauern verpachtet. Die zahlen dafür im Jahr ein paar hundert Euro Pacht. Aber so wird der Boden wenigstens noch genutzt. Wie schön. Alina griff wieder nach seiner Hand. Ich freue mich so darauf, deine Familie kennenzulernen. Ich hoffe nur sehr, dass sie mich mögen. Das werden sie. Max zog sie an sich und küsste sie. Kann doch gar nicht anders sein. Alinas Handy unterbrach sie. Sie sah ihn bedauernd an, dann zog sie es aus ihrer Tasche und warf einen Blick auf das Display. Sofort lächelte sie und nahm das Gespräch an. Mama, Jean dobre. Max beobachtete sie, während sie mit ihrer Mutter telefonierte. Das genau war sein Problem. Er hatte keine Ahnung, auf welche Weise er seine wunderschöne polnische Freundin Alina Lewandowski seiner Familie vorstellen konnte, solange Oma Ilse dabei war. Samstag, 25. Mai. Matilda hob den Deckel des großen Topfes und stach in die Kartoffeln. Sie waren fertig. Mit einer großen Kelle hob sie sie raus und ließ sie in die Plastikschüssel fallen, in der schon das geschrotete Getreide lag. Deshalb waren ihre Gänse so beliebt. Sie bekamen nur das beste Futter, frei von Chemie und irgendwelchen Zusätzen. Matilda hatte das immer schon so gehalten, selbst in der Zeit, als das Wort Bio lediglich die Bezeichnung für ein Unterrichtsfach in der Schule war. Sie verteilte die Kartoffeln auf drei Schüsseln, vermischte sie mit dem Getreide und stellte sie anschließend vor die Stalltür. Früher hatte sie die Kartoffeln für die Gänse in ihrer eigenen Küche gekocht, deshalb hatte es bei ihnen immer nach Gänsefutter gerochen. Vor zehn Jahren hatte Gunnar dann endlich eine kleine Küchenzeile in den ehemaligen Kuhstall gebaut. Darüber freute Mathilda sich immer noch. Es war so praktisch, die Wege waren kürzer und ihre Küche jetzt viel gemütlicher, ohne die ganzen Plastikschüsseln, die Getreidemühle und diesen Geruch. Mit einem Blick auf die Uhr wischte Mathilda sich die Hände an der Schürze ab. Die kleinen Gänse mussten noch einen Moment auf ihre Fütterung warten. Seit Bäcker Lindemann seinen Laden geschlossen hatte, kam zweimal in der Woche ein Bäcker Wagen ins Dorf. Eine eigene Bäckerei lohnte sich nicht mehr, deshalb fuhr Daniela nun einen umgebauten Bus durch die Dörfer, aus dem die junge Frau Brot, Brötchen, Kuchen und Kekse verkaufte. Die Dorfbewohner versammelten sich zu einer bestimmten Uhrzeit auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Schule und warteten auf Danielas Bäcker Wagen. Viele Dorfbewohner nutzten die Gelegenheit zweimal in der Woche zum ausgiebigen Austausch über alles, was gerade so im Dorf passierte. Mathilda nahm die Schürze ab und lief ins Haus, um Geld und Einkaufskorb zu holen. Gunnar schnitt gerade die Rosen auf dem Friesenwall. Sie blieb stehen. Nein, danke. Gunnar sah kurz hoch. Auf seiner Schirmmütze lagen Rosenblätter. Oma hat gerade aus dem Fenster nach dir gerufen. Warst du drüben? Nein. Mathilda sah auf die Haushälfte ihrer Mutter. Habe ich nicht gehört. Ich habe Gänsekartoffeln gekocht. Sie musste nicht lange warten. Ihre Mutter hatte sie gesehen, riss das Fenster wieder auf und brüllte über den Hof. Jetzt komm doch mal hoch. Ich kann jetzt nicht, rief Mathilda zurück. Ich muss zum Bäckerbus. Dann bring mir wenigstens ein Milchbult hier mit. Und komm dann gleich. Ilse knallte das Fenster wieder zu. Gunnar kappte einer Rose den Kopf. Bis gleich. Mathilda sah erst auf die Rosenblüte und dann zu ihrem Mann. Und nur die Verblüten abschneiden. Die hier war noch schön. Der Bäckerbus stand schon da, als Mathilda den Parkplatz erreichte. Es hatte sich wie gewohnt eine Schlange von Dorfbewohnern gebildet. Mathilda kannte alle. Sie grüßte freundlich, wechselte hier und da ein paar Sätze über das Wetter, die Kinder, den Hund oder andere Neuigkeiten und stellte sich dann ans Ende der wartenden Kunden. Mathilda genoss es, hier zu leben. Sie verstand gar nicht, dass man irgendwo anders als auf einem Dorf leben wollte. Abgesehen von all den hübschen Häusern und Gärten, der Ruhe und der Idylle war für sie das schönste, dass man sich so aufgehoben fühlte. Jeder kannte jeden, die meisten schon seit der Kindheit. Zumindest bei den Alten sah es inzwischen schon ganz anders aus. Auch Mathildas Kinder waren weggezogen. Sie mussten ja arbeiten, das ging im Dorf nicht mehr. Es sei denn, man hatte Landwirtschaft oder eine Gaststätte. So wie Christa Kruse, die gerade ankam und sich zu Mathilda stellte. Guten Morgen, Mathilda. Christa umarmte sie mit einem flüchtigen Lächeln. Sie sah müde aus. Morgen, Christa. Mathilda musterte sie besorgt. Ist alles in Ordnung? Ja, sicher, antwortete Christa schnell. Wir hatten gestern lange geöffnet. Der Schützenverein hatte seine Jahreshauptversammlung bei uns. Ich war erst um zwei im Bett. Bis dann alles wieder aufgeräumt und sauber ist, dauert das Jahr. Mathilda nickte. Christa und Hans Kruse taten ihr leid. Früher war ihre Gaststätte eine Goldgrube gewesen. Jede Hochzeit, jede Taufe, jede vereiert. Dazu kamen die Schützen, Sportler und Feuerwehrbälle, allesamt mit Essen und Musik und Tanz. Das waren tolle Zeiten gewesen. Inzwischen waren Familienfeste aus der Mode gekommen. Alle, die hier noch wohnten, waren schon verheiratet und hatten erwachsene Kinder. Der Schützenverein und die Feuerwehr hatten sich mit dem Nachbardorf zusammengeschlossen. Einen Sportverein gab es nicht mehr, weil sich nicht genügend Mitglieder fanden und kaum einer ging hier oft aus häusig essen. Deshalb hatten Christa und Hans Probleme. Das wusste jeder im Dorf, nur redete niemand darüber. Und nun auch noch die Geschichte mit Holger. Aber auch das sprach man natürlich nicht an. Das ist ja schön, dass der Schützenverein wieder bei euch tagt, sagte Mathilda stattdessen. Das bringt ja bestimmt Umsatz. Ja, Christa sah über Mathildas Schulter und entdeckte Irene Mommsen, die gerade an der Reihe war. Die haben bei uns aber nur getagt, weil das Hotel Oppermann in Nebüll einen Wasserrohrbruch hat, ist bis zur nächsten Versammlung wieder behoben. Und bevor Irene es dir erzählt, unser Sohn hat sich von seiner Frau getrennt. Das erzähle ich dir nur, weil sie es sowieso rumquatscht. Und du mochtest Holger ja immer. Mathilda tat überrascht. Holger? Ach, das tut mir leid. Meinst du nicht, dass sich das wieder einrenkt? Man muss ja nicht immer gleich auseinander laufen. Wie geht es ihm denn? Und wo ist er jetzt? Hier, Christa zuckte die Achseln. Seine Frau hat verlangt, dass er auszieht. Das hätte ich an ihrer Stelle vielleicht auch gemacht. Sie haben zwei Kinder. Die sind noch so klein. Das bricht mir fast das Herz. Sie müssen sehen, wie sie das als Eltern hinkriegen. Jetzt wohnt Holger erstmal bei uns, bis er eine neue Wohnung hat. Sie überlegte einen Moment, während Mathilda sie voller Mitgefühl ansah. Dann fuhr sie fort. Ich glaube nicht, dass es sich wieder einrenkt. Holger muss Wir brauchen es ja nicht und bekämen dafür Geld von ihm. Das werden wir wohl machen. Dann könnten wir Holger ein bisschen unterstützen. Mathilda blickte sie überrascht an. Harald? Was will er mit eurem Land machen? Das ist doch verpachtet, oder? Dass Harald Wiesner, der nicht nur Christa Kruses Bruder, sondern auch der Bürgermeister des Dorfs war, sich um die Belange und Nöte der Familie kümmerte, war Mathilda neu. Er war der typische muffige Einzelgänger, der nur Kontakt mit seiner Schwester pflegte, wenn es sich gar nicht vermeiden ließ. Christa hob die Schultern. Er hat mir gesagt, dass er immer schon gern ein bisschen Land besitzen wollte. Er kann es ja weiterhin verpachten. Wir haben auch einen Teil an Bauer Pape verpachtet. Der hat da seine abkauft, können wir damit Holger unterstützen. Das stimmt natürlich, pflichtete Mathilda ihr bei. Sie rückten beide in der Schlange nach vorn. Und für die Kinder würde ich auch alles machen. Was würdest du machen? Irene Mommsen stand mit ihren Einkäufen beladen plötzlich neben ihnen. Sie konnte es einfach nicht ertragen, wenn sich zwei Leute aus dem Dorf unterhielten und sie nicht mitbekamen, um was es ging. Ich würde immer das Gänsefutter selbst kochen, anstatt es fertig zu kaufen, antwortete Mathilda sofort und lächelte sie an. Irene Mommsen blickte ungläubig. Ach ja? Ja? Mathildas Blick wanderte zu dem Kuchenpaket, das Irene vor sich balancierte. Sieh mal an, dachte sie, die perfekte Hausfrau Irene Mommsen kauft fertigen Kuchen, anstatt selbst zu backen. Das sollte vielleicht mal leiser werden. Gekochtes Gänsefutter ist so viel besser. Etwas schmallippig musterte Irene sie. Dann straffte sie ihre Schultern und beugte sich verschwörerisch zu ihnen. Das geht ja schon ziemlich lange gut mit Daniela. Hätte ich nicht gedacht. Was hättest du nicht gedacht? Na, sie hat doch Ostern ihren Führerschein abgegeben. Die Polizei hat sie nach dem Osterfeuer mit 1,5 Promille erwischt in Nipil auf dem Weg in die Disco. Voll wie eine Axt hat Nils gesagt. Der hat sie noch gesehen. Dass die überhaupt noch wusste, wie das Auto angeht, wäre schon ein Wunder gewesen. Oh Gott, entsetzt Sammatilda erst Irene und dann Christa an. Dann darf sie den Bäckerbus doch gar nicht fahren. Nö, Irene hob die Schultern eigentlich nicht. Privat fährt sie ja auch gar nicht mehr. Aber was willst du machen? Wenn das rauskommt, kriegen wir kein Brot mehr. Meine Lippen sind versiegelt. Ich kann Geheimnisse für mich behalten. Und hier gibt es ja zum Glück nie Verkehrskontrollen. Außerdem ist doch unser guter Dorfpolizist seit Jahren in Daniela verknallt. Also das mit Reinhard bleibt natürlich unter uns, dass er verknallt ist. Matilda schüttelte schockiert den Kopf. Selbstverständlich. Irene nickte ihnen zu. Na denn. Ich muss was tun. Also einen schönen Tag noch. Sie drehte sich um und ging. Christa schüttelte den Kopf. Irene kann Geheimnisse für sich behalten. Das haben wir gerade mal wieder gemerkt, altes Tratschweib. Ach komm. Matilda legte ihr die Hand auf den Arm. Sie meint das sicher gar nicht böse. So, du bist dran. Das Erste, was sie sah, als sie in ihre Straße einbog, war der schwarze Mercedes vom Bürgermeister, der vor ihrem Hof stand. Sie beeilte sich, ihr Fahrrad in den Schuppen zu schieben, nahm ihren Korb vom Gepäckträger und lief zum Haus. Genau in dem Moment, in dem Harald Wiesner in sein Auto stieg, den Motor startete abitiert, blieb sie stehen. Er hätte ja wenigstens guten Tag sagen können. Nach einem kurzen Moment drehte sie auf dem Absatz um und ging zum Haus. Noch bevor sie aufsperren konnte, öffnete sich nebenan die Tür ihrer Mutter. Ilse musste schon im Flur gestanden haben. Na endlich! Ilse lehnte schlecht gelaunt am Türrahmen. Hast du das Milchbrötchen? Das liegt ganz unten im Korb. Ich bringe das Brot in die Küche und komme gleich zu dir. Dann beeil dich! Ilse ließ die Tür offen und drehte sich weg. Ich muss dringend oben die Fenster geputzt haben. Man kann überhaupt nicht mehr raus gucken. Wollte der Bürgermeister zu dir oder zu uns? Welcher Bürgermeister? Mutter, bitte. Matilda ließ den Einkaufskorb auf dem Boden sinken und sah ihre Mutter an. Es gibt nur den einen. Harald ist doch gerade aus dem Haus gekommen. Was wollte er? Es geht dich gar nichts an. Ilse war stehen geblieben und sah sie über die Schulter an. Du bist doch sonst nicht so neugierig. Es war etwas Privates. Was ist denn jetzt mit dem Milchbrötchen? Atmen, befahl sich Matilda. Einfach atmen. Sie schloss kurz die Augen und trat vor ihre eigene Haustür. Was Privates. So ein Unsinn. Aber es hatte gar keinen Zweck nachzufragen. Nicht, wenn Ilse diesen Gesichtsausdruck hatte. Matilda würde nur Energie verschwenden. Sie schüttelte den Kopf, bevor sie den Korb auspackte und danach Putzeimer, Essigreiniger und Fensterleder aus dem Schrank holte. Es half nichts. Besser, sie erledigte das Fensterputzen bei ihrer Mutter sofort, als weißt du eigentlich, dass Nils und Irene im nächsten Frühjahr eine Kreuzfahrt machen wollen? Ach ja? Matilda stand auf der Leiter am offenen Fenster und seifte den Rahmen ein. Das wundert mich. Ich habe Irene doch gerade am Bäckerbus getroffen. Da hat sie kein Wort davon gesagt. Sie drehte sich kurz zu Ilse um, die Matilda demonstrativ entspannt beim Fensterputzen zusah. So es noch nicht. Ilse lächelte triumphierend. Das schenkt Nils ihr nämlich zum Hochzeitstag. Sie machte eine wirkungsvolle Pause, bevor sie fortfuhr. Du wolltest doch auch immer so eine Kreuzfahrt machen, oder? Wie kommst du denn darauf? Matilda drehte sich wieder zurück und presste ihre Lippen zusammen. Ruhig bleiben. Sie wrang das Fensterleder über dem Eimer aus. Hin und wieder träumt man halt mal von sowas. Es war tatsächlich mal ein Herzenswunsch von ihr gewesen. Sie hatte nur keine Ahnung, woher ihre Mutter das wusste. Deren Interesse an den Wünschen ihrer Tochter war nie sonderlich ausgeprägt gewesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Mann dir ein so teures Geschenk macht, ist ja relativ gering. Ilse bemühte sich, Mitleid in ihre Stimme zu legen. Mit seiner kleinen Rente kriegt er das sicher nicht hin. Warum konnte Ilse nicht einfach mal aufhören, ihr Gift zu verspritzen? Ja, Mathilda stieg langsam die Leiter hinab, um das Wasser zu wechseln. Schade, aber es gibt Wichtigeres als eine Kreuzfahrt, oder nicht? Eine gute Ehe ist auch was Schönes, bemerkte Ilse spitz und stand auf, um das Fenster zu inspizieren. Und Nils trägt seine Irene auf Händen. Hättest du alles haben können? Er war ja damals so verliebt in dich. Habt deine Entscheidung nie verstanden? Die Scheibe ist ja noch ganz dreckig. Ich habe ja auch erst den Rahmen gemacht. Und für die Scheibe hole ich jetzt frisches Wasser. Mathilda ging ins Bad, kippte das schmutzige Wasser in die Toilette und ließ sauberes in den Hansen, dieser Lackaffe. Der steckte doch in einer späten Krise. Anders war es nicht zu erklären, dass er sich seit ein paar Monaten anzog wie ein Dorf Casanova. Lederjacke, bunte Schals, Turnschuhe und enge Jeans. Sehr albern. Der Mann war schließlich auch schon Mitte 60. Das war doch unwürdig. Andererseits was ging sie das an? Ilse wartete ab, bis Mathilda wieder auf der Leiter stand. Willst du nicht wissen, woher ich das Mittag Kreuzfahrt weiß? Nein. Das Fensterleder rutschte Mathilda aus der nassen Hand und klatschte auf den Boden. Sie sah hinterher und dann ihre Mutter an. Nein! Kannst du mir... Ilse starrte sie stumm an. Mathilda stieg von der Leiter und bückte sich. Schon gut. Mit dem Tuch in der Hand kletterte sie wieder hoch und putzte weiter. Ach, was wäre das schön gewesen, wenn Nils mein Schwiegersohn geworden wäre. Auch für dich. Dann hättest du zum Hochzeitstag auch endlich deine Kreuzfahrt bekommen. Ilse stand langsam auf und stellte sich unter die Leiter. Monaco, Corsica, Barcelona, Marseille. Hörst du mir überhaupt zu? Mathilda atmete tief ein. Vielleicht sollte sie einfach mal was ganz anderes ausprobieren. Sie holte Luft und drehte sich zu ihrer Mutter um. Apropos Nils, hast du dich mal gefragt, warum er immer so gut angezogen ist, wenn er hier rüber kommt? Könnte es nicht sein, dass er genug von Irene hat? Dass er sich in jemand anderen verliebt und ihr die Kreuzfahrt aus schlechten Gewissen geschenkt hat? Mathilda stellte sich etwas bequemer hin und sah zu ihrer Mutter runter. Warum sonst soll er so nett zu dir sein? Überleg doch mal. Warum steht er so oft am Zaun und guckt hier rüber? Und warum ist Gunnar immer so schweigsam? Du kannst ja mal eins und eins zusammen zählen. Ilse hielt den Blick ihrer Tochter stand, minutenlang. Dann plötzlich wurde sie unsicher, sie runzelte die Stirn. Mathilda wartete nur darauf, dass ihre Mutter etwas Abfälliges sagte. Zu ihrer Verblüffung ging Ilse einfach aus dem Zimmer. Sie hatte noch nie erlebt, dass Ilse auf das letzte Wort verzichtet hätte. Sollte sie wirklich so dumm sein, Mathilda diesen Unsinn zu glauben? Pitt tastete nach seinem Handy, das unter dem Bett lag, um dem nervtötenden Klingeln ein Ende zu bereiten. Er fand es nicht. Stöhnend drehte er sich auf den Rücken und öffnete die Augen. Es war nicht das Handy, es war die Klingel der Wohnungstür, die ihn aus dem Tiefschlaf gerissen hatte. Umständlich quälte er sich hoch. Jetzt schlug auch noch jemand an die Wohnungstür. Herr Petersen, sind Sie Zeit an seine Tür. Hektisch sah er sich um. Das Chaos in seiner Bude war unübersehbar. Seit Eva ausgezogen war, hatte niemand hier aufgeräumt. Sein Kopf dröhnte. Er hätte auf die letzten Biere verzichten sollen. Jetzt war ihm kotzübel. Es klingelte und klopfte gleichzeitig wieder die laute Stimme. Herr Petersen, hier ist die Polizei, öffnen Sie bitte. Scheiße, dachte Pitt stöhnend. Scheiße, scheiße. Hektisch versuchte er einen Fluchtweg ausfindig zu machen, aber für einen Sprung aus dem zweiten Stock war er einfach zu alt und zu unsportlich. Wenn er nicht öffnete, würden Sie gleich die Tür eintreten. Herr Petersen! Er musste jetzt nachdenken, ruhig bleiben, nicht panisch werden, atmen, atmen, atmen und langsam überlegen. Um was ging es gerade nochmal? Das Kokain lag in Eddies Schrank. Sein Auto stand vor der Tür. Niemand konnte ihm beweisen, dass er besoffen gefahren war und Kill You würde ihn nicht bei den Bullen anzeigen, weil ihm etwas abhandengekommen war. Es sei denn, er sagte, um was es sich handelte. Pitt atmete nochmal tief durch und schlurfte zur Tür. Cool bleiben. Er hatte doch gerade eine Glückssträhne. Zwei Beamte in Uniform standen vor der lag noch auf dem Klingelknopf, als Pitt die Tür aufriss. Pitt Petersen? Ja. Pitt trat einen Schritt nach vorn. Der kleinere der beiden musterte ihn. Sind Sie krank? Grippe. Pitt räusperte sich übertrieben. Was ist los? Sie sind Pächter der Bar PP? Ja. Wir haben schon ein paar Mal versucht, sie anzurufen. Bei ihnen wurde eingebrochen. Wir müssen sie bitten, uns zu begleiten und festzustellen, was gestohlen wurde. Jetzt gleich, die Kollegen sind noch vor Ort. Entgeistert starrte Pitt sie an, dann an sich runter. Er trug Boxershorts und ein schmuddeliges T-Shirt. Wie bitte? Ja klar, ich komme. Zieh mir nur was an und fahre gleich los. Die Polizisten nickten. Okay, den Bericht machen wir vor Ort, bis gleich. Sie gingen und Pitt schloss Kill you. Scheiße. In der Kasse waren ungefähr 1500 Euro, sagte Pitt, den Blick immer noch auf das Chaos gerichtet. Wer immer das auch hier gewesen war. Er hatte ganze Arbeit geleistet. Und Pitt hatte auch schon eine Vermutung, wer das gewesen war. Sämtliche Regale und Schränke hinter dem Tresen waren ausgeräumt. Die Scherben von zerbrochenen Flaschen übersäten den Boden. Ein paar Barhocker lagen Box war von der Wand geschoben. Die Hintertür hing nur noch an einem Scharnier. Und die ganzen teuren Whiskys fehlen, genau wie die Zigaretten, die im Schrank lagen. Man konnte es ja mal versuchen. Die Beamtin, die das Protokoll schrieb, sah erstaunt hoch. 1500 Euro? fragte sie nach. Warum nehmen sie die Einnahmen nicht mit nach Hause? Oder legen sie in einen Safe? Weil ich keinen Bock habe, nachts auf dem Kiet so viel Bargeld in der Tasche zu haben, antwortete Pitt langsam. Und einen Safe habe ich nicht. Wer räumt denn jetzt den ganzen Scheiß hier auf? Wir sicher nicht. Die Beamtin schob ihm die Mappe zu und stand auf. Ich brauche noch eine Unterschrift. Das war dann alles. Falls Ihnen noch etwas auffällt, rufen Sie Pitt krakelte seinen Namen unter die Linie und blieb sitzen, bis die Bullen seine Kneipe verlassen hatten. Dann stand er langsam auf und schob mit dem Fuß die Scherben auf einen Haufen. Er musste hier erst mal Ordnung machen, dann die Hintertür reparieren und dann warten, bis Kill You ihm einen Besuch abstatten würde. Pitt wusste nicht, was davon er am schlimmsten fand. Er dachte kurz daran, dem durfte keine Spur nach Dettebüll führen. Denn seine Zukunft lag da in einem Werkzeug Schrank. Pitt stieß mit dem Fuß an eine halbvolle Flasche Weinbrand. Er hob sie hoch, schraubte den Drehverschluss ab und trank direkt aus der Flasche. Auf den Schreck. Als es an der Eingangstür klopfte, wäre ihm die Flasche fast aus der Hand gefallen. Es klopfte wieder. Zu zaghaft für Kill you, dachte Pitt. Deshalb ging er vorsichtig zum Fenster und spähte hinaus. Jemand stand vor der Tür. Es war eine Frau. Sehr klein, sehr zart und mit sehr schwarzem Haar. Sie schlug jetzt mit der flachen Hand an die Tür, wartete einen Moment, dann trat sie einen Schritt zurück und warnte sich zum Gehen. Pitt sprang auf, öffnete und sah in ein erschrockenes und legte die Hand vor den Mund. Oh, Sully, Sully, fisperte sie. Ich denke auf. Hä? Pitt stand jetzt vor ihr. Sie ging ihm gerade mal bis zum Kinn. Was willst du? Job, antwortete sie und zeigte aufgeregt aufs Fenster. Ich sehe ein Schild. Pitt musterte sie. Sie war wirklich sehr klein. Ihr Alter war schwer zu schätzen. Irgendwas zwischen zwanzig und vierzig. Hübsche Figur, schöne Haare, aber seltsame Klamotten. Sie trug eine enge gelbe Hose und ein weißes T-Shirt mit applizierten Glitzerbeer. An ihrer Schulter baumelte eine pinkfarbene Plüschtasche. Sie kicherte wieder mit der Hand vor dem Mund und trat ein Stück näher. Ganz süß, dachte Pitt, verstand aber immer noch nicht, was sie eigentlich wollte. Bis sie wieder Hübsche Frau für Service gesucht. Hübsch war sie ja. Und Hilfe brauchte er unbedingt. Wo kommst du her? Von China. Kannst du auch putzen? Sie nickte und kicherte. Und Pitt trat zurück und deutete aufs Innere der Kneipe. Bei mir wurde eingebrochen, wir müssen aufräumen. Sie riss die Augen auf und sah ihn an. Bei Lin gut putzen. Pitt lächelte. Anscheinend hatte eine Glückssträhne. Vier Stunden später stellte er die vollen Müllsäcke in den Hinterhof, während die niedliche Chinesin etwas unbeholfen den klebrigen Fußboden wischte. Sie gab sich große Mühe. Wenigstens klebte der Boden nicht mehr. Aber Pitt wollte sich nicht beschweren. Er war ja schon sehr erleichtert, dass er hier nicht selbst den Wischmopp schwingen musste. Unauffällig sah er zu den oberen Fenstern. Sie waren geschlossen, obwohl das Wetter schön war. Es sah aus, als wäre die ganze Belegschaft ausgeflogen. Es war nichts zu hören und nichts zu sehen. Die Razzia musste erfolgreich gewesen sein, wobei Pitt grinste so ganz erfolgreich natürlich nicht. Zumindest nicht für die Dealer von oben und auch nicht für die Bullen. Pitt war schneller gewesen. Er hiefte den letzten schweren Müllsack in die Tonne und wischte sich seine Hände an der Hose ab. Na, Hausputz? Pitt zuckte zusammen, als sich eine schwere Hand auf seine Schulter legte. Die Finger gruben sich langsam und rhythmisch in seine Schulter. Mit angehaltenem Atem sah Pitt die tätowierten Fingerknöchel, die zahlreichen Silberringe. Dann ließ die Hand los und Pitt taumelte einen Schritt zurück. Kill you verschränkte die Arme vor der massiven Brust und grinste. Er hatte einen Goldzahn, den Pitt noch nie bemerkt hatte. Kill you hatte in seinem Beisein auch noch nie gegrinst und jetzt sah sein Grinsen auch nicht besonders freundlich aus. Einbruch, sagte Pitt und deutete mit einer Kopfbewegung auf die Hintertür. Ich war krank und in der Zeit haben irgendwelche Schweine hier eingebrochen. Aha. Kill you kam ein Stück näher, immer noch grinsend. Pitt wurde heiß und kalt. Was haben die denn bei dir gesucht? Hier ist doch nichts zu holen. Geld, Pitt zuckte die Achseln, und Alkohol, irgendwelche Junkies wahrscheinlich. Er gab sich Mühe, harmlos zu gucken. Kill you fixierte ihn. Pitt zwang sich nicht als erster wegzusehen und es gelang ihm. Kill you entspannte sich plötzlich. Na denn, meinte er und setzte sich langsam in Bewegung. Wenn hier nichts zu holen ist, dann kommen die auch nicht mehr. Pass auf dich auf. Es klang eher wie eine Drohung. Pitt nickte trotzdem. Er würde sich nicht einschüchtern lassen. Niemand hatte mitbekommen, was er in den letzten beiden Tagen gemacht hatte und wo er gewesen war. Er war auf der sicheren Seite. Das musste er sich nur immer wieder sagen. Und zwar genauso lange, bis er es glaubte. Als er wieder reinkam, kippte die Chinesin gerade den Wassereimer in der Spüle aus. Sie drehte sich zu ihm um und lächelte mit geschlossenen Lippen. Ist fertig jetzt, wisperte sie und stellte den leeren Eimer auf den Tresen. Habe ich Job? Wo wohnst du eigentlich? fragte Pitt und stellte fest, dass sie doch älter sein musste, als ihre Teenie-Kleidung suggerierte. Vielleicht war sie doch schon Mitte dreißig oder vierzig, wobei man das wirklich schlecht schätzen konnte, aber man fragte ja Frauen nicht nach ihrem Alter. So viel Anstand hatte er noch. Oh, ich nix wohnen, war ihre zögernde Antwort. Ich beim Mann, Mann nicht nett, ich schlafen kann hier. Sie zeigte auf die abgewetzte Couch, die in der Ecke neben der Musikbox stand. Pitt überlegte. Das hatte er sich gedacht. Sie war hier nicht gemeldet, hatte wahrscheinlich keine gültigen Papiere, was aber auch den Vorteil hatte, dass er ihr nicht so viel Lohn bezahlen musste. Sie sah ihn erwartungsvoll an. Hier kannst du nicht schlafen, sagte er schließlich. Das ist eine Kneipe. Kennst du niemanden, bei dem du wohnen kannst? Sie schüttelte den Kopf und lächelte ihn wieder an. Hast du Wohnung? Hast du Frau? Jetzt war sogar Pitt perplex. Er hatte tatsächlich eine Glückssträhne, das stand jetzt mal fest. In Gedanken tauchte plötzlich das Chaos in seiner Wohnung auf, die Chinesin könnte auf dem Sofa schlafen und statt Miete zu zahlen sich um den Haushalt kümmern. Er räusperte sich. Ich habe ein Sofa, sagte er. Da kannst du erst mal schlafen, wenn du willst, weil ich nett bin und dein Chef. Beiling nickte aufgeregt. Gut, gut, ich mache eine Wohnung schön, Beiling kochen und putzen und auch. Pitt hob schnell die Hand. Das reicht erst mal. Okay, wo sind deine Sachen? Sie deutete auf einen Rucksack, der in der Ecke stand und der Pitt jetzt erst auffiel. Nicht viele Sachen. Muss kaufen. Wo immer diese Chinesin hergekommen war, sie würde ihm sicher Glück bringen, dachte Pitt und verscheuchte den aufkommenden Gedanken an Kill You. Er war sich ziemlich sicher, dass der hinter diesem Einbruch steckte und damit wussten die Typen von oben auch, dass ihre verschwundenen Schätze hier nicht zu finden waren. Pitt hatte nicht die Absicht, sie auf die richtige Spur zu bringen. An ihm würden sie sich die Zähne ausbeißen. Er war ein harter Hund. Komm, sagte er deshalb etwas ruppiger, als er eigentlich wollte. Dann nimm dein Zeug und los geht's. Die Kneipe bleibt heute zu, wir fahren nach Hause. Beiling kicherte mit vorgehaltener Hand. Sie war vielleicht nicht die hellste, aber sie war hübsch. Pitt ließ ihr den Vortritt und schloss hinter ihnen die Kneipentür ab. Er hatte einen Lauf. Das Café lag direkt an der Straße und außer Max saßen nur ein paar ältere Leute hier, die das Samstags Sonderangebot bestellt hatten. Ein Kännchen Kaffee und ein Stück Kuchen für 3,50 Euro. Beim Kuchen konnte man wählen zwischen Pflaume, Kirsche und Apfel. Es sah alles so gleich aus, wie es vermutlich auch schmeckte. Max hatte die anderen Gäste beobachtet und sah ungeduldig auf die Uhr. Er hatte eigentlich an diesem Samstagnachmittag etwas Besseres vorgehabt, als sich mit seiner Schwester zu treffen, aber Neles Anruf hatte dringend geklungen und seine ältere Schwester hatte ihn selten um etwas gebeten. Er wartete jetzt schon seit einer halben Stunde, hatte alle Zeitschriften des Lesezirkels durchgeblättert und dachte an Alina und ihren Wunsch, seine Eltern kennenzulernen. Morgen war Sonntag, vielleicht konnten sie so fahren, dass Oma Ilse Mittagsschlaf machte. Nur leider schlief sie nie lange. Max seufzte und hob in dem Moment den Kopf, als seine Schwester in ihrem offenen Cabrio auf den Parkplatz fuhr. Zahnarztgattin, dachte er spöttisch und beobachtete sie beim Aussteigen. Der Eindruck hielt allerdings nicht lange. Als Nele das Café betrat, sah Max sofort, dass irgendetwas nicht stimmte. Nele war komplett ungeschminkt. Statt Designerklamotten trug sie Jeans und T-Shirt, alte Turnschuhe und einen sagte sie mit kratziger Stimme und küsste ihn auf die Wange. Tut mir leid, ich bin zu spät losgefahren. Sie hatte Ringe unter den Augen, ihr Gesicht war blass und verquollen. Max sah sie erschrocken an. Was ist denn passiert? Jonas hat seine Sprechstundenhilfe geschwängert, platzte es aus Nele raus, bevor sie sich auf den Stuhl fallen ließ. Er hat es mir vor sei denn, ich zahle ihn aus, das ist die Kurzform. Mir geht es beschissen. Sie hatte Tränen in den Augen. Max war tatsächlich sprachlos. Er hatte seinen Schwager noch nie leiden können. Jonas war ein arroganter Zahnarzt, Arsch und Porsche-Fahrer, der sich selbst großartig fand und seine angeheiratete Familie mehr oder weniger ignorierte. Aber er war schließlich der Mann von Nele und der Vater der Zwillinge. Nur deshalb hatten sie ihn alle ertragen. Und jetzt das. Was für ein Idiot, sagte Max schließlich und sah seine Schwester mitleidig an. Ich bestelle dir erst mal einen Kaffee, oder? Sie nickte und Max gab der Bedienung ein Zeichen. Bis die Bestellung kam, blieben sie schweigsam. Erst als Nele die Tasse mit beiden Händen um Schloss, fragte Max, Was machst du jetzt? Sie zuckte die Achseln. Ich habe keine Ahnung, sagte sie leise. Es fühlt sich gerade alles scheiße an. Und ich habe überhaupt keine Lust, aus der Wohnung auszuziehen. Wir haben sie doch erst vor vier Jahren gekauft. Sie ist perfekt. Die Schule ist nur eine Straße entfernt. Wir haben nette Nachbarn, einen Babysitter im Haus. Ich will da einfach nicht weg. Jonas will natürlich unbedingt verkaufen, weil er zu dieser Ziege gezogen ist. Und die hat schließlich ein Haus geerbt. Aber wovon bitte sollte ich ihn denn auszahlen können? Sie schluchzte leise auf, riss sich aber sofort wieder zusammen. Natürlich gibt er mir die Schuld für unser Scheitern. Ich hätte mich ja nur noch um die Kinder gekümmert und keine Zeit mehr für ihn gehabt, Gute Idee, Max versuchte sie aufzuheitern, kannst ja wieder in dein altes Kinderzimmer ziehen und im Gasthof Kruse jobben oder du unterstützt Irene Mommsen bei den Landfrauen, ist die nicht erste Vorsitzende oder den heruntergekommenen Hof von Bauer Pape aufräumen und ihn gleich mit, er läuft immer rum wie der letzte Penner. Du, da gibt es genug zu tun und die Zwillinge wachsen unter Gänsen auf, so wie wir früher. Sagt nichts gegen Bauer Pape, Nele lächelte sogar ein kleines bisschen. Ich hatte letzten Winter einen Platten, als ich nach Dettebüll wollte, mitten auf der Landstraße und mein Handy war leer. Pape kam zufällig vorbei und hat mir ohne großes Gewese den Reifen gewechselt. Ich weiß ja, dass viele ihn etwas schrullig finden, aber er ist ziemlich klug. Ich war als Kind ganz oft auf seinem Hof. Und er war immer geduldig und hat alles erklärt, was man wissen wollte. Beim Reifen wechseln war er auch so freundlich. Ich habe keine Ahnung, warum den keiner mag. Stimmt, der ist erst in den letzten Jahren so schrullig geworden. Also, dann machen wir das so, Max grinste. Du rettest Pape und alles wird schön. Er wurde wieder ernst, überlegte eine Weile und sagte dann, einen Kredit bekommst du vermutlich nicht, oder? Auch nicht, wenn du wieder anfängst zu arbeiten? Ich bin Krankenschwester. Nele schüttelte den Kopf. Falls ich denn überhaupt so schnell wieder einen Job bekomme, was mit den Kindern und den Schichten schwierig ist. Aber selbst dann verdiene ich für diese Wohnung zu wenig. Keine Bank gibt mir einen Kredit, das ist ein Riesenscheiß. Die Tränen stiegen ihr in die Augen, Max überlegte weiter. Und wenn du Mama und Papa fragst, vielleicht können die einen Kredit auf den Hof aufnehmen, der ist doch einiges wert. Das ganze Grundstück, das Doppelhaus, das müsste als Sicherheit doch reichen. Statt einer Antwort sah Nele ihn nur an. Sie senkte den Träne ab. Ich will das so hinkriegen, dass die Zwillinge so wenig wie möglich mitbekommen. Jonas war sowieso in der letzten Zeit wenig zu Hause, zu viel Arbeit und irgendwelche Fortbildungen. Sie wischte sich wieder eine Träne weg. Was für ein Ach, naja, egal. Sie räusperte sich und hob den Kopf. Kannst du mir helfen, Jonas Sachen zu packen und ein paar Möbel auseinander zu bauen? Er will sie nächstes Wochenende abholen. Es kann ihm gar nicht schnell genug gehen. Seine Ische ist ja schon im achten Monat. Er hat's jetzt ganz eilig. Ja klar, Max legte eine Hand auf ihren Arm. Überhaupt kein Problem. Am besten, ich nehme mir einen Tag frei und wir machen das, wenn die ein paar Sachen habe ich schon gepackt. Ich kriege das nur nicht allein hin. Max nickte. Sag mal, er sah sie nach einer Pause nachdenklich an. Ich weiß, dass es blöd ist, seine Eltern um Hilfe zu bitten, aber du weißt, dass Mama alles für uns macht. Und auch gern. Du hast es ihnen noch nicht gesagt, oder? Seine Schwester schüttelte den und ich wollte erst etwas gefasster sein als in den letzten Tagen. Max striche über den Arm. Verstehe ich. Ich kann gern mitkommen, wenn du mit ihnen redest. Wie wäre es, wenn wir morgen zusammen hinfahren? Dann könnten wir sie einfach mal nach einem Kredit für dich fragen. Es ist doch auch für die Kinder. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bank bei den Sicherheiten keinen Sie haben doch selber kein Geld auf der Naht. Wie käme ich dazu, ausgerechnet sie zu fragen? Von welchen Sicherheit ich rede? Verständnislos lehnte Max sich zurück. Der Hof, das Haus, das gehört alles Oma Ilse, unterbrach Nele ihn. Mama und Papa dürfen da wohnen, sonst nichts. Sie leben von Papas Rente und dem Geld, das die Gänse bringen. Vielleicht haben sie noch gibt's doch nicht. Max sah sie fassungslos an. Oma Ilse ist fast 90. Sie hat den Hof doch schon lange überschrieben. Hat sie nicht? Nele schüttelte den Kopf. Wollte sie auch nie. Sie ist der Boss und sitzt auf ihrer Kohle. Bist du dir ganz sicher? Ja. Nele schützte ihr Kinn auf die Faust. Ich bin vor kurzem über Omas Steuerbescheid gestolpert, als ich ihre Krankenkassenkarte holen sollte. Der Steuerbescheid lag direkt neben der Karte. Ich habe ihn mir angesehen und war genauso überrascht wie du jetzt. Ja, Oma Ilse ist die alleinige Eigentümerin. Und lässt sich von vorn bis hinten von unseren Eltern bedienen? sagte Max, der fassungslos war. Dieses böse alte Weib. Andererseits, sie lassen es sicher auch bieten. Hast du Mama mal drauf angesprochen? Nein, ich darüber reden wollen. Ach, du Schande, ist das Nils Momsen? Nele beugte sich vor und kniff die Augen zusammen. Ein grauhaariger Mann in grüner Jeans, gelber Steppweste, weißem Hemd und Pilotensonnenbrille stieg gerade aus einem Mercedes und ging breit grinsend auf ein rotes Auto zu, das genau hinter ihm gehalten hatte. Er öffnete die Fahrertür und beugte sich ins Wagen Innere. Man sah nur eine Hand mit rot lackierten Fingernägeln, die sich in seinen Nacken legte. Und eine kurze, aber leidenschaftliche Begrüßung. Anschließend schlug er die Tür wieder zu, warf noch eine Kusshand und ging zurück zu seinem Mercedes. Nacheinander fuhren die Autos vom Parkplatz. Nele sah ihnen ungläubig hinterher. Drehen jetzt alle Kerle durch? Das war definitiv nicht Irene, oder? Max war aufgestanden und hatte sich wieder gesetzt. Nein, definitiv nicht. Das war was Blondes mit Sonnenbrille und viel Schmuck. Nils Mommsen, man glaubt es nicht. Sonntag Sonntag, 26. Mai. Mathilda liebte Sonntage, besonders die im Sommer. Sie saß auf der kleinen weißen Friesenbank in der Morgensonne, den Kopf an die Hauswand gelehnt, hielt das Gesicht in die Sonne, ihre Kaffeetasse in beiden Händen und genoss die sanfte Stille, die nur vom Vogelgezwitscher und dem leichten Wind in den Lindenbäumen unterbrochen wurde. Kein Traktor, kein Auto, nur Sonne, Natur und sie. An Sonntagen herrschte Ruhe im Dorf. Nicht, weil alle lange schliefen, das ging schon wegen der Tiere nicht, die keine Ahnung hatten, was ein Sonntag war und morgens gefüttert und gemolken werden mussten. Es herrschte Ruhe, weil alles langsamer war. Niemand hatte Termine, niemand musste in die Stadt fahren, es roch nach Bratensauce und Gemütlichkeit. Mathilda seufzte vor Glück und öffnete die Augen. Gunnar war mit dem Hund in den Wald gefahren. George wurde langsam dick, er musste zwischendurch mal richtig rennen, hatte Gunnar gesagt, deshalb hatte Mathilda diesen Moment ganz für sich. Bei Ilse waren die Gardinen im Schlafzimmer noch zugezogen. Ilse hatte sich noch nie um die Tiere gekümmert. Außerdem ging sie selten vor Mitternacht schlafen, deshalb hatte Mathilda auch meistens bis um 10 Uhr Ilse-freie Zonen. Zu schön. Hallo? Hallo? Ah, dieses scheiß Netz, es kann nicht wahr sein. Hallo? Mathilda beugte sich vor und sah um die Hausecke. Das war es dann nun mit der friedlichen Stimmung. Nils Mommsen stand mit seinem Handy auf einem Traktoranhänger und versuchte zu telefonieren. Sie waren in Dettebüll, mitten auf dem Land. Hier gab es kein stabiles Netz, auch wenn man sich noch so sehr zum Affen machte. Hallo? Hörst du mich? Hallo? Nils? Mathilda war abrupt aufgestanden und ging um die Hausecke. Nimm das Festnetz und schrei hier nicht so rum. Er tappt ließ Nils seinen Arm mit dem Telefon sinken und sprang vom Anhänger. Ach, morgen, Mathilda. Ich dachte, ihr seid nicht da. Das Auto ist weg, sorry. Ohne auf ihre Antwort zu warten, ging er zum Haus. Mathilda sah ihm kopfschüttelnd nach. Er trug eine gelbe Hose, wie ein Papagei. Langsam ging sie zurück, aber bevor sie sich wieder setzen konnte, klingelte das Telefon im Haus. Mit einem bedauernden Blick auf die Bank im Sonnenschein lief sie zum Telefon. Hallo Mama, hier ist Max. Max? Mit einem Lächeln setzte Mathilda sich in einen bequemen Sessel. Das ist ja schön. Was machst du gerade? Ich telefoniere. Das höre ich. Die Schuppentür schließt übrigens einwandfrei. Das hast du sehr gut gemacht. Wolltest du was Bestimmtes oder nur mal Hallo sagen? Ich meine nur, weil du gerade erst da warst. Er fiel ein, dass er ihre Frage nach seiner Freundin noch gar nicht richtig beantwortet hatte. Vielleicht war das ja jetzt die Gelegenheit. Oder wolltest du mir noch die eine Frage von neulich beantworten? Also, dass dich Irene, seid ihr heute Nachmittag da? Natürlich. Mathilda wunderte sich über seinen ernsten Ton. Wo sollen wir denn sein? Heute ist Sonntag. Gut, dann komme ich so gegen drei. Alleine? Mathilda konnte die Frage nicht mehr zurückhalten. Gespannt wartete sie auf seine Antwort. Oder bringst du jemanden mit? Ich bringe Nele mit. Wie? Nele? Mathilda hob die Augenbrauen. Wieso Nele? Ich dachte, dass du... Den Rest ließ sie unausgesprochen. Wieso kamen die Kinder zusammen? Max klang irritiert. Was dachtest du? Ach, ich... Mathilda überlegte kurz, entschied dann aber doch, es wissen zu wollen. Also, Irene Mommsen war doch vor ein paar Tagen hier und hat mir erzählt, dass sie dich in Husum gesehen hat und dass du deine Freundin dabei hattest. Da konnte ich ja nun nichts dazu sagen, weil ich davon noch gar nichts wusste. Also, dass du eine Freundin hast. Stimmt das? Ja. Mathilda wartete auf eine Fortsetzung. Es kam nichts. Für Max schien die Frage damit beantwortet. Mathilda setzte nach. Ja und weiter? Bekomme ich vielleicht noch ein paar Details? Mama... Max stöhnte. Das erzähle ich mal in Ruhe. Also, dann kommen Nele und ich heute Nachmittag. Mach aber nichts zu essen. Wir wollen was mit euch besprechen. Was wollt ihr denn besprechen? Mathilda war dieses Telefonat einfach zu vage. Soll ich nicht wenigstens eine Erdbeertorte machen? Die essen die Zwillinge doch auch so gern. Die Zwillinge kommen gar nicht mit. Die gehen mit Jonas in die Schwimmhalle. Nele und ich kommen alleine. Und deine Freundin? Jetzt mach es doch nicht so spannend. Am anderen Ende atmete Max tief aus. Mama, es gibt da leider zwei größere Themen. Das eine betrifft Nele, das andere Alina, meine neue Freundin. Bis später also. In Gedanken versunken stand Mathilda eine Stunde später in Neles altem Kinderzimmer, das sie jetzt als Bügelzimmer benutzte und faltete Handtücher und Bettwäsche zusammen. Eigentlich war das keine Arbeit für einen Sonntag, aber Wäschefalten und Bügeln beruhigten Mathilda immer. Das Telefonat mit Max hatte sie unruhig gemacht. Jetzt musste sie das alles erstmal sortieren. Sie sah auf die Uhr und fragte sich, wo Gunnar so lange blieb. Der Hund musste mittlerweile fix und fertig sein. Sie legte das letzte Handtuch auf den Stapel, packte alles in einen Wäschekorb und beschloss, es gleich zu ihrer Mutter zu bringen, bevor es hier lange rumstand und Ilse noch einfiel, dass sie ihre gewaschenen Handtücher noch nicht zurück hatte. Mathilda hob den Korb an, lief die Treppe runter, griff den Schlüssel vom Flurhaken und ging nach nebenan. Sie würde ihr die Wäsche einfach in den Flur stellen. Auf ein Gespräch mit Ilse konnte sie gerade gut verzichten. Sie schloss leise auf und hörte leise Stimmen aus dem Wohnzimmer. Das war ungewöhnlich, um diese Zeit empfing Ilse sonst nie Gäste. Die Tür war nur angelehnt, auf Zehenspitzen trat Mathilda näher. Sie erkannte die Stimme von Nils Mommsen und Mathilda fragte sich, was der jetzt wohl hier wollte? Er war nicht gut zu verstehen, er redete so leise, sie verstand nur Satzfetzen. Nein, wie kommst du? Ilse sprach lauter. Ach komm Nils, das kannst du mir ruhig erzählen. Du weißt doch genau, dass ich einen ganz anderen Schwiegersohn wollte. Was habe ich gekriegt? Diesen zugelaufenen Polen. Der redet ja auch gar nicht. Ich war immer auf deiner Seite. Ich hätte dich viel lieber gehabt. Und das mit dir und Irene, naja, das war ja schließlich auch nur die B-Lösung. Ich kann dich verstehen. Du kannst es mir ruhig erzählen. Mathilda hielt die Luft an. Dann sagte Nils wieder etwas, leider undeutlich. Wieso nuschelte er so? Irene, besser will er nämlich nicht. Bösele hat sich so ja sehr locker. Nils lachte künstlich. Ach was, ich weiß es sowieso. Mathilda kann doch überhaupt nicht schauspielern. Sie hat es mir selbst gesagt. Und das ist doch für uns alle die beste Lösung. Auch für dein Problem mit Robert. Jetzt lachte Ilse auch. Das war ja nicht zu fassen. Mathilda atmete geräuschlos aus. Dann hörte sie wieder die Fragmente von Nils. Gebe es ja zu. Bei der Gelegenheit gefallen. Du willst doch nicht. Es raschelte, als wenn jemand Papiere hin und her schob. Mathilda konnte es nicht verstehen. Nils wurde immer leiser. Sie traute sich nicht noch näher an die Tür zu treten. Lass mal sehen. Ja. Besser du als jemand anderes. Wir wissen, wem wir meinen. Ich. Genau in dem Moment hörte Mathilda draußen ein Auto halten. Kurz darauf bellte George. Sofort trat sie den Rückzug an. Um was immer es da ging, sie musste sich verhört haben. Ihre Mutter konnte doch nicht ernsthaft glauben, dass Mathilda sich mit diesem albernen Nils Mommsen eingelassen hatte. Und er hielt nicht mal dagegen? Eddie fuhr in Schlangenlinien auf dem Mofa vor ihm und sang dabei laut We are the champions, während Pits Mofa immer langsamer wurde. Eddie, brüllte er. Eddie, warte. Aber Eddie wurde immer schneller. Er legte sich in die Kurve, sein nacktes Knie schrubbte über den Schotter. Er sang immer lauter, sogar als er aus der Kurve flog, in der Luft einen Überschlag machte und in den Kanal stürzte. Mit einer Kröte auf dem Kopf kraulte er zur Böschung. Und Pitt wachte auf. Das Erste, was er roch, war Kaffee. Das Erste, was er sah, war eine kleine Chinesin, die in seinem Bademantel mit einer Tasse in der Hand auf dem Bettrand saß. Pitt, sagte sie und kicherte, wer Eddie? Was? Er starrte sie an. Du rufen Eddie. Beiling legte den Kopf schief. In Schlaf. Sie streckte den Arm aus, um ihm die Tasse zu reichen. Hm. Er setzte sich umständlich auf. Im Moment wollte er ganz bestimmt nicht über Eddie reden. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Er nahm ihr den Kaffee aus der Hand. Der Service war nicht schlecht. Beiling lächelte ihn an. Der Bademantel klaffte über ihren Busen auseinander. Pitt wandte den Blick sofort wieder ab. Für solche Gedanken war er zu alt, sie zu jung und überhaupt war dafür gerade keine Zeit. Er stellte die Tasse auf den Boden und stand auf. Ich gehe duschen. Als er ins Wohnzimmer kam, blieb er überrascht stehen. Die Bude war völlig umgeräumt oder mehr oder weniger aufgeräumt. Anscheinend hatte sie jeden Gegenstand in der Hand gehabt und ihn woanders hingelegt. Aber es folgte alles einem gewissen System, zumal sein überall verstreuter Papiermüll, seine schmutzigen Klamotten und die leeren Flaschen fehlten. Er hatte keine Ahnung, wann Beiling das gemacht hatte. Vermutlich hatte sie überhaupt nicht geschlafen. Beiling? Sie stand sofort neben ihm. Er sah sie an. Wo sind die ganzen Sachen? Viel Müll, antwortete sie eifrig. Ich wegschmeißen. Klamotten in Waschmaschine. Ich gleich anfangen mit Küche. Ist auch schmutzig. Pitt nickte. Dann verschwand er im Bad. Unter der Dusche versuchte er, alles zu sortieren. Gut, wenn es ihr Spaß machte, dann sollte die kleine Chinesin ruhig bei ihm aufräumen. Das war ja nicht das Schlechteste. Über die weiteren Schritte könnte er nachdenken, wenn er sein anderes Problem gelöst hatte. Heute war Sonntag. Seit drei Tagen lag das Kokain jetzt bei Eddie im Werkzeugschrank. Da lag es sicher. Aber er musste natürlich überlegen, wie es weitergehen sollte. Und dabei war ihm Mario eingefallen. Pitt hatte Mario mal einen Gefallen getan, seitdem bekam er das Essen in Marios Pizzeria umsonst. Es war die übelste Pizza, die er kannte. Deshalb brauchte Mario auch andere Einnahmequellen. Mit seinem Fraß konnte man definitiv kein Geld verdienen. Irgendwann hatte Mario ihm im Suff erzählt, dass seine besten Kunden die Anzugsschnösel aus den neuen Büros am Hafen waren, die natürlich keine Pizza, sondern Koks bei ihm kauften. Wie er an das Zeug kam, hatte er nicht gesagt, aber er war der Erste, der Pitt eingefallen war. Vielleicht könnten sie Geschäftspartner werden. Nur dafür musste Pitt erstens mit ihm reden und zweitens ihm was von dem Zeug bringen. Vielleicht war es besser, ihm erst was zu bringen und dann zu sehen, was er sagte. Und deshalb würde er nachher mal eine kleine Spritztour nach der Tebüel machen. Ohne die Chinesin natürlich, die durfte er keinesfalls in die Sache mit reinziehen. Das war viel zu gefährlich. Sonntags war auf der Strecke nicht viel los. Er würde nur ein paar Stunden weg sein, schnell zu Eddie, eine kleine Tüte abfüllen und wieder zurück. Dann könnte er sogar noch anschließend bei Mario vorbeifahren und die schlimme Pizza Diavolo essen. Zur Tarnung, falls Kill You sich in der Nähe herumtrieb. Er drehte die Dusche ab und griff zufrieden zum etwas muffigen Handtuch. Es war ein einwandfreier Plan. Pfeifend begann er sich zu rasieren. Es war schließlich Sonntag. Bei Ling saß immer noch im Bademantel auf der Bett kannte, als er nur mit einem Handtuch um die Hüfte zurück ins Zimmer kam. Ich muss mich anziehen, sagte er und deutete mit dem Daumen auf die Tür. Du kannst ins Badezimmer gehen. Ja. Bei Ling sprang sofort auf und lächelte. Sie lächelte immer. Pitt fragte sich, ob sie so ein sonniges Gemüt hatte oder einfach nur ein bisschen dumm war. War aber eigentlich auch egal. Er wartete, bis sie den Raum verlassen hatte, dann fischte er die letzten sauberen Sachen aus dem Schrank und zog sich an. Als er im Flur stand und seinen Autoschlüssel suchte, stand sie plötzlich vor ihm. Du geh weg? Ja. Er klopfte seine alte Jacke nach dem Schlüssel ab, drehte sich um und sah sie an. Schon wieder lächelnd hielt sie ihm ihre Hand hin. Das? Pitt nickte und streckte seine Hand danach aus. Sie ließ den Schlüssel reinfallen. Ich schnell anziehen, gleich fertig. Sie wandte sich ab. Im letzten Moment hielt Pitt sie fest. Nein, Beiling, sagte er. Ich muss zu einem Kumpel und ihm bei der Arbeit helfen. Das ist Männersache. Du bleibst hier und wartest auf mich. Ich komme nicht so spät wieder. Nein, Er drehte sich um und öffnete die Haustür. Mach es dir nett. Bis später. Er zog die Tür hinter sich zu. Das Hamburger Stadtgebiet war wie ausgestorben, zumindest im Vergleich zu den sonstigen Tagen, an denen die Autos sich Stoßstange an Stoßstange im Slalom durch Baustellen und idiotisch geparkte Lieferwagen drängelten. Pitt brauchte dieses Mal nur die Hälfte der Zeit, um auf die Autobahn zu kommen. Der wenige Verkehr hatte auch den Vorteil, dass er mögliche Verfolger sofort entdeckt hätte. Immer wieder sah er in den Rückspiegel und auf die hinter ihm fahrenden Autos. Aber die Luft war rein. Keine aufgemotzten Poser-Autos, keine Motorräder. Anscheinend hatte niemand mitbekommen, dass Pitt Petersen sich auf den Weg nach Dettebühl gemacht hatte. Niemand verfolgte ihn. Kurz vor dem Ende der Autobahn entspannte er sich und stellte das Radio an. Wenn er sie jetzt noch nicht gesehen hatte, dann würden sie auch nicht mehr kommen. Weder Kill You noch seine Kumpels hatten je in ihrem Leben von einem Drecks Kaff namens Dettebühl gehört. Darauf würde Pitt wetten. Er kurbelte seine Scheibe ein Stück runter, als die Autobahn zur Bundesstraße wurde. Hier wurde gern geblitzt. Er Foto auf dem Weg zu Eddie musste er nicht von sich haben. Bis auf ein paar Sonntagsfahrer war kaum jemand unterwegs. Pitt warf einen Blick auf die Uhr. Es war kurz nach eins, Mittagsstunde. Da fuhr man auf dem Land nicht im Auto durch die Gegend. Da lag man auf der Couch und pennte. Was aber für die Leute, die es geschafft hatten, diesen Dorf Höllen zu entrinnen, den Vorteil der freien Straßen hatte. Und so konnte er sich in aller Ruhe auf sein Vorhaben konzentrieren. Er würde auf direkten Weg zu Eddie fahren, den Schlüssel unter dem Stein rausholen und das Kokain abfüllen. Bei der Gelegenheit konnte er sich auch noch mal vergewissern, dass die Blechdosen tatsächlich das perfekte Versteck waren. Er musste nur aufpassen, dass niemand aus dem Dorf ihn sah. nicht, dass irgendein Tratschmaul seiner Schwester erzählte, dass er da gewesen sei. Sie würde Fragen stellen. Eigentlich hatte er Mathilda immer gemocht. Sie war fünf Jahre älter als er und immer in Ordnung gewesen. Aber sie hatte damals nicht verhindert, dass seine bekloppte Mutter ihn verpfiffen und ihn anschließend rausgeschmissen hatte. So weit war Mathildas Geschwister lieber dann doch nicht gegangen. und das nahm er ihr bis heute übel. Deswegen hatten sie keinen Kontakt mehr. Das letzte Mal hatte sie ihn zur Hochzeit ihrer Tochter eingeladen. Kurz vor dem Fest hatte seine Mutter ihr Gift auf seinem Anrufbeantworter verspritzt. Pitt, wag es nicht, zur Hochzeit von Nele zu kommen. Als wenn er so scharf darauf gewesen wäre. Mathilda vergaß nie seinen Geburtstag und rief ihn immer auf dem Anrufbeantworter und versorgte ihn mit Neuigkeiten aus dem Dorf, die ihn null interessierten. 0,0. Und er rief nie zurück. Er hätte nach all der Zeit auch gar nicht gewusst, was er ihr erzählen könnte. Bei Ling fiel ihm ein und dass er sie einfach in seiner Wohnung gelassen hatte. Vielleicht war das ein Fehler gewesen. Zum einen, weil sie ihn natürlich beklauen standen. Pitt atmete tief aus. Jetzt konnte er auch nichts mehr machen. Viel zu klauen gab es bei ihm ohnehin nicht und sie bräuchte Kill you ja nicht in die Wohnung lassen. Was passierte, wenn Kill you gar nicht darauf warten würde, reingelassen zu werden, das verdrängte Pitt lieber. Er musste jetzt Prioritäten setzen. Erstmal zu Eddie, dann zu Mario und danach würde er sich um den Rest kümmern. Die Chinesin würde schon klarkommen. Kurz hinter der Abzweigung nach Dettebüll waberte plötzlich Güllegeruch ins Auto. Sofort kurbelte Pitt das Fenster hoch. Ein widerlicher Geruch. Den hatte er früher schon gehasst. Scheiß Bauern. Einer von ihnen kam ihm auf einem Traktor entgegen. Pitt verlangsamte die Fahrt. Der Typ fuhr mitten auf der ohnehin schon schmalen Straße. Pitt klappte die Sonnenblende runter und fuhr fast auf die Böschung, um ihm auszuweichen. Jetzt bog der Traktor auf ein Feld. Pitt kniff die Augen zusammen. Dann erkannte er den Traktor Fahrer. Bauer Pape. Tatsächlich. Er duckte sich ein bisschen, in der Hoffnung, dass Papi ihn nicht erkannte. Das musste jetzt wirklich nicht sein. Dann fiel Pitt ein, dass Pape die hatte. Er war ein Eigenbrötler, dem es vermutlich auch völlig gleichgültig war, dass Pitt Petersen nach so langer Zeit mal wieder hier entlang fuhr. Pitt wunderte sich, dass Pape hier noch Land hatte, über zehn Kilometer vom Dorf entfernt, und dass er es selbst bestellen musste, er war mindestens Mitte siebzig. Papa hatte ihn gar nicht gesehen. Der Traktor schaukelte über das Feld. Pape war auch so eine traurige Gestalt. In seinem Alter noch auf dem Traktor, und er war ebenfalls ein Opfer von Ilse. Auch wenn das schon Jahre her war und sich kaum jemand noch daran erinnerte, aber Pitt hatte ein gutes Gedächtnis. Er vergaß nichts. Und der arme Pape musste oder wollte wohl auf dem Hof arbeiten, bis er tot umfiel, anstatt den ganzen Scheiß zu verkaufen. Aber das konnte Pitt egal sein. Er war aus dieser Hölle entkommen. Nie mehr Traktor fahren, nie mehr Gänseställe ausmisten. Nur noch viel Geld verdienen mit dem Zeug, das da vom Himmel gefallen war. Oder besser, aus dem ersten Stock. Endlich mal gute Aussichten. Das Einzige, was auf der Hauptstraße durchs Dorf fehlte, waren trockene Heuballen, die durch die Gegend wehten. Wie in den alten Western. So sah es nur aus wie ein Museumsdorf, in dem alle Einwohner von den durchreitenden Banditen erschossen worden waren. Außer drei Hühnern, die ausgebüxt waren, und einer dicken Katze am Straßenrand war niemand auf der Straße. Die sonntägliche Langeweile lag über allem. Pitt musste gähnen bei diesem Anblick. Langsam bug er in den Weg zu Eddies und sein Grundstück war vollständig zugewachsen mit Bäumen und dichten Sträuchern. Von außen quasi nicht einsehbar. Das einzige Gebäude an dem Weg zu seinem Grundstück war ein leerstehender hässlicher Flachdachbau, in dem früher eine Filiale der Genossenschaft gewesen war. Die hatte man geschlossen, weil es längst zu wenige Bauern im Dorf gab. Inzwischen wurde das Gebäude von einer Technikfirma für Landwirtschaft und Gartenbedarf aus Niebüll genutzt, als Lager und Ausstellungsfläche. Im Schaufenster staubten seit mindestens zehn Jahren vier Rasenmäher vor sich hin. Pitt konnte sich gut vorstellen, dass hier auch noch ganz andere Dinge eingelagert waren. Er grinste. Er rollte langsam auf Eddies Einfahrt, bis er abrupt auf die Bremse trat. Durch die dicken Äste der Kastanienbäume schimmerte etwas Rotes. Auf dem Hof stand ein Auto. Pitt fluchte leise, dann legte er den Rückwärtsgang ein und drehte um. Er überlegte kurz, dann fuhr er langsam um das Flachdachgebäude herum und parkte sein Auto hinter den Stapeln mit Holzpaletten, die hier seit Jahrzehnten vor sich hingammelten. Es störte anscheinend niemanden, vermutlich waren sie vergessen worden. Von der Straße aus konnte man sie nicht sehen. Genauso wenig wie jetzt sein Auto. Pit stieg aus und ging über den Hof. Es gab einen Trampelpfad, der von diesem Grundstück auf Eddies führte. Sie hatten ihn schon als Jugendliche benutzt, um hinter den Paletten zu kiffen. Vermutlich kannte den Weg außer Eddie und Pit niemand. Es war schon eine Zeit lang her, der Pfad war mittlerweile ziemlich zugewachsen. Pit drückte die Brombeerzweige und die Brennnesseln mit den Füßen platt, fluchte leise über die Dornen und erreichte endlich die Hecke von Eddies Grundstück. Er bog die Zweige ein Stück zur Seite und sah sofort wieder das Auto vor dem Haus. Ein roter Sportwagen mit Haider Kennzeichen aus der Nachbargemeinde. So eine alberne Karre fuhr hier auch keiner. Pit spürte plötzlich seinen Puls. Wer zu Hölle fuhr so ein Auto und was wollte der hier. Kill you und Konsorten konnte er ausschließen, dieser Wagen war eher ein Tussi-Modell. Genauso konnte er ausschließen, dass Eddie sowas reparierte. Sowas klaute er noch nicht einmal, zwei Sätze in Rot, im Leben nicht. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und überlegte fieberhaft, wie er rausfinden sollte, wo der Besitzer dieses Wagens gerade war und was er hier wollte. Er musste nicht lange überlegen, da ging Eddies Haustür auf. Eine Frau tauchte auf, vielleicht Anfang vierzig, blonde Haare, teure Klamotten. Sie blieb in der Tür stehen. Pitt sah, wie sie sich umdrehte, kurz wartete, dann lachte und vor die Tür trat. Hinter ihr kam ein Mann raus, den Pitt zuerst nicht erkannte. Er beugte sich zu ihr, legte ihr die Hand besitzer greifend auf den Hintern Pitt fiel fast alles aus dem Gesicht, als er ihn erkannte. Nils Mommsen, sein alter Nachbarskumpel und eines der größten Arschlöcher des Universums. Jetzt sah er auch noch aus wie ein alternder Dorf Playboy, die Haare hinten länger, die Klamotten bunter, was für ein Vollhonk. Er winkte dem roten Auto blöde hinterher, dann warnte er sich um und ging wieder rein. Pitt ließ sich vor dem Gestrüpp in die Hocke sinken und stöhnte. Was für eine Scheiße. Anscheinend wurde der Schlüssel unter dem Stein neben dem Schuppen von mehreren Leuten benutzt. Das hatte Eddie ihm nicht gesagt. Es war Pitt völlig wurscht, wer da wen und wann flach legte. Auch wenn sich so erklärte, warum das Zimmer neben der Küche jetzt so anders aussah. Aber dass der Idiot Momsen Eddies Bude als Stundenhotel benutzte, versaute Pitt seinen ganzen Plan. Jetzt musste er sich tatsächlich was anderes überlegen. Und das, obwohl er so nah dran gewesen war. Er hätte Nils Momsen die schlimmste Zecke unter der Dorfjugend schon damals in der Güllegrube ertränken sollen. Er wartete, bis die Luft rein war, dann ging er langsam zu seinem Auto zurück und setzte sich hinein. Wütend schlug er mit der Faust aufs Lenkrad. Weil es so wehtat, übersah er den langsam heranrollenden Mercedes, der in Sicht weiter anhielt. Ein Mann beugte sich neugierig vor, um Pitt besser erkennen zu können. Als Pitt sein Auto startete, war der schwarze Mercedes schon wieder weg. Max trat auf die Bremse, als er die einsame Gestalt in Husum an der Bushaltestelle erkannte und fuhr rückwärts zurück. Er hielt neben ihm und ließ die Autoscheibe runter. Moin Robert, Bus verpasst? Der Mann grinste überrascht, als er Max erkannte und kam zum Auto. Hey Max, das ist ja ein Ding. Wenn du zufällig zum Bahnhof fährst, könntest du mich mitnehmen. Steig ein. Während Robert um den Wagen ging, musterte Max ihn. Sie hatten sich ewig nicht gesehen. Max konnte sich noch nicht mal erinnern, wann das letzte Mal gewesen war. Vermutlich auf irgendeiner Feier in Dettebüll. Vor Jahren. Robert schlug die Tür zu und schnallte sich an, während er Max ansah. Mensch Max, da trifft man sich jahrelang nicht und dann durch Zufall hier, aber stimmt, du wohnst ja hier in der Gegend. Ja, immer noch. Und was machst du hier am Sonntag Morgen? In Husum an der Bushalter Stelle? Ich habe hier einen alten Kumpel besucht. Robert fuhr sich mit einer Hand durch die Haare. Leider steht sein Auto noch vor der Kneipe, in der wir gestern versagt sind. Deshalb wollte ich mit dem Bus zum Bahnhof und dann zurück nach Flensburg. Nach Hause. Er lächelte und schlug Max mit der Hand aufs Bein. Aber so ist das ja noch besser. Wie geht es dir denn? Immer noch in der Tischlerei? Max nickte. Irgendwie fiel ihm ein, dass Nele früher mal unsterblich in Robert verliebt gewesen war. Der smarte Robert Mommsen hatte nur zwei Fehler gehabt. Er hatte eine nervige Mutter und er ging in ein Internat. Deswegen war er nur in den Ferien in Dettebüll gewesen. Es hatte aber jedes Mal gereicht, Niles Herz zu brechen. Smart war Robert heute noch. Er hatte etwas sehr lässiges mit diesen verstrubbelten Haaren, den blauen Augen und seiner sportlichen Figur. Er sah aus, als wäre er gerade vom Surfbrett gesprungen. Max fragte können. Die Geheimnisse der Genetik waren unergründlich. Ja, alles wie gehabt bei mir, antwortete Max und legte den Gang ein. Ich fahre übrigens zu meinen Eltern. Du kannst mitkommen nach Dettebüll. In einer Dreiviertelstunde sind wir da. Ich fahre heute Abend zurück. Gott bewahre, Robert lachte. Da fahre ich nur noch hin, wenn ich muss. Nein, lass mal. Sonntag auf dem Land Er war so ganz anders gewesen als die übrige Dorfjugend, was vielleicht der Tatsache geschuldet war, dass Robert mit zwölf auf ein Internat gekommen und dort bis zum Abitur geblieben war. Seine Mutter hatte allen ungefragt erzählt, dass ihr Sohn hochbegabt sei und die Kleinstadtschule auf die Nele und Max gingen ihn völlig unterfordern würde. Das wiederum hatte Mathilda geärgert, die irgendwann gesagt hatte, Robert wäre genauso hochbegabt wie alle anderen im Dorf, Irene wäre nur eine Angebermutter, die ihren Sohn ins Internat gesteckt hätte, damit alle glaubten, er wäre was Besseres, so wie die ganze Familie. Der Einzige, der das nicht angestrebt hatte, war Robert selbst. Der blieb normal und ein freundlicher Mensch. Max und Nele hatten sich nie um das Gerede weil er so blöde Eltern hatte. Robert selbst verbrachte den Großteil seiner Ferien mit Nele und Max, aber er mochte auch das Internat und war froh, wenn die Ferien vorbei waren und er wieder zurück konnte. Zu seinem Vater hatte er absolut keine Beziehung. Sobald die beiden aufeinandertrafen, gab es Streit. Und anstatt zu schlichten, hatte Irene Mommsen sich nur rausgehalten und weggeduckt. Robert hatte es zu Hause wirklich nicht leicht gehabt. Max warf ihm einen Seitenblick zu. Robert sei entspannt aus dem Fenster. Wieso fährst du denn mit dem Zug von Flensburg nach Husum? Das ist doch so umständlich. Ich habe kein Auto mehr, war Roberts Antwort. Habe ich aus Kostengründen abgeschafft. Ich fahre Fahrrad. Und wenn es gar nicht anders geht, leihe ich Aha, Max sah ihn an. Ich dachte, du könntest dich vor Kohle nicht retten, als Chefredakteur. Ich habe dich als Anzugträger mit dicken Auto gesehen. Robert lachte leise. Chefredakteur? Erzählt das meine Mutter? Ich bin freier Mitarbeiter einer kleinen Tageszeitung. Das ist nicht gerade der best bezahlte Job der Welt. Dafür lebe ich relativ stressfrei. Aber du kennst ja Irene. Wenn sie was über mich erzählt, musst du die Hälfte abziehen, mindestens. Wie geht's denn deiner Schwester? Robert wechselte immer schnell das Thema, wenn es um seine Eltern ging. Gerade nicht so besonders. Max folgte dem Schild, das schon den Husumer Bahnhof auswies. Sie trennt sich gerade von ihrem Mann, dem Zahnarzt Arsch. Ich finde ja, es wurde höchste Zeit, aber für sie ist das natürlich eine ziemliche Katastrophe. Deswegen fahren wir heute auch nach Dettebüll. Sie will es meinen Eltern schonend beibringen. Das tut mir leid. Robert wirkte ehrlich betroffen. Grüß sie von mir. Wohnt sie denn auch noch in Flensburg? Dann kann sie mich doch mal anrufen, wenn sie Max verlangsamte die Geschwindigkeit, als sie den Bahnhofsvorplatz erreichten und kam auf einem Seitenstreifen zum Stehen. Und du melde dich auch mal wieder. Ich kann dich gern öfter zum Bahnhof fahren. Robert lachte und stieg aus. Mach ich. Danke fürs Mitnehmen. Wir sehen uns. Er schulterte seine Tasche und ging los. Am Eingang drehte er sich noch mal um und hob grüßend die Hand. Max winkte zurück und hoffte, dass sie sich demnächst tatsächlich mal wieder treffen würden. Er ahnte nicht, wie bald das schon sein würde. Ach, du Schande, sagte Mathilda inbrünstig und griff nach Neles Hand. Mit seiner Sprechstundenhilfe? So ein Idiot. Max verkniff sich ein Grinsen. Er hatte genau diesen Satz als Reaktion seiner Mutter prognostiziert. Kurz und knapp, aber alles gesagt. Sein Vater warf Mathilda einen kurzen Blick zu, dann warnte er sich an Nele. Er litt mit ihr, das war ihm anzusehen. Was begann er, stockte und setzte neu an, können wir dir irgendwie helfen? Willst du erstmal mit den Kindern hierher kommen, bis du eine neue Wohnung hast? Auf keinen Fall, abwehrend hob Nele die Hände. Und ich will auch keine neue Wohnung. der Babysitter, es ist alles um die Ecke. Ich ziehe da nicht aus. Ich muss nur sehen, wie ich das finanzieren kann. Aber Jonas muss doch Unterhalt zahlen. Mathildas Stimme war entschlossen. Der verdient als Zahnarzt so viel. Dann kann er dir doch die Wohnung überlassen. Es sind ja auch seine Kinder. Mama, der Unterhalt ist für die Kinder und nicht für die Wohnung. den Kindern. Jonas will, dass ich ihn auszahle. Dafür brauche ich einen Kredit von der Bank oder von wem auch immer. Max verfolgte die betretenen Blicke, die sich seine Eltern zuwarfen. Gunnar räusperte sich und sagte leise, Nele, du kannst dir denken, dass wir dir sofort finanziell helfen würden, wenn wir das könnten, aber ich weiß nicht, ob wir das, also, ob Tilda, die nervös ihre Finger knetete. Sie wich seinen Blick aus und sagte betont forsch, soll ich vielleicht was zu essen machen? Rührei mit Krabben? Mama, ich will jetzt nichts essen. Nele stützte ihr Kinn auf die Faust. Ich brauche eine Idee. Also, es ist ja so, Gunnar sprach zögernd weiter. Der Hof und das Haus, also, falls du überlegt hast, dass die Bank, wie soll ich das nur am besten erklären? Er weckte so ratlos, dass Max beschloss, ihn zu erlösen. Papa, falls du uns erklären willst, dass euch hier gar nichts gehört, dann kannst du dir das sparen. Das hat Nele mir schon gesagt, sie weiß es. Aber woher denn? Mathilda sah erschrocken auf. Wer hat das gesagt? Niemand. Nele sah sie lange an. Ich Grund. Warum hat sie euch eigentlich nichts überschrieben? Die Frage platzte aus Max heraus. Ihr kümmert euch um Haus und Hof und sie und habt nichts davon. Und wenn sie stirbt, zahlt ihr euch dämlich an Erbschaftssteuern? Das ist doch schluckte den Rest des Satzes runter und strich Mathilda stattdessen über den Rücken. Die setzte sich etwas gerade hin und sagte leise Ich hasse Streit. Vor allem Streit ums Geld. Ich hatte einfach keine Lust mehr mit ihr darüber zu reden. Es hat ja doch nie was genutzt. Sie atmete tief durch und fuhr lauter fort. Aber Nele, wir haben noch einen Bausparvertrag. Den können wir doch auflösen, oder Gunnar? Das ist nicht zu viel, aber vielleicht hilft das auch schon bei einem Kredit. Und wir haben auch noch ein bisschen Geld angelegt. Da müssen wir uns nur erkundigen, ob man das kündigen kann. Ihre Stimme klang hoffnungsvoll. Wir kriegen das schon irgendwie zusammen. Mama, Max beugte sich vor. Das bringt doch alles nichts. Das Einfachste wäre, eine Hypothek auf das Haus aufzunehmen. Wir müssen mit Oma Ilse reden. Vielleicht ist dir gar nicht so klar, was es bedeutet, euch noch nichts überschrieben zu haben. Nele, komm, lass uns rübergehen. Wir sprechen mit ihr. Ach, das ist keine gute Idee, wehrte Mathilda sofort ab. Sie hatte heute Morgen nicht so richtig gute Laune und heute ist doch Sonntag. Das kann doch, was hat denn das mit Sonntag zu tun? Nele stand plötzlich auf. Mama, das kann doch nicht sein, dass du immer noch vor ihr kuscht. Wir gehen jetzt hoch, Max. Wir sind ihre Enkel. Ilse saß in ihrem Fernsehsessel, eine Schachtel Pralinen auf dem Schoß und verfolgte auf dem Bildschirm eine Schlagersendung in unerträglicher Lautstärke. Sie sah unwirsch hoch, als Max gefolgt von seiner Schwester ins Wohnzimmer kam. Ich kann jetzt nicht, lautete ihre Begrüßung ungeachtet dessen, dass sie ihre Enkelkinder nicht so oft sah. Ach Gott, Nele, du bist ja auch da. Oma, wir müssen mit dir reden. Max hatte sich genau vor ihr aufgebaut und versperrte ihr die Sicht. Ilse lehnte sich zur Seite, um an ihm vorbeisehen zu können. Jetzt musste schreien, um gegen die Blondine anzukommen, die im rosa Glitzerkleid von Sonnenuntergängen am Strand sang. Kannst du nicht mal leiser machen? Den Blick auf den Fernseher gerichtet, schüttelte Ilse den Kopf. Nein, dann verstehe ich nichts mehr. Kurz entschlossen griff Nele nach der Fernbedienung auf dem Tisch und stellte den Ton ab. So, sagte sie dann. Oma, ich dachte an eine Hypothek auf das Haus. Das gehört dir ja gar nicht. Ilse blieb ungerührt sitzen, die Augen immer noch auf den jetzt lautlosen Fernseher gerichtet. Deshalb kannst du auch keine Hypothek aufnehmen und Jonas wird schon einen Grund haben, dich zu verlassen. Es hat ja nicht nur einer die Schuld. Nele sah mit offenem Mund zu ihr hinunter. Max schüttelte den dann plötzlich aufgetaucht waren. Ilse folgte seinem Blick. Hab ich was von Familienfeier gesagt? Was wollt ihr denn alle hier? Mutter? Wir Matilda trat einen Schritt vor, blieb aber stehen, weil Max die Hand hob. Mama, halt dich mal kurz raus. So, Oma, vielleicht hätten wir schon länger mal drüber reden müssen. Darüber, dass du noch nichts überschrieben hast. Ich würde gern wissen, warum das so ist. Wenn du stirbst, dann zahlen Mama und Papa sich dämlich an Erbschaft steuern. Ja, und? fragte Ilse, ohne den Blick vom Fernseher zu nehmen. Das ist doch dann nicht mehr mein Problem. Mit einer unerwartet schnellen Bewegung nahm sie der überraschten Nele die Fernbedienung aus der Hand und stellte den Ton wieder an. Die Blondine in rosa sang laut von Sehnsucht und Sternen Ilses Fuß wippte im Takt. Max holte Luft. Oma, weißt du was? Du bist eine böse alte Frau geworden. Kannst du mir mal erklären, warum du Mama und Papa so terrorisierst? Ich habe keine Ahnung, wie sie das hier aushalten. Was willst du denn mit dem ganzen Land und dem Hof machen, wenn sie sich nicht mehr darum kümmern? Du lässt dich von ihnen von vorn bis hinten bedienen, als wäre das eine Selbstverständlichkeit. Ilse hatte den Ton unbemerkt wieder ausgeschaltet. Deshalb hatte Max den letzten Satz seiner Ansprache in die plötzliche Stille gebrüllt. Schrei mich nicht an, sagte Ilse, und kümmere dich nicht um Angelegenheiten, die dich nichts angehen. Was ich mit meinem Land und meinem Hof mache, ist ja wohl ganz allein meine Sache. Das sehe ich aber anders, Max funkelte seine Großmutter an. Mama und Papa machen hier auf dem Hof die ganze Arbeit und du hockst auf deinem Sessel und lässt zu, dass sie sich irgendwann dumm und dämlich zahlen. Wie kann man nur so fies sein? Sie können ja gehen, wenn es ihnen nicht passt. Ilse starrte wieder auf den Fernseher, in dem jetzt zu mehr wird es nicht reichen mit ihrer mickrigen Rente. Mein Gott, bist du böse, sagte Nele plötzlich und trat neben ihrem Bruder. Was hättest du denn allein hier auf dem Hof gemacht, ohne ihre Hilfe all die Jahre? Dann hätte ich mir eben eine gesucht. Ilse drehte sich langsam zu ihr um. Aber ich bin noch nicht verrückt. Das kennt man doch. Da überschreibt man Kohle macht sich mit meiner Tochter ein feines Leben. Nein, nein, nur bei meiner Leiche. Gunnar drehte sich um und ging. Mathilda wartete einen Moment, bis Nele und Max ihr folgten. Nachdem Max und Nele sich verabschiedet hatten, stellte Mathilda um kurz vor acht einen Teller mit Schnittchen auf den kleinen Tisch, dazu zwei Gläser und eine Flasche Bier. Dann ließ sie sich in ihren Sessel fallen. Wir essen heute vor dem Fernseher. Gunnar legte die Zeitung zur Seite und sah sie an. Nach diesem Tag kann man das vielleicht auch mal machen. Ja. Mathilda griff nach einem Schnittchen mit Leberwurst und Gurke. So ein blöder Sonntag. Mir reicht's gerade. Sie schob sich das Brot in den Mund und legte die Beine auf den Hocker. Normalerweise gab es das nicht, Abendbrot vor dem Fernseher und dann noch in so einer Position, anstatt anständig am Tisch zu sitzen. Aber heute war es wirklich egal. Gunnar hebelte den Kronkorken auf und verteilte das Bier auf zwei Gläser. Ich weiß einfach nicht, wie wir Nele helfen können. Ich glaube, ich fahre in den nächsten Tagen mal zur Sparkasse und rede mit Du bist so still. Gunnar sah sie besorgt an. Mach dir keine Sorgen. Irgendwas fällt uns schon ein. Ja, bestimmt. Mathilda griff nach der Fernbedienung, bevor sie ihren Mann ansah. Ganz bestimmt. Sie stellte den Fernseher an und konzentrierte sich auf das beginnende Familiendrama. Manchmal beruhigte es, zu wissen, dass es in anderen Familien auch Probleme gab. Nele hatte geweint, als sie gefahren war. Mathilda verdrängte das Bild aus ihrem Kopf. Sie würde später über alles nachdenken. Kurz vor der dramatischen Schlussszene schreckte Mathilda von einem lauten Schnarcher auf. Gunnar, sie sah zu ihm, er schlief tatsächlich tief und fest und schnarchte weiter. Den Blick auf den Bildschirm gerichtet, stand sie auf, ging zu ihm und legte ihm sanft die Hand auf den Mund. Gunnar japste und schlug die Augen auf. Geh ins Bett, Schatz, sagte Mathilda. Ich komme gleich nach. Es geht nur noch ein paar Minuten. Er rappelte sich schlaftrunken hoch. Mathilda hörte seine Schritte auf der Treppe nach oben und wandte sich dem Ende des Films zu. Was für ein toller Arzt. Dagegen konnte man Dr. Klopstock wirklich vergessen. Sie rutschte auf ihrem Sessel nach vorn und griff nach ihrem Glas, als sie plötzlich ihren Mann zurückkommen hörte. Er blieb an der Tür stehen und sagte resigniert, das ganze Schlafzimmer stinkt schon wieder nach Rauch. Mit schweren Schritten ging er zum Sofa und ließ sich fallen. Das Fenster war doch zu oder nicht? Er antwortete nicht, sondern stand wieder auf, um sich die Wolldecke vom Sessel zu nehmen. Ruhig faltete er sie auseinander, bevor er sich aufs Sofa legte, die Decke um sich stopfte und nach oben sah. Jeden Abend, Mathilda, jeden Abend raucht sie ihre Abend Zigarette unter unserem Schlafzimmer. Ich weiß, dass ich das Fenster vorhin geschlossen habe und du wirst es auch nicht geöffnet haben, aber jetzt ist es offen und es stinkt bei uns wie in einer Kneipe. Ich schlafe jetzt hier unten und du kannst dir nicht vorstellen, wie leid ich dieses ganze Theater bin. Er schloss die Augen und war nach wenigen Sekunden wieder eingeschlafen. Mathilda stellte den Fernseher leiser und betrachtete Gunnar nachdenklich. Eigentlich müsste sie ihm erzählen, dass Max eine neue Freundin hatte und die nicht mit nach Dettebüll brachte, weil sie Polin war, weil er keine Lust hatte, seine Liebste von seiner verrückten Oma beschimpfen zu lassen. Aber das wollte sie Gunnar im Moment ersparen. Und noch weniger konnte sie ihm von der albernen Geschichte erzählen, die sie Ilse aufgetischt hatte, dass sie etwas mit Nils Mommsen habe, nur damit Ilse für einen Moment sprachlos war. Mathilda schloss kurz die Augen. Jetzt hatte sie sogar schon Geheimnisse vor ihrem Mann. Was war denn nur Augen? Lass Ilse tot umkippen, einfach so und am liebsten sofort. Das würde alle ihre Probleme auf einen Schlag lösen. Es wäre für fast alle das Beste. Mittwoch, 29. Mai. Es roch nach Grasschnitt, ein Geruch, den Anscheinend hatten alle Dorfbewohner heute Rasen gemäht. Der Geruch begleitete Mathilda auf ihrem Heimweg, einmal quer durchs Dorf. Sie hatte den früheren Pastor getroffen, den Vorgänger von Detlefsen und mit ihm ein bisschen über die alten Zeiten geplaudert. Sie hing den Erinnerungen noch nach und dadurch waren die Probleme, die sie seit Sonntag so beschäftigten, ein bisschen in den Hintergrund getreten. Sie verlangsamte immer noch die alte Schule. Dabei war es über 20 Jahre her, dass hier Grundschulkinder unterrichtet wurden. Es gab nicht mehr genug Kinder im Dorf. Die wenigen, die noch da waren, mussten nun mit dem Bus in den nächsten Ort fahren. Mathilda war froh, dass Nele und Max damals noch mit dem Fahrrad oder zu Fuß in die Schule konnten. In dieselbe Schule, in die auch Mathilda gegangen war. Sie hatte eine so schöne Schulzeit gehabt, zusammen mit Christa, Gesa, Selma und all ihren anderen Freundinnen, von denen noch so viele hier wohnten. Ihr Leben war damals so friedlich gewesen, so schön. Ganz in Gedanken an ihre Kindheit ließ Mathilda ihr Fahrrad auf die heimische Hofeinfahrt rollen und zuckte zusammen, als Ilse plötzlich aus dem Schuppen sprang. Da kann ich ja lange rufen. Ich suche dich überall. Jetzt hast du mich ja gefunden. Mathilda schob ihr Fahrrad an Ilse vorbei in den Schuppen und lehnte es an die Wand. Was ist? Ihre Mutter stand mit verschränkten Armen vor ihr. Meine weiße Bluse. Die mit dem blauen Kragen. Mathilda wartete ab. Es kam aber nichts mehr, also fragte sie, was ist damit? Ja, das frage Hadezimmer geworfen, vor den Korb. Ilse runzelte die Augenbrauen. Ja? Und warum glaubst du, habe ich das gemacht? Weil ich sie gewaschen und gebügelt haben wollte. Weil ich morgen zu Alma Jansen gehe und sie da anziehen will. Alma hat nämlich Geburtstag. Ich brauche die Bluse um elf Uhr. Gewaschen und gebügelt. Schönen Abend. Sie drehte ab und ließ Mathilda stehen, die ihr stumm hinterher sah. Alma Jansen. Die jahrzehntelang die erklärte Erzfeindin von Ilse gewesen war, eine arrogante, dumme, hässliche Pute, so hatte Ilse sie immer genannt. Weil Alma den größeren Hof geerbt, das schönere Auto gefahren, den hochbegabten Sohn vom erfolgreicheren Mann bekommen hatte und zu allem Überfluss auch noch die einstimmig gewählte Vorsitzende vom Landfrauenverein gewesen war. Ilse hatte sie über viele Jahrzehnte inbrünstig gehasst. Aber jetzt lebte Alma im betreuten Wohnheim in einem Zwei-Zimmer-Appartement, der erfolgreiche Mann war schon seit Jahren tot, der hochbegabte Sohn mit seiner Firma pleite gegangen und die Vorsitzende der Landfrauen war jetzt Irene Mommsen. Ilse wollte nur zu Alma, um sich an deren Niedergang zu weiden. Da war Mathilda sich ganz sicher. Ich bin gleich fertig, sagte Gunnar, der sich gerade den letzten Rasierschaum aus dem Gesicht wusch. Dann kannst du hier rein. Rasierst du dich extra für den Preis Skat? Mathilda lächelte ihm im Spiegel zu. Ich muss nur schnell die Wäsche holen. Bin gleich wieder draußen. Gunnar rieb sich Aftershave ins Gesicht. Ich habe eigentlich gar keine Lust zum Skat zu gehen. Ach komm, Mathilda gab ihm einen sanften Klaps auf den Rücken. Du hast doch immer gern gespielt. Und außerdem muss man Kruses Gasthof unterstützen. Die richten den Preisskat doch jetzt seit Jahrzehnten aus. Sonst finden ja kaum noch größere Veranstaltungen dort statt. Und wenn dann nicht mal mehr jemand zum Preisskat hingeht, sind die bald endgültig pleite und wir haben überhaupt keine Kneipe mehr. Das geht doch nicht. Was ist eigentlich der erste Preis? Ein halbes Rind. Gunnar stellte die Flasche wieder zurück ins Regal. Das wäre ganz schön. Wir haben ja nur noch eingefrorene Gänse. Vielleicht habe ich Glück. Er drehte sich um und sah sie mit diesem schiefen Lächeln an, in das sie sich vor vielen Jahren verliebt hatte. Lächeln der Liebe, sagte sie lakonisch, während Gunnar nach dem Kamm griff und versuchte sein wirres Haar zu glätten. Lass das mal lieber mit dem halben Rind. Eine Ehekrise in der Familie reicht. Gunnar lachte leise und schob den Kamm in seine Hosentasche, bevor er sich neben Mathilda niederließ. Du hast recht. Aber dass Nele so unglücklich ist, macht mir zu aber du musst jetzt los. Gunnar sollte einen schönen Skat Abend haben und nicht mit schlechter Laune zu Kruses gehen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du Ilse über all die Jahre aushältst, sagte sie schließlich und lehnte ihren Kopf an seine Schulter. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Vermutlich wäre so mancher Ehemann irgendwann gegangen, ja. Seine Antwort kam so schnell, dass wiederholte er etwas leiser. Ehrlich gesagt habe ich nicht nur einmal darüber nachgedacht und nicht nur wegen Ilse. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, in einer Stadt zu leben, in der nicht jeder jeden kennt, in der nicht die Hälfte der Leute miteinander verwandt, zur Schule gegangen oder Nachbarskinder sind, in der ich alle verstehe und keine Übersetzung brauche, wenn die einheimischen Plattdeutsch miteinander reden und wo gewesen wäre und nicht immer der Mann von Mathilda Petersen. Ja, ich habe mir das sogar sehr oft gewünscht. Aber dich hier weg zu holen, das hätte ich einfach nicht übers Herz gebracht. Mathilda griff nach seiner Hand und drückte sie. Sie wusste es natürlich. Gunnar hatte sich mit dem Dorfleben immer schwer getan. Er hatte sich bemüht, mit allen auszukommen, nahm an allem Teil, war freundlich zu den Leuten, trotzdem blieb er immer der Zugezogene, was von Ilse auch noch unermüdlich befeuert wurde. Aber trotz alledem war Gunnar geblieben, irretwegen. Und manchmal hatte Mathilda deshalb ein ganz schlechtes Gewissen, so wie in diesem Moment. Kurz nachdem Gunnar das Haus verlassen hatte, klappte Mathilda ihr Bügelbrett im Wohnzimmer auf, stellte den Fernseher an und den vollen Korb auf den Tisch. Sie musste dringend bügeln, nicht nur, weil Ilse diese weiße Bluse brauchte, die gerade im Trockner war, sondern weil Mathilda nachdenken musste. Bei den einfachen Sachen wie Bettwäsche und Handtücher bekam sie ihren Kopf frei. Bei T-Shirts sortierten sich die wichtigsten Gedanken wie von selbst und bei der Königsklasse Blusen und Hemden kamen ihr Probleme zu lösen. Sie hoffte, dass es auch heute funktionieren würde. Während sie die Bettwäsche erst glatt strich und dann das zischende Bügeleisen drauf setzte, überkam sie eine große Ruhe. Sie verfolgte nebenbei den laufenden Fernsehkrimi, er kam ihr bekannt vor und tatsächlich, als die Kommissarin vor der seltsam liegenden Leiche und dem umgekippten Stuhl stand, fiel Mathilda sofort wieder ein, wer der Täter gewesen war. Also konnte sie sich aufs Bügeln und ihre Gedanken konzentrieren. Sie legte die glatte noch bügelwarme Wäsche zusammen, griff zum nächsten Teil und machte immer weiter, solange bis alle einfachen Teile ordentlich gestapelt waren. Beim zweiten T-Shirt hatte Mathilda ihre Tochter vor Augen. Nele war eine selbstbewusste Frau. Sie würde nicht am Ende ihrer Ehe zerbrechen. sie auch nicht glaubte, dass Jonas tatsächlich die Liebe ihres Lebens war. Aber trotzdem war es natürlich traurig, dass Neles Leben so plötzlich aus den Fugen geraten war. Da waren die Zwillinge, um die sie sich jetzt allein kümmern musste. Da war die schöne Eigentumswohnung, die sie selbst nicht finanzieren konnte. Da war die Unsicherheit, wie ihr Leben weitergehen würde. Konnte sie beruflich wieder umtreiben. Das Bügeleisen zischte und Mathilde überlegte, was das Kind jetzt am dringendsten bräuchte. Zuspruch natürlich. Den bekam sie von ihrer Familie. Ein bisschen Zeit für sich. Die konnte sie haben, wenn sie die Kinder hin und wieder zu Mathilde brachte, die sich gern und auch öfter als früher um ihre Enkel kümmern würde. So weit so gut. Aber ganz dringend brauchte sie Geld, um Jonas auszahlen zu können und nicht aus der Wohnung ausziehen zu müssen. Mathilde legte das gefaltete T-Shirt auf den Stapel und nahm das nächste. Max. Er hatte also endlich wieder eine Freundin. Mathilde hatte sich immer gewünscht, dass er sich auch mal so richtig verlieben würde. Bislang hatte er immer nur so unverbindliche Beziehungen gehabt, dass er seinen Eltern die jeweiligen Freundinnen gar nicht erst vorstellte. Bei einem der wenigen Besuche mit einer Freundin hatte Oma Ilse tatsächlich gefragt, was sie eigentlich wiege. Dabei war das Mädchen gar nicht so dick, ein bisschen pummelig vielleicht, aber ganz hübsch. Sie waren noch nicht mal bis zum Kaffee geblieben, obwohl Mathilda Käsekuchen gebacken hatte. Aber Max hatte auch nicht so gewirkt, als hätte er Schmetterlinge im Bauch gehabt. Zwei Monate später war das Ganze auch schon wieder vorbei gewesen. Die Sache mit Alina sah allerdings ganz anders aus. Als Mathilda ihn neulich am Telefon ausgefragt hatte, war ihr klar geworden, dass es ihren Sohn richtig erwischt hatte. Nur deshalb hatte sie ihn so gedrängt, doch ganz bald mit diesem Zaubermädchen zu Besuch zu kommen, bis er sie schließlich ungeduldig unterbrochen hatte. Mama, seine Stimme hatte ganz verzweifelt geklungen, Alinas Eltern sind aber Polen, richtige Polen und dann auch noch geschieden. Was meinst du, was Oma Ilse macht, wenn sie das hört? So wie sie schon über Papa und Ostpreußen redet. Ich will es gar nicht wissen und es Alina auch nicht zumuten. Wenn ihr sie kennenlernen wollt, dann aufs Brett. Da kam ihr Sohn nicht mit seiner Freundin in sein altes Zuhause, weil seine Oma eine böse alte Frau war. Es reichte. Das letzte T-Shirt war gebügelt und wanderte auf den Stapel. Mathilda ging ins Bad, um Ilses weiße Bluse zu holen. Die hatte sie sich für den Schluss aufgespart. Sie sah auf die Uhr. Es war kurz vor neun. Gunnar würde noch nicht nach Hause kommen. Preiss Skat bei Kruses dauerte immer bis Mitternacht. Mathilda griff zum Bügeleisen, drückte auf den Dampfknopf und setzte es auf den Kragen. Erst von außen, dann von innen. Es zischte. Mathilda dachte nach und kam immer wieder auf denselben Gedanken. Es gab nur eine einzige Lösung für ihre Probleme. Mathilda sah sie genau vor sich und bügelte mit weiter. Der linke Ärmel, der rechte Ärmel, der Rücken, die Knopfleiste linksrum, die Knopflöcher von vorn, rechte Seite, linke Seite, Schulterpasse, fertig. Und das blieb dabei. Es war immer noch die einzige Lösung, ein schrecklicher Gedanke. Schrecklich war es auch, diesen Gedanken überhaupt zu denken. Trotzdem stieß Mathilda ein kleines Stoßgebet aus. Vielleicht hatte der liebe Gott ja ein Einsehen und griff doch endlich ein. Es wäre für alle das Beste und das Einfachste. Mathilda schloss kurz die Augen. Dann griff sie zum Kleiderbügel, hängte die perfekt gebügelte Bluse auf, zog den Stecker vom Bügeleisen aus der Steckdose und klappte das Bügelbrett zusammen. Die fertige Wäsche sortierte sie im Schlafzimmer in die Schränke, alles andere räumte sie in ihren Hauswirtschaftsraum. Das Bügelbrett stellte sie wieder neben die große Gefriertruhe und atmete tief durch. Sie durfte nicht solche Gedanken haben. Sie musste sich ablenken, sonst würde sie verrückt. Ihr Blick ruhte auf der Gefriertruhe. Sie hob den Deckel hoch und blickte hinein. Die Truhe war randvoll mit tiefgefrorenen Gänsen. Sie könnte ja morgen eine braten. Sie müsste sie nur jetzt auftauen und den Rotkohl schon mal vorbereiten. Das würde sie auch auf andere Gedanken bringen. Warum eigentlich nicht? Sie nahm eine Gans raus und ließ den Deckel wieder fallen. Mit dem eiskalten, harten Vogel in beiden Händen ging sie durch den Flur in Richtung Küche. Plötzlich hörte sie dieses Geräusch auf der Terrasse. Jemand zog einen Stuhl über die Terrassenfliesen, laut, begleitet von einem trockenen Husten. Mathilda blieb sofort stehen. Ilse hatte sich gerade zum Rauchen auf die Terrasse gesetzt. Und Mathilda hatte beim Wäsche wegräumen die Balkontür weit geöffnet. Gunnar würde einen Anfall kriegen. Sofort eilte Mathilda die Treppe nach oben. Sie behielt die gefrorene Gans in den Händen. Wenn sie sie jetzt ablegte, würde es feuchte Flecken auf dem Holzboden geben. Dann schob sie die Schlafzimmertür mit der Schulter weiter auf und hastete ins Zimmer. Sie war stinkwütend und würde Ilse jetzt endlich den Marsch blasen. Sie hatte das alles so satt. Die Balkontür des Schlafzimmers stand tatsächlich weit offen. Der Qualm hatte sich schon im Zimmer ausgebreitet. Außer sich vor Wut trat Mathilda auf den Balkon und sah Ilse genussvoll rauchend auf dem Stuhl vor dem großen Rosenkübel, den Blick vom Haus abgewandt. Mutter, es riecht hier schon wieder alles nach deinen verdammten Zigaretten. Ilse drehte sich noch nicht einmal um. Sie hustete nur kurz und qualmte seelenruhig weiter. Die Kälte der Gans, die Mathilda fest umklammert hielt, zog unangenehm in ihre Hände, die schon anfingen wehzutun. Mathildas Stimme kippte fast. Jetzt hör mir mal zu! Ich will nicht mehr, dass du hier jeden Abend diesen Zirkus machst! Sie trat einen Schritt näher an die Brüstung und beugte sich hinunter. Hörst du mich? Ilse saß da, in ihrer ganzen Bosheit und Selbstherrlichkeit und paffte ungerührt vor sich hin. Mathilda spürte, wie der Zorn immer heißer in ihr hochstieg und gleichzeitig die Tiefkühlkälte ihre Hände langsam taub werden ließ. Sie presste ihre Finger fest um den gefrorenen Vogel. Es fühlte sich ganz glitschig an. Mathilda versuchte fester zu greifen und dann ging alles so schnell, dass sie anschließend nicht hätte sagen können, was genau passiert war. Da war diese Flugbahn, wie mit einem Katapult, ein Knall, ein Scheppern und die plötzliche Stille. Als wenn nichts gewesen wäre. Auf der Terrasse lagen ein umgestürzter Stuhl, eine kreiselnde, gefrorene Gans und Ilse. Neben ihr qualmte noch die Kippe. Sonst bewegte sich nichts mehr. Dr. Klopstock richtete sich wieder auf und sah Mathilda ernst an. Es ist zu mir leid, Mathilda, aber sei sicher, sie hat nicht gelitten. Eigentlich ein schöner Tod, eine letzte Zigarette, ein lauer Sommerabend und dann kippt man aus dem Stuhl, das war's. Und sie hatte ja auch ein gesegnetes Alter. Seine Aussprache war etwas verwaschen. Bei Kruses wurde während des Preisskarts immer viel Bier und Schnaps getrunken, aber darauf konnte man ja nun keine Rücksicht nehmen. Und woran ist sie jetzt gestorben? Gunnar war ganz blass, während er Mathilda tröstend über den Arm strich. Dr. Klopstock warf einen letzten Blick auf die Tote. Herzversagen, schätze ich. Die letzte Zigarette war die eine zu viel. Vermutlich ist sie sehr schwindelig geworden, dann ist der Stuhl umgekippt, sie ist mit dem Hinterkopf gegen den Kübel geschlagen und der Schrock hat ihr wohl den Rest gegeben. Ich schreibe Herzversagen auf den Totenschein, alles andere ist zu kompliziert. Und letztlich läuft es ja doch darauf hinaus. Ich sag dir mal Gerbers Bescheid, oder? Mein Beileid jedenfalls. Mathilda tupfte sich ein Taschentuch an die Augen und nickte. Gerbers war der einzige Bestatter im Umkreis. Ein netter Mann. Soll ich dir einen Tee machen? Gunnar beugte sich besorgt zu ihr. Oder einen Kaffee? Komm, lass uns reingehen. Wir müssen ja hier nicht vor der toten Ilse sitzen. Ich glaube, Klopstock braucht einen Kaffee, flüsterte Mathilda. Der ist ja total betrunken. Ich setze mal einen auf. Gunnar sah zu ihm und nickte. Er hatte gerade eine Siegaschträne, als sein Anruf kam. Und er trinkt bei jedem guten Blatt einen Korn. Ja, der braucht wirklich einen Kaffee. Ich mach den schon. Du bist doch bestimmt fix und fertig. Es geht schon, Gunnar. Mathilda ging langsam in die Küche. Es geht schon. Dr. Klopstock blieb noch so lange auf der Terrasse, bis Eckhard Gerbers die Tote in einen Sarg gelegt hatte. Mathilda stand mit einem Taschentuch in der Hand an der Tür und verfolgte stumm den Abtransport. Sie fühlte sich ganz komisch und hatte immer noch das Geräusch im Ohr. Das würde sie nie vergessen. Es war ein Unfall gewesen, sagte sie sich. Ein blöder Unfall. Nur konnte man ihn so schlecht erklären. Tod durch eine gefrorene Gans, die jetzt auch wieder in der Truhe lag. Ganz unten, sicherheitshalber. Eckhard Gerbers und sein Mitarbeiter trugen jetzt den Sarg an ihr vorbei. Sie schwankten beide. Mathilda beobachtete sie irritiert. So schwer war Ilse doch gar nicht. Na, vielleicht hatten auch sie eine Glückssträhne beim Preisskart gehabt, bevor der Anruf kam. Was für ein Glück, dass alle bei Kruses waren und so schnell kommen konnten, sagte Gunnar leise, der unbemerkt hinter sie getreten war. Sonst hätten wir vielleicht bis morgen warten müssen. Er trat einen Schritt vor. Vorsicht, da steht der Rasenmäher im... Zu spät. Der rückwärts laufende Mitarbeiter blieb im Auffangkorb des Rasenmähers hängen und verlor das Gleichgewicht. Eckhard versuchte, den Sarg zu halten, doch begleitet von einem erschrockenen Ruf rutschte ihnen der Sarg aus den Händen, drehte sich und krachte auf die Terrassenfliesen. Ilse lag wieder draußen. Mann, du Trottel, entwich es Eckhard, der sich sofort schuldbewusst zu Mathilde und Gunnar umdrehte. Entschuldigung, das tut mir jetzt leid, ich... Wir gehen rein, entschied Gunnar und führte die sprachlose Mathilde am Arm ins Haus. Ihr macht das schon. Du Idiot, hörten sie noch. So geht man doch nicht mit Verstorbenen um. Fass mal richtig an. Mann, guck mal, jetzt hat sie hier eine Stelle am Kopf. Das kann ich dann wieder zurecht machen. Zehn Minuten später kam Eckhard Gerbers noch einmal zurück und gab ihr die Hand. Ja, Mathilda, sagte er etwas verlegen, ich entschuldige mich nochmal in aller Form für diesen Zwischenfall. Dann sehen wir uns morgen bei mir im Büro und sprechen alles weitere ab. Ich wünsche dir viel Kraft und nochmal mein herzliches Beileid. Danke, Eckhard. Ist schon in Ordnung, antwortete Mathilda leise. Bis morgen. Sie wartete, bis der Wagen langsam von der Einfahrt gefahren war. Erst dann ging sie zurück ins Haus. Dr. Klopstock saß immer noch in der Küche, eine Tasse Kaffee vor sich, die Augen etwas glasig. Möchtest du vielleicht noch einen Schnaps, Doktor? Mathilda ging schon zum Schrank und ignorierte Gunnars fragenden Blick. Ich bräuchte jetzt nämlich einen. Ja, denn, der Doktor sah sofort hoch, dann leiste ich dir dabei Gesellschaft. Mathilda stellte drei Schnapsgläser auf den Tisch, während Gunnar den Cognac für besondere Gelegenheiten aus dem Wohnzimmer holte. Als alle ein Glas in der Hand hatten, ergriff Dr. Klopstock das Wort. Lasst uns auf Ilse Petersen trinken. Sie hatte einen Schöntod. So, wie sie gelebt hat, mit Zigarette im Garten und wie immer gut frisiert. Prost, Ilse. Mathilda kippte das Glas auf Ex. Der Cognac brannte erst in ihrer Kehle, dann wärmte er den Magen. Sie schüttelte sich kurz und stellte das Glas zurück auf den Tisch. So, sagte sie. Dann werde ich jetzt mal Pitt und die Kinder anrufen. Ach, und vielleicht Alma Jansen, sonst wartet die morgen auf Ilse. Die Tür der Bar PP flog auf. Hermann, wie immer am Tresen, zogte zusammen und drehte sich um. Sie waren zu dritt, wie schon so oft. Der Bärtige, der Rothaarige und Kill You. Langsam kamen sie an den Tresen, hinter dem Beiling in einem sehr kurzen Blümchenkleid stand und Gläser polierte. »Hallo«, sagte sie mit ihrer hohen Stimme und kicherte. »Was trinken?« »Bier«, der Rothaarige fixierte sie. Dann sah er sich um. Sein Blick blieb an Hermann hängen. »Ist Pitt nicht hier?« »Hinten.« Hermann deutete auf den Ausgang beim Tresen und konzentrierte sich auf sein Glas. Er kam nicht hierher, um sich zu unterhalten und fiel gleich wieder in eine Art Dämmerzustand. »Und?« Der Bärtige beugte sich über den Tresen und sah Beiling an. Sie trat einen Schritt zurück. »Ich Beiling?« antwortete sie etwas verunsichert. »Hier arbeiten.« Der Bärtige runzelte die Stirn. Kill You sah ihn scharf an. Er lehnte sich wieder zurück. »Schon gut.« Beiling stellte ihm das Bier so ungeschickt auf den Tresen, dass es überschwappte. »Ploost!« Pitt hatte mit angehaltenem Atem an der Hintertür gestanden und zugehört. Irgendwann musste er da reingehen. Sonst würden sie das Gefühl bekommen, dass irgendetwas nicht stimmte. Mittlerweile wusste er, was da oben abgegangen war. Svetlana hatte es ihm erzählt, einer der Prostituierten von oben. Er hatte sie vor ein paar Tagen auf dem Kiez getroffen und auf einen Döner eingeladen. Die Bullen hatten oben eine Razzia gemacht. Es hatte Hinweise auf Zwangsprostitution und Drogenhandel gegeben. »Aber sie haben nichts gefunden«, hatte Svetlana ihm erzählt. »Keine Drogen, keine Tabletten. Sie haben alles durchsucht. Mit zehn Leuten. Und die Mädels, die da waren, hatten sogar Papiere. Das war scheiße für die Bullen. Sie konnten nichts machen. Aber die Chefs haben seitdem schlechte Laune. Ich verstehe das gar nicht. Man darf sie kaum ansprechen. Die sind gerade ziemlich nervös.« Dabei zeigte sie auf einen blauen Fleck auf ihrem Oberarm und Pitt hatte ihr noch einen Döner gekauft. Sie war ja so dünn. Pitt konnte sich denken, warum die Chefs gerade schlechte Laune hatten. Der Grund dafür lag in Eddies Werkzeugschrank und sollte da auch erst mal bleiben. Er holte tief Luft, dann drückte er die Tür auf und ging hinter den Tresen. Tschach. Drei tätowierte Köpfe drehten sich zu ihm. Keiner sagte etwas, alle starrten ihn an. Pitt griff zu einem Geschirrtuch und fing jetzt ebenfalls an, Gläser zu polieren. Und? Alles im Lack? Bei mir schon. Killio ließ sich langsam auf den Barhocker sinken und sah ihn mit schmalen Augen an. Und hier? Keine neuen Einbrüche? Nö. Pitt stellte das Glas zur Seite. Die Typen haben ja gemerkt, dass hier nichts zu holen ist, diese Arschlöcher. Er lächelte bei Ling an. Es sah hier aus wie Sau. Machst du mir noch eins? Hermann war aus seinem Dämmerzustand erwacht. Pitt nickte und ging zum Zapfhahn. Er sah die drei Tätowierten an. Sie konnten ihm nichts. Das musste er sich immer wieder klar machen. Dann blieb er auch cool. Auch noch eins? Bevor die beiden anderen Antworten konnten, hatte Killio schon die Hand gehoben. Für heute ist gut, sagte er leise und fixierte Pitt. Aber wir kommen ja wieder. Schon recht. Jo. Pitt grinste. Macht sieben Euro fünfzig. Der Rothaarige sah seine Kumpels irritiert an. Auf ein Nicken von seinem Boss zog er einen zerknitterten Zehn-Euro-Schein aus der Tasche und ließ ihn auf den Boden fallen. Bis bald. Der Bärtige knöchelte auf den Tresen, ohne den Blick von Pitt zu nehmen. Sehr bald. Als die Tür hinter ihnen zugefallen war, hob Hermann den Kopf. Hast du Ärger mit denen? Wieso sollte ich? Pitt beobachtete, wie Beiling auf einen Stuhl stieg und anfing, die Gläser vom Regal zu nehmen. Was machst du da? Ich putzen, antwortete sie und reckte sich, um auch an das oberste Regal zu kommen. Ihr Kleid war wirklich sehr kurz. Pitt wandte den Blick ab und sah Hermann an. Was meinst du mit Ärger? Man hört auf dem Kiez ja so einiges. Aha, und was? Hermann drehte sich sehr langsam um. Man sagt, dass die Bullen bei der Razzia nichts gefunden haben, weil Oleg ein gutes Versteck für seinen Stoff hatte. Wer ist Oleg? Hermann machte ein Zeichen am Hals. Der, den du immer Kill You nennst. Der heißt Oleg? Pitt hatte den Namen noch nie gehört. Sachblos. Und was hat das mit mir zu tun? Was weiß ich? Irgendjemand soll den Stoff gefunden haben und Oleg nicht zurückgegeben. Ich weiß doch nicht einmal, wo Oleg was versteckt hat und ich lege mich doch nicht mit denen an. Dann ist ja gut. Hermann trank sein Bier aus und legte ein paar Münzen neben das Glas, weil Oleg nämlich jetzt ein bisschen Stress mit seinen Chefs hat, den Südamerikanern. Die wollen ja, dass er das Zeug verkauft. Deshalb muss Oleg das wiederfinden. Aber wenn du auch nichts weißt? Naja, nicht mein Problem. Also mach's gut. Ja, tschüss Hermann. Pitt sah ihm nachdenklich hinterher. Dann blickte er hoch zu Beiling. Sie war weiß Gott nicht die Schnellste, aber sie war wirklich sehr niedlich in diesem kurzen Kleid. Anscheinend spürte sie seinen Blick und drehte sich um. Böse Männer? fragte sie und kletterte vom Stuhl. Machen Probleme? Nein, nein, antwortete er schnell und glaubte ihr ein Spinnennetz von den Haaren. Sind Nachbarn. Haben wohl gerade Ärger mit der Polizei. Mit mir nicht. Gut. Sie lächelte und hob sofort die Hand vor den Mund. Wir gehen nach Hause. Oder kommt noch mehr Gast so spät? Nein. Pitt sah auf die Uhr. Wir machen zu. Beiling hakte sich wie selbstverständlich bei ihm ein, als sie die Kneipe verließen und zu Pits Auto gingen. Als er sich umdrehte, sah er in einiger Entfernung eine Gruppe von Harleys langsam die Straße runterfahren, alle in seine Richtung. An der Straßenkreuzung blieben sie stehen, bis Pitt den Wagen gestartet hatte. Dann folgten sie ihm. Pitt seufzte. Was wollten die rausfinden? Wo er wohnte? Das wussten die doch. Er hatte keinen Bock auf diese Scheiße. Er konnte noch nicht mal erkennen, ob Killio und seine beiden Kampfhunde überhaupt dabei waren. Scheiß Helme. Scheiß Kutten. Er klappte den Rückspiegel nach unten, um sie nicht mehr sehen zu müssen, und achtete penibel darauf, sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten. Das musste den Rockern doch auch schon auf den Geist gehen. Zu einer Maschine unterm Hintern und dann mit 50 durch Hamburg zu kriechen. Pitt grinste und bremste kurz ab. Als er in seine Straße einbog, fuhren sie weiter. Irritiert sah Pitt über seine Schulter. Die verfolgten ihn gar nicht. Wenn sie zu Killio gehörten, sollten das vielleicht nur Drohgebärden sein. Als wenn ihn das beeindrucken würde. Er musste aufpassen, keinen Verfolgungswahn zu kriegen und cool bleiben. Vielleicht war ja doch alles gar nicht so schwierig, wie er dachte. Morgen in aller Frühe würde er nach Dettebühl fahren und ein bisschen Stoff holen, um mit Mario ins Geschäft zu kommen. Dann würde er weitersehen. Später schob er seinen leeren Teller zur Seite und rülpste leise. Kochen konnte sie, die kleine Chinesin. Außerdem hatte sie es in den vergangenen Tagen geschafft, aus seiner Chaosbude eine fast aufgeräumte Wohnung zu machen. Nichts klebte mehr, es lag nicht mehr so viel herum und dazu saß Bailing nun auch noch jeden Abend auf dem Sofa und sah kichern Fernsehen. Eigentlich war es ganz schön. Während Bailing eilig die Teller in die Küche brachte, um gleich wieder ihre Lieblingsserie zu schauen, dachte Pitt darüber nach, wie er jetzt vorgehen würde. Eines seiner Probleme hieß nun Nils Mommsen. Dieser Vollidiot benutzte Eddys Schlüssel. Pitt fragte sich, ob sein Kumpel überhaupt davon wusste. Nils war früher schon der erklärte Feind von Eddie und Pitt gewesen. Ein aufgeblasener Strebertyp, der ständig in ihrer Nähe rumhing. Irgendwann hatte er die Haschtütchen gefunden, die Eddie in einer alten Kiste hinter den Paletten vergraben hatte. Die Ratte hatte tatsächlich versucht, sie damit zu erpressen. Pitt hatte ihm die Fresse poliert. Danach war der beknackte Nils zu Eddys und Pits Müttern gegangen und hatte es denen gesteckt. Eddys Mutter war zu besoffen gewesen, um zu schnallen, was Nils überhaupt wollte, aber Ilse hatte Nils die Tütchen abgenommen und sie zur Polizei gebracht. Danach hatte auch Eddie Nils nochmal die Fresse poliert. Die scheiß Sozialstunden mussten sie trotzdem ableisten. Und zwei Wochen lang den Spielplatz an der Grundschule fegen. Vielleicht sollte Pitt Eddie doch ins Vertrauen ziehen. Sobald er wieder da war. Eddie hatte ja auch genug Freundschaften im Knast geschlossen. Und irgendwoher musste er auch die Dorfbevölkerung ihre Drogen bekommen. Wobei Pitt sich nicht vorstellen konnte, dass der Kokainverbrauch in Dettebüll nennenswert war. Früher wurde in Dettebüll eigentlich nur gesoffen. Okay, ab und zu gekifft. Aber auf Eddie war in solchen Dingen Verlass. Und Eddie hatte Nerven. Deshalb war er auch so erfolgreich bei seinen Geschäften, auch wenn Pitt nicht genau wusste, worin die eigentlich bestanden. Du traurig! Bei Ling saß plötzlich auf seiner Sofa-Lehne und legte ihm ihre kleine Hand aufs Bein. Sie bewegte sich so geräuschlos und schnell, dass Pitt dauernd zusammenzuckte, wenn sie auf einmal wieder hinter oder neben ihm stand. Wie eine Katze, dachte er und sah sie an. Nein, müde. Er schob sanft ihre Hand weg und stand auf. Ich hole mir ein Bier. Willst du auch? Sie kicherte und schüttelte kräftig den Kopf, sodass ihre Ponyfransen hüpften. Bier für Mann, sagte sie und rutschte von der Lehne aufs Sofa. Ich nur bei Feiern. Du haben Familie. Familie? Familie. Bei Ling wirkte sehnsüchtig. Ich nix, Familie. Alle tot. Du? Ich auch nix, Familie. Mit allen Streit, antwortete Pitt schnell. Dann holte er sich rasch ein Bier aus dem Kühlschrank und setzte sich wieder neben sie. Jetzt ist Ruhe. Schlimme Leute. Oh! Sie biss sich auf die Unterlippe und strich über sein Bein. Er sah ihrer Hand dabei zu. Du nur diese Wohnung oder woanders noch Haus. Ein Haus? Pitt lachte. Nein. Hier wohne ich. Nur hier. Warum? Weil. Sie rutschte noch näher. China-Frau will Mann, Haus und Familie. Eigenes Haus ist wichtig. Und Mann? Pitt war gespannt, was sie eigentlich meinte. Bei Ling kicherte und drückte ihm den Zeigefinger auf die Brust. Du guter Mann. Du nur noch brauchen Haus. Dann gut. Sie küsste ihn schnell auf die Wange und Pitt überlegte, was genau sie von ihm wollte. Er war doppelt so alt wie sie, aber anscheinend hatte sie ihn sich ausgesucht. Er hatte sich gar nicht anstrengen müssen. Das war ihm zwar noch nie passiert, aber vielleicht stand sein Leben gerade einfach unter einem guten Stern. und er hatte lange keine Freundin mehr gehabt. Und sie war ja auf ihre Art irgendwie ganz niedlich. Deshalb rückte er jetzt näher zu ihr und legte seinen Arm um sie. Bei Ling lächelte ihn an und kuschelte sich eng an ihn. Sie legte ihren Kopf an seine Schulter und ihre Hand auf sein Bein und genau in diesem Moment begann das Telefon zu klingeln. Bei Ling nahm sofort die Hand wieder weg und richtete sich auf. Telefon! Pitt schüttelte den Kopf. Nicht wichtig. Doch! Jetzt stand Bei Ling auf. Du musst telefonen. Vielleicht wichtig. Nein! Pitt versuchte, sie sanft aufs Sofa zurückzuziehen, doch die kleine Chinesin hatte eine beeindruckende Körperspannung und blieb stehen. Das Läuten hörte auf. Pitt sah sie an. Siehst du? Nicht wichtig. Bei Ling blieb trotzdem stehen. Pitt musterte sie. Sie sah wirklich sehr jung aus. Vielleicht war es gut, dass das Telefon geklingelt hatte. Abrupt stand er auf und ging in die Küche. Auf dem Weg dahin griff er kurz zum Hörer, um zu sehen, wer ihn überhaupt angerufen hatte. Unter Bei Lings blicken sah er die Nummer von Matilda. Das war meine Autowerkstatt, teilte er bei Ling mit. Die wollen mir dauernd eine neue Karre verkaufen. Ich habe doch gesagt, nicht wichtig. Vermutlich so unwichtig wie Mathildas Anruf. Sie hatte ja noch nicht mal auf den Anrufbeantworter gesprochen. Zumindest zeigte der nichts an. Um halb vier Uhr morgens ging sein Wecker. Verschlafen stellte er ihn aus. Dann quälte er sich aus dem Bett und schlurfte ins Bad. Er warf einen Blick ins Wohnzimmer. Bei Ling lag auf dem Sofa unter einer Wolldecke. Der Fernseher lief noch. Sie schlief wie eine Tote. Pitt bemühte sich, daran nichts zu ändern. Als er die Haustür hinter sich zuzog, überlegte er noch, einen Zettel für sie zu schreiben, dass er beim Großmarkt wäre oder sowas. Das verwarf er gleich wieder. Mit etwas Glück wäre er ohnehin um acht wieder hier. Zwei Stunden hin, fünf Minuten, um den Stoff zu holen, zwei Stunden zurück. Um diese Zeit war auf den Straßen nichts los. Und im Dorf noch niemand unterwegs. Und um diese Zeit würden Nils Mommsen wohl auch noch keine erotischen Anwandlungen umtreiben. Pitt startete den Wagen und fuhr langsam los. Er bog auf die Hauptstraße ein. Kurz danach sah er im Rückspiegel den Motorradfahrer. Eine Harley, die in gleichbleibendem Abstand hinter ihm fuhr. Pitt schüttelte den Kopf. Er musste jetzt ganz ruhig bleiben. Das war doch reiner Zufall. Die Uhr zeigte gerade mal vier. Und Kill You gehörte garantiert nicht zu den Frühaufstehern. Pitt fuhr weiter, den Motorradfahrer im Blick. Er war nicht zu erkennen, blieb aber hinter ihm. An der nächsten Kreuzung setzte Pitt den Blinker und ordnete sich links ein. Es war die falsche Richtung. Er wollte nur sehen, ob er tatsächlich verfolgt wurde. Die Ampel wurde rot. Pitt hielt, der Motorradfahrer ebenfalls. Das Visier war runtergeklappt. Pitt konnte das Gesicht nicht sehen, aber ihm wurde übel. Fieberhaft überlegte er, was er nun tun sollte. Die Ampel sprang auf grün. Pitt fuhr weiter. An der nächsten Kreuzung fuhr er nach rechts. Die Harley blieb hinter ihm. Pitt sah immer wieder in den Rückspiegel. Dabei hätte er fast die Polizisten, die plötzlich mit einer Kelle hinter der nächsten Kurve standen, nicht bemerkt. Erst im letzten Moment erkannte er die Kontrolle und bremste ab. Sein erster Gedanke war, scheiße, Polizei. Sein zweiter Gedanke, ich bin nüchtern und habe das Zeug ja nicht im Auto. Er kam zum Stehen und ließ tief ausatmend die Scheibe runter. Guten Morgen, Fahrzeugkontrolle, Ihre Papiere bitte, sagte der Polizist erstaunlich höflich und Pitt sah in den Rückspiegel. Falls es noch Zweifel gab, wurden die jetzt ausgeräumt. Der Motorradfahrer war auch angehalten worden und klappte jetzt sein Visier hoch. Pitt erkannte ihn sofort. Der Rothaarige. Kill you hatte ihm tatsächlich einen Verfolger auf den Hals gehetzt. Den Ausflug nach Dettebüll konnte er also wieder mal vergessen. Die Frage war nur, woher sie wussten, dass er um diese Zeit unterwegs war. Beobachteten sie ihn tatsächlich rund um die Uhr? Donnerstag, 30. Mai Dein Handy brummt, sagte Alina, als sie, zwei Tassen vor sich balancieren, zurück in ihr Schlafzimmer kam. Soll ich es dir holen? Nein. Max öffnete nur ein Auge und hob den Kopf. Es ist noch nicht mal halb acht. Die Einzige, die sich traut, mich so früh anzurufen, ist meine Mutter. Und wenn es was Wichtiges ist, ruft sie noch mal an. Er ließ seinen Kopf wieder zurück aufs Kissen fallen. Und außerdem habe ich einen dicken Kopf. Meine Güte, was ist deine Mutter? Trinkfest. Alina lachte leise, stellte seine Tasse auf den Nachtschrank und setzte sich im Schneidersitz aufs Bett. Wir sind Polen, Max. Wir haben das in den Genen. Er setzte sich auf und griff nach der Tasse. Alinas Mutter, Karolina, war gerade bei Alinas Schwester in Hamburg zu Besuch. Und gestern Abend hatten sie überraschend bei Alina vor der Tür gestanden. Karolina mit ihrer ältesten Tochter Maria und deren Mann Ingo, einem Hamburger Koch. Anfangs war Max von dieser geballten Familienpower etwas überfordert gewesen, zumal Karolina ihn kurzerhand an die Brust gedrückt hatte. Ich wollte mir den Wunderknaben mal ansehen, in den Alina sich so verknallt hat. Ja, Alina, der ist gut. Freut mich. Ich bin Karolina. Kommt, ich lade euch zum Essen ein. Kein Wunder, dass Alina so schön war. Das lag in der Familie. Karolina war die ältere Ausgabe ihrer Tochter. Mit ihren Anfang 60 sah sie zehn Jahre jünger aus, war ausgestattet mit einer kräftigen Stimme, herzlichem Lächeln und überbordender Energie. Maria war die brünette Ausgabe von Alina. Sie war genauso mitteilsam wie ihre Mutter und Schwester. Nach dem Begrüßungsgetränk waren sie in ein Restaurant gegangen. Es war ein lustiger Abend gewesen. Auch wenn Max bei Weitem nicht alles verstanden hatte. Mit steigendem Alkoholpegel wechselten die Frauengespräche ab und zu ins Polnische. Ingo und Max fanden das aber nicht so schlimm. In einer Ecke des Restaurants hing ein Fernseher, in dem ein Champions-League-Spiel übertragen wurde. Gegen Mitternacht hatte Ingo zum Aufbruch gedrängt. Schließlich war er der Fahrer. Karolina lebte seit der Scheidung acht Jahre zuvor wieder in Polen. Sie war Köchin und arbeitete in einem Hotel. Jetzt blieb sie für sechs Wochen in Deutschland und hatte ihren nächsten Besuch in Nibül schon angekündigt. Und dann lerne ich mal deine Eltern kennen, hatte sie mit ihrem charmanten polnischen Akzent gesagt und ihn vorfreudig angestrahlt. Alinas Vater wohnt in Berlin. Der kommt auch mit. Wir sind ja nicht böse miteinander. Aber ich habe ihm gesagt, er soll seine neue Frau zu Hause lassen und stattdessen ein paar Flaschen polnischen Wodka als Gastgeschenk mitbringen. Sonst ist das für deine Eltern und deine Oma zu viel durcheinander. Max stöhnte jetzt, als ihm diese Szene wieder einfiel. Er stellte sich diese polnische Invasion in Oma Ilses Wohnzimmer vor. Dagegen würde der Streit von neulich als Kindergeburtstag durchgehen. Was hast du? Alina beugte sich näher und strich ihm über die Wange. So schlimme Kopfschmerzen? Nein, nein. Max griff nach ihrer Hand und küsste sie. Es geht schon. Du hast eine tolle Mutter und Schwester und Schwager. Das war echt nett gestern Abend. Ja, nicht wahr? Alina lächelte. Und mein Vater ist auch ganz okay. Seine neue Frau ist zwar ein bisschen sehr tussi, aber man hält sie aus. Sie ist eine waschechte Berlinerin und bildet sich was darauf ein. Ich habe meinem Vater aber schon gesagt, dass er alleine kommen soll. So eine Familienkonstellation kann ja ganz schön anstrengend sein. Für deine Familie meine ich. Max dachte, dass Alinas Stiefmutter wirklich das kleinste Problem darstellen würde, beschloss aber, dass er sich erst darüber Gedanken machen würde, wenn es soweit war. Er nahm seine Tasse mit beiden Händen und blickte seine Freundin an. Sag mal, was mir gerade einfällt, du hast doch gestern Abend, bevor deine Leute hier einfielen, angefangen, etwas zu erzählen. Irgendetwas mit einer Siedlung bei Dettebüll und meinen Eltern. Wir sind dann davon abgekommen, weil das klingelte. Was war denn das nochmal? Ach ja. Alina stellte schwungvoll ihre Tasse auf den Boden. Ein paar Spritzer Kaffee landeten auf dem Flickenteppich. Das war echt wichtig. Ihr habt doch noch Land in Dettebüll, oder? Max nickte. Ja, so alte Weiden und Koppeln am Wald. Wieso? Naja, das sind bald keine alten Weiden und Koppeln mehr. Wir haben im Bauamt nämlich ein neues Großprojekt, dafür bin ich auch eingeteilt worden. Baulanderschließung für die Siedlung Dettebüller Moor. Das ist ein großes Bauvorhaben mit Ferienwohnungen, Eigentumswohnungen, eine Einkaufsmeile und Sport- und Spielplätzen. Dafür wird das Land hinter Dettebüll erschlossen. Es gibt schon einen Investor. Die Landbesitzer bekommen demnächst Post von uns, also vom Bauamt und vom Investor, in dem Angebote gemacht werden. Also je nachdem, wie viel Land ihr da habt, können deine Eltern richtig viel Geld verdienen. Max starrte sie mit offenem Mund an. Bist du dir sicher? Die ganzen Weiden da oben werden Bauland? Alina nickte. Natürlich bin ich sicher. Ich arbeite doch im Bauamt. Die Briefe gehen in den nächsten Tagen raus. Ich kann dir auf einer Karte auch gern zeigen, welches Land genau gemeint ist. Dann können wir ja mal sehen, wie viel da von euch gehört. Ja, Wahnsinn. Max' Kopfschmerzen waren komplett verflogen. Er konnte zwar nicht genau sagen, wo die Grundstücksgrenzen lagen, aber sie hatten eine ganze Menge Land da oben, wobei es nicht ganz richtig war. Nicht seine Eltern, sondern Oma Ilse hatte eine ganze Menge Land da oben. Sie mussten wirklich nochmal in Ruhe mit ihr sprechen. Vielleicht wurde sie ja etwas einsichtiger, wenn es jetzt überraschend Geld für das Land gab, das nie einen Wert gehabt hatte. Und vielleicht konnte man sie ja doch dazu bewegen, Nele mit einem Kredit auszuhelfen. Bestimmt mit Zinsen, weil sie eben Oma Ilse war. Oh Gott! Alina sprang plötzlich auf. Es ist zehn vor acht, ich muss duschen. Wann musst du los? Ich kann heute später anfangen. Max streckte sich. Fang an, ich dusche nach dir. Er wartete, bis er das Rauschen des Wassers hörte, dann schwang er die Beine aus dem Bett. Das war ja eine echte Neuigkeit. Er war sehr gespannt, was seine Eltern dazu sagen würden. Irgendwoher kam ein Geräusch, er lauschte einen Moment, dann ortete er sein Handy in seiner Jacke an der Garderobe. Acht Anrufe in Abwesenheit. Die Mailbox sprang gerade wieder an. Hallo Max, hier ist Mama. Ich habe es schon bei dir zu Hause versucht, kann dich aber nicht erreichen, also probiere ich es auf deinem Handy. Rufst du uns bitte mal an? Es ist ziemlich wichtig und ich will es dir nicht auf diese Dingsbox sprechen. Bis später. Max grinste. Vielleicht wussten sie es schon. Ihm fiel plötzlich ein, dass er Harald Wiesner neulich vor dem Bauamt getroffen hatte. Er hatte sich noch gewundert, aber jetzt war klar, was der Bürgermeister da gewollt hatte. Er wusste schon Bescheid. Vielleicht hatte er es im Dorf auch schon erzählt. Max wollte gerade die Nummer seiner Eltern anrufen, als Alina in ein Handtuch gewickelt aus dem Bad kam. Ich habe was vergessen, sagte sie und lehnte sich leicht an ihn. Die Sache mit der Siedlung ist noch streng vertraulich. Du darfst also bitte nichts erzählen, bis die Briefe raus sind. Ich bekomme sonst echt Ärger. Okay. Er nickte lächelnd. Es kann aber sein, dass schon jemand gequatscht hat. Meine Mutter spricht sonst nie auf die Mailbox. Alina hob die Schultern. Von mir weißt du nichts. Gut. Max hielt das Handy schon ans Ohr und wartete. Mama? Hier ist Max. Mathilda sprach so laut, dass Alina es auch ohne eingeschalteten Lautsprecher verstehen konnte. Gut, dass du anrufst. Ich wollte es dir selbst sagen. Oma ist gestern Abend unglücklich gestürzt und jetzt ist sie, also gestern Abend schon, jedenfalls ist sie tot. Ganz plötzlich. Einfach so. Freitag, 31. Mai. Bauer Pape hieß schon so lange Bauer Pape, dass nur die Alten im Dorf noch seinen Vornamen kannten. Er hatte den Hof von seinen Eltern übernommen. Die waren während des einzigen Urlaubs, den sie je gemacht hatten, mit dem Bus, der sie nach Holland bringen sollte, über eine Böschung gestürzt und tödlich verunglückt. Johannes Pape war damals 22, vollweise und Alleinerbe. Er hatte seine Lehre als Landmaschinenmechaniker bei einer Firma im Nachbarort gemacht, sein Kinderzimmer auf dem Hof nie verlassen, sich dann im früheren Elternschlafzimmer eingerichtet und seinen Fernseher von oben in die gute Stube gestellt. Mehr hatte er in den ersten Jahren nicht verändert. Bis er auf dem Feuerwehrball Hella kennenlernte und sie heiratete. Sie kaufte als erstes ein neues Schlafzimmer und weiße Gardinen, die die schweren, muffigen, dunkelbraunen Vorhänge ersetzten. Nach und nach machte sie aus dem alten Hof ein Schmuckstück und aus dem eigenbrötlerischen Junggesellen einen umgänglichen Mann. Sie starb noch vor der Silberhochzeit. Mit Mitte 50 war Johannes Pape Witwer und wurde zum Eigenbrötler. Seitdem waren auch die Gardinen nicht mehr weiß. Hella hatte keine Kinder bekommen können. Deshalb gab es weder einen Nachfolger für den Hof noch jemanden, der sich um Bauerpape kümmerte. Was er auch nicht wollte. Er hatte lieber seine Ruhe, mied alle Zusammenkünfte im Dorf, war weder bei den Schützen noch in der Feuerwehr noch in der Kirche oder der Gemeinde engagiert. Er hatte sein Haus und seinen Hof. Beides verließ er so gut wie nie. Im Sommer kamen ein paar Erntehelfer aus Dänemark. Es waren seit Jahren dieselben, mittlerweile fast alle im Rentenalter. Sie schliefen für ein paar Wochen im Papes alten Kinderzimmer und in den zwei Kammern unterm Dach. Pape bezahlte sie, sprach aber kaum mit ihnen. Nach all den Jahren wussten sie, was sie tun sollten und wo alles war. Nur am ersten und am letzten Abend tranken sie zusammen Schnaps. Bauerpape und die vier Dänen. Das war alles. Gunnar drückte den Türgriff runter und trat ein. Johannes, bist du da? Seine Augen mussten sich erst an den dunklen Flur gewöhnen. Langsam ging er zur angelehnten Küchentür und schob sie auf. Johannes? Auf dem Herd stand ein alter Kochtopf, in dem irgendetwas köchelte. Auf dem dunkelbraunen Esstisch lag die ausgebreitete Tageszeitung. Ein Steingutbecher mit Kaffee stand daneben. Die Eckbank war übersät mit alten Zeitungen und anderen Papieren. Auf der Arbeitsplatte standen mehrere Eierkartons. Es roch nach Stall und Kaffee. Nur von Pape war nichts zu sehen. Der Kaffee im Becher dampfte noch. Pape konnte nicht weit weg sein. Also setzte Gunnar sich auf einen der beiden Stühle und warf einen Blick auf die Schlagzeile der ausgebreiteten Zeitung. Meteorologen nahm 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 einen Becher aus dem Schrank, füllte ihn mit Kaffee, goss Milch dazu und stellte ihn vor Gunnar ab, bevor er sich auf seinen Platz setzte. Schweigend. Auch das war wie immer. Außer Matilda wusste niemand aus dem Dorf, dass Gunnar seit Jahren einmal in der Woche mit Johannes Pape in dessen Küche saß. Er kaufte bei ihm Eier, seit sie die eigenen Hühner abgeschafft hatten, trank mit ihm einen Kaffee, manchmal sprachen sie miteinander, manchmal saßen sie auch nur schweigend zusammen. Gunnar mochte Pape und der ihn. Trotzdem beschränkte sich ihr Kontakt auf diese wöchentliche Stunde in Papes Küche, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und in der Regel eher kommunikationsarm. Johannes Pape war ein Außenseiter im Dorf. Das war bei Gunnar genauso. Der eine, weil er es wollte, der andere, weil er zugezogen war. Nach all den Jahren hatten sie sich daran gewöhnt. Du bist früh heute. Pape nahm die Mütze ab und legte sie auf die Bank, bevor er sich den Kopf kratzte. Ist was passiert? Gunnar nickte. Ilse ist tot. Vorgestern Abend. Bauer Pape nickte, ohne hochzusehen. Gunnar sah ihn an, schweigend. Erst nach minutenlanger Stille räusperte er sich. Die Beerdigung ist wohl nächsten Freitag. Wir kriegen heute Bescheid. Bauer Pape nickte wieder, immer noch schweigend. Willst du zur Beerdigung kommen? Langsam hob Bauer Pape den Kopf. Er sah Gunnar an, das Gesicht unbewegt, die schwierigen Hände auf dem Tisch verschränkt. Warum? Gunnar hob die Schultern. Das muss doch mal ein Ende haben, dieses Zerwürfnis. Du gehörst zur Familie und Mathilda würde sich freuen. Sie hat immer unter der Sache gelitten, all die Jahre. Immer diese Heimlichkeiten. Vielleicht kann man jetzt, wo Ilse tot ist, einen Neuanfang machen. Neuanfang. Pape verzog spöttisch das Gesicht. Wozu? Ich bin 77. Ich will meine Ruhe haben, sonst nichts. Geh mir los mit Familie, es ist vorbei. Gunnars Blick fiel auf das gerahmte Porträt von Hella, das auf der Küchenvitrine stand. Damals war sie vielleicht 40 gewesen, ein paar Jahre bevor sie krank wurde. Die Ähnlichkeit mit ihrer Schwester Ilse war frappierend. Nur waren bei Hella die Gesichtszüge weich, die Augen strahlten und So sehr sie ihrer Schwester auf den ersten Blick äußerlich geähnelt hatte, so unterschiedlich waren sie in ihrem Wesen. Hier die sanfte, ruhige und ausgeglichene Hella und ein paar Straßen weiter die böse, egozentrische und missgünstige Ilse. Das ganze Elend hatte schon in ihrer Kindheit begonnen. Hella war eine Nachzüglerin gewesen. Ilse war schon zehn Jahre alt, als ihre kleine Schwester Sie waren bei Hellas Geburt fast vierzig. Für die damalige Zeit war es ungewöhnlich, so spät noch ein Kind zu bekommen. Aber dann waren sie verzückt von diesem kleinen, sanften Wesen, das so ganz anders war als die Erstgeborene. Hella war so unkompliziert, wie Ilse schwierig gewesen war. Sie weinte kaum, lächelte viel, sie ließ sowohl das Trotzalter als auch die launische Zeit der Pubertät aus, sie hatte keine Probleme in der Schule und kam mit allen Kindern gut aus. Bis auf Ilse. Egal, was Hella machte, Ilse war beleidigt. Sie konnte diese kleine Schwester, die in ihren Augen bevorzugt und verhätschelt wurde, kaum ertragen und das ließ sie ständig an Hella aus. Mathilda liebte ihre Tante Hella. Sie hatte ihr Gunnar sofort nach ihrem Kennenlernen vorgestellt, noch bevor sie zusammen bei ihren Eltern waren. Deshalb hatte Gunnar damals auch nicht mit der eisigen Ablehnung Ilses gerechnet. Hella und Johannes waren nur gute zehn Jahre älter als Mathilda und er. Sie hatten gesprochen hatte, das überließ er immer seiner Frau. Als dann Ilse regelrecht ausrastete, weil ihre Tochter diesen Polacken heiraten wollte, war Hella das erste Mal in ihrem Leben ihrer Schwester gegenüber laut geworden. Und der Streit war eskaliert. Auf der Verlobungsfeier. Gunnar hatte es nie vergessen. Die Schwestern hatten sich im Laufe der Jahre so zerstritten, dass Ilse sowohl ihrer Tochter als auch deren Familie den Kontakt zu Johannes und Hella verboten hatte. Nur Gunnar hatte sich nicht daran gehalten. Ihn hatte Ilse ja sowieso immer gehasst. Und die wöchentlichen Besuche bei Pape hatten immer dazugehört. Er hatte sich auch keine Mühe gegeben, das zu verheimlichen, ganz im Gegensatz zu Mathilda. Sie hatte in ihrem Harmoniebedürfnis nie die Kraft gefunden, sich so offen gegen ihre Mutter zu stellen. Ihre Besuche früher bei Hella und die sehr seltenen nach Hellas Tod bei Pape hatten immer heimlich stattgefunden. Pape saß noch immer schweigend am Tisch. Jetzt griff er zu seiner Tasse und trank. Er stellte sie langsam wieder ab und schob sie ein Stück zurück, bevor er auf die Zeitung tippte. Schon überrascht von diesem abrupten Themenwechsel blickte Gunnar auf die Schlagzeile. So zuckte er nur die Achseln und meinte, das ist der Klimawandel. Die Sommer werden immer heißer und die Landwirte werden immer mehr Probleme kriegen. Vielleicht solltest du auch so langsam mal darüber nachdenken, deine Landwirtschaft aufzugeben. Ja, ja, murmelte Pape, bevor er hochsah. Meine Helfer haben letztes Jahr auch schon viel gewässert, mal dann drehte er sich plötzlich zurück. Der Mommsen ist nicht ganz koscher. Pass auf, wenn der was von dir will und sagt das auch Mathilda. Wie meinst du das? Fragte Gunnar überrascht, weil er den Zusammenhang nicht begriff. Wollte er was von dir? Pass einfach ein bisschen auf. Mit einem leisen Ächzen erhob er sich. So, ich muss in den Stall, habe heute Nacht Kälber gekriegt. Johannes, warte mal. Gunnar stand auf. Denk doch wenigstens über die Beerdigung nach. Mathilda würde sich freuen. Und es ist so lange her. Keiner weiß doch mehr, worum es bei dem Streit eigentlich gegangen ist. Doch, entgegnete Pape, ich weiß es noch sehr genau, kann mich an jedes Wort erinnern. Und Hella hat so darunter gelitten. Ich habe an ihrem Totenbett geschworen, dass ich nie wieder was mit Ilse Petersen zu tun haben will. Und deswegen werde ich auch nicht zu ihrer Beerdigung gehen. Und mir auch noch diese ganzen Heucheleien des Pastors über sie anhören? Nein, Gunnar, bei aller Freundschaft, aber das kannst du nicht von mir verlangen. Es ist gut, dass sie tot ist, aber begraben müsst ihr sie ohne mich. So, und jetzt gehe ich in den Stall und denke mir Namen für die Kälber aus bis nächste Woche. Pape verließ die Küche, ohne auf Gunnars Antwort zu warten. Und Gunnar überlegte, wie lange es her war, dass Johannes Pape so viele Sätze nacheinander gesprochen hatte. Er konnte sich nicht daran erinnern. Mittwoch, 5. Juni. Um wie Floh ist Freitag die Beerdigung? Nele ließ sich auf den Sessel in Oma Ilses Schlafzimmer sinken, während sie ihre Mutter dabei beobachtete, wie die mit kritischem Blick die Bügel in Ilses Kleiderschrank hin und her schob. Was machst du da eigentlich? Um zwei, antwortete Mathilda unkonzentriert. Also um zwei ist Kirche und danach Kaffee und Kuchen bei Kruses. Sie drehte sich zu ihrer Tochter um. Und ich suche raus, was Oma, also was sie anziehen, das ist doch wirklich völlig egal. Nele schlug ihre langen Beine übereinander. Das sieht doch sowieso keiner mehr. Sie machte eine Pause und sah sich in dem tristen Schlafzimmer um. Was wollt ihr eigentlich mit dem ganzen Zeug machen? Es kann doch alles in den Müll, oder? Und wollt ihr diese Haushälfte dann verkaufen? Oder vermieten? Nele! Mathilda sah sie scharf an. Oma ist noch nicht mal beerdigt. Jetzt wird noch gar nichts weggeschmissen und Pitt hat ja auch noch mit zu reden. Pitt? Nele riss die Augen auf. Kommt er? Mit beiden Armen eine Rand sinken. Ich weiß es nicht, sagte sie unsicher. Ich habe ihm dreimal auf seinen blöden Anrufbeantworter gesprochen, dass er mich anrufen soll. Ich kann doch nicht aufs Band sprechen, dass seine Mutter gestorben ist. Aber er meldet sich einfach nicht. Ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt abgehört hat. Und ich habe keine Idee, wie ich ihn anders erreichen soll. Ich kann ihm doch keine Traueranzeige per Post schicken. Ob ich mal nach Hamburg fahre? Zu seiner Wohnung? Nicht, dass ihm auch was passiert ist. Bei ihm weiß man ja nie. Ach Mama. Nele stand auf und nahm ihrer Mutter die Bluse ab. Du zerknitterst die gerade, meinte sie und strich den blauen Kragen glatt. Du willst sie doch wohl nicht noch bügeln. Aber die Festnetz, ich habe nur die eine Nummer. Ich kann dir seine Handynummer geben. Nele ging einen Schritt näher ans Fenster und schob die Gardine zur Seite. Versuch's mal damit. Ist das Robert? fragte sie plötzlich und beugte sich vor. Der da über den Hof geht? Der sieht ja immer besser aus. Was macht der denn hier? Langsam stand Mathilde auf. Wieso hast du Pits Handynummer? Ohne den Blick von Robert abzuwenden, antwortete Nele, ich habe ihm mal Geld geliehen und er hat mir seine Kontonummer per SMS geschickt. Seitdem habe ich die. Du hast Pits Geld geliehen? Erstaunt stellte Mathilda sich neben sie. Warum? Ach Mama, er hat mich mal gefragt. Vor ein oder zwei Jahren, ist doch egal. Was macht Robert eigentlich jetzt? Was weiß ich? Mathilda musste die Nachricht, dass ihre Tochter Kontakt zu ihrem Onkel hatte, erst mal verdauen. Also Robert, der ist irgendwo Chefredakteur und verdient eine Menge Geld, sagt Irena. So sieht er gar nicht aus. Nele wandte sich nach einem abschließenden Blick ihrer Mutter zu. Was ist? Hast du Pitt denn auch mal gesehen? Nein, Nele schüttelte den mal wieder, deswegen ruf sie ihn am besten auch gleich an, damit er zur Beerdigung kommt und dich auf andere Gedanken bringt. Der wird nämlich nicht sehr traurig sein. Immerhin war sie unsere Mutter. Mathilda nahm Nele die Bluse wieder ab, um sie zurück auf den Bügel zu hängen. Sie überlegte einen Moment, bevor sie fragte, könntest du dir vorstellen, mit den Kindern hier zu wohnen? Es ist ja ein großes Haus. Nele sah sie irritiert an, dann fing sie an zu lachen. Mama, Oma ist noch nicht mal unter der Erde und schon soll ich hier einziehen? Sie bemerkte Mathildas Gesichtsausdruck. War ein Scherz, sorry, aber ganz im Ernst, ich weiß, dass du dieses Dorfleben liebst, dieses jeder kennt jeden, den ganzen Tag an der Luft, kein Verkehr, keine Mörder, keine Betrüger, das ist ja alles auch schön, aber ich würde hier wahnsinnig werden, verkauft die Hütte, das ist das Einfachste, so, und jetzt nimm diese schreckliche Bluse und lass uns rübergehen, dieses Zimmer macht einen ja völlig depressiv. Während Mathilda mit Ilses Sachen zum Beerdigungsunternehmer fuhr, blieb Nele mit ihrem Vater in der Küche sitzen. Was ist eigentlich mit Mama los? fragte Nele plötzlich. Gunnar sah sie an. Was meinst du genau? Sie ist so durcheinander, finde ich, so unkonzentriert, anders als sonst. Dabei kann sie doch froh sein, dass alles so gekommen ist. Kind, Gunnar schüttelte den Kopf, Ilse war ihre Mutter. Egal wie sie war, sie war trotzdem ihre Mutter. Und ist das nicht völlig normal, dass man trauert? Lass Mama ein bisschen Zeit. Du darfst auch nicht vergessen, dass sie diejenige war, die Oma gefunden hat. Und so ein Bild muss man auch erst mal aus dem Kopf bekommen. Nele seufzte. Na, ich hoffe, sie kriegt das hin. Oma Ilse hat Mama ihr Leben lang drangsaliert. Und von dir will ich gar nicht reden. Ich habe nie verstanden, wie du das die ganzen Jahre ausgehalten hast. An deiner Stelle wäre ich schon vor Jahren weg gewesen. Warum bist du eigentlich geblieben? Wegen deiner Mutter natürlich, antwortete Gunnar. Mathilda liebt dieses Dorf, dieses Haus, dieses Leben. Sie wäre woanders kreuzunglücklich geworden. Und das hätte mich wiederum kreuzunglücklich gemacht. Er schwieg einen Moment, dann hob er den Kopf und sah seine Tochter an. Und du? Wie kommst du zurecht? Ohne Jonas? Es geht. Nele zuckte die Achseln. Wenn das mit der Wohnung geklärt wäre, ging es mir noch besser. Wobei, das klingt jetzt böse, als ich es meine. Seit Oma Ilses Tod sieht es ja ganz gut aus. Versteh das bitte nicht falsch, Papa. Ich rede da auch nicht drüber, wenn Mama dabei ist. Aber vielleicht können wir in den nächsten Wochen noch mal in Ruhe über eine Hypothek auf das Haus sprechen. Jetzt, wo alles euch gehört. Mama hat auch noch einen Bruder, erinnerte Gunnar sie. Uns gehört nur die Hälfte. Aber ich glaube schon, dass wir eine Lösung finden. Nele nickte. Danke, sagte sie leise. Ich würde einfach so gern da wohnen bleiben. Idiot ist. Wir werden das schon hinbekommen und ich Hallo? Die männliche Stimme kam aus dem Flur. Kurz danach hörten sie ein zaghaftes Klopfen an der Küchentür, bevor die Tür langsam aufgeschoben wurde. Die Haustür stand offen. Robert! Gunnar war aufgestanden und ging dem Nachbarssohn entgegen. Das ist ja eine Überraschung, komm rein! Nele ist auch gerade da! Robert Mommsen blieb zögernd im Türrahmen stehen, lächelte Nele kurz zu und sah dann Gunnar entgegen. Ich will nicht stören, ich wollte nur mein Beileid aussprechen. Ist Mathilda nicht da? Er hatte einen Strauß Blumen in der Hand, der aussah, als hätte er ihn gerade im Garten gepflückt, was vermutlich auch so war. Mathilda ist beim Beerdigungsunternehmen, sie müsste gleich wieder da sein. Setz dich doch, du störst nicht. Nele war aufgestanden, etwas ungelenk umarmte Robert sie, bevor er sich setzte, die Blumen immer noch in der Hand. Ich stelle die Blumen mal in eine Vase. Nele nahm sie ihm ab. Kaffee? Gern. Er lächelte. Wie geht es Mathilda denn? Ilses Tod kam dann doch sehr plötzlich, oder? Hat mir zumindest meine Mutter gesagt. Meine Mutter hat sie vorgestern sie hat bis zum Schluss gequalmt. Nele sprach lauter, um das Rauschen des Wasserhahns zu übertönen. Im Grunde ist sie beim Rauchen vom Stuhl gefallen. Eigentlich ein schöner Tod in ihrem Alter und so typisch für sie. Gunnar schüttelte tadelt den Kopf, sagte aber nur, es kam wirklich plötzlich und Mathilda steht natürlich ein bisschen neben sich. Ich hoffe, dass sich das nach der Beerdigung alles beruhigen wird. Sie braucht Zeit, um sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass Ilse nicht mehr da ist. Und sie endlich, begann Nele, wurde aber von ihrem Vater unterbrochen. Nele, bitte. Sie schloss den Mund und stellte die Vase auf den Tisch. Hübsche Blumen, sagte sie. Seit wann bist du denn in Dettebüll? Seit heute Mittag, Robert sah sie an. Meine Mutter hat mich gebeten zu kommen. Sie wollte etwas mit mir besprechen. Sie hat da dieses Schriftstück gefunden. Es ist seltsam. Ich wollte es euch auch mal zeigen. Das weiß sie aber nicht. Unter den erstaunten Blicken zog Robert ein zusammengefaltetes Blatt aus seiner Jeans. Es sah aus wie eine Kopie. Er glättete es auf dem Tisch und schob es dann zu Gunnar. Sie Die schwarzglänzende Limousine rollte langsam die Straße entlang und kam genau vor der Bar PP zum Stehen, vor der Pitt gerade am Eingang leere Getränkekisten übereinander stapelte. Pitt warf nur einen kurzen Blick auf den Wagen, dann griff er zur nächsten Kiste. Von diesem Karren gab es auf dem Kiet eine ganze Menge. Eigentlich beeindruckten sie ihn schon lange nicht mehr. Mit ihren dröhnenden Motoren, den verspiegelten Scheiben und den posenden Fahrern, denen einer abging, wenn sie mit quietschenden Reifen und wummernden Bässen wie die Geisteskranken über die Straßen rasten. Solange sie ihn dabei nicht umnieteten, war es Pitt egal. Aus dieser Limousine dröhnten jedoch keine Bässe. Außerdem senkte sich gerade eine der verspiegelten Scheiben. Der Mann, der ihn ansprach, trug einen schwarzen Anzug und sprach mit fremdem Akzent. Spanisch, vermutete Pitt, vielleicht auch Portugiesisch, er konnte es nicht einordnen. Wir suchen Oleg. Ist er hier? Pitt stellte die Kiste auf den Stapel und wischte sich die Hände an der Jeans ab, während er näher kam. Wer? Oleg, Besitzer von der Hotel. Wir haben gehört, er wäre manchmal hier. Eine angenehme Stimme, höflich. Sie saßen letzten Tagen nicht gesehen. Der Mann nickte, könnte Südamerikaner sein. Hermann hatte da doch irgendwas erzählt. Wann er kommt, dann würden wir das gern wissen. Der Mann schnipste eine Visitenkarte aus dem Fenster, auf der nur eine Telefonnummer stand. Sönnetag noch! Fast geräuschlos setzte sich der Wagen in Bewegung. Pitt sah ihm hinterher. Was war das denn für eine Nummer gewesen? Das war ja wie im Film. Als der Wagen verschwunden war, hob Pitt die Visitenkarte auf, ließ sie in seiner Hosentasche verschwinden und ging wieder in die Kneipe. Beiling stand hinter dem Tresen und zapfte Bier für die Touristengruppe, die am Ecktisch saß. Sie sah in ihrem pinkfarbenen T-Shirt mit Einhorn auf der Brust nicht gerade so aus, wie sich ein Kiez-Tourist eine Bardame vorstellte, trotzdem bestellten die fünf schwäbischen Jungs bereits die fünfte Runde. Vielleicht waren sie auch schon zu besoffen, um eine Bardame überhaupt noch wahrzunehmen. Pitt stellte sich vor Hermann, der bei Ling intensiv musterte. Als sie mit dem Tablett zum Tisch ging, sagte Hermann leise, irgendwas gefällt mir nicht an ihr. Das war dein Vorschlag. Pitt nahm das leere Glas weg und zapfte ihm ein neues Bier. Und seit sie hier ist, kommen wieder Leute. Sie redet nur nicht zu viel, weil sie nicht gut Deutsch spricht. Dafür nervt sie auch nicht und kann arbeiten. Er stellte ihm das frische Bier hin und beugte sich näher zu ihm. Du hast doch neulich was von irgendwelchen Südamerikanern erst mal einen großen Schluck. Es gibt Ärger. Mit ihnen und den Jungs da oben, habe ich gehört. Wenn du nichts davon weißt, ist das bestimmt besser. Ich halte mich da raus, solltest du auch tun. Sonst was? Hermann griff nach Pits Handgelenk. Die sind ne Nummer zu groß für dich. Er ließ ihn sofort wieder los, als Beiling zum Tresen zurückkehrte. Ich Jungs wollen Jägermeister. Was ist das? Während Pitt den Jägermeister aus dem Regal holte, fragte er sich, was Hermann eigentlich so alles mitbekommen hatte, während er schweigsam auf seinem Platz am Tresen gesessen und sein Bier getrunken hatte. Aber Hermann war in Ordnung. Er würde mit niemanden reden, da war Pitt sich sicher. An dieser Stelle fielen Pitt allerdings verschiedene Szenen aus Mafia-Filmen ein, in Farbe. Ob Hermann dann auch noch schweigsam blieb, war zu hoffen. Beiling wartete neben ihm, bis er die Gläser auf ihr Tablett stellte, als sein Handy plötzlich in der Tasche klingelte. Pitt zog es raus und nahm das Gespräch an. Vielleicht hatte Hermann noch was vergessen. Ja? Pitt? Ja, wer ist denn? Er schenkte das fünfte Glas ein, stellte es auf das Tablett und bedeutete Beiling, die Getränke zum Tisch zu bringen. Sie blieb stehen. Pitt, ich bin es, Mathilda. Ihm rutschte fast die Flasche aus der Hand. Er rettete sie gerade noch auf die Spüle. Mathilda? Ja. Ihre Stimme war laut und ein bisschen aufgeregt. Ich versuche, dich seit einer Woche zu erreichen. Ich habe auch schon auf deinen Anrufbeantworter gesprochen, aber du hast dich nicht gemeldet und erst heute hat Nele mir gesagt, dass sie deine Handynummer hat. Ich wusste ja nicht mal, dass du überhaupt sowas besitzt. Aber jetzt habe ich dich ja am Telefon. Auf meinem Anrufbeantworter war nichts. Pitt drehte sich zu Beiling um, die ihn unverdrossen ansah. Komisch. Was willst du denn? Mutter ist tot. Letzten Mittwoch. Übermorgen ist die Beerdigung. Um zwei. Tot? Das war ja mal eine Neuigkeit. Pitt starrte Beiling an, die ihn immer noch fixierte. Seine Gedanken überschlugen sich. Seine Mutter Ilse. Ihr Tod war nun wirklich kein Verlust. In seinem Leben existierte sie schon seit Jahren nicht mehr. Aber das hieß ja auch Pitt bist du noch dran? Ja ja. Er rieb sich hektisch über die Stirn. So schnell konnte er sich gar nicht sortieren. Ich bin noch dran. Und jetzt ist erstmal die Beerdigung übermorgen. Du musst wissen, ob du kommst, aber ich finde, das gehört sich so. Wir treffen uns um zwei an der Friedhofs Kapelle und anschließend ist Kaffeetrinken bei Kruse. Ja. Er überlegte immer noch. Was für eine grandiose Dreckskaff fahren, sondern hatte eine Mission. Und zwischen all den Trauergesängen würde es ganz sicher eine Gelegenheit geben, sich kurz mal die Füße zu vertreten. Der Himmel war mit ihm, auch wenn Ilse da oben sicher niemals ankommen würde. Ich denke darüber nach. Tschüss Mathilda. Er steckte das Handy langsam ein und sah über Beiling hinweg zum Eingang. Eine Harley fuhr gerade vor. Der Fahrer nahm den Helm ab. Es war wieder der Rothaarige. Seit einer Woche ließ er Pitt nicht mehr aus den Augen. Wie ein Schatten der Arsch. Er kam jetzt rein. Beiling warf ihm einen kurzen Blick zu. Dann legte sie Pitt die Hand auf die Brust. Was los? Meine Mutter ist gestorben. Pitt sprach lauter als nötig. Übermorgen ist die Beerdigung in einem kleinen Dorf im Norden. Ich muss da hin. Oh Pitt! Beiling sah zu ihm hoch und machte ein trauriges Gesicht. Ich mit dir fahren. Ich trösten. Pitt nickte langsam und drehte sich um. Der Rothaarige saß schon am Tresen und starrte ihn an. Moin! sagte Pitt und schob Beiling zur Seite. Bier? Der Rothaarige antwortete nicht. Pitt zapfte ihm trotzdem ein Bier Dann machst du übermorgen einen kleinen Ausflug. Mir hinterher nach Dettebill. Und was wirst du da finden? Ich sag es dir. Nichts. Absolut nichts. Tote Hose und eine tote Ilse. Er hatte keine Zweifel daran, dass der Rothaarige ihm folgen würde. Nur um zu sehen, ob die Geschichte mit der Beerdigung stimmte. Er würde enttäuscht sein. Und wohl kaum mit in die Kirche und zum anschließenden Kaffeetrinken kommen. Pitt hatte wieder einen Plan. Und dieses Mal würde der funktionieren. Mathilda legte das Telefon erleichtert auf die Station. Jetzt wusste Pitt wenigstens Bescheid und würde vielleicht kommen. Das war gut. Mir war ein Stein vom Herzen gefallen, auch weil ihm nichts passiert war, man konnte ja nie wissen. Früher hatte er Ärger immer nur so angezogen. Dauernd war er in irgendwelche windige Situationen geraten. Sie hatte nie verstanden, warum ausgerechnet ihm all diese komischen Sachen passierten. Er hatte einfach oft Pech. Aber jetzt kam er vielleicht nach Dettebüll. Nach so langer Zeit. Zufrieden machte sie sich auf den Weg nach draußen. Gunnar las seine Zeitung auf der Terrasse, Nele machte einen Spaziergang mit George. Mathilda war so erleichtert, dass sie Pitt erreicht hatte, dass sie Gunnar zufrieden anlächelte. Und? Gunnar legte die Zeitung weg, als er Mathilda sah. Hast du ihn erreicht? Ja, sie strahlte. Endlich. Er denkt darüber nach, ob er kommt. Das wäre doch wirklich schön. Sie griff zu seinem Wasserglas. Hat Nele die schönen Blumen gepflückt, die in der Küche stehen? Das hat sie ja nicht mehr gemacht, seit sie Kind war. Süß. Nein, das war Robert. Mathilda sah ihn überrascht an. Robert? Robert Momsen? Ach, der war hier? Das ist aber schade, den hätte ich gern mal wieder gesehen. Was wollte er denn? Kondolieren, antwortete Gunnar und sah sie nachdenklich an. Und er wollte uns was zeigen. Hast du gewusst, dass Ilse... Hallo, nicht Matilda und Gunnar erschrocken herumfuhren. Matilda fing sich als erste. Max! Freudig stand sie auf. Wo kommst du denn auf einmal her? Erst jetzt bemerkte sie die junge Frau, die hinter ihm stand. Sie war klein und zierlich, ihre langen blonden Haare fielen bis zur Hüfte, die großen blauen Augen waren auf Matilda gerichtet. Mama? Papa? Darf ich euch Alina vorstellen? Alina, das sind Matilda ging sofort auf sie zu. Was für ein hübsches Mädchen, dachte sie und registrierte gerührt den stolzen Blick ihres Sohnes. Das freut mich aber sehr. So eine Überraschung. Ich bin der Vater. An Gunnars Gesicht sah Matilda sofort, dass ihr Mann etwas ähnliches gedacht hatte. Herzlich willkommen. Alina lächelte hinreißend, dann setzte sie sich neben Gunnar an den Terrassentisch, während Max seine Mutter ins Haus begleitete, um Getränke zu holen. Na, sagte Max leise und legte seiner Mutter den Arm um die Schulter. Was sagst du? Was für eine hübsche Person. Matilda küsste ihn auf die Wange. Ich freue mich für dich. Nele ist übrigens auch da. Sie ist nur gerade mit George unterwegs. Jonas ist mit den Kindern zu seinen Eltern gefahren. Die Zwillinge haben schulfrei, weil es einen Wasserrohrbruch in der Schule gegeben hat und Jonas macht jetzt auf gute Stimmung. Wird ja auch mal Zeit, Max grinste. Ich wusste, dass Nele hier ist. Wir haben gestern telefoniert. Während Matilda in der Küche hantierte, lehnte Max an der Fensterbank und sah ihr zu. Wie geht es dir denn? Nach der ganzen Aufregung? Ganz gut. Matilda drehte sich zu ihm um. Jetzt ist ja alles für die Beerdigung und das Kaffeetrinken organisiert und vorhin habe ich auch endlich Pitt erreicht. Das hat mir wirklich im Magen gelegen, aber stell dir vor, Nele hatte seine Handynummer, weil sie, ach, egal, jedenfalls kann es sein, dass er kommt. Sie löffelte Tee in die Kanne, bevor sie sich wieder umdrehte. Und Robert war vorhin da und hat diese schönen Blumen gebracht. Ich habe ihn leider verpasst. Robert? Max sah sie fragend an. Den habe ich vor ein paar Tagen zufällig bei mir um die Ecke getroffen. Was macht er denn hier? Ist bei Momsens was passiert? Er kommt doch nur im Notfall. Mathilda holte Tassen aus dem Schrank und stellte sie auf ein Tablett. Das stimmt. Er war lange nicht hier, aber er wollte kondolieren und er hat Papa irgendetwas gezeigt. Ich weiß aber noch nicht, worum es da ging. Das werden wir sicher noch früh genug erfahren. Soll ich das Tablett schon mal mit raus nehmen? Stell noch die Keksdose drauf, ich komme gleich nach. Das ist ja ein traumhaft schöner Garten, sagte Alina gerade, als Mathilda mit der Teekanne auf die Terrasse trat. Am hatte. Sie liebte ihren Garten. Danke, antwortete sie deshalb stolz. Es ist viel Arbeit, aber ich mache das gern. Das laute Bellen von George unterbrach die kurze Stille. Er raste mit fliegenden Ohren erst zu Mathilda, dann zu Gunnar, sprang an Max hoch und blieb dann schwanzwedelnd vor Alina stehen, die sich sofort runterbeugte und begeistert seinen Kopf streichelte. Du bist ja ein süßer ja fein wer bist du denn? Alina das ist George George das ist Alina. Max drehte sich um und sah seiner Schwester entgegen, die mit gerötetem Gesicht über den Rasen kam. Und das ist meine verschwitzte Schwester Nele. Die kennst du ja schon. Ach Mathilda sah fragend hoch, während Nele Alina kurz umarmte. Alina und ich haben Nele geholfen, die Sachen von Jonas zu packen, erklärte Max seiner Mutter. Nele, wusstest du, Robert hier ist? Ja. Sie zog ihre Strickjacke aus und ließ sich auf einen Gartensessel fallen. Er war vorhin hier. Danach ist er noch ein Stück mit mir und George gelaufen. Aha, Max grinste. Und, war's schön? Nele sah ihn warnend an, während Max sich an Alina wandte. Robert ist der Nachbars Sohn, ein bisschen älter als Nele und sehr smart und charming. Nele war rasend in ihn verliebt, aber er war im Internat und nur in den Ferien hier. Aus lauter Verzweiflung hat sie dann den beknackten Jonas geheiratet. Glaub ihm nicht alles, warf Nele ein. Max hat so viele schlechte Filme gesehen. Aber Robert hat ist ein Idiot und hat nur an ihm rum genörgelt und seine Mutter ist die größte Klatschtante aus dem Dorf. Robert war immer ganz froh, wenn die Ferien vorbei waren und er im Internat wieder seine Ruhe hatte. Max rede bitte nicht so. Momsens sind unsere Nachbarn und so schlimm sind sie auch nicht, meinte Mathilda und reichte Alina die Keksdose. Aber mit Robert das haben sie nicht so gut gemacht. Dabei war er immer schon so ein toller Junge. Irene hätte stolz sein können, aber sie hatte nie von Nils in Schutz genommen. Das war nicht richtig. Sie sah aus, als wollte sie noch etwas sagen, überlegte es sich aber anders. Stattdessen fragte Max, wieso ist er denn überhaupt hier? Nele und Gunnar warfen sich einen Blick zu. Irene hat da was gefunden, fing Nele zögernd an. Sie blickte zu ihrer Mutter, bevor sie fortfuhr. Nils hat mit Oma eine Vereinbarung getroffen, die Irene jetzt gefunden und überhaupt nicht verstanden hat. Das wollte sie mit Robert besprechen. Was für eine Vereinbarung? Überrascht beugte sich Mathilda vor. Nils mit Oma? Langsam zog Gunnar das Papier aus seiner Hemdtasche und reichte es stumm Mathilda, die entfaltete und überflog es, bevor sie das Blatt auf den Tisch legte. Tja, sagte sie leichthin, Nils und Oma Ilse waren ja immer ganz dicke miteinander und wenn er unbedingt die Weiden haben möchte, dann kann er sie doch kaufen. Wir brauchen sie doch sowieso nicht und kriegen 5000 Euro dafür, das ist doch eine Menge Geld. Ich weiß nur nicht mehr so viele Kühe. Das hat Robert auch nicht verstanden, sagte Gunnar langsam, und einfach so 5000 Euro dafür auszugeben und dann das Datum, das war nur drei Tage vor Ilses Tod. Es war der Sonntag gewesen, jetzt fiel es Mathilda wieder ein. Das Gespräch zwischen Nils und Ilse, der Gefallen, den sie ihm tun sollte, die Andeutung der Affäre. Mathilda schüttelte dass Ilse ihr Land an Nils verkaufte, weil sie dachte, dass er der Liebhaber ihrer Tochter war. Das war doch ein Witz und sie konnte es noch nicht mal erzählen, ihre Familie würde sie ja für irre halten. Naja, fing sie an, bemerkte dann aber den alarmierten Blickwechsel zwischen Alina und Max. Welche Weiden? fragte der jetzt und griff nach dem Papier. Er las den Text und Wagen. Es bleibt auch an diesem Tisch, versprochen. Sie hob den Blick vom Blatt, zögerte einen Moment, dann nickte sie. Okay, dann sag es. Max warf das Blatt wieder auf den Tisch. Da gibt es etwas, das ihr wissen müsst, aber ihr dürft noch nicht darüber reden. Also, Alina arbeitet im Bauamt, an einem neuen Projekt. Und das betrifft in erster Linie unsere ganz und gar nicht mehr wertlosen beiden. Freitag, 7. Juni. Mathilda schwitzte. Ihr schwarzes Kostüm war nicht nur aus Wolle, es war auch noch gefüttert. Aber es war das einzige schwarze Kleidungsstück, das sie besaß. Schwarz stand ihr nicht. Schon gar nicht, wenn die Sonne vom knallblauen Himmel schien und die Temperatur über 25 Grad lag. Aber es half nichts. Man trug schwarz auf einer Beerdigung. Ungeachtet des herrlichen Wetters hatten sich fast alle Dorfbewohner auf dem kleinen Friedhof versammelt. Kaum jemand aus diesem Dorf ließ sich einer Beerdigung entgehen. Es gehörte zu den wichtigsten gesellschaftlichen Ereignissen. Ansonsten passierte hierher nicht mehr viel. Und deshalb war die Friedhofskapelle voll gewesen. Alle waren da. Bis auf Pitt. Mathilda war maßlos enttäuscht und niemand hatte nach ihm gefragt. Mathilda wischte sich unauffällig den Schweiß von der Oberlippe, bevor sie sich wieder bei Gunnar unterhakte, der dicht neben ihr stand. In ihrem Kopf ging alles durcheinander. Nicht zuletzt das, was sie vorgestern von Max und Alina erfahren hatte. Sie musste sich zusammenreißen. Mit diesen Neuigkeiten würde sie sich befassen, wenn konzentrieren. Er hatte eine wirklich schwere Aufgabe zu erfüllen. Es war nicht nur die sommerliche Wärme, sondern auch die Herausforderung, etwas Freundliches über die Verstorbene zu sagen. Das war fast unmöglich. Und so schwitzte und schwindelte er. Sein Gesicht war schon ganz rot. Mathilda hoffte, dass er nicht gleich umkippte. Der Jüngste war er ja auch nicht mehr. Für einen Moment stellte sie sich vor, dass er in das offene Grab stürzte. Er ruderte so theatralisch mit den Armen. Vermutlich wollte er damit kompensieren, dass ihm so wenig zu Ilse eingefallen war. Mathilda riss sich zusammen. Keine Bilder mehr, befahl sie sich. Sie sah den Pastor an und versuchte, ihm bei seiner Trauerrede zu folgen. Schließlich sprach er hier über ihre Mutter. In den letzten Tagen war so viel los gewesen, dass sie kaum an Ilse gedacht hatte. Weder an sie noch an all die Kämpfe, die sie miteinander hatten, nicht an den letzten Abend und schon gar nicht an den Moment, an dem Ilse tot auf der Terrasse gelegen hatte. Mit der kreiselnden, tiefgefrorenen Gans neben sich. Mathilda schluckte angestrengt und spürte einen kalten Schönlichkeit fuhr der Pastor jetzt fort, während Mathildas Blick auf ihre Enkeltöchter fiel. Ein Anblick, der sie für einen Moment beruhigte. Die Zwillinge hockten auf dem Grab nebenan, direkt auf Frau Thomsen und pflückten Blumen. Mathilda beschloss, in den nächsten Tagen ein paar Astern auf Magda Thomsens Grab zu pflanzen. Die kleinen Margeriten, die die Zwillinge abgerupft hatten, waren sowieso schon ziemlich verblüht. Und Magda Thomsen schon lange tot. Nele stand sehr gerade neben Max und starrte auf das Grab. Sie hatte ganz schön abgenommen, dachte Mathilda. In diesem engen schwarzen Kleid fiel das richtig auf, sonst trug sie immer weite Sachen. Aber die Trennung zehrte an ihr, egal wie zuversichtlich sie sich gab. Sie würde es schon schaffen. Irene Mommsen stand schräg gegenüber von Nele. Mathilda sah, wie sie Nele musterte und war sich sicher, dass sie sich genau in diesem Moment fragte, warum Nele so dünn geworden war. Und wo ihr Ehemann steckte auf der Beerdigung der Oma seiner Frau, die sagte man doch nicht ab. Es sei denn, es gäbe einen triftigen Grund. Mathilda hoffte, dass sie beim anschließenden Kaffeetrinken nicht gleich von jedem gefragt würde. Über Neles Probleme wollte sie heute lieber nicht sprechen. Der Bund der schwarzen Strumpfhose kniff sie erbarmungslos in den Bauch, das blöde Teil war viel zu eng. Mathilda hasste Strumpfhosen. Aber eine Beerdigung mit bloßen Beinen kam natürlich überhaupt nicht in Frage, Sommer hin oder her, das gehörte sich nun mal nicht. Was sich auch nicht gehörte, war die Tatsache, dass sie gerade an tausend andere Dinge dachte, statt wenigstens ein bisschen um ihre verstorbene Mutter zu trauern. Also zwang Mathilda sich, irgendeine schöne Erinnerung an Ilse aus ihrem Gedächtnis zu kramen. Ihr fiel keiner ein. Das einzige Bild, das sich stattdessen immer wieder in ihren Kopf schob, war die Szene auf der Terrasse und die kalten toten Augen, mit denen Ilse Mathilda angesehen hatte. Dieses Bild verfolgte sie nun schon seit Ilses Todestag. Es war furchtbar. Und egal, wie angestrengt sie nachdachte, es gab kein anderes Ilse Bild, das das Schlimme ablöste. Mathilda schloss die Augen und versuchte an schöne Dinge zu denken. Nicht an Ilse, nicht an Vorkaufsrechte, nicht ruchenden Gänsen. Der Schweiß rann ihr langsam den Rücken herunter. Sie hoffte nur, dass sich auf der guten Seidenbluse keine Flecken bildeten. Ihr fiel ein, dass ihre Mutter immer ein Gästehandtuch in der Tasche gehabt hatte, mit dem sie sich den Schweiß von Gesicht und Nacken wischen konnte. Mathilda war das immer peinlich gewesen, wenn Ilse das Handtuch im Bus oder im Lokal aus der Tasche geholt hatte, um sich vor allen Leuten mit einem lauten Ächzen abzutrocknen. Im Moment wäre sie für so ein Handtuch dankbar gewesen. Und so begleiten wir sie auf ihrer letzten Reise, sagte Pastor Detlefsen nun lauter und mit deutlicher Erleichterung in der Stimme, weil er dann wohl gleich zum Ende kommen konnte. Und der ohrenbetäubende Lärm der Motorräder zerriss plötzlich die Stille über dem Friedhof. Die Trauergemeinde sah sich erschrocken um. Auch Mathilda blickte zum Eingang und sah irritiert eine Gruppe von Motorradfahrern direkt vor den Friedhofseingang fahren. Sie formierten sich in einer Reihe mit Blickrichtung zum Friedhof und ließen ihre Motoren wieder und wieder laut aufheulen. Man sah keine Gesichter. Sie trugen Helme, in deren Visiere sich die Sonne spiegelte und ihre behandschuten Fäuste bewegten sich beim Gas geben. Die Trauergemeinde stand da, wie erstarrt. Mathilda klammerte sich an Gunners Arm. Sie sah Hilfe suchen zu Pastor Detlefsen, der mit hängenden Armen auf die Gruppe starrte, bevor er sich zur Trauergemeinde wandte. Was? Man konnte ihn nicht verstehen, weil die Motorräder zu laut waren. Jetzt wurden auch die anderen unruhig. Mathilda schnappte Satzfetzen der Umstehenden auf. Harley Davidson, Rocker, Polizei. Unsicher beugte sie sich zu Gunnar. Was sind das für Leute? Er zuckte die Achseln. Keine Ahnung, haben sich wohl verfahren. Mathilda stellte sich auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können. Sie hatte erst neulich einen Bericht über eine kriminelle Vereinigung im Fernsehen verfolgt. Diese Typen sahen so ähnlich aus. Große Maschinen, auffällige Lederjacken. Wo war denn Reinhard Müller, Dettebülls Dorfpolizist? Mathilda sah sich um. Er musste doch sofort was tun. Diese Männer störten eine Beerdigung. Als Mathilda ihn ganz links in der Trauergemeinde entdeckte, schob er sich gerade hinter die dicke Gesa Nielsen und machte keine Anstalten, diesen Friedhof gegen irgendwelche Gegner zu verteidigen. Aber plötzlich ließen die Männer ihre Maschinen ein letztes Mal aufheulen, wendeten die schweren Motorräder und verschwanden genauso schnell, wie sie aufgetaucht waren. Es dauerte noch ein paar Sekunden, bis die Schockstarre von der Trauergemeinde abfiel und ein aufgeregtes Getuschel einsetzte. Pastor Detlefsen hob die Hand, um es zu beenden. Liebe Gemeinde, wir wissen nicht, was dieser Zwischenfall zu bedeuten hat. Wir wollen uns darüber jetzt auch keine Gedanken machen. Stattdessen wenden wir uns wieder unserer lieben Ilse Petersen zu, die der Herr plötzlich ... An dieser Stelle stockte er wieder. Seine Augen weiteten sich. Er sah über die Köpfe der Trauergemeinde hinweg und sein Mund blieb offen stehen. Mathilda folgte seinem Blick. Prompt kam die nächste Überraschung auf sie zu. Es Hügel vom Eingang herunterschlenderte. Leibhaftig. Pitt war zur Beerdigung seiner Mutter gekommen. In einer braunen Lederjacke mit Pelzkragen bei dieser Hitze. Zu eng war sie ihm auch. In der rechten Hand hielt er eine gelbe Rose, an der linken Hand eine sehr junge Asiatin. Vielleicht eine Japanerin oder Koreanerin, da war Mathilda sich nicht sicher. Natürlich kam er mal wieder zu spät und ziemlich sicher hatte auch das Motorrad Spektakel etwas mit ihm zu tun. Aber er war da. Und das war das Wichtigste. Unbeeindruckt von den Blicken schob sich Pitt, die Asiatin hinter sich herziehend, durch die Trauergruppe und stellte sich neben seine Schwester. Moin Mathilda, sagte er und nickte den Umstehenden zu. Die Karre sprang nicht an. Mathilda sah erst ihn, dann die Chinesin oder Koreanerin oder Japanerin an. Sie war hübsch, nur ein bisschen dünn und sehr klein. Sie lächelte schief in Mathildas Richtung, bevor sie sich bei Pitt unterhackte. Mathilda starrte ihn sprachlos an, sein Gesicht ein einziges Fragezeichen. Mathilda beschloss, das Ganze abzukürzen. Pastor, mach einfach weiter, du warst doch schon kurz vorm Ende, wir sind gleich fertig. Sie schenkte ihm ein zuversichtliches Lächeln, was ihn tatsächlich aus seiner Apathie erlöste. Ja, dann, begann er mit kratziger Stimme, räusperte sich und fuhr endlich fort, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Er hatte zwar einen Teil seiner Grabrede übersprungen, aber Mathilda griff nach der kleinen Schaufel, warf Sand auf den Sarg und eine weiße Rose hinterher. Es war geschafft. Dass der sich traut, einfach so hier aufzukreuzen, dieser Kleinkriminelle. Obwohl Mathilda an der Tür von Kruses Gasthof stand und mit der Begrüßung der zahlreichen Trauergäste beschäftigt war, konnte sie die Bemerkung von der dicken Gesa Nielsen deutlich hören. Es war auch keine Kunst. Gesa war schwerhörig und redete deshalb immer sehr laut. Und diese Chinesin, ist das seine Freundin? Oder was hat die hier zu suchen? Auf einer Familienfeier? Und dann diese Motorräder? Das war doch nicht normal. Während sie Jens Manske, den Dorfapotheker, und stupste Gunnar an, damit er den nächsten Gästen die Tür aufhielt. Und da hörte sie tatsächlich schon eine Antwort. Ohne sich umzudrehen, erkannte Mathilda die Stimme von Selma Griese, der pensionierten Grundschullehrerin, die von Gesa Nielsen so angebrüllt wurde. Er ist doch aber Was? Sanfte Stimmen waren nichts für Gesa. Selma Griese wiederholte es lauter. Er ist doch aber der Sohn von Ilse. Man kann niemanden verwehren, zur Beerdigung seiner Mutter zu kommen, egal was vorher passiert ist. Im Angesicht des Endes ist alles vergeben und vergessen, der trauert nur noch ein Kind um seine Mutter. Mathilda nickte. Selma Griese hatte ein gutes Herz und sagte immer so schöne Sätze. Allerdings kam es bei Gesa Nielsen nicht so an. Ein Kind, das um seine Mutter trauert. Ich lach mich tot. Mathilda drehte sich jetzt um. Selma Griese guckte ertappt, Gesa Nielsen dagegen völlig entspannt. Sie hatte gar nicht Mein Beileid, Mathilda. Selma gab Mathilda förmlich die Hand. Das kam ihr sehr überraschend. Aber so hat sie wenigstens nicht gelitten. Eigentlich ein schöner Tod. Danke Selma. Mathilda trat ein Stück zurück und wies in den Saal. Auch für dein Kommen. Geh doch durch und sucht euch einen schönen Platz. Beileid schnarrte Gesa kurz und klopfte Mathilda auf den Arm. Jetzt ist endlich Ruhe auf eurem Hof. Das wurde ja auch mal Zeit. Gesa, bitte. Entrüstet war Selma stehen geblieben und funkelte Gesa böse an. Das war jetzt eine unpassende Bemerkung. Also wirklich. Ja, ja. Gesa ging ungerührt in den großen Saal, in dem lange Tafeln gedeckt waren, auf denen schon Thermoskannen, Wasserflaschen und die Platten mit Butterkuchen standen. Die Menschen wollen die Wahrheit nicht hören. Ach, da sind ja auch die Lonsens. Selma, da können wir uns hinsetzen. Mathilda sah ihnen kurz nach, bevor sie sich wieder den Trauergästen zuwandte, den kondolierenden Freunden und Nachbarn automatisch die Hände schüttelte und Umschläge mit Trauerkarten entgegennahm. Sie legte sie alle auf den Tisch hinter ihr, lesen würde sie die Karten später. Bei einigen würde auch ein Geldschein dabei sein, das machte man auf dem Dorf so. Deine Oma war ja echt beliebt, hörte Mathilda plötzlich Alina sagen, die jetzt an der Hand von Max um die Ecke kam. So viele Leute waren auf der Beerdigung von meiner Oma nicht. Oh, hallo Frau Aßmann, mein Beileid. Danke Alina, antwortete Mathilda und umarmte sie kurz. Das ist schön, dass du gekommen bist. Hallo Max, kannst du mal nachsehen, wo dein Vater ist? Der wollte eigentlich nur Elphi Schulze zum Tisch bringen, die sieht ja nichts mehr, aber er kommt gar nicht wieder. Mach ich. Max beugte sich runter und küsste Mathilda auf die Wange, ihr ging dabei das Herz auf. Natürlich sollte man das als Mutter nicht dauernd sagen, aber sie konnte es wenigstens denken. Sie hatte einen wunderbaren Sohn und der hatte eine so wunderbare Freundin. Da sollte Irene mal hinsehen. Bei so schönen Dingen fragte sie leider nie nach. Bevor er ging, flüsterte ihr Max noch ins Ohr, sag mal, was hat Onkel Pitt denn da für eine asiatische Krähe dabei? Also Max. Mathilda trat sofort einen Schritt zurück und schüttelte den Kopf. Ich glaube, das ist seine Freundin. Sie heißt Berlin oder so. Ich habe das nicht genau verstanden. Ist sie eine Japanerin? Kannst du das erkennen? Nö. Max ließ seine Blicke im Saal schweifen, dann drehte er sich zum Eingang. Ich gehe mal nachsehen, wo die überhaupt sind und kümmere mich um ihre Nationalität. Sie heißt Bailing. Alina sah Mathilda verlegen lächelnd an und ich glaube, sie ist Chinesin. Dann ging sie Max hinterher und Mathilda wurde noch mal ganz warm ums Herz. Wie sehr sie sich für Max freute. Und die beiden waren ja so verliebt. Es sind jetzt wohl alle da. Gunnar war unbemerkt zurückgekommen. Dann kommen wir auch reingehen. Gut. Mathilda drehte sich auf dem Absatz um. Ich sage schnell in der Küche Bescheid, dass wir jetzt soweit sind. Komme gleich nach. Im kleinen Gastraum stand Hans Kruse am Tresen und polierte Gläser. Hans, es sind jetzt alle da. Wir können mit der Suppe anfangen. Hans stopfte das Handtuch in den Hosen bunt und nickte. Gut, dann machen wir das. Und Pitt ist tatsächlich gekommen, was? Hätte ich nicht gedacht. Den habe ich bald zehn Jahre nicht gesehen. Tja, Mathilda hob leicht die Schultern. Aber Ilse war auch seine Mutter. Hans Kruse sah sich skeptisch an. Liebe Mathilda, du hast ein großes Herz, das weiß jeder. Aber dein Bruder war schon immer ein Kleinkrimineller. Wenn er hier Probleme macht, fliegt er wieder raus, Beerdigung hin oder her. Hans, bitte. Seine Frau Christa hatte den letzten Satz gehört, während sie von den beiden unbemerkt aus der Küche gekommen war und plötzlich neben Mathilda stand. Mein Beileid, Mathilda, hör nicht auf Hans, hier fliegt heute niemand raus. Doch nicht an einem solchen Tag. Sollen wir jetzt mit der Suppe anfangen? Ja, danke, Mathilda nickte. Und Hans, Pitt ist immer nur in die Dinge reingeraten. Er hatte nie böse Absichten. Sei bitte freundlich zu ihm, er ist dein Gast. Hans grinste, du bist wirklich zu gut für diese Welt. Ich will nur daran erinnern, dass Pitt beim letzten Schützenfest, bei dem er war, besoffen in meine teure Musikanlage gefallen ist und sich dann noch mit den Erntehelfern vom Spargelhof geprügelt hat. Nur so. Das ist Jahre her, Hans, sagte Mathilda energisch. Und da hatte er Medikamente gegen seine Grippe genommen, die sich nicht mit Alkohol vertragen haben. Er hatte gar nicht so viel getrunken und dieser blöde Erntehelfer hat den Streit angefangen. Na gut, ich will nicht mit dir streiten, sagte Hans. Jetzt gibt es erst mal Suppe. Aber ich die Tische und Stühle waren in langen, engen Tafeln ausgerichtet. Aus alter Gewohnheit hatte man den Platz vor der Bühne wie für eine Tanzfläche freigelassen. Kruses hatten beim Aufbauen wohl nicht bedacht, dass auf einer Beerdigung selten getanzt wurde und sich einfach auf die bewährte Anordnung verlassen. Das hatte so bislang immer geklappt. Der Vorhang auf der Bühne war jetzt zugezogen. Es war Jahre her, seit das letzte Mal hier eine Kapelle gespielt hatte. Früher, daran konnte Mathilda sich erinnern, früher hatte sie bei Kruses noch auf Bällen getanzt. Damals gab es noch die regional sehr bekannte Kapelle Money und die Moonlight Singers, die die aktuellen Schlagerparaten hoch und runter spielten. Bei manchen Titeln musste man sehr genau hinhören, bis man sie erkannte. Was der dünne Money Martens mit Mondschein zu tun hatte, war Mathilda nie klar geworden. Mittlerweile lebten alle Mitglieder der Kapelle zusammen im Altenheim in Husum. Das hatte Mathilda irgendwo gehört. War aber vielleicht auch nur ein Gerücht. Es war zu jeder Tageszeit finster in diesem Saal, was sicher auch an der dunkelbraunen Holzvertefelung und den kleinen Milchglas Fenstern lag, die kaum Tageslicht durchließen. Aber Christa Kruse hatte überall Teelichter aufgestellt, dadurch wirkte es eigentlich ganz feierlich. Mathilda ging langsam an den Tisch ihrer Familie und setzte sich. Nele saß ihr von den Zwillingen eingerahmt gegenüber. Alles okay? fragte sie leise. Mathilda nickte. Natürlich, das Schlimmste ist er jetzt geschafft. Pizza hoch. Ich glaube, ich brauche gleich mal einen Schnaps. Sonst kann ich nicht lange in dieser dunklen lauten warmen Höhle sitzen. Müssen diese ganzen Kerzen überhaupt brennen? Eine Mordshitze hier. Er deutete mit dem Kopf in den Saal und alle zerreißen sich das Maul. Mathilda sah sich um. Es waren tatsächlich einige, die in Pits Richtung sahen und dabei tuschelnd die Köpfe zusammen steckten. Mathilda beugte sich zu ihm. Da musst du dich gar nicht drum kümmern. Einige freuen sich doch bestimmt auch dich mal wieder zu sehen. Ist Eddie gar nicht gekommen? Beiling lehnte ihren Kopf an seine Schulter und himmelte ihn an. Was soll Eddie denn hier? Pitt hob die Augenbrauen. Ich habe seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich weiß gar nicht, was er heute so macht. Ach so. Mathilda sah ihn bekümmert an. Schade, ihr wart doch immer so eng. Naja, er ist viel unterwegs. Wir sehen ihn auch kaum noch. Sie strich sich kurz über ihr Kostüm. Jetzt könnte so langsam das Essen kommen, oder? Die haben doch bestimmt alle Hunger. Gunnar, sollen wir noch was sagen? Er nickte. Mach du das mal. Also erhob Mathilda sich, während Gunnar mit dem Kaffeelöffel an ein Wasserglas schlug. Langsam wurde es ruhig im Saal. Mathilda räusperte sich und bemühte sich, so laut wie möglich zu sprechen. Liebe Familie, Freunde, Nachbarn und Bekannte, wir bedanken uns für euer zahlreiches Erscheinen zu Oma Ilses Beerdigung. Besonders freue ich mich, dass mein Bruder Pitt mit seiner Freundin Berlin gekommen ist und Max mit seiner Freundin Alina. Es gibt jetzt vor dem Butterkuchen eine heiße Suppe. Deshalb bitte ich alle Platz zu nehmen und wünsche guten Appetit. Einige der Gäste applaudierten, lautes Stühlerücken setzte ein, die Gespräche wurden wieder lauter und Mathilda beugte sich zu Gunnar. Jetzt wissen sie wenigstens Bescheid, wer hier am Familientisch sitzt. So. Mathilda ließ ihre Blicke über die Tische schweifen. Es waren wirklich fast alle gekommen. Lina und Erich, die früher die Tankstelle betrieben hatten, waren da. Genauso wie Gudrun, die früher mit ihrem verstorbenen Mann die Bäckerei gehabt hatte. Neben ihr saß Dr. Klopstock. Am anderen Tisch saßen die Momsens und zu Mathildas Freude war auch Robert da. Er sah wirklich sehr gut aus. So lässig. Sie war so glücklich, dass es diese Dorfgemeinschaft gab. Sie hatte nie etwas anderes gewollt. ein leiser Seufzer entwich ihren Lippen. Ach Mathilda, der Pastor hatte sie beobachtet, er legte mitleidig seine Hand auf ihre. Du musst dir sagen, dass deine Mutter ein gesegnetes Alter hatte und ein erfülltes Leben. Der liebe Gott hat sie zu sich geholt. Sie hat es geschafft. Das Leben geht weiter, auch wenn es für euch auf dem Hof eine große Umstellung sein wird. Aber du hast ja dein ganzes Leben mit ihr verbracht. Ihr hattet viel Zeit für euch. Und solange man an die Verstorbenen denkt, leben sie in uns weiter. Gott bewahre, platzte es aus Pitt heraus. Ilses Auferstehung wäre ein Albtraum. Wie zur Bestätigung hielt die Chinesin sich beide Hände vor den Mund und kicherte. Mathilda fragte sich, was mit ihr los war. Vielleicht war sie aber auch nur ein bisschen schüchtern. Berlin, wie lange kennst du meinen Bruder eigentlich schon? Sie kicherte wieder und sah Pitt an, der nur sagte Bailing und sie spricht noch nicht so gut Deutsch. Gibt es denn jetzt meinen Schnaps? Ich brauche mal einen Moment frische Luft. Max beugte sich zu Alina, die mit Nele gerade über die Unterschiede der Zwillinge sprach. Bis gleich. Sie lächelte ihn kurz an und warnte sich sofort wieder Nele zu. Und Paula hat echt Angst vor Hunden? Auch vor George? Max stand auf und ging durch den Saal, in dem nicht nur die Luft schlecht war, sondern auch die Geräuschkulisse ins unerträgliche wuchs. Auf dem Dorf ging das Leben zwar einen ruhigen Gang, dafür waren die Beerdigungen umso lebhafter. Er nickte Robert zu, der mit dem ziemlich angetrunkenen Pastor am Tresen stand und drückte erleichtert die große Saaltür auf, die ihn nach draußen auf den Flur führte. Vor der Tür der Damen Toilette hatte sich eine Schlange gebildet. Max fragte sich, ob alle Damen des Dorfs zum selben Friseur gingen. Sie sahen sich ähnlich. vielleicht waren sie ja Nachbarinnen und Frisuren. In der Toilettenschlange wurde aufgeregt durcheinander geredet, gekichert und gekreischt. Wenn Frauen in Gruppen zusammen standen, wurde es immer sehr laut. Max beeilte sich, rasch an ihnen vorbei, zum Haupteingang zu kommen. Als die Tür hinter ihm zufiel, legte sich eine himmlische Ruhe über ihn. Erleichtert atmete er durch und setzte sich in Bewegung. Er wollte sich nur einen Moment die Beine vertreten und seine Ohren beruhigen. Dann würde er diesen Dorf Wahnsinn auch wieder ertragen können. Der Kies knirschte unter seinen Füßen, als Max langsam den Weg um den Gasthof entlang nahm. Kruses hatten ein großes Grundstück, hinter dem Haus lag auch noch ein weitläufiger Garten. Man hätte viel besser draußen sitzen können, die Sonne schien, der Himmel war klar, aber Beerdigungen wurden nun mal eben drinnen gefeiert. Deshalb mussten sich alle Gäste in ihren viel zu warmen schwarzen Klamotten in diesen dunklen, überheizten und irrlauten Saal klemmen. Es war alles so grauenhaft spießig. Neben dem Hintereingang standen leere Getränkekisten. Max drehte eine um und setzte sich. Eine Zigarette, dachte er, bevor er sich wieder in diesen Irrsinn stürzte. Er zündete sich eine an, streckte die Beine aus und lehnte sich an die warme Hauswand, sein Gesicht der Sonne zu Gewand. Für eine Beerdigung war das Wetter eindeutig zu schön und das Vogel gezwitscher zu laut. Das Einzige, was Max daran hinderte, sich auf eine sommerliche Wiese zu träumen, war der Geruch, den Glasfenster neben ihm und hörte eine Spülung. Na super, dachte er, ich sitze genau neben dem Klo, das musste jetzt auch nicht sein. Er stand auf und drückte die Zigarette in einen Aschenbecher neben der Tür aus, als er eine männliche Stimme hinter dem Fenster hörte. Tja, nun ist die alte Hexe tot, was? Dann haben die Assmanns ja jetzt endlich Ruhe auf dem Hof. Max überlegte, wem die Stimme gehörte, die da so despektierlich über seine Großmutter sprach. Er kam nicht drauf. Sein Gesprächspartner antwortete prompt, so kann man das auch sehen, aber ob es nun ruhig auf dem Hof wird, wage ich zu bezweifeln. Kaum gibt es was zu erben, taucht Pitt wieder auf, einfach so. Der war doch jahrelang wie vom Erdboden verschluckt. Jetzt kreist er wie ein Geier über dem Hof. Ich finde es schon ein bisschen seltsam, dass Ilse so plötzlich umgekippt ist. Angeblich Herzversagen. Drei Tage vorher war sie noch kerngesund, da habe ich sie noch besucht. Nichts von Herzproblemen zu merken. Naja, Klopstock war an dem Abend ja ziemlich betrunken. Er war auch hier beim Preiss skat. Diese Stimme erkannte Max sofort. Nils Mommsen. Max runzelte die Stirn. Was meinte er damit? Der andere fragte sich das offensichtlich auch. Unser Doktor? Was meinst du damit? Harald, denk doch mal nach. Ilse Petersen sitzt auf ihrem Land, ihrem Haus, ihrer Kohle, fällt aus heiterem Himmel tot um, und zwar ausgerechnet an dem Abend, an dem das halbe Dorf bei Kruses Preisskat spielt und sich ordentlich einen hinter die Binde kippt. Wenn man so besoffen einen Totenschein ausstellen soll, kann man schon mal was übersehen. Jetzt hatte Max die andere Stimme erkannt. Harald Wiesner, der Bürgermeister, auch so ein seltsamer Vogel. Mit angehaltenem Atem wartete er auf dessen Antwort. Was glaubst du denn? Dass Pitt was damit zu tun hat? Oder Schwachsinn? Ilse war eine alte Frau, die ist einfach umgekippt und fertig. Zum richtigen Zeitpunkt? Nils Momsen hatte etwas lauerndes in seiner Stimme, fand Max. Irgendetwas hatte er noch in petto und richtig. Ich habe gehört, lieber Harald, dass du Ilse ein Angebot für ihr Land da oben am Wald gemacht hast. Diese alten Wiesen. Das hat sie mir erzählt. Und dass sie es dir nie im Leben verkaufen würde. Nur über ihre Leiche, hat sie gesagt. Ich habe ihre Stimme noch im Ohr. Nur über meine Leiche. Sie hat sich auch gefragt, was du eigentlich mit dem Land willst. Du hast doch gar kein Vieh mehr. Und für was anderes taugen die Wiesen doch nichts. Ich wollte nie ihr Land kaufen. Was soll ich denn damit? Die hat dir Blödsinn erzählt. Das kannst du doch nicht ernst nehmen. Harald Wiesners Stimme war ein bisschen zu laut. Die war doch verrückt, diese alte Hexe. Meinst du? Nils Momsen war jetzt katzenfreundlich. Den Eindruck hatte ich eigentlich nicht. Ist ja auch egal. Er schwieg eine Sekunde lang. Dann fuhr er noch sanfter fort. Sag mal Harald, mir ist zu Ohren gekommen, dass es eine kleine Differenz in der Gemeindekasse gibt, kann das sein? Aber darum kümmerst du dich als Bürgermeister bestimmt schon, nicht wahr? Was willst du Momsen? Bevor die Frage beantwortet wurde, ging hörbar eine Tür auf. Moin Jungs, kann ich da mal ran? Enttäuscht atmete Max aus, ausgerechnet an der spannendsten Stelle. Was war hier im Dorf eigentlich los? Auf Zehenspitzen ein Ding. Wiesner hatte Ilse ein Angebot für ihr Land gemacht? Konnte es sein, dass er tatsächlich über Umwege etwas von dem Bauprojekt gehört hatte? Max hatte ihn beim Bauamt getroffen. Er war Bürgermeister. Es war ja durchaus möglich. Allerdings hatte Alina sehr überzeugend gesagt, dass bislang nichts über die Investoren und die Größe der Siedlung durchgedrungen war. Alle Beteiligten hatten Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben müssen, gegen die Alina nun seinetwegen verstoßen hatte. Allein schon deswegen musste er nochmal mit seinen Eltern und Nele reden, damit alle wirklich alle die Klappe hielten, egal was passierte. Dass ausgerechnet Nils Momsen hier mitmischte, war allerdings extrem ärgerlich. Vermutlich hatte Ilse Nils von Haralds Angebot erzählt und ihm das Land angeboten, nur um Gunnar und Mathilda eins auszuwischen und ohne dass jemand ahnte, dass es hier bald nicht mehr nur um wertloses Weideland gehen würde. Wenn Nils Momsen rausbekam, was gerade in Husum geplant wurde, dann würden sie ein Problem kriegen. Pitt warf einen kurzen Blick auf Bayling, die ihre Stirn auf die Unterarme gelegt hatte und auf dem Tisch eingeschlafen war. Dann erhob er sich umständlich und ging durch die Stuhl rein zu Mathilda. Der Platz neben ihr war gerade frei und ohne zu fragen ließ Pitt sich auf den Stuhl fallen. Erschrocken sah sie ihn an. Alles in Ordnung? Ja. Pitt nickte und griff nach einem Wasserglas, das auf dem Tisch stand. Wir wollen bei ich pennen, aber das hast du dir bestimmt schon gedacht. Bei uns? Mathilda schüttelte bedauernd den Kopf. Das ist aber schlecht, weil Nele mit den Zwillingen und Max und Alina ja auch hier übernachten und zu zweit wird das für euch auf dem Wohnzimmersofa schon ein bisschen eng. Dann eben bei Ilse. Das Haus ist ja nun leer. Bei jetzt schluckte Mathilda. Ja, wenn du das kannst. Ich habe aber noch nichts weggeräumt. Ich habe nur die Bettwäsche abgezogen, sonst ist alles unverändert. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, oder? Ach was, Pitt zuckte mit den Achseln. Ist doch egal, ist eh nur für eine Nacht. Na gut, Mathilda sah ihn an, dann bringe ich euch noch eine Bettdecke rüber. Frühstücken könnt ihr ja bei uns. Er nickte, dann schob er den Stuhl nach hinten und stand wieder auf. Wie lange geht dieser Zirkus hier eigentlich? Seine Schwester zuckte die Achseln. Ich weiß nicht, es gibt ja gleich noch Kaffee und Kuchen. Danach werden die meisten nach Hause gehen. Willst du schon los? Das wirkt dann aber nicht sehr höflich. Pitt sah sie nur milder an. Mein Gott, du machst dir aber auch Eilingham? Mathilda warf einen bestürzten Blick auf die schlafende Chinesin. Was macht sie denn da? Kurzt ihr Augen zu. Pizza interessiert rüber. Macht sie öfter. Ist wohl asiatische Tradition. Ich bin gleich wieder da. Aber er war schon auf dem Weg. Draußen sah er sich vorsichtshalber um, bevor er sich auf den Weg zu Eddies Haus machte. Es war niemand zu sehen. Es würde überhaupt nicht auffallen, dass Pitt Petersen hier noch einen Job zu erledigen hatte. Er lächelte, als er den Parkplatz vor Kruses Gasthof verließ, auf dem nur wenige Autos standen. Die Dorfbewohner kamen natürlich in der Mehrzahl zu Fuß. Es gab eben keine Beerdigungen ohne Bier und Schnaps. Und alles auf Kosten der Hinterbliebenen. Er hoffte, dass Mathilda und Gunnar die Rechnung übernahmen. Bei ihm war es gerade etwas dünn. Noch. Sein Grinsen wurde breiter. Was war das vorhin für ein Spektakel gewesen? Killio und seine Truppe. Sogar in großer Besetzung. Wie groß musste ihr Frust gewesen sein, als er tatsächlich auf dem Friedhofsparkplatz gehalten hatte? Pitt war extra noch ein paar Minuten im Auto sitzen geblieben, um die Spannung zu erhöhen. Und dann langsam ausgestiegen. mit seiner gelben Rose und einem lässigen, wenn auch traurigen Winken zu der Gruppe. Was hatten die dämlich geguckt? Bis auf das Zwitschern der Vögel war es still im Dorf. Kein Straßenlärm, keine Bahn, kein Gehupe, keine Menschen. Diese dorftypische Mittagsstunde oder Sonntagsstille. Auch wenn heute Freitag war. Aber so eine Beerdigung, an der alle teilnahmen, das war ja wie ein Feiertag. Er sah in dem blauen Himmel. Es gab noch nicht einmal Flugzeuge. Dieses Dreckskaf lag sowas von am Ende der Welt, dass es noch nicht mal überflogen wurde. Diese Stille hatte er schon als Kind gehasst. Er hatte immer das Gefühl, dass überall auf der Welt was los war. Nur hier in Dettebüll passierte nichts. Gar nichts. Man lebte hier unter einer Glocke, die von der restlichen Welt einfach vergessen worden war. Die Straße war von blühenden Kastanienbäumen gesäumt. Er lief an den bunten und gepflegten Gärten vorbei, an die er keinen Blick verschwendete. Er überlegte, ob er nicht doch den ganzen Stoff holen und bei Ilse im Haus verstecken sollte. Dagegen sprach, dass Mathilda in den nächsten Tagen garantiert anfangen würde, das Haus aus- und aufzuräumen. Zu riskant. Nach Hamburg konnte er ihn auf keinen Fall mitnehmen, also doch bei Eddie lassen und nur ein bisschen was für Mario holen. Blieb immer noch der Dorf Casanova Nils. Der hatte allerdings in dieser Bude andere Sachen zu tun, als in Eddies Werkzeugschrank zu stöbern. Er könnte natürlich auch Pit. Warte mal! Pit stöhnte gequält und blieb stehen. Das konnte doch nicht wahr sein, nur fünf Minuten von Eddies Werkzeugschrank entfernt. Langsam drehte er sich um und sah Robert Mommsen entgegen, der breit lächelnd auf ihn zukam. Ich habe dich losgehen sehen und wollte wenigstens kurz mit dir reden. Nach so langer Zeit. Wo wolltest du denn hin? Ein Stück spazieren gehen. Ich komme mit. Ist sowieso zu warm und zu laut da drin. Pit starrte den Nachbarssohn irritiert an. Das war doch jetzt ein Witz. Er hatte den Jungen seit Jahren jetzt? Wolltest du was Bestimmtes? Pit gab sich Mühe, nicht zu unfreundlich zu wirken. Robert sah ihn nachdenklich an. Ich wollte dir sagen, dass im Dorf über dich geredet wird. Das ist ja nichts Neues. Sie erzählen, dass du hier bist, um den Hof zu verkaufen, weil Mathilda und Gunnar dich nicht auszahlen können, falls du dich wunderst, dass die Leute dich schief angucken. Es war doch nicht zu fassen. Fast mitleidig schüttelte Pit den Kopf, als ob er ein Interesse an diesem Hof hätte. Gegen den Wert, den diese zwei Beutel in Eddies Werkzeug Schrank hatten, war der Erlös dieses Gänsehofs doch ein Witz. Von ihm aus sollte Mathilda in dieser Hütte zwischen den blöden Viechern und den debilen Nachbarn in diesem Dreckskrafthoch glücklich werden. Er hatte hier nur noch etwas zu erledigen, danach wäre er ohnehin wieder weg. Schwachsinn, sagte er nur kurz, das habe ich mir gedacht, das würde Mathilda auch das Herz brechen. Meine Mutter ist übrigens ganz vorn bei diesem Gerücht, aber das kannst du dir erdenken. Wieso erzählst du mir das jetzt? Weil du immer nett zu mir warst. Ernsthaft sah Robert ihn an. Damals in den Ferien, als du noch hier warst. Du hast mir das Autofahren beigebracht und mit mir geredet. Das kannte ich von meinem Vater nicht. Weißt du, ich hatte mir früher immer dich als Vater gewünscht. Mit dir war wenigstens immer was los. Pit verdrehte die Augen. Herr Gott, es wurde ja immer schlimmer. Jetzt wurde Robert auch noch sentimental. Es half nichts. Er musste sein Vorhaben für den Moment abbrechen. Was für ein blödes Timing. Ich gehe zurück. Ich brauche jetzt einen Schnaps. Mathilda kam gerade von der Toilette, als sie Robert und Pit reinkommen sah. Sie freute sich, dass Robert ihn gefunden hatte. Robert hatte Pit damals immer so gemocht. Bevor Pit in diese Schwierigkeiten geraten war und Ilse ihn verpfiffen »Ach, wie schön, dass Robert dich gefunden hat«, sagte sie und lächelte ihren Bruder an. Er hatte dich schon gesucht. Pit sah sie nur mit leerem Blick an, bevor er an ihr vorbei in den Saal ging. Er wirkte angestrengt, fand Mathilda, was ja auch kein Wunder war. Sie würde sich später in Ruhe um ihn kümmern, wenn alles vorbei war. Da bist du ja, Irene Momsens Stimme hielt sie davon ab, zurück zu ihrem Tisch zu gehen. Wir haben uns ja noch gar nicht unterhalten. Stimmt, Mathilda drehte sich zu ihr. Du weißt ja, wie das ist bei so großen Zusammenkünften. Man kommt gar nicht so richtig durch. Ich habe auch noch gar nicht mit Linde oder Geser oder Selma gesprochen. Irgendwie rennt man ja nur durch die Gegend und vergewissert sich, dass alle versorgt sind. Ganz genau. Irene kam näher und sah sie bedeutungsvoll an. Geser wird auch immer dicker, oder? Sie wartete die Antwort gar nicht ab. Die Frage war sowieso nur als Einleitung gedacht. Sag mal, was ist da mit deiner Tochter los? Nele ist ja so dünn geworden. Hat das Kind Kummer? Ich habe ihren charmanten Mann auch gar nicht gesehen. Ist da was passiert? Mathilda musterte sie. Es fehlte nur, dass Irene wie ein Hund sabberte, vor lauter Freude auf der richtigen Spur zu sein. Aber noch waren ihre Mundwinkel trocken. Nein, entgegnete Mathilda freundlich, sie macht halt viel Sport. Und Jonas hat eine Zahnarztpraxis, der hat viel zu tun. Aber er ist doch der Chef. Irene kam noch näher. Und es ist die Beerdigung der Großmutter seiner Frau. Ich meine, das ist doch wichtig. Da lässt man sie doch nicht allein. Sprecht ihr über mich? Unbemerkt war Nele plötzlich aufgetaucht. Irene wurde noch nicht einmal verlegen. Nur Gutes, sagte sie schnell. Du bist ja so schlank. Es ist kaum zu glauben, dass du Mutter von Zwillingen bist. Bin ich aber. Nele sah sie mit etwas schmalen Augen an. Nils steht übrigens ziemlich betrunken am Tresen. Er wankt. Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen. Nicht, dass er auf Oma Ilses Beerdigung vor allen Leuten über den Tresen kotzt. Er hat schnell Kreislauf, meinte Irene und lachte etwas zu laut. Betrunken ist er bestimmt nicht, aber ich gehe gleich mal nach ihm sehen. Trotzdem blieb ist, ich hatte eigentlich mit ihm gerechnet, unterbrach Mathilda sie mit ihrer verbindlichsten Stimme. Woher soll ich das wissen? Irene ließ sofort von Nele ab. Als wenn der noch unter Leute geht, der wird doch immer verrückter. Das ist ja kein Geheimnis. Ich gehe mal nach meinem Mann sehen. Bis später. Sie rauschte ab. Mathilda und Nele sahen ihr hinterher. Danke Mama, sagte Nele leise. Diese neugierige Ziege, als wenn ihre Ehe nicht auch längst im Eimer wäre. Was ist denn mit Bauer Pape? Nichts, war Mathillas knappe Antwort. Er ist nur nicht ihr Thema. Ich muss wieder rein. Sie ging ein paar Schritte, dann drehte sie sich wieder um. Was ist mit Irenes Ehe? Nichts, Mama, Nele winkte ab. Das könnte sie ihr auch ein anderes Mal in Ruhe erzählen. Samstag, 8. Juni. Das erste, worauf Pits Blick fiel, war der Schlafzimmerschrank. Eiche Rustikal. Dann hörte er das Klappen von Schranktüren. Er schob seinen Arm zur Seite und er tastete nur das zerknitterte Bettlaken. Sofort fuhr er hoch und sah sich um. Gestern war die Beerdigung gewesen. Und jetzt lag er tatsächlich im Bett seiner toten Mutter. Im Moment allein. Anscheinend war Beiling schon wach. Sie schlief nie besonders lang. Er stand auf und schlurfte langsam über den Flur. Die letzte Tür stand offen, sein ehemaliges Zimmer. Pitt blieb im Türrahmen stehen und sah Beiling dabei zu, wie sie nur im Slip und BH auf einem Stuhl stand und ins obere Fach seines alten Schranks griff. Was machst du da? Sie drehte sich so schnell zu ihm um, dass sie fast vom Stuhl gestürzt wäre, hätte Pitt nicht einen großen Schritt gemacht und sie festgehalten. Beiling kicherte und legte ihm die Arme um den Hals. So schöne Wäsche, sagte sie begeistert. Viel Wäsche, Beiling noch nie so viel gesehen und Handtücher, alles volle Handtücher, deine Mama viel Geld. Er hob sie langsam vom Stuhl. Nein, sagte er knapp, sie hatte keine Kohle, sie hat nur nie was weggeschmissen. Er warf einen Blick in den Schrank. Er war von oben bis unten vollgestopft mit Handtüchern, Bettwäsche und Tischdecken. Und was suchst du hier? Ich nur gucken, Beiling kicherte. Gutes Haus, großes Haus, es gehören dir, wo Mama tot? Keine Ahnung, Pitt sah sich um, als ob er diesen alten Scheiß hier wollte. Komm jetzt, du hast genug geguckt. Warum? Beiling reckte das Kinn hoch und stemmte ihre Hände in die Hüften. Wir hier bleiben, hier schön und richtiges Haus, nicht kleine Wohnung, hier besser. Vergiss es, energisch schüttelte Pitt den Kopf und machte sich auf den Weg ins Bad. Das hier ist ein Dreckskaff, ich bleibe nicht länger, als ich muss. Und er musste nur so lange bleiben, bis er in Eddies Werkstatt gewesen war. Das Bad roch penetrant nach Ilse. Pitt saß auf dem Klo und sah sich um. Der Geruch von diesem widerlichen Parfüm, das seine Mutter immer benutzt hatte, hing überall. Es war ekelhaft. Unter dem Spiegelschrank standen immer noch ihre Kosmetikartikel, eine Zahnbürste im Glas, Handcreme, ein Kamm, in dem noch ihre Haare hingen. Da hätte Mathilda ja noch einiges zu tun. Vermutlich würde sie den ganzen Scheiß in Mülltüten stecken und wegschmeißen. Pitt war nur froh, dass er damit nichts zu tun hatte. Das hätte ihm gerade noch gefehlt. Er stützte die Ellenbogen auf seine Oberschenkel und starrte auf die hellgrüne Klo-Umrandung. Er musste irgendwie unauffällig und vor allen Dingen unbeobachtet in Eddies Werkstatt kommen. Und das noch heute. Er hatte keine Lust, seinen Aufenthalt in diesem spießigen Haus zu verlängern. Die Frage war nur, wann es ihm gelang, unbeobachtet zu Eddies Haus zu gelangen. Hier bekam ja jeder alles mit. Er stöhnte auf und vergrub sein Gesicht in den Händen. Er war so nah dran, wirklich so nah dran am großen Geld verdienen. Das ließ er sich doch jetzt nicht versauen. Weder von rothaarigen Pitbulls noch von sentimentalen Nachbars Söhnen und schon gar nicht von diesem Dorf Playboy Nils Mommsen. Er musste eine Lösung finden. Er beugte sich zur Seite, um das Fenster zu kippen. Es roch wirklich alles nach seiner Mutter. Das war er kaum auszuhalten. Pit! Beiling klopfte hektisch an die Tür. Pit! Ich muss Klo! Ja, ich komm schon. Nach wenigen Sekunden hatte er die Tür aufgeschlossen. Sie huschte sofort an ihm vorbei und schob ihn energisch raus. Schnell! Dann knallte die Tür schon vor seiner Nase zu. Pit lehnte sich dagegen und hörte die Türen des Spiegelschranks klappen. Sie öffnete wirklich jeden Schrank. Das war doch auch nicht normal. Beiling rief er durch die Tür. Ich gehe rüber und trinke Kaffee. Du kannst nachkommen. Ja, gleich. Wasser rauschte. Sie hatte die Dusche angestellt. Pit wartete noch einen Moment, dann machte er sich auf den Weg zu Mathilda. Moin. Mathilda zuckte zusammen, ließ die Tasse, die sie gerade in den Schrank stellen wollte, fallen und fuhr herum. Meine Güte, Pit, musst du dich hier so anschleichen? Sie atmete tief aus, bevor sie sich bückte, um die Scherben aufzusammeln. Pit blieb ungerührt an der Tür stehen und sah ihr dabei zu. Wieso bist du so schreckhaft? Außerdem schleiche ich gar nicht. Seine Schwester warf die Scherben in den Mülleimer und zog einen Handfeger aus dem Und was zu essen? Kaffee und ein Aschenbecher. Hier drin wird nicht geraucht, da musst du raus gehen auf die Terrasse. Sie schien noch etwas sagen zu wollen, presste die Lippen aber aufeinander. Sie nahm zwei Tassen aus dem Schrank und stellte sie auf ein Tablett. Wo ist denn deine Freundin? Drüben, duscht. Gut. Mathilda stellte eine Thermoskanne dazu und griff nach dem Tablett, bevor sie an ihm vorbeiging. Dann gehen wir raus. Da kannst du rauchen und Kaffee trinken und wir können alles besprechen. Verständnislos sah er ihr nach. Was willst du denn besprechen? Ohne sich umzudrehen, antwortete Mathilda knapp, komm. Ist sie hier? Pitt zeigte auf die Steinfliesen, auf denen noch dunkle Flecken zu sehen waren. Mathilda hatte sie schon ein paar Mal mit der Wurzelbürste bearbeitet, aber vermutlich musste sie sich demnächst den Kärcher von Nils und Irene leihen. Sie vermied den Blick auf die Stelle und merkte, dass ihr das Blut ins Gesicht schoss. Sie schluckte und nickte, bevor sie hastig sagte, ich konnte nichts da nicht helfen. Sie lag einfach da, als ich kam. Ist ja gut so. Pitt zog an seiner Zigarette mit großen Augen an. Du bist gar nicht traurig, oder? Traurig? Er lachte auf. Gott bewahre, sie hat mir das Leben versaut. Du musst nicht zusammen zucken, es war so. Sie hat mich bei der Polizei verpfiffen. Deshalb war ich im Knast und danach hat sie mir verboten, auch nur einen Fuß auf diesen Hof zu setzen. Und dich hat sie doch ihr ganzes Leben Mit solchen Aussagen wäre ich vorsichtig, wenn Momsen dabei ist. Unbemerkt war Max nur in Unterhose und T-Shirt auf die Terrasse getreten. Guten Morgen! Was? Mathilda fuhr so schnell herum, dass der Kaffee aus der Tasse schwappte. Wieso? Max streckte sich gähnend, fuhr mit beiden Händen durch die Haare und kam näher. Er blieb hinter Mathildas Stuhl stehen und legte ihr die Hände auf die Schultern. Ist da noch Kaffee drin? Ja, Mathilda schob seine Hände von ihren Schultern, um ihn besser ansehen zu können. Was sollen wir nicht sagen, wenn Nils Momsen dabei ist? Ich habe gestern so ein seltsames Gespräch auf dem Männerklo gehört. Nils Momsen macht sich Gedanken über das plötzliche Ableben von Oma Ilse. Er hat Zweifel, dass da alles mit rechten Dingen zu gegangen ist. Was ist los Mama? Du bist ja ganz blass. Hast du etwa doch deine Finger im Spiel gehabt? Max lachte, während Pitt seine Schwester unauffällig musterte. Ihr schien Ilses Tod tatsächlich etwas auszumachen. Er konnte das überhaupt nicht verstehen. Jahrelang hatte Ilse ihre Tochter maltretiert. Selbst nach all den Jahren, die er nicht mehr in Dette belebte, hatte Pitt noch immer Ilses böse Stimme im Ohr. Manchmal hatte ihm seine Schwester leid getan, manchmal war sie ihm mit ihrer duldsamen freundlichen Art auch einfach nur auf die Nerven gegangen. Heilige Matilda. Um sie nicht weiter ansehen zu müssen, nahm er eine Tasse vom Tablett und schenkte Max Kaffee ein. Danke Pitt, Max grinste ihn an. Dich hat er sich wieder zurück. Mathilda ließ den Blick vom einen zum anderen wandern. Max nahm erstmal einen Schluck, dann sagte er, na klar, jahrelang nicht hier gewesen und jetzt greifst du das Erbe ab, meint Mommsen. Hast du eigentlich ein Alibi für den Abend, an dem Oma Ilse so plötzlich abgetreten ist? Immer noch der alte Scherz Keks, was? Pitt drückte seine Zigarette in einem leeren Tontopf aus und stand mit einem spöttischen Blick in Max Richtung auf. Ich gehe mal gucken, was bei Ling macht. Oder wolltest du noch was mit mir besprechen, Mathilda? Nein, nein, nach einem flüchtigen Blick auf Max schüttelte Mathilda vehement den Kopf. Wie lange ist sie denn schon deine Freundin? Warum? Auch nur so. Aber du musst auch nichts erzählen, wenn du nicht willst. Richtig, will ich auch nicht. Pitt schob die Hände in die Jeans Taschen und sah runter zu seiner Schwester. Ich drehe noch mal eine Runde durchs Dorf und kaufe mir Zigaretten. Wir fahren heute nach Hamburg zurück. Den Rest können wir auch am Telefon besprechen. Bis nachher. Mathilda und Max sahen ihm stumm hinterher. Pitt lief breitbeinig und schaukelnd wie ein Seemann. Mathilda fragte sich, ob er Probleme mit seiner Hüfte hatte. Als sie Max leise lachen hörte, wandte sie den Blick von ihrem Bruder ab. Er ist echt ein schräger Vogel. Max schüttelte immer noch grinsend den Kopf. Mit seinem Bierbauch ein Hamburg Marathon T-Shirt zu tragen, das ist genau mein Humor. Er hat früher Fußball gespielt, verteidigte Mathilda ihn. Er war auch ganz gut. Bis er Nils Momsen den Schneidezahn rausgeschlagen hat, danach durfte er nicht mehr mitspielen. Wie alt war er da? Mathilda hob nachdenklich die Schultern. Ich weiß es nicht mehr, vielleicht zehn? Aber Nils hatte Eddie die Beine von hinten weggetreten. Das hat Pitt so geärgert. Eddie war ja so klein. Sie hing ihren Gedanken noch einen Moment nach. Ihr Bruder hatte tatsächlich den ganzen Blödsinn selten gemacht, um selbst einen Vorteil zu haben. Entweder hatte er seinen besten Freund Eddie verteidigt oder er hatte nicht richtig nachgedacht und sich deshalb in unglückliche Situationen katapultiert. Pitt war nie ein schlechter Mensch gewesen. Die Welt hatte ihn immer nur missverstanden. Als hätte Max die Gedanken seiner Mutter erraten, unterbrach seine Stimme jetzt die friedliche Stille. Weißt du eigentlich, was er gerade macht? Er wollte Zigaretten kaufen. Nein, Mama, ich meine, wie er so lebt. Wohnt er mit Beiling zusammen? Womit verdient er eigentlich sein Geld? Von dieser abgewrackten Kneipe kann er doch unmöglich leben. Wie kommst du darauf, dass es eine abgewrackte Kneipe ist? Er hat doch eine Bar. Er staunt Sam Matilda ihren Sohn an, der mit ihm darüber gesprochen? Nein, ich habe sie mir mal angesehen, vor zwei oder drei Jahren. Und da war sie schon abgewrackt. Sie heißt Bar, ist aber eine Kneipe, üble Spelunke. Nahezu fassungslos starrte Matilda ihn an. Du warst da? Und du hast mir nichts erzählt? Warum? Mama. Max streckte seine langen Beine aus und verschränkte die Arme vor der Brust. Meinst du, ich hätte Lust gehabt, dir oder Oma Ilse Grüße vom Pitt auszurichten? Es durfte doch hier nie das böse Wort mit P fallen. Ihr habt doch so getan, als würde es ihn gar nicht mehr geben. Jetzt beugte Matilda sich nach vorn. Das stimmt nicht. Oma Ilse hat nicht über ihn gesprochen, aber ich habe ihn regelmäßig angerufen. Er geht ja nie dran. Frag mich nicht, was ich alles auf seinem blöden Anrufbeantworter geredet habe. Er hat mich nie zurück gerufen, aber an mir lag das nicht. Das hast du aber immer schön geheim gehalten. Max Antwort kam prompt und fast scharf. Du hast jedes Gespräch über ihn abgebrochen, das letzte übrigens erst neulich, als ich die Schuppentür repariert habe. Aber er ist mein Onkel und ich fand ihn als Kind immer super und deshalb hatten Nele und ich auch ab und zu Kontakt mit ihm. Das konnten wir ja nicht erzählen, wenn Oma Ilse dabei war. Und sie war meistens dabei. Naja, es hat jetzt zum Glück ein Ende. Er stand langsam auf und reckte sich. Ich gehe dann mal duschen und Alina wecken. Bis gleich. Ohne auf eine Antwort zu warten, verschwand Max im Haus und Mathilde atmete tief aus. Ihre Kinder hatten tatsächlich Kontakt zu ihrem Bruder gehabt und sie hatte nichts davon gewusst. Sie konnte es gar nicht glauben. Jahrelang hatte sie unter diesem Zerwürfnis gelitten. Deshalb mochte sie auch nie über Pit reden, weil ihr immer noch die Tränen kamen, wenn es um ihren Bruder ging. Und alles nur, weil ihre Mutter eine solche Hexe gewesen war. Aber Mathilde hatte nie dagegen aufbegehrt. Sie hatte feige gekniffen und weggeschaut. Und nicht nur in Pits Fall, auch bei Tante Hella hatte sie so viele Fehler gemacht. Bis zu Ilses Tod. Ihre Fehler von damals konnte sie nicht mehr korrigieren. Aber sie konnte dafür sorgen, dass die Zukunft anders aussah. Als sie Nele und Alina in der Küche reden hörte, stand sie auf. Sie griff nach der Hundeleine, die auf einem Gartenstuhl lag und pfiff nach ihrem Hund. Los George, komm her, wir laufen jetzt die große Runde. Guten Morgen, in diesem Moment kamen Alina und Nele gerade raus. Sind wir so spät? Alina sah sofort auf die Uhr und sagte dann zu Mathilda, Luft. Nele küsste ihre Mutter schnell auf die Wange, bevor sie sich setzte. Was hast du mit der Hundeleine vor? Ich gehe mit George mal die große Runde. Nele, du kennst dich ja aus, Papa ist unterwegs und falls Pitt und seine Freundin zum Frühstücken kommen, müsst ihr noch Kaffee kochen oder Tee. Ich weiß gar nicht, ob Chinesen Kaffee trinken. Bis gleich. und der Hund machte sich sofort auf den Weg zum Gartentor. Mathilda beeilte sich, ihm zu folgen. Sie marschierte in einem solchen Tempo los, dass sie auf der Höhe der alten Schule plötzlich Seitenstiche bekam. Sie musste einen Augenblick stehen bleiben und erst mal tief durchatmen, bis die Stiche verschwanden. George kam sofort zurückgelaufen, sprang an ihr hoch, bis aufzuscheuchen. Etwas gemäßigter setzte Mathilda ihren Spaziergang fort und beobachtete ihren Hund, der ganz begeistert am Wegrand entlang schnüffelte. Ob Pitt und Bailing wirklich ein Paar waren? Sie gingen nicht besonders zärtlich oder verliebt miteinander um. Außerdem passte sie eigentlich gar nicht zu ihm, so jung und dünn, wie sie war. Wobei Mathilda ihr Alter gar nicht schätzen konnte, was auch ihre kurzen Röcke und die bunten Blusen sahen aus, als kämen sie aus der Kinderabteilung eines Kaufhauses. Aber das ging Mathilda nichts an. Hauptsache Pitt war glücklich. Nur leider wirkte er nicht so. Eher angestrengt und bedrückt. Und das hatte vermutlich nichts mit dem Tod seiner Mutter zu tun. Mathilda seufzte. Sie musste unbedingt noch mal mit ihm reden. In aller Ruhe, wenn niemand anderes aus der Familie dabei war. Vielleicht konnte sie jetzt endlich mal etwas für ihn tun und ihm zu einem besseren Leben verhelfen. Und wenn er erst von dieser geplanten Siedlung hörte, falls das denn so stimmte, dann bräuchte er sich vielleicht keine Sorgen mehr zu machen und könnte diese abgewrackte Kneipe aufgeben und etwas ordentliches arbeiten. Sie musste in Ruhe über alles nachdenken und dann mit ihm reden. Später, wenn sie den Erbschein hatten und alles in trockenen Tüchern war. Bis dahin hatte es keinen Sinn, sich den Kopf zu zerbrechen. Sie sollte an etwas Schönes denken. Mathilda hob entschlossen den Kopf und sah sich um. Sie liebte den Frühsommer. Die Bäume und Sträucher hatten noch dieses frische Grün. In allen Gärten blühten es gab noch nicht diese brütende Hitze, die alles so verlangsamte. Im letzten heißen Sommer hatten Mathilda und Gunnar ein Wochenende in Berlin verbracht. Es war ein Geschenk von Nelo und Max gewesen, die aus unerfündlichen Gründen geglaubt hatten, dass Mathilda schon immer so gern einmal nach Berlin fahren würde. Das war natürlich Unsinn. Mathilda fühlte sich in diesen großen Städten immer völlig fehl am Platz. Sie verstand das Verkehrssystem nicht, sie wusste nie, in welche Richtung sie gehen sollten, sie presste ihre Handtasche dicht an den Körper, weil sie in jedem zweiten entgegenkommenden einen Taschendieb vermutete. Die Restaurants waren alle furchtbar voll, der Verkehr hörte auch in der Nacht nicht auf, die Menschen waren kurz angebunden, alle Hunde liefen an Leinen. Die kühlen Plätze in sind Windzug ging durch die Straßen, die Kleidung klebte am Körper und Mathilda sehnte sich die ganze Zeit ans Meer. All das führte dazu, dass sie schon am zweiten Tag grenzenloses Heimweh bekam und noch größeres Mitleid mit den Menschen, die im Sommer in diesen Städten leben mussten, so wie Pitt in Hamburg. Während sie jetzt die bunten Rosenkugeln in Selma Grieses Garten bewunderte, dachte sie darüber nach, ob die Menschen in der Stadt so hektisch und kurz angebunden waren, weil sie schon immer in der Stadt lebten. Wahrscheinlich nahmen Menschen die Eigenschaften ihrer Umgebung an. Das war doch eigentlich logisch. Lebewesen passten sich immer an ihre Lebensräume an. Es war schließlich erwiesen, dass Vögel, die in der Stadt lebten, wesentlich lauter zwitscherten als ihre Verwandten auf dem Land, die ja nicht den ganzen Tag diesen schrecklichen Lärm übertönen mussten. Und während die Stadtmenschen hektisch durch die Gegend rannten, schlenderte man auf dem Dorf dahin und blieb ab und zu mal stehen, um zum Beispiel, wie gerade jetzt, Selma Grieses Rosen und üppige Hortensien in ihrem Garten zu bewundern. Mathilda, träumst du? Selma Griese trug tatsächlich einen Strohhut und eine blaue Arbeitsjacke über dem geblümten Kleid. An ihrem Arm baumelte ein Weidenkorb, in der Hand hielt sie eine Blumenzange. Selma sah aus, als wäre sie einem rosamunde Pilcher Film entsprungen. Sie war über 80, wühlte aber immer noch den ganzen Tag in ihrem Garten. Bewundernswert, dachte Mathilda und trat näher an den Zaun. Guten Morgen, Selma! In deinem Garten könnte man Filme drehen, er ist wunderschön, Selma nickte und sah sich um. Ja, und viel Arbeit, aber solange ich es noch einigermaßen kann, will ich keine Hilfe. Wie geht es dir? Es war ja eine sehr schöne Beerdigung, muss man wirklich sagen. Und es war ja fast das ganze Dorf da. Das gehört sich auch so. Sie nickte zur Bekräftigung, Mathilda auch. Das stimmt, am meisten habe ich mich über Pitt gefreut, dass er gekommen ist. Das glaube ich. Selma trat ein Stück näher. Vielleicht kommt er jetzt ja wieder häufiger nach Hause. Je älter man wird, umso wichtiger wird einem die Familie. Das merkt man erst, wenn man keine mehr hat. Mathilda sah sie nachdenklich an. Selma Griese war bis zu ihrer Pensionierung die Dorflehrerin der hiesigen Grundschule gewesen. Sie hatte hier jedem das Lesen und Schreiben beigebracht. Mathilda genauso wie Pitt. Dass die Schule kurz nach Selmas Pensionierung mangels Schülern geschlossen wurde, war zwar ein Zufall, trug aber zu Selmas Mythos bei. Nach ihr war eben alles vorbei gewesen. Die wenigen Kinder, die noch im Dorf lebten, fuhren jetzt jeden Morgen eine sagte Mathilda zögernd. Ich war mir noch nicht mal sicher, dass er überhaupt zur Beerdigung kommt. Er war ja seit Jahren nicht mehr in Dettebüll. Ach, er war doch vor zwei Wochen schon mal hier. Selma sah sie erstaunt an. Ich habe noch gewinkt, aber er war so schnell vorbei. Ich dachte, er sei auf dem Weg zu euch. Mathilda sah sie erstaunt an. vor zwei Wochen? Nein, da täuscht du dich. Er war nicht hier, das hätte ich gewusst. Doch, Selma nickte in aller Bestimmtheit. Ich stand hier am Zaun und er fuhr direkt an mir vorbei. Ich habe ihn sofort erkannt. Er hat doch so ein etwas älteres grünes Auto mit Hamburger Kennzeichen, oder? Ja, schon, Mathilda runzelte die Stirn, aber ich, das kann nicht sein. Was soll er denn hier gemacht haben? Das weiß ich nicht, gab Selma unbekümmert zurück. Frag ihn doch, es wird eine ganz einfache Erklärung geben. Oh, dein Hund gräbt gerade ein Loch unter meinen Zaun, das soll er bitte lassen. Auf Mathildas Ruf kam George langsam auf sie zugetrottet, ein paar Rosenblätter klebten noch an seinen Ohren. Entschuldige Selma, Selma musste sich geirrt haben, sagte sich Mathilda, als sie am Feuerlöschteich in den Deichweg einbog. Was sollte Pitt denn hier gewollt haben, ohne dass sie davon wusste? Vermutlich hatte Selma einfach die Tage verwechselt. Das wiederum machte überhaupt keinen Sinn, denn die Beerdigung war er erst gestern gewesen und so senil war Selma weiß Gott nicht, dass sie ein Ereignis, das 24 Stunden her war, zwei Wochen vorher verortete. Rätselhaft. Vermutlich war es einfach eine Verwechselung. Wenn man vom Teufel spricht, dachte sie, als plötzlich Pitt ein ganzes Stück vor ihr auftauchte. Er bemerkte sie nicht, schien es aber eilig zu haben. Mathilda stutzte und verlangsamte ihre Schritte. Hatte er nicht vorhin gesagt, dass er Zigaretten kaufen wollte? Der einzige Zigarettenautomat im Dorf befand sich in Kruses Gaststätte, die lag allerdings in entgegengesetzter Richtung. Mathilda pfiffleise nach George. Er hob sofort den Kopf und rannte zu ihr. Pitt war schon zu weit entfernt, um das zu hören. Mathilda nahm den Hund an die Leine, er musste ihm ja nicht hinterher rennen. Pitt hatte ihm heute Morgen eine Scheibe Wurst gegeben, George war korrupt. Wurstspender blieben für immer in seinem Hundeherz, er würde die Verfolgung aufnehmen. Mathilda setzte ihren Weg langsam fort. Eddie, dachte sie plötzlich, Pitt war vermutlich auf dem Weg zu Eddie, um seinen alten Kumpel zu besuchen. Das würde nur nichts werden, Eddie war gar nicht da. Das wusste sie, weil ihre große Hunderunde bei Eddie vorbeiführte. Mathilda blieb immer stehen, wenn sie ihn sah. Wenn sie mit Eddie sprach, dachte sie an Pitt. Sie hatte jedes Mal gehofft, dass Eddie vielleicht mal von Pitt erzählen würde. Manchmal fragte sie auch, ob er was von ihm gehört hatte, aber Eddie schüttelte stets den Kopf. Vor ungefähr zwei Wochen hatte sie ihn das letzte Mal getroffen. Er hatte Nummernschilder an ein Auto geschraubt, als sie vorbeikam und ihr erzählt, dass er für vier Wochen auf Geschäftsreise gehe, was immer das auch für Geschäfte waren, Mathilda wollte es gar nicht wissen. Eddie war erwachsen. Sie zog sanft an der Leine, damit George bei Fuß ging, was er eigentlich nicht mochte. Aber er sollte Pitt in Ruhe lassen, vielleicht brauchte der jetzt einen Moment Ruhe. Nach ein paar Metern fing George plötzlich an zu bellen. Sofort blieb Mathilda stehen und sah ihn drohend an, bis er ruhig war. Und dann sah sie Beiling. Die Chinesin löste sich aus einer Hofeinfahrt und folgte Pitt. Sie war noch ein paar Meter vor Mathilda, drehte sich aber nicht um, sondern ging langsam hinter Pitt her, als wenn sie ihn beschattete. Mathilda starrte ihr mit offenem Mund hinterher. Das war doch sehr eigenartig. George fiebte, Mathilda sah zu ihm hinab, dann schüttelte sie den Kopf. Vielleicht hatten die beiden auch nur einen kleinen Streit und Mathilda sah Gespenster. Warum sollte Pitts Freundin ihn verfolgen? Das war doch dummes Zeug. Als George wieder fiebte und dieses Mal mit aller Verzweiflung, zu der er fähig war, nahm sie ihn von der Leine. Nur Sekunden Bruchteile später hatte der Hund Beiling erreicht, sie hatte ihm George machte einen erschrockenen Satz und bellte noch lauter. Es war wenig überraschend, dass Pitt sich genau in diesem Moment umdrehte. Das Spektakel war ja nicht zu überhören. Er blieb stehen, sank ein bisschen in sich zusammen, bevor er langsam umdrehte und mit schleppenden Schritten zurück in ihre Richtung kam. So wie er aussah, hätte er wohl wirklich lieber seine Ruhe gehabt. George ließ sofort von Bailing ab und rannte mit wehenden Ohren auf Pitt zu. Er war offensichtlich der Einzige, der sich über diese Begegnung freute. Ich glaube, Pitt sind die vielen Leute zu viel, meinte Mathilda später zu Nele, die sich zu ihr auf die Gartenbank gesetzt hatte. Er sieht so erschöpft aus, finde ich. Daran ist wohl er die junge Freundin schuld. Nele räkelte sich in der Sonne und verschränkte die Hände hinter ihrem Kopf. Sie genoss die warmen Sonnenstrahlen sichtlich. Das ist ja für einen Mann in seinem Alter auch nicht so einfach. Er ist gerade mal 60, protestierte Mathilda. Das ist doch kein Alter. Und ich bin mir gar nicht sicher, dass Bayling wirklich seine Freundin ist. Also ich meine so richtig seine Freundin. Die gehen irgendwie komisch miteinander um. Nicht verliebt oder so. Ich habe ihn gefragt, wie lange sie schon zusammen sind, aber er wollte nicht darüber reden. Muss er ja auch nicht. Ich finde das aber auch komisch. Nele öffnete die Augen und sah ihre Mutter an. Vielleicht hat Bayling Spitz gekriegt, Pitt hier die Hälfte erbt und hofft auf ein gemütliches Leben. Ich glaube, sie jobbt bei ihm in der Kneipe, das habe ich so am Rande mit bekommen. Wie auch immer, er wird wissen, was er tut. Das hoffe ich. Matilda kaute auf ihrer Unterlippe. Sie dachte schon die ganze Zeit über eine Bemerkung nach, die Nele gestern gemacht und die Matilda nicht hatte deuten können. Sie fiel ihr nur nicht ein, das machte sie ganz verrückt. Sie war so auf der Suche nach diesem Satz, dass sie gar nicht hörte, was Nele jetzt gerade sagte. Matilda hatte lediglich den Rest mitbekommen. Können wir denn mal darüber sprechen? Worüber? Unsicher sah Matilda ihre Tochter an. Entschuldige, ich habe überlegt, dass du gestern irgendwas gesagt gefragt hast, wonach ich dich noch mal fragen wollte und jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Aber ich komme noch darauf. Also, was hast du gerade gefragt? Ob ich mit euch mal über die Möglichkeiten eines Kredits sprechen könnte? Sie hob die Hand, als sie merkte, dass ihre Mutter antworten wollte. Warte kurz. Es fällt mir nämlich schwer, damit schon wieder anzufangen. Ich weiß, dass erst gestern die Beerdigung gewesen ist, dass du traurig bist, weil deine Mutter gestorben ist, dass hier noch so viel los ist. Ich will dich überhaupt nicht drängen, aber ich muss wissen, wie es bei mir weitergeht. Nicht nur für mich, sondern auch für die Zwillinge. Wo sind die überhaupt? Appruppt fuhr Matilda hoch. Sie hatte bei all den Dingen, die gerade passierten, tatsächlich vergessen, Entsetzt sah sie Nele an, die ihr beruhigend die Hand auf die Schulter legte. Alina und Max haben sie in den Bollerwagen gesetzt und sind zu den Wiesen vom Bauer Pape gegangen. Da sind gerade kleine Lämmer, die wollen sie sich angucken. Alles gut. Nele knibbelte an ihrem Daumennagel. Meint ihr, dass ihr mir finanziell helfen könnt? Es muss nicht sofort sein. Jonas hat mir ein halbes Jahr Zeit gegeben, zu entscheiden, ob ich in der Wohnung bleiben will oder nicht. Er ist gerade ganz besonders nett, demonstrativ nett. Wer weiß, wie lange das noch so geht, der Arsch. Beim letzten Wort zuckte Mathilda zusammen. Sie mochte solche Ausdrücke nicht, da war sie altmodisch. Aber es brachte sie zurück zu den Tatsachen. Ihre Tochter war gerade mit einer Trennung brauchte sie. Im Durcheinander der letzten Tage war das ein bisschen unter gegangen. Deshalb nahm Mathilda sie jetzt in den Arm. Natürlich kriegen wir das hin. Und wenn Jonas dir ein halbes Jahr Zeit gibt, dann können wir in Ruhe überlegen, wie wir das am besten machen. Sie strich ihr sanft über die dunklen Haare. Das wird schon alles. Vermisst du Jonas? Nele rückte ein Stück ab. Nein, sagte sie nach einem Moment. Vielleicht den Jonas von früher. Oder besser den Jonas, von dem ich dachte, dass er der richtige Jonas sei. Aber ich glaube, er war schon immer ein Idiot. Das sagt Max auch. Weißt du, dass ich neulich geträumt habe, ich hätte ihn umgebracht? Er stand mit dem Rücken zu mir und ich habe ihm diese blöde Bodenvase über den Schädel gezogen, die wir von seinen Eltern zur Hochzeit bekommen haben. Eine Bodenvase zur Hochzeit. Das war das einzige an dem Traum, das stimmte. Und dann lag er tot vor mir und ich war hoch zufrieden. Das war das Gefühl beim Aufwachen. Ich war hoch zufrieden. Ist das nicht furchtbar? Nein, Mathilde antwortete ohne nachzudenken. Das ist doch ein gutes Gefühl. Hoch zufrieden zu sein, meine ich, weil man mal was getan hat, das einen zufrieden sein lässt. Wenn sich doch die Probleme immer so einfach lösen ließen. Mama! Mit großen Augen sah Nele sie an. Du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft raten, die Bodenvase zu missbrauchen? Natürlich nicht. Mathilde hob sofort die Hände. Das ist keine Option. Man bringt nicht einfach jemanden um. Aber träumen wird man ja noch dürfen. Aber hast du jemals Hallo? Ist niemand zu Hause? Irene Momsens durchdringendes Organ übertönte das Ende von Neles Frage. Mathilde erhob sich langsam und ging zur Terrassentür. Wir sitzen draußen. Ich habe euch schon im ganzen Haus gesucht. Irene klang fast beleidigt, obwohl Mathilde sicher war, dass sie sich bei ihrer Suche auch in aller Ruhe umgesehen hatte. Irene sah sich gern in aller Ruhe in fremden Häusern um. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ihr weggefahren seid. Und? Alles überstanden? Na Nele, wo sind denn deine Kinder? Wie selbstverständlich zog sie einen Stuhl näher an die Bank und ließ sich darauf nieder. Neugierig sah sie Nele an. Die sind ja süß, die beiden, wie die auf dem Friedhof auf fremden Gräbern Blumen gepflückt haben, ganz goldig. Sie können ja noch nicht wissen, dass man das nicht macht. Sie haben ja, die Kinder sind mit Max und seiner Freundin bei Pape, unterbrach Mathilda sie an der Stelle. Er hat noch mal Lämmer bekommen, die wollten sie sich ansehen. Sofort presste Irene die Lippen zusammen, was Nele überraschte. Normalerweise war Irene nicht so leicht zu stoppen. Die Ruhe währte aber nur kurz, Irene war einfach zu neugierig. Und ist Pitt schon wieder weg mit seiner Freundin oder Frau? Wollte er dir nicht noch helfen, Elsys Haus auszuräumen? Möchte er gar nichts von ihren Sachen haben? Zur Erinnerung? Während Nele sich zusammenreißen musste, um nicht die Augen zu verdrehen, blieb Mathilda freundlich. Er muss ein paar Dinge zu Hause erledigen. Er hat schließlich ein Lokal. Und Robert? Ist er auch schon wieder weg? Ja. Bei diesem Thema blieb Irene einsilbig. Sehr zu Neles bedauern. Sie hatte sich gar nicht von Robert verabschiedet, weil sie gedacht hatte, er bliebe länger. Sie hatten noch nicht einmal ein Treffen in Flensburg vereinbart und keine Handynummern ausgetauscht. Sollte sie Irene jetzt danach fragen? Die kam ihr zuvor. Du hast ja auf der Beerdigung lange neben Robert gesessen? Sie fragte das in dem typischen Irene Inquisitionston. Was hattet ihr denn so alles zu bereden? Och, wir haben uns ja lange nicht gesehen, versuchte Nele auszuweichen. Aha, Irene runzelte die Stirn. Und wie geht es deinem Mann? Er begann Mathilda eine Antwort. Sofort legte Nele ihr die Hand auf den Arm. Wir sind getrennt. Es weiß sowieso bald jeder. Noch Fragen? Ach je! Mit einer theatralischen Geste legte Irene die Hand über den Mund und starrte Nele an. Dann ließ sie den Arm langsam sinken und faltete die Hände. Das ist ja furchtbar. Auch für die Kinder. Hat er... Ich meine... Wollte er das oder du selbst. Er... Neles Gesichtsausdruck blieb neutral. Vor Irene Mommsen würde sie nie die Fassung verlieren, egal wie es ihr ging. Irene wirkte geradezu enttäuscht. Sie hatte zumindest ein paar anständige Tränen erwartet. So legte sie ihren Kopf schräg und sagte Aber dann musst du um deine Familie kämpfen. Man gibt doch nicht einfach so auf. Schließlich habt ihr Kinder. Ihr jungen Leute rennt immer so schnell auseinander. Sieh mal, wir hatten es auch nicht immer leicht, aber wie lange dauern unsere Ehen nun schon? Jahrzehnte. Aber darum muss man sich bemühen. Vielleicht kannst du dich noch überwinden und versuchen deinen Mann zurück zu erobern. gleich. Nele stand abrupt auf. Und vielleicht solltest ausgerechnet du dich besser raushalten. Ist ja schon gut. Irene sprang sofort auf. Schwer beleidigt fingerte sie ihren Hausschlüssel aus der Tasche ihrer Strickjacke. Ich habe es nur gut gemeint. Dann noch einen schönen Tag. Mathilda, ich komme später nochmal vorbei. Wenn ich nicht störe. Ohne eine Antwort abzuwarten, rauschte sie ab. Fassungslos blieb Mathilda sitzen und sah mit offenem Mund zu ihrer Tochter hoch. Sie suchte noch nach den richtigen Worten, Nele war schneller. Jetzt sag bitte nicht, dass ich unhöflich oder beleidigend war und dass Irene deine Nachbarin ist und sie es nicht böse gemeint hat. Doch Mama, sie hat es böse gemeint. Sie ist ein altes Tratschweib. Sie liebt die Katastrophen anderer Leute, darin geht sie nämlich regelrecht auf. Und mir geht sie schon seit Jahren so was von auf die Nerven, dass ich keinen Bock mehr habe, mir ihr dummes Gesabbel anzuhören. Nele! Mathilda legte ihre ganze Empörung in ihren Namen. Nele schüttelte den Kopf. Nix, Nele! Du kannst nicht immer nur nett zu allen sein, nur weil du es friedlich und harmonisch haben willst. Die anderen sind auch nicht immer nett. Und hier unsere Dorfzeitung Irene zum Beispiel. Sie erklärt allen, was richtig und falsch ist, was man tun und lassen soll. Und sie selbst? Sie lässt es zu, dass ihr blöder Lackaffe von Mann dauernd Streit mit seinem Sohn anfängt, den er immer unsäglich behandelt hat, bis heute übrigens. Und das mit Robert hat ja den Grund, unterbrach Mathilda, Nils hat eine Affäre. Nicht nur, dass er sich auftagelt wie ein Playboy für Armen. Nein, der hat schon seit einiger Zeit eine Freundin. Irene soll einfach mal aufhören, bei anderen den Dreck zu suchen. Nils? Mathilda musste diese Information erst mal sacken lassen. Es konnte doch nicht sein, dass ihr blöder Einfall, ihrer Mutter diesen Unsinn zu erzählen, plötzlich ein Eigenleben bekam. Eine Affäre? Da hast du bestimmt was falsch verstanden, Nele. Wie soll Nils das denn bewerkstelligen? Irene ist doch immer dabei. Nein, Nele, das stimmt nicht, der hat keine Affäre. Das habe ich doch nur gesagt, weil sie biss sich auf die Unterlippe. Nele hatte den letzten Satz anscheinend gar nicht registriert, denn sie fuhr ruhig fort. Max und ich haben ihn neulich mit einer blonden Frau gesehen. Und glaub mir, das war eine ganz eindeutige Situation. Da gab es nichts falsch zu verstehen. Sie fährt ein rotes Cabrio mit Haider Nummer und sie haben sich auf einem Parkplatz getroffen. Das sah nicht so aus, als wäre es das erste Mal gewesen. Deine feinen Nachbarn in deinem idyllischen Dorf. Mama, wach mal auf, die Bullerbü Zeiten sind auch hier vorbei. Die Sätze schwirrten in Mathildas Kopf, ihr fiel keine einzige Entgegnung ein. Sie sah ihre Tochter an, dann blickte sie in den Himmel. Er war strahlend blau, mit ein paar hingeworfenen Wolken, wie gemalt, ein norddeutscher Sommerhimmel. Aber unter ihm geriet hier unten plötzlich so viel durcheinander und das, wo Mathilda durcheinander doch so hasste, besonders hier in ihrem Dorf. Dienstag, 11. Juni. Pitt schützte sich mit gequältem Gesicht auf dem Tresen ab, als der Wagen der Hamburger Stadtreinigung mit lautem Getöse an der Kneipe vorbeifuhr. Ein wütendes Hubkonzert begleitete das Spektakel. Irgendwelche bekloppten Autofahrer glaubten anscheinend immer noch, dass die Betätigung der Hupe eine Beschleunigung des Verkehrs bewirkte. Bei Ling malträtierte den Holzboden mit dem Staubsauger, hatte aber die Bürste falsch eingestellt, sodass das schrappende Geräusch sich auch noch über den Straßenlärm legte. Als Pitt den Kopf hob, sah er in Hermanns Augen. Was ist? fragte der. Nichts. Pitt stieß sich ab und ging zur Zapfanlage. Noch eins? Ein kleines. Hermann schob sein leeres Glas über den Tresen. Nervös? Pitt hielt ein Glas schräg und drehte den Zapfhahn auf. Nö, ich kann nur diesen Krach nicht mehr ab. Abrupt stellte er das Glas ab und brüllte Beiling, mein Gott, jetzt ist auch mal gut, stell das Ding ab. Verblüfft hielt sie inne, ließ den Staubsauger weiterlaufen und starrte ihn an. Was? Mit zwei langen Schritten war Pitt an der Steckdose und riss den Stecker raus. Jetzt hörte man nur noch den Verkehr und die rotierenden Bürsten der Stadtreinigung. Ich kann diesen Staubsauger nicht mehr hören. Und außerdem muss man das nicht machen, wenn die Kneipe offen ist. Ist doch keiner da. Beiling ließ beleidigt alles fallen. Ist schmutzig. Trotzdem rollte sie das Kabel ein, bevor sie sich den Staubsauger griff und nach hinten brachte. Hermann seufzte und stützte sein Kinn auf die Faust, während er Pitt ansah. Ist doch keiner da. Die spinnt doch, diese Chinesin. Die ist nicht dicht, das sag ich dir. Pitt fing an, die Gläser aus dem Regal zu spülen, das beruhigte ihn. Vielleicht denkt sie, du gehörst zum Bestand der Kneipe. Du bist ja auch immer hier. Und dafür bezahle ich ja wohl auch. Hermann war tatsächlich angefressen, das hatte Pitt noch nie erlebt. Aber die soll mir hier nicht blöd kommen. Ich kann noch woanders Bier trinken. Komm. Pitt stellte das frisch gezapfte Bier vor ihm ab. Das geht aufs Haus. Reg dich nicht auf, sie meint es nicht so. Grummelnd zog Hermann das Glas näher und starrte darauf. Plötzlich schüttelte er heftig den Kopf. Mit der stimmt was nicht. Oder die ist einfach nur doof, kann ja auch sein. Pitt wartete in Ruhe ab, bis Hermann getrunken hatte. Bei Ling war immer noch damit beschäftigt, den Staubsauger im Hinterzimmer in den Schrank zu bekommen. Er passte nur rein, wenn man ihn leicht schräg stellte. Den Geräuschen nach begriff sie es nicht. Pitt senkte trotzdem seine Stimme. Hast du was Neues über Oleg gehört? Hermann dachte nach. Eine ganze Zeit lang. Dann sagte er bedächtig, die suchen ihn, diese Südamerikaner. Das habe ich von Svetlana gehört. Die fragen überall nach, aber keiner weiß, wo er steckt. Dabei sucht er auch jemanden. Er machte wieder eine lange Pause, in der Pitt seine Hand in der Hosentasche ballte. Er wollte jetzt nicht nachfragen. Irgendwann würde Hermann weiterreden und in der Tat er fuhr fort. Mich haben sie nicht gefragt. Ich sag ja auch nichts, aber gestern Mittag war er hier. Deine Chinesin hat mit ihm geredet an der Hintertür. Danach ist er wieder weg. In Sekundenbruchteilen stieg Pits Blutdruck. Davon hatte bei Ling nichts erzählt. Pitt war nur eine Stunde weg gewesen, höchstens eineinhalb. Als er wieder gekommen war, hatte er bei Ling gefragt, ob was gewesen wäre. Sie hatte nur den Kopf geschüttelt. Hatte Oleg sie bedroht? Unter Druck gesetzt? Er hatte sich so bemüht, sie da nicht rein zu ziehen. Und jetzt das. Hast du mitbekommen, was Oleg zu ihr gesagt hat? Hermann sah ihn verständnislos an. Die standen an der Hintertür und ich saß hier an meinem Platz. Wie soll ich da was hören? Will ich eine Fledermaus? Wie? Irritiert ging Pitt ein Stück zurück. Was hat das mit Fledermäusen zu tun? Psst, die Chinesin kommt zurück. Bei Ling stand plötzlich neben Pitt und sah erst ihn, dann Hermann an. Was? Hermann hob beide Hände. Nichts. Hier ist ja keiner. Er senkte sofort wieder seinen Kopf und begann Bierdeckel aufeinander zu stellen. Bei Ling ignorierte ihn und fing an, umständlich Gläser zu polieren. Da steht Auto vor Kneipe. Man guckt dauernd rein. Derselbe Mann wie gestern. Pitt tat unaufgeregt. Bei Ling zeigte keine Regung und polierte weiter. Gestern keiner da. Als du weg warst, ich alleine. Jetzt hob sie doch den Kopf. Nur Mann von neulich und er da. Sie machte mit dem Kinn eine kleine Bewegung in Hermanns Richtung. Mann mit Bild auf Hals hat gefragt, ob du da. Ich sage nein, dann er weg. Was will er? Hat er dich bedroht? Ein bisschen. Ihre Unterlippe zitterte plötzlich. Du hab einen Streit mit ihm? Warum? Was er will von dir? Ich habe keinen Streit. Pits Mundwinkel zuckte. Das tat er immer, wenn er nervös war. Er biss die Zähne zusammen und ging an Beiling vorbei. Ich guck mir mal den Vogel an, der jetzt vor der Kneipe steht. Was immer der Kurzbesuch von Killio zu bedeuten hatte, anscheinend hatte er nichts von Beiling gewollt und keine Zeit gehabt, auf Pitt zu warten. Er wurde schließlich gesucht. Pitt musste jetzt nur ruhig bleiben und er hoffte, dass es nicht die Südamerikaner waren, die da draußen ein Auge auf die Kneipe hatten. Das Auto, das auf dem Bürgersteig genau vor der Kneipentür stand, hatte keinerlei Ähnlichkeit mit der eleganten Limousine, die kürzlich hier gehalten hatte. Es war ein alter schwarzer Mercedes, ein Plüsch Pinguin baumelte am Rückspiegel, klumpiger Schmutz aus Acker, Gras und Gülle klebte an den Türen. Der Mann, der auf dem Fahrersitz saß, trug eine Schirmmütze und das Kennzeichen lautete NF, Nordfriesland. Als Pitt den Fahrer erkannte, stöhnte er auf. Was wollte der denn hier? Mit dieser Dreckskiste, die aussah, als hätte er die Abkürzung über die Felder genommen. Pitt trat aus der Kneipe nach draußen. Im selben Moment öffnete sich die Autotür und Harald Wiesner wuchtete sich raus. Er schlug die Tür zu, schloss das Auto ab und kam auf Pitt zu. Moin! Du kannst hier nicht stehen bleiben, hier ist Halteverbot. Harald Wiesner warf einen Blick zurück, dann sah er Pitt mit einem feisten Lächeln an. Gibt es in deiner Kneipe auch Kaffee oder nur Bier und Schnaps? Die Kaffeemaschine ist kaputt. Pitt blieb mit vor der Brust verschränkten Armen vor der Kneipe stehen. Er hatte überhaupt keine Lust, Harald Wiesner in seine Kneipe zu lassen, ihn Er wusste nicht, was dieser Typ hier wollte und er hatte ihn noch nie leiden können. Fertig aus. Er blieb stehen. Das tat Harald Wiesner auch, und zwar genau neben ihm. Er stand da, die Hände in die Taschen seiner Hose gezwängt, sein Bauch quoll über den Bund. Er wippte auf den Fußspitzen, inspizierte den abgeblätterten Putz, der mit Graffiti beschmiert ist das ja wohl nicht. Mann, Mann, Mann. Hier gibt es genug andere Kneipen, die bestimmt ganz heiß darauf sind, dem Bürgermeister von Dettebüll einen Kaffee zu kochen. Pitt drehte sich weg und ging zurück. Schönen Tag noch. Erstaunlich wendig schoss besagter Bürgermeister plötzlich an ihm vorbei. Bevor Pitt reagieren konnte, stand Harald Wiesner bereits in der dunklen Kneipe und sah sich um. Ach, hallo, da ist ja auch deine reizende Freundin. Er ging zum Tresen und reichte bei Ling seine große Hand. Sie hob den Kopf, um zu ihm hoch sehen zu können. Bier? Nein, nein, Harald lachte dröhnend. Ich muss noch fahren. Also, es gibt keinen Kaffee? Dann eine Cola, bitte, mit Eis und Zitrone. Am anderen Ende des Tresens hustete Hermann. Wiesner warf einen kurzen Blick auf ihn, dann drehte er sich zu Pitt um, der immer noch am Eingang stand. Los, Pitt, ich lade dich zu einem Kaltgetränk ein. Du kannst doch einen alten Kumpel nicht so stehen lassen nach all den Jahren. Er zog sich umständlich auf einen Barhocker und stemmte seine Ellenbogen auf den Tresen. Inzwischen stand Pitt vor ihm, nahm Beiling das Glas aus der Hand und schob sie zur Seite. Du kannst Feierabend machen, sagte er. Du wolltest doch noch einkaufen. Mach das ruhig. Aber ich bis später. Mit etwas mehr Nachdruck sah er sie an. Jetzt kapierte sie es endlich, griff nach ihrer Tasche auf den Bierkisten hinter dem Tresen und ging langsam zur Tür. Wieder sehen. Netter Käfer. Harald Wiesner starrte Glas hinknallte. Hier, Zitrone ist aus. Eis wohl auch. Mit leichtem Widerwillen probierte Harald die lauwarme Cola und stellte das Glas anschließend ohne Kommentar zur Seite. Er sah sich in aller Ruhe um. Kannst du von diesem Schuppen leben? Und dann noch mit einer so jungen Frau? Wie geht denn das? Dich geht das jedenfalls gar nichts an. Ungerührt beobachtete Pitt Harald hatte damals im nicht so fernen Nibel bei der Sparkasse gelernt, trug plötzlich feine Anzüge und kriegte sich vor lauter Wichtigkeit kaum noch ein. Er war etwa im selben Alter wie Pitt, aber seit er Banker war, natürlich etwas Besseres. Er hielt sich für den Nabel der Finanzwelt, besonders als er schließlich Leiter der winzigen Bankfiliale im Nachbardorf wurde. Schnell kannte er alle Kunden mit Namen, nach einiger Zeit ihre Familien Umstände, dann hatte er ihre Kontonummern im Kopf und schließlich auch alle Kontobewegungen. Damals gab es das Gerücht, er habe zwei Handwerksmeister wegen ihrer Schwarzgeldkonten erpresst. Es gab nie eine Anzeige, deshalb auch keine Ermittlungen, aber ein halbes Jahr später machte Harald seinen ersten Urlaub in Thailand. Im Zuge der Umstrukturierung der letzten Jahre wurde die kleine Dorffiliale geschlossen. Wiesner war in einer großen Filiale nicht mehr denkbar, man schlug ihm vor, sich einvernehmlich zu trennen und überredete ihn mit einer ordentlichen Abfindung. Er nahm an und begann sich mit Mitte 50 in der Gemeindepolitik zu engagieren. Er wollte Bürgermeister werden. Die Chance war groß, weil es keine anderen Bewerber gab und nach zwei Jahren hatte er was er hier an Pits Tresen wollte, war schleierhaft. Er legte seine Hände locker übereinander und den Kopf schief, bevor er ein etwas debiles Lächeln aufsetzte. Vermutlich hatte er mal ein Seminar zum Thema Wie bescheiße ich meine Kunden gemacht? Pitt war jetzt echt gespannt, was dieser korrupte Idiot hier wollte. Er musste nicht lange warten. Übrigens noch mal mein aufrichtiges Beileid zum Tod Harald verschränkte seine Finger, das debile Lächeln verschwand, auch wenn euer Verhältnis nicht besonders innig war. Was willst du? Naja, Harald lehnte sich ein Stück zurück. Als Bürgermeister macht man sich ja immer Gedanken über das Wohl seiner Gemeinde. Ich hoffe nicht, dass jetzt im Hause Petersen ein Erbschaftsstreit ausbricht. Du weißt sicher, dass deine Mutter bis zum Schluss die Alleineigentümerin war und dass nun das Erbe zwischen Mathilda und dir aufgeteilt werden muss. Und Harald sah ihn forschend an. Ich sag es dir nur, weil wir uns schon so lange kennen. Nicht, dass du glaubst, der Hof, das Haus und das Land würden Mathilda bereits gehören und für dich bliebe kein Erbe. Das ist nicht so. Und wenn ich mir diese Bruchbude hier angucke, er schüttelte mitleidig den Kopf. Es sieht so aus, als würdest du eine kleine Finanzspritze gut brauchen können. Kommen wir also gleich zur Sache. Da Mathilda bestimmt in ihrem Haus wohnen bleiben will, wird sie dir anbieten, das Land von Ilse zu übernehmen. Ihr habt da oben am Wald ja ein paar Hektar. Ich weiß, welche Weiden das sind. Aber was willst du damit? Du wirst ja wohl kaum zurückkommen und dir da Viecher hinstellen. Also hier mein Vorschlag. Ich kaufe dir die Weiden ab. Und weil ich ein netter Mann bin, gebe ich dir ein bisschen mehr, als sie wert sind. 5000 Euro? Damit kriegst du ja wieder Grund in diesen Schuppen und kannst deiner Süßen mal was bieten. Schlag ein, was weg ist es weg. Seine schüttelte er langsam den Kopf. Ich mach mit dir keine Geschäfte. Harald Wiesner zog seine Hand zurück und presste die Lippen zusammen. Er stierte Pitt an, dann holte er Tiefluft. Du solltest dir gut überlegen, ob du mein Angebot nicht doch annehmen willst. Ich kann auch noch mal mit Mathilda reden. Die will ja unbedingt in Detteville wohnen bleiben. Mal sehen, was sie macht, wenn sie hört, was sie an Erbschaftssteuern bezahlen muss und was an Kosten alles auf sie zukommt. Deine Schwester hat sich ja nie um solche Dinge gekümmert, die freundliche, naive Mathilda. Sie wird irgendetwas verkaufen müssen, das mache ich ihr schon noch klar. Erzählst du mir gerade, dass du Mathilda unter Druck setzen willst? Mit einem leicht drohenden Unterton beugte Pitt sich etwas näher. Harald Wiesner wich keinen Millimeter zurück. Stattdessen grinste er zynisch. Vielleicht muss ich das gar nicht. Vielleicht reicht es auch, dass ich ihr von deinen Besuchen in Dettebüll berichte. Von wegen, du warst seit Jahren nicht da. Ausgerechnet kurz vor Ilses Tod kreuzt du im Dorf auf. Ist doch seltsam, oder? Was hast du denn da gemacht? Was habe ich wo gemacht? Ich habe dich gesehen, kurz vor Ilses Tod, hinter der alten Genossenschaft, bei den Holzpaletten. Es sah nicht so aus, als wärst du auf Familienbesuch. Hast du den Tod deiner Mutter geplant? Damit du an das Erbe kommst? Weil diese Bumsbude hier fast pleite ist? Und du dringend Kohle brauchst? Er reckte den Kopf höher. Verkauf mir erwarteten Tod deiner Mutter unter uns. Und Mathilda muss nichts davon wissen. Pitt stand bewegungslos vor Harald Wiesner und starrte ihn an. Wieso hatte er diese Ratte nicht gesehen, als er in Dettebüll gewesen war? Wer wusste denn noch von seinen Besuchen bei Eddie? Also? Harald Wiesner streckte wieder die Hand aus und grinste ihn siegessicher an. 5000 Euro? Pitt sah über seine Schulter. Dann verschränkte er langsam seine Arme vor der Brust, blickte Harald Wiesner an und lächelte. Wenn du jetzt ganz schnell bist, kannst du den Abschleppwagen Fahrer noch fragen, wohin er deine Karre bringt. Sofort drehte Wiesner sich um. Der Mercedes wurde gerade vom Haken gelassen und stand schon auf dem Abschleppwagen. Wütend sprang Harald vom Barhocker und stürmte raus. Die Cola geht aufs Haus, viel Erfolg, rief Pitt ihm hinterher, bevor die Kneipentür wieder zu fiel. Er grinste. Dann sah er zu Hermann, der ihn gerade beobachtete, während er Geld aus seiner Hosentasche kramte. Pitt ging zu ihm. Ich hab ihm gesagt, dass da Halteverbot ist. Hermann nickte. Er blickte Pitt nachdenklich an. Du hast eine Schwester? Ja. Dann pass mal auf, dass dieser Typ ihr nichts tut. Irritiert zog Pitt die Augenbrauen hoch. Was hast du denn gehört? Genug. Hermann ließ sich vom Hocker rutschen und setzte seine Mütze auf. Wenn du klug bist, guckst du mal nach deiner Schwester. Dann bist du hier aus der Schusslinie und der komische Typ kann ihr nichts tun. Und die Kneipe? treten. Ich kenne mich aus. Aber die Chinesin nimmst du mit. Mit der kann ich nicht. Pitt sah seinen besten Stammgast an. Die Fledermaus. Man wusste nie, was Hermann alles mitbekam. Aber man konnte sich auf ihn verlassen. Nach kurzer Überlegung zog Pitt einen Schlüssel aus der Schublade und gab ihn Hermann. Danke. Mittwoch, 12. Juni Irgendetwas blockierte die Schublade im Wäscheschrank. Mathilda ruckelte am Griff, bevor sie ihren Arm reinschob. Ganz hinten ertastete sie einen Gegenstand, der verklemmt war. Mathilda versuchte, ihn nach vorn zu ziehen. Er ließ sich bewegen und rutschte nach vorn. Sie zog die tiefe Schublade mit einem kräftigen Ruck ganz auf. Hinter Tischdecken und original verpackten Stoffservietten kam ein abgegriffenes Buch zum Vorschein. Karl Mais durchs wilde Kurdistan. Mathilda hielt es überrascht in der Hand, dann strich sie sanft über den Einband und schlug es auf. Das hier gehört Pitt Petersen, Ausleihen verboten. Es war der dritte Gegenstand aus Pitts Kinder- und Jugendzeit, den Mathilda in seinem ehemaligen Zimmer gefunden hatte. Dieses Buch, eine Schallplatte von Neil Diamond und ein Monopoly-Spiel, von dem der Deckel fehlte. Es hatte hinter der Kommode gelegen, die Mathilda nach vorn gerückt hatte, um dahinter sauber zu machen. Dabei hatte sie auch die Schallplatte gefunden. Drei Dinge, mehr nicht. Ilse Petersen hatte alles, was Pitt nicht mitgenommen hatte, gnadenlos entsorgt. Nur diese drei Dinge hatten das überlebt. Mit dem Buch in der die ihre Mutter wirklich nie gebraucht hatte, war dieses Bett. Ilse hatte nie Gäste gehabt, in all den Jahren nicht. Sie bekam keinen Besuch. Und wenn, dann waren das Leute aus dem Dorf, die natürlich nie über Nacht blieben. Dieses Bett hatte einfach nur Pits Bett ersetzen sollen. Niemand hatte hier bis jetzt geschlafen. Es war Bäscheschränke, ohne Staubsauger und Bügelbrett, die an die Wand gelehnt waren, ohne leere Getränkekisten, ohne Altpapier, das hier von Ilse über Wochen gesammelt wurde. Gestern Abend hatte Pitt sie das erste Mal von sich aus angerufen. Er hatte tatsächlich gefragt, wie es ihr gehe und ob alles in Ordnung sei. Ganz beglückt hatte Mathilda das sofort bejaht. Alles ist gut, Pitt, hatte sie lächelnd mal anfangen, Mutters Sachen durch zu sehen. Das meiste kann wohl zum Roten Kreuz, vor allen Dingen die Kleidung und die Wäsche. Sie hatte ja so viel Tischwäsche und Handtücher. Möchtest du die Sachen noch sehen? Um Himmels Willen, lehnte Pitt sofort ab, das kann alles weg. Aber ich wollte sowieso morgen kommen, also ich und bei Ling. Wir können dann auch beim Ausräumen helfen, ich bleibe ein paar Tage. Und deshalb hatte sie sich vorgenommen, heute Pits altes Zimmer wieder für ihn herzurichten. Sie räumte die Schränke aus, hatte schon den alten Fernseher aus Neles Zimmer hier reingestellt, nach dem Putzen würde sie noch Blumen und ein bisschen Obst und Schokolade auf den Tisch stellen und die frisch gewaschenen Gardinen wieder aufhängen. Es würde richtig hübsch sein hier. Ihr Bruder konnte schließlich nicht noch einmal in Ilses Schlafzimmer übernachten, das war eine furchtbare Vorstellung. Er sollte es hier schön haben. Als sie Schritte auf der Treppe hörte, hob sie den Kopf und sah Gunnar in der Tür stehen, der sie besorgt musterte. Alles in Ordnung? Mathilda schüttelte den Kopf und hob anklagend das Buch hoch. Dieses Karl-Mai-Buch, eine Schallplatte von Neil Diamond und ein desolates Monopoly-Spiel sind die einzigen Dinge, die aus Pits altem Leben übrig geblieben sind. Er hatte eine Carrera-Rennbahn, kleine Autos, andere Bücher und Spielsachen. Das hat Ilse alles weggedonnert. Ich hätte sie viel früher... Sie stockte und senkte den Blick. Was hättest du viel früher? Gunnar setzte sich neben sie und legte ihr den Arm um die Schultern. Mathilda lehnte ihren Kopf an ihn. Ich hätte mich viel früher um Pitt kümmern müssen. Er ist mein kleiner Bruder, ich habe ihn im Stich gelassen. Mathilda, Gunnar sah ihr ins Gesicht, es ist vieles schief gelaufen in all den Jahren. Aber jetzt ist es vorbei. Sieh mal, du machst das Zimmer hier schon mal für ihn schön, wenn er kommt. Weißt du, ich habe, begann Mathilda, wurde aber vom unvermuteten Klingeln an der Haustür unterbrochen. Wer ist das denn? Sie musste nicht lange überlegen. Die Stimme von Nils Mommsen drang von unten zu ihnen. Hallo, seid ihr hier? Wir sollten uns angewöhnen, nicht immer die Schlüssel von außen stecken zu lassen, sagte Gunnar leise und stand auf. Hier kann ja wirklich jeder dauernd reinkommen. Er ging mit wenigen langen Schritten zur Tür und rief Moin Nils, wir kommen runter. Kurz danach saßen sie zu dritt in Mathildas Küche. Gunnar hatte Nils sofort nach drüben buxiert, seine neugierigen Blicke in Ilses Haus konnte er nicht leiden. Jetzt streckte Nils seine Beine unter dem Tisch aus, seine Beine, die in albernen, weil künstlich durchlöcherten Jeans steckten. Selbst Max fand sich zu alt, um solche Hosen zu tragen, hatte er neulich bemerkt. Das wäre doch ein Trend für Teenies. Und für Nils Mommsen, dachte Gunnar jetzt. Der Mann steckte offensichtlich in einer veritablen Sinn- und Alterskrise. Anders war auch nicht zu erklären, was der klobige Silberring und die bunten Lederarmbänder sollten. Immerhin war Nils auch schon 66. Er nestelte an seinem hellgrünen Hemd und ließ sich von Mathilda Wasser einschenken. Danke Mathilda, sagte er und sah sie mit einem Augenzwinkern an. Gunnar schüttelte leicht den Kopf, was für ein Kasper. Er räusperte sich und fragte, wolltest du was Bestimmtes oder ist das nur ein Nachbarschafts Besuch? Eine Kleinigkeit, antwortete Nils und lächelte lässig. Es ist nur eine Kleinigkeit, die ich mit euch besprechen wollte. Er trank betont langsam aus seinem Wasserglas, dass er danach umständlich abstellte. Ihr wisst ja, dass Ilse und ich uns sehr mochten. Er machte eine kleine wirkungsvolle Pause, bevor er fortfuhr. Wir hatten kurz vor ihrem Tod ein nettes Gespräch über dies und das. Unter anderem auch über Mathilda und dich, Gunnar, aber das ist an dieser Stelle nicht so wichtig. Er warf Mathilda einen seltsamen Blick zu. Sie hielt dem Stand. Ja, und weiter? fragte sie freundlich. Nils sah sie an, dann sagte er, ich möchte ja meinen Hof etwas umstrukturieren, dafür könnte ich gut die Wiesen oben am Wald brauchen. Ilse hat sie ja immer verpachtet, ohne Kündigungsfrist oder einfach brach liegen lassen. Und sie war von meinem Angebot ganz begeistert. Deshalb haben wir ein Vorkaufsrecht vereinbart, das will ich jetzt nutzen. Seid ihr vielleicht auch mit 5000 Euro einverstanden? Dann können wir das sofort festzuhren. Gunnar und Mathilda sahen sich an. Dann gingen beider Blicke zu Nils. Mathilda schüttelte den Kopf. Nein, sagte sie, das können wir nicht festzuhren. Da muss ich erst mit Pit sprechen, halbtausend Euro ab. Nils strich sich mit beiden Händen durch die schon etwas dünnen Haare. Er hatte sie etwas länger wachsen lassen. Es sah komisch aus, zumal eine Strähne jetzt wie eine Antenne abstand. Das ist doch kein Problem. Er lehnte sich noch bequemer zurück. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob mit Pit alles friedlich besprochen werden kann. Es ist doch eigentümlich, dass er nach all den Jahren erst jetzt wieder aufgekreuzt ist, wo es ans Erben geht. Wer weiß, Mathilda, vielleicht stellt er auch Ansprüche an den Hof und das Doppelhaus. Dann müsst ihr ihn auszahlen oder wegziehen. Wollt ihr das? Oder besser, könnt ihr das? Mathilda öffnete empört den Mund, wurde aber von Gunners Hand auf ihrer Hand am Sprechen gehindert. Stattdessen lächelte er Nils entspannt an und meinte, das sehen wir dann. Wir können dich gern auf dem Laufenden halten. Nur musst du verstehen, dass wir in dieser Situation so kurz nach Ilses Tod keinesfalls eine solche Entscheidung treffen können. Wir haben ja noch nicht einmal den Erbschein. Das tut mir leid. Was heißt hier Entscheidung treffen? fauchte Nils und ein paar Tropfen Spucke flogen auf seinen Hemd Ärmel. Die Entscheidung hat Ilse doch schon lange getroffen. Ich habe ein Vorkaufsrecht, hörst du, ein Vorkaufsrecht, das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Gunnar blieb ruhig und nickte. Nils, ich habe dich gut verstanden. Du hast ein Vorkaufsrecht, aber wir wollen ja gar nicht verkaufen. Wenn wir verkaufen wollten, dann würden wir dich als ersten fragen, aber wie gesagt, wir wollen das jetzt ja gar nicht. Aber Ilse hat es mir zugesagt. Wir wären zum Notar gegangen und hätten das klar gemacht, wenn sie nicht plötzlich tot umgefallen wäre. Nils war immer lauter geworden, sein Gesicht krebsrot. Es würde nicht mehr lange dauern, bis er ganz ausflippte. Mathilda klopfte ihm leicht auf die Schulter und sagte, jetzt reg dich mal nicht so auf. Was willst du überhaupt mit dem Land? Du hast damals Pape deine Weiden verkauft, weil du sie nicht genutzt hast, und jetzt willst du unsere? Es macht doch gar keinen Sinn. Nils riss sich sichtbar zusammen. Dann lachte er übertrieben. Meine Güte, man muss ja auch mal umstrukturieren. Man kann nicht immer so weitermachen. Es kann euch davon abgesehen doch auch egal sein. Ihr braucht das Land doch sowieso nicht. Er drehte sein Glas zwischen den Fingern. Plötzlich änderte sich sein Gesichtsausdruck. Mit schmalen Augen und zusammengepressten Lippen starrte er Mathilde an. Dann sagte er kalt, die Leute im Dorf machen sich so ihre Gedanken, wie so Ilse einfach so umgekippt ist. Ohne Vorankündigung. Sie war ja noch im Film würde man jetzt die Motive der Angehörigen überprüfen. Das reicht jetzt Nils. Gunnar war sehr langsam aufgestanden und sah zu ihm runter. Ich weiß ja nicht, was du gerade für Probleme hast, aber das sind nicht unsere. Du gehst jetzt besser, bevor es hier noch unangenehm wird. Und dein Vorkaufsrecht kannst du dir irgendwo hin abheften. Ohne notarielle Beglaubigung ist das sowieso nichts wert. Mehr haben wir zu dem Thema auch nicht zu sagen. Und du solltest dir überlegen, ob du dich nicht besser bei Mathilda für diesen Unsinn entschuldigst. Du findest dir allein raus. Sprachlos hatte Mathilda Gunnars Ansprache verfolgt. Sie hätte Nils am liebsten die Wasserflasche über den Kopf gezogen. Das wäre aber auch keine Lösung gewesen. Gunnar war da einfach viel bedachter. So fügte sie nur ein tonloses »Schönen Tag noch« hinzu und wartete, bis die Haustür hinter Nils krachend ins Schloss fiel. Mathilda wartete einen Moment. Ihr war ein bisschen übel und sie spürte einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Das hatte sie immer, wenn es um sie herum Streit gab oder jemand laut wurde. Sie konnte das schon körperlich kaum ertragen. Unsicher sah sie Gunnar an. Sag mal, dem geht es doch um die Siedlung, oder? Er will uns tatsächlich um unser Land bringen, weil er schon weiß, dass es viel mehr wert sein wird. Gunnar nickte und setzte sich wieder. Er rieb sich über die Stirn, bevor er antwortete. Aber woher weiß der das? Max und Alina haben gesagt, es sei alles noch ganz geheim. Er seufzte und schob das von Nils benutzte Glas ans Tischende. Ich hoffe nur, dass wir jetzt keinen Nachbarschaftskrieg angefangen haben. Und wenn schon, wann hat er denn angefangen? Mathilda erhob sich und stellte das Glas auf die Spüle. Nach kurzer Überlegung ließ sie sofort heißes Wasser drüber laufen. Dieser Idiot! Er soll übrigens eine Affäre haben. Das geht uns nichts an. Buna hasste Klatsch und Tratsch. Ich gehe jetzt in den Schuppen und flicke meinen Fahrradschlauch. Bis später. Nach einem zufriedenen Blick in das jetzt hübsche, saubere und aufgeräumte Gästezimmer verließ Mathilda Stunden später Ilses Haushälfte und ging in ihr eigenes Zuhause, um George zum Spaziergang abzuholen. Immer noch hatte sie das unangenehme Gespräch mit Nils im Kopf. Sie musste jetzt dringend eine Runde mit George laufen. Das half immer. Sogar mehr als putzen oder bügeln. Der Hund kam sofort angeschossen, als sie die Leine vom Haken nahm. George lief vor. Er kannte die Runde. Gemächlich und in Gedanken versunken folgte Mathilda ihm. Vielleicht sollte sie mal mit Irene reden. Es konnte ja auch sein, dass Nils das alles gar nicht so gemeint hatte, dass er wegen seiner Affäre oder wegen seines Älterwerdens oder wegen was auch immer einfach schwer unter Stress stand. Man las das ja so oft. Männer, die sich in einer Krise plötzlich optisch verjüngen wollten, die eine Freundin hatten, mit ihrem Leben nicht mehr klarkamen, Angst vorm Alter und vor der Gebrechlichkeit hatten, das war ja nichts Neues. Dazu noch die Streitigkeiten mit Robert, vielleicht auch noch finanzielle Nöte, so eine Freundin kostete ja auch Geld, womöglich konnte Nils gar nichts dafür, dass er sich so verrannt hatte und all diesen Unsinn erzählt hatte und wer weiß, bevor sie den Satz zu Ende denken konnte, schoss George wie eine Rakete auf ein Ziel zu, das Mathilda erst ein paar Sekunden später erkannte. Es war Eddie, der genau in diesen Moment aus Kruses Gasthof trat. Er beugte sich zu George runter und tätschelte seinen Kopf. Der Hund bekam sich vor lauter Freude kaum mehr ein. Er liebte Eddie. Mathilda hatte keine Ahnung warum. Hallo Eddie! Sie lächelte ihn an, als sie vor ihm stand. Du bist ja wieder da. Er nickte. Seit gestern. Das ist schön. Mathilda warf George einen Er ist immer ganz verrückt, wenn er dich sieht. Du musst ihm nicht so viele Leckerlis zustecken. Mach ich doch gar nicht. Eddie musterte den Hund. Ich kann einfach mit Hunden. Sie sah ihn neugierig an. Ach übrigens Pit kommt. Er bleibt noch ein paar Tage. Gut Eddie nickte. Dann tschüss Mathilda. George. Er schob die Hände in die Hosentaschen und schlenderte den Weg entlang in Richtung seines Hauses. Mathilda sah ihm hinterher. Sie mochte ihn. Er war immer Pits bester Freund gewesen und er konnte Nils Mommsen auch nicht leiden. Damit war sie also nicht allein. Und dieser Gedanke machte ihr das Herz sofort leichter. Freitag 14. Juni während Mathilda die dunklen Beeren von den Dolden streifte und die Stiele aussortierte saß Ilse auf der Fensterbank und schrie Nennen sie nicht Fliederbeeren die heißen Holunderbeeren nur die Norddeutschen sagen Fliederbeeren Gunnar darf das nicht sagen der Pole Holunder Holunder Mathilda warf ihr einen Holunder Zweig an den Kopf Ilse fiel von der Fensterbank und Mathilda wachte auf. Was für ein aus aber zum Glück nur ein Traum die Fliederbeeren waren doch erst im September reif dann kochte Mathilda immer Saft das beste Hausmittel gegen Erkältungen und es stimmte diese kleinen schwarzen Beeren hießen nur im Norden Fliederbeeren das hatte sie mal gelesen als ob Ilse das gewusst hätte sie warf einen Blick nach rechts Gunnar lag mit dem Rücken zu ihr und schlief noch fest dann sah sie auf den Wecker es war gerade mal halb sechs vorsichtig lupfte sie die Decke und glitt aus dem Bett sie wollte Gunnar nicht wecken aber sie war jetzt hellwach auf Zehenspitzen tappte sie zur Tür griff nach ihrem Morgenmantel und verließ leise das Schlafzimmer während die Kaffeemaschine lief stand Mathilda an der offenen Terrassentür und sah in ihrem blühenden Der Himmel hatte noch rosa Wölkchen die Vögel zwitscherten sie hörte Papes Harnkrähen und war glücklich Es würde ein herrlicher Tag werden befand sie nicht nur weil die Sonne schien sondern auch weil Pitt gestern Abend gekommen war Er hatte sich sogar für das Gästezimmer bedankt Der etwas verschlafene George kam langsam zu ihr getappt und stupste sie mit der Schnauze an Matilda streichelte seinen Kopf dann schüttelte sie ihre Hausschuhe ab und lief barfuß auf den Rasen George trottete noch etwas unlustig hinter ihr her Das hatte sie als Kind doch immer so geliebt Das Gefühl des noch feuchten Sommerrasens unter ihren nackten Füßen Es war unbeschreiblich schön Langsam die Hände in den Taschen des Morgenmantels versenkt schritt sie über den frisch gemähten Rasen Ein kleiner Hase flüchtete erschrocken in die Hecke Zwei Amseln stritten sich lautstark Matildas Füße waren schon nass vom Tau Es war so friedlich bis George plötzlich anschlug und an Matilda vorbeischoss Erst am Schuppen bremste er ab und fing an zu bellen George Matilda beschleunigte ihre Schritte damit er nicht doch noch Gunnar aufweckte Aus Bist du still Das bellen wurde tatsächlich zu einem leiseren Winseln Matilda hatte ihn erreicht und hob streng den Zeigefinger Aus George Sitz George blieb tatsächlich ruhig Erstaunt sah Matilda dass das Vorhängeschloss am Schuppen offen am Haken baummelte Vorsichtig drückte sie die Tür ein Stück auf und sah hinein Sag mal was machst du denn hier Sie schob die Tür ganz auf und sah überrascht Bei Ling an Bei Ling war zusammengezuckt hatte sich aber sofort wieder gefangen Sie trug einen viel zu großen Schlafanzug Ihre Haare waren in einem unordentlichen Dutt zusammengebunden aber sie lächelte wenn auch ein bisschen verlegen als sie näher kam Ich nicht schlafen können ich spazieren gehen In unserem Schuppen Matilda musterte sie erstaunt Suchst du was Bestimmtes Oh ich nicht suchen Bei Ling hob die Hände Ich nur angucken Aha Matilda war skeptisch Ja wenn du hier alles angeguckt hast dann kann ich die Tür ja wieder zumachen Nicht dass hier die Mäuse reinkommen Das schien zu wirken Mit einem Satz war Bei Ling draußen Ich gehe zu Pit sagte sie und nickte heftig Bis später Ja Matilda sah ihr stirn runzelnd hinterher während die kleine Chinesin in ihrem bis später Matilda hatte gewartet bis Gunnar seinen ersten Kaffee getrunken und die Tageszeitung kurz überflogen hatte bis sie ihm mitteilte Ich habe bei Ling heute in aller Herrgotts frühe im Schuppen gefunden Gunnar ließ seine Tasse sinken und sah sie erstaunt an Was wollte sie denn da Ja genau das frage ich mich auch Nachdenklich bestrich Mathilda einen Toast mit Butter Sie hat gesagt sie können nicht schlafen und wolle nur gucken sie ist schon irgendwie komisch oder aber ich kann das nicht laut sagen dann denken alle ich hätte was gegen chinesen was ja nicht stimmt außer ihr kenne ich ja gar keine Gunnar nahm die Zeitung wieder in die Hand vielleicht ist sie einfach nur neugierig solange sie nichts klaut oder sich verletzt müssen wir nicht eingreifen neugierig ist sie in jedem Fall setzte Mathilda nach ich habe anfangs gedacht ich bilde mir das nur ein aber du musst sie mal beobachten gestern abend zum beispiel als pit und sie noch hier waren da war sie auf der toilette und als ich nach ihr da war stand die unterste schublade vom kleinen schränkchen ein Stück offen die war vorher zu garantiert vielleicht hat sie Toilettenpapier gesucht Mathilda sah ihn zweifelnd an und als ich gestern den Tisch gedeckt habe wollte sie unbedingt helfen und hat auch schnell zwei Schranktüren in der Küche geöffnet dabei hatte ich ihr gesagt wo die Teller stehen ich weiß nicht warum sie hier so rumschnüffelt Mathilda Gunnar vertiefte sich wieder aufgeregt ja das ist aber was anderes fand Mathilda dabei fällt mir ein dass ich dir noch erzählen wollte guten morgen die helle stimme kam von links Gunnar sah über die Zeitung und flüsterte wenn man vom Teufel spricht als sie um die Ecke bog sagte er laut guten morgen Irene guten morgen guten morgen übertrieben gut gelaunt mit einer großen Plastik Schüssel im Arm stand sie vor herrlicher Tag ich habe gestern Abend so einen tollen Nudelsalat gemacht wir wollten eigentlich grillen mit Kruses aber dann haben die abgesagt und Nils hatte auch noch einen späten Termin da haben wir den Grill gar nicht mehr angeworfen das Fleisch habe ich eingefroren aber um den Nudelsalat wäre es so schade ihr habt doch Besuch von Pit und seiner Freundin dann könntet ihr den doch heute Mittag essen oder ähm ja Gunnar nickte während Irene sich ungefragt zu ihnen setzte Mathilda wollte eine Tasse für sie holen doch Irene hielt sie davon ab lass nur Mathilda ich muss gleich wieder rüber habe gar keine Zeit ich wollte nur den Salat bringen kannst du den umfüllen ich brauche die Schüssel nachher sofort legte Gunnar die Zeitung zur Seite und stand mit ausgestreckter Hand auf ich mach das schnell er verschwand mit der Schüssel im Haus wenn Gunnar eine Sache am frühen Morgen nicht ertragen konnte dann war das Irines Dorft Ratsch Irene sagt Gunnar erstaunt hinterher na das wäre Nils jetzt nicht in den Sinn gekommen bei Küchenarbeiten hält er sich immer raus und sonst so sie rutschte neugierig näher zu Mathilda bleibt Pitt eigentlich länger und Mathilda überlegte noch wie sie das Gespräch auf Nils und seinen seltsamen Auftritt hier bringen konnte als Irene schon weiter sprudelte apropos Freundin hast du gehört dass Holger Kruse wieder zurück zu seiner Frau gegangen ist deshalb haben Kruses auch das Grillen abgesagt sie waren bei denen anscheinend gab es da die große Versöhnungsfeier ich finde das ja komisch erst geht der Junge fremd und dann nimmt ihn seine Frau wieder mit offenen Armen auf und bekocht auch noch die Schwiegereltern also das wäre mir ja nicht im Traum eingefallen und das auch noch nachdem Krista und Hans ihr Land an Christas Bruder also an Harald Wiesner verkauft haben nur damit sie Holger finanziell helfen können eine große Hilfe war das wohl nicht das Land ist doch nichts wert aber bitte kann davon jetzt einen Versöhnungsurlaub mit seiner Frau machen wobei ich mich schon gewundert habe dass Harald so mir nichts dir nichts dafür das Geld aus dem Ärmel schüttelt der ist doch so geizig und hat sich sonst nie um Christa und Hans gekümmert oder um Holger und dann kaufte er ihnen die alte Koppel ab damit sie Holger helfen können sie senkte ihre Stimme und fuhr verschwörerisch fort ich habe ja gehört dass es den Verdacht gibt jemand habe in die Gemeindekasse gegriffen aber das ist natürlich nur ein Gerücht ich will da nichts gesagt haben sie lehnte sich wieder zurück naja müssen sie selbst wissen und wie ist denn jetzt die Freundin von Pizzo die sieht ja noch sehr jung aus ist dein Bruder nicht ein bisschen zu alt für sie moin Irene Pizzo dröhnende Stimme brachte Irene tatsächlich dazu aus dem Stand auf zu springen und ein bisschen verlegen zu werden er war von ihnen unbemerkt auf die Terrasse gekommen und setzte sich neben Mathilda moin Mathilda moin Pit Irene ordnete hektisch ihre bunt gemusterte Strickjacke und sah erleichtert Gunnar mit der Schüssel in der Hand aus dem Haus treten sie ging sofort auf ihn zu und nahm ihm die leere Schüssel aus der Hand oh sogar abgespült ja danke und dann lasst euch mal den Salat schmecken bis bald sie hob schnell die Hand und war kurz darauf verschwunden Pit schüttelte den Kopf diese alte Giftspritze wieso rennt sie jetzt weg Gunnar sah immer noch verblüfft in die Richtung in die sie verschwunden da holte Pit eine Tasse zu Pit gewandt sagte er wir hatten gestern ein unangenehmes Gespräch mit Nils in dem es um Ilses Land ging also jetzt um euer Land darüber müssen wir mal in Ruhe reden vielleicht wenn Max und Alina hier sind meinetwegen und Nils Momsen war schon früher ein Idiot Mathilda war zurück und hatte den Rest gehört sie stellte Pit eine Tasse hin und sagte Nils ist ganz komisch drauf er hat eine richtige Krise glaube ich ich habe schon überlegt ob er das alles überhaupt so meinte natürlich meinte er das so Gunnar sah seine Frau erstaunt an ich war dabei Mathilda du musst das Ganze also nicht schön reden er hat sich unmöglich aufgeführt Nela hat mir gesagt er habe eine Affäre Mathilda setzte sich und stützte ihr Kinn auf die Faust ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen wie soll er das denn machen es stimmt aber Pitt beugte sich vor um seinen Kaffee umzurühren mit so einer blonden Tussi mit einem schlimmen Auto so ein rotes Mädchen Auto was Mathilda riss die Augen auf und schlug ihre Hand vor den Mund wirklich woher weißt du das ich habe die beiden gesehen gleichmütig sah Pitt Mathilda an jetzt tun ich so als wäre das was besonderes tausend Männer haben Affären ich habe nur keine Ahnung was die Trulle an diesem Trottel findet die ist ein anderes Kaliber als Irene ich kapiere nicht warum die sich mit Mumsen einlässt wer ist das denn Mathilda war immer noch fassungslos eine von hier Pitt lachte dröhnend im Leben nicht die sieht nicht nach Dorf aus das Auto hat ein Haider Kennzeichen ist doch auch egal er stellte seine Tasse auf den Tisch und stand auf falls bei Ling kommt ich bin mal eben spazieren sie hat gerade noch gepennt aber bei Ling war doch heute morgen begann Mathilda unterbrach sich aber nach Gunners warnendem Blick ist schon gut sagte sie stattdessen fröhlich dann bis später er nickte ging mit seinen langen Schritten über die Terrasse und blieb plötzlich abrupt an der Hausecke stehen Irene sagte er laut hast du was vergessen ja mit erhitztem Gesicht kam sie um die Ecke der Deckel von der Plastikschüssel ist noch hier den bräuchte ich während Gunnar sofort in die Küche ging blieb Irene am Anfang der Terrasse stehen und vermied es krampfhaft Mathilda oder Pitt anzusehen Mathilda musterte sie besorgt und fragte sich wie lange ihre Nachbarin schon an der Hausecke gelauscht hatte so wie Irene gerade aussah war es lange genug gewesen und an Pits mitleidigen Blick erkannte Mathilda dass ihr Bruder gerade dasselbe dachte George folgte schnüffelnd dem Weg blieb zwischendurch immer wieder stehen um sich zu vergewissern dass Pitt ihm noch folgte der wunderte sich dass der Hund anscheinend ahnte wo er hin wollte er hatte von sich aus schon den Weg zu Eddie eingeschlagen nachdem Irene mit ihrem Deckel abgezogen war hatte Mathilda ihm vermutlich in einer Übersprungshandlung die Hundeleine in die Hand gedrückt wenn du sowieso spazieren gehst dann kannst du auch George mitnehmen es ist Zeit für seine Runde und mit Hund ist so ein Spaziergang doch viel schöner die Leine brauchst du nur wenn er sich schlecht benimmt aber eigentlich hört er ja gut Pitt wollte sofort vehement ablehnen ihm fiel nur keine gute Begründung ein und George stand bereits schwanzwedelnd mit großen nassen Augen vor ihm der Satz ich will doch nur ein bisschen Kokain aus Eddies Werkstatt holen wäre zwar richtig gewesen an dieser Stelle aber eher unpassend und deshalb latschte Pitt nun mit einer Hundeleine in der Hand durchs Dorf bei seinem fünften Versuch ungesehen in Eddies Werkstatt zu kommen es war nicht zu fassen wenigstens stellte der Hund keine Fragen und Pitt wirkte natürlich als Hundesitter seiner Schwester sehr unauffällig niemand würde ihn fragen wohin er wollte vielleicht war das gar nicht so schlecht wenn alles gut ging würde er am frühen Abend mit einem Teil seines Fundes zurück nach Hamburg fahren und bei Mario eine schlechte Pizza essen sie hatten sich vor ein paar Tagen zufällig auf dem Kiez getroffen und beim anschließenden Bier hatte Mario ihm wieder von seinen Kunden in der Hafencity erzählt Pitt hatte ihn reden lassen und irgendwann gesagt dass ein Kumpel von ihm demnächst was zu verkaufen hätte er habe nur überhaupt keine Ahnung wie man derartige Substanzen vertreibt deshalb hätte Pitt ihm vorgeschlagen das doch Mario machen zu lassen gegen eine entsprechende Provision natürlich Mario war hellauf begeistert und Pitt hatte ihm zugesagt ihm in den nächsten Tagen eine Teillieferung zu bringen es wurde nun auch Zeit bei Ling würde er sagen dass Hermann den Schlüssel zum Lagerraum nicht finden konnte Pitt hätte ihn versehentlich zu Hause liegen gelassen deshalb müsse er sofort hin und ihn Hermann bringen danach würde er gleich zurückkommen sie würde sich hier sicherlich mal einen Abend allein beschäftigen können Pitt hatte sie gestern dabei beobachtet wie sie die Kartons mit Ilses Sachen im Flur heimlich durchgesehen hatte vielleicht schämte sie sich dafür dass sie nach Dingen suchte die sie noch gebrauchen konnte und hatte deswegen nicht gefragt obwohl Pitt das völlig in Ordnung fand er selbst hatte schließlich auch nie viel Kohle gehabt er kannte das und wenn bei Ling die Sachen von Ilse anziehen mochte dann sollte sie das doch tun ihm war es egal als er an der Einfahrt zur alten Genossenschaft vorbeikam blieb er stehen und pfiff nach dem Hund nach dem dritten Pfiff kam George angetrabt Pitt nahm ihn an die Leine er vermutete bei ihm zwar kein Talent als Drogenspürhund trotzdem wollte er nicht riskieren dass George Eddies Werkstatt auseinandernahm er warf einen Blick in die Einfahrt sah die alten Holz Paletten den Schotterplatz in einer Ecke lagen leere Flaschen und alte Plastiktüten wieso hatte Harald Wiesner ihn sehen können so ein saudummer Zufall normalerweise kam jedoch kein Mensch vorbei er konnte Eddies Haus schon durch die Bäume sehen als George plötzlich anfing sich wie ein Verrückter zu Leine Pitt musste mit aller Gewalt dagegen halten George sprang hechelnd nach vorn er war außer sich Pitt sah sich hektisch um gleich würde das halbe Dorf zusammen laufen was hatte er denn er ließ sich weiter ziehen sie waren jetzt an Eddies Auffahrt als George plötzlich so abrupt zog dass Pitt die Leine aus der Hand flutschte der Hund schoss mit Leine los Pitt lief kurzatmig mit langen Schritten hinterher hörte dann einen Schrei und bog um die Ecke was er da sah trieb sofort seinen Blutdruck hoch Eddy lag auf dem Rücken die Arme zur Seite gestreckt der Hund war auf ihm sein Kopf in der Nähe von Eddies Hals es sah aus als würde er gleich zum finalen Kehlkopf Biss ansetzen Pitt schoss in ungeahnter Schnelligkeit auf die beiden zu schnappte sich die Leine wieder und riss den Hund am Halsband brutal weg vom Körper seines alten Kumpels schrie er laut angeheizt von Adrenalin und Entsetzen George quiekte und überschlug sich fast Eddy lachte nach einer Schreck Sekunde in der Pitt wie gelähmt auf Eddy hinab sah tappte George mit eingezogenem Schwanz ein paar Meter weiter legte sich hin und Eddy rappelte sich umständlich auf Moin sagte er und klopfte den Dreck von seiner Hose wieder hier was Pitt zeigte auf George der immer noch in sicherem Abstand auf dem Rasen lag was war das denn ich kann mit Hunden Eddy ging zu George und tätschelte ihm tröstend den Kopf das ist mein Freund George sah ihn dankbar an und antwortete mit einem kurzen Bällen Eddy drehte sich zurück zu Pitt wolltest du zu mir Pitt sah ihn unschlüssig an vielleicht sollte er Eddy einfach einweihen damit diese erfolglosen Versuche endlich mal ein Ende hatten aber dann würde er ihn mit in diese Geschichte reinziehen und das Geräusch einer Fahrrad Klingel unterbrach an diesem Punkt seine Gedanken gequält stöhnte Pitt auf ist was passiert ich habe Schreie gehört und den Hund Pitt war fassungslos und drehte sich langsam um Selma Griese hielt mit ihrem Fahrrad vor ihnen alles in Ordnung entgeistert sah Pitt sie an nicht nur dass der Hund ihm in die Parade fuhr nein jetzt kreuzte auch noch seine alte Grundschullehrerin hier auf sie schob ihr Rad näher an Eddy heran und musterte ihn der Hund wollte bloß spielen sagte der mit einem Blick auf Pitt und Pitt wollte mich retten war ein bisschen laut sofort glitt ein erleichtertes Lächeln über Selma Grieses Gesicht dann ist es ja gut meinte sie und wandte sich um ich dachte schon es wäre was passiert moin Pitt das ist ja schön dass du wieder hier bist und dann noch mit deinem Blick dabei von Pitt abzuwenden in dieser Sekunde beschloss er Eddie jetzt doch noch nicht ein zu weinen nee nee sagte er stattdessen das ist alles Schnee von gestern sehr gut Selma Griese nickte und stellte einen Fuß auf die Pedale dann wünsche ich euch einen schönen Tag und grüße an Mathilda sie stieß erstaunlich elegant für ihr Alter ab und radelte davon Pitt und zerknitterte Zigarettenschachtel aus der Tasche und zündete sich eine an Bier Pitt nickte er hackte diesen Versuch als weiteren erfolglosen ab dann könnte er jetzt auch Bier trinken schließlich würde er heute nicht mehr nach Hamburg fahren Pitt hatte sich etwas geziert als er mitbekam dass das Bier nicht aus Eddies Bestand stammte sondern im Gasthof Kruse getrunken werden sollte eigentlich gehe ich da nicht hin hatte er gesagt zu diesem Idioten er ist nicht so übel war Eddies Antwort gewesen ich kann gut mit ihm und nun saßen sie in der Gaststube von Kruses nebeneinander am Tresen Eddie war schnurstracks auf den letzten Hocker zugegangen seinen Stammplatz und Pitt musste sofort an Hermann denken Hans Kruse hatte Pitt zwar irritiert angesehen aber nichts weiter gesagt stattdessen hatte er Eddie ungefragt ein Bier hingestellt noch ein Bier sagte Eddie jetzt für meinen Freund Hans sah ihn schweigend an widerwillig legte er schließlich die Hand an den Zapfhahn er und Pitt konnten sich schon so lange nicht leiden dass keiner von ihnen mehr wusste was genau der Grund dafür gewesen war eine Mutmaßung war dass Pitt vor Jahren einmal Christa angemacht hatte das war zumindest die Version von Hans Pitt konnte sich überhaupt nicht daran erinnern zumal Christa gar nicht sein Typ war was er aber noch wusste war die Geschichte dass Hans damals Pits Auto in den Graben gefahren hatte sie sie beide betrunken vom Pfingst Hans aus dem Nachbardorf gekommen Pitt noch betrunkener als Hans weshalb Hans gefahren war und der hatte den Wagen im besoffenen Kopf direkt in den Graben gesteuert irgendwie hatten sie es geschafft aus dem Auto zu klettern bevor es in den morastigen Untergrund einsank sie waren abgehauen unverletzt unter albernen Lachanfällen und hatten am nächsten Tag Bauer Pape gefragt ob er die Karre die inzwischen mit Entengrütze bedeckt war mit dem Trecker aus dem Graben ziehen konnte das hatte er tatsächlich gemacht und gefragt wer von ihnen beiden Holzköppen denn gefahren wäre und Hans hatte auf Pitt gezeigt als Pape weg war hatten sie sich geprügelt bis beide in den Graben gerutscht waren anschließend hatte Pitt mit Bronchitis im Bett gelegen und Hans hatte ihn noch nicht mal besucht und tatsächlich behauptet nie mit Pits Auto gefahren zu sein danach war Pitt mit ihm durch jetzt stellte Hans das Bier hin etwas zu schwungvoll ein paar Tropfen schwappten über und spritzten auf den Tresen in aller Ruhe wischte Pitt mit dem Finger drüber könnte man mal abwischen interessiert verfolgte Pitt dass Hans plötzlich rot anlief und mit dem Kopf ruckte er sah aus wie ein Puter kurz vorm Kollern drohend baute er sich vor Pitt auf du kannst ja er wurde aber sofort von Eddie unterbrochen machst du noch zwei Bier für mich und meinen Freund Hans und Pitt starrten sich noch einen kleinen Moment an dann trat Hans zurück und presste die Lippen zusammen ich lass mich doch nicht von dem provozieren murmelte er Eddie lächelte ihn an nee das brauchst du auch nicht kein Stress Pitt sah sich in der Gaststube um außer Eddie und ihm war kein Mensch hier Hans konnte sich kaum leisten 50% der Gäste raus zu schmeißen das war extrem ärgerlich Pitt kannte das es sah hier immer noch aus wie früher der lange Tresen vor dem die dunkelbraunen Holzbar Hocker standen die sechs Tische an der Wand mit jeweils vier uralten Holzstühlen davor der Spielautomat in der Ecke die Metallkästen vom Sparklub an der Wand am Ende des Tresens neben Eddie lag ein Stapel des kostenlosen Wochenblatts Anzeigen Sonderangebote und regionale Ereignisse dieses Käseblatt gab es schon seit Jahrzehnten so wie diese Kneipe hier veränderte sich nichts gar nichts Trotzdem öffnete sich jetzt die Kneipentür und spülte einen weiteren Besucher herein Pitt drehte sich um Der Mann trug einen grünen Tweed Anzug darunter ein buntes Hemd mit großem Kragen das trotz der sommerlichen Temperaturen bis zum Hals zugeknöpft war Schweißperlen standen auf seiner Stirn das rotblonde Haar lag angeklatscht am Kopf das blasse Gesicht war gesprengkelt mit roten Pusteln fiese Allergie dachte Pitt oder ein billiges Rasierwasser Der Neuankömmling vermied jeden Blickkontakt seine Hand umklammerte den Griff einer speckigen Aktentasche Langsam durchquerte er den Gastraum und setzte sich mit dem Rücken zum Tresen an den letzten Tisch Seine Tasche lehnte er an das Stuhlbein Ein Bier? Hans hatte schon ein Glas in der Hand Pitt drehte sich wieder zurück und sah Eddie an der sich in der Zwischenzeit ein Exemplar des kostenlosen Anzeigenblatts vom Stapel genommen und aufgeblättert hatte Während Hans das Bier an den Tisch brachte sagte Eddie ohne den Blick vom Blatt zu nehmen Handelsvertreter Landmaschinen wohnt hier seit gestern Aha Pitt drehte sich nochmal zu ihm um irgendwas an diesem Typen kam ihm bekannt vor das konnte aber auch an diesen Klamotten liegen er sah aus als wäre er den siebzigern entsprungen ein Zeitreisender Pitt grinste was ihm sofort verging als sein Blick über Eddies Schulter fiel es war ein Foto in diesem Käseblatt mitten auf der Seite unter der Schlagzeile Autohaus Schmöller eröffnet nach Umbau mit Politik Prominenz war ein dicker kleiner Mann abgebildet großen Frau stand beide lächelten in die Kamera beide hielten ein Glas Sekt in der Hand rechts und links von ihnen standen weitere wichtige Männer sofort griff Pitt an Eddy vorbei und zog die Zeitung näher um die Bild Unterschrift zu lesen Dr. Gerald Tespe Landtagsabgeordneter und Mitglied des Wirtschaftsausschusses nebst Gattin Tatjana sowie Klaus Schmöller und seine Mitarbeiter freuten sich über die zahlreichen Besucher der Neueröffnung des größten Autohauses im Kreis Gattin Tatjana Pitt tippte mit dem Finger auf das Foto und nickte die blonde Trulla mit dem roten Auto er hatte sie sofort erkannt was Eddy zog die Zeitung wieder zurück und sah Pitt fragend an der tippte nochmal auf das Foto die kenne ich sagte er leise das ist doch er schluckte den Rest des Satzes runter ihm war eingefallen dass er Eddy noch erklären musste woher er Gattin Tatjana überhaupt kannte aber nicht hier schon gut ruhig faltete Eddy die Zeitung zusammen und warf sie zurück auf den Stapel er hob den Kopf als die Kneipentür aufging und Nils Mommsen eintrat Moin Nils grüßte mit lauter Stimme blieb aber sofort entgeistert stehen und starrte den verschwitzten Handelsvertreter an als hätte er eine Erscheinung Eddy und Pitt folgten seinem Blick obwohl Kruses Hausgast keine Notiz nahm von dem Neuankömmling machte Nils auf dem Absatz kehrt und verließ die Kneipe so schnell wie er gekommen war Nils Herrgott patzt doch auf Der laute Schrei von Christa Kruse und der folgende Knall ließen Hans sofort das Gläserpolieren unterbrechen Er warf das Handtuch auf den Tresen und schoss nach draußen Eddy und Pitt ließen sich auf ihren Hockern ein kleines Stück nach hinten kippen um besser sehen zu können Christa stand mit hängenden Armen inmitten von zerbrochenem Geschirr und starrte fassungslos Nils Momsen hinterher der nach einem schnellen Entschuldigung das Weite gesucht hatte Der Idiot hat mich einfach umgerannt und ich hatte Hans schüttelte den Kopf und ging in die Hocke um die großen Scherben aufzuklauben den Schaden kann er aber schön bezahlen schneide dich nicht Christa warf nur einen kurzen Blick auf ihren Mann dann ging sie an ihm vorbei in die Kneipe um einen Besen zu holen Hallo Eddie Pitt Christa Eddie nickte ihr kurz zu als sie in der Küche hinter dem Tresen verschwunden war beugte er sich wieder nach hinten um Hans beim Scherbensammeln zuzusehen meine Güte hat der einen Bauch gekriegt da ist ihm ja richtig im Weg Hans Kruses Gewichtsprobleme standen wirklich ganz unten auf der Liste der Dinge die Pitt gerade interessierten plötzlich ein Schmerzensschrei von draußen hau ab du scheiß Töle aua Mann scheiße verdammter Mist aua Christa Christa ich Scherben geschnitten Pitt fuhr hoch er hatte den Hund vor der Kneipe angebunden wieso lief der denn jetzt frei herum aua ich blute aua Hilfe Christa wo bleibst du denn Pitt und Eddie rannten gleichzeitig nach draußen George sprang wie ein Wilder um Hans herum und kläffte als er Eddie entdeckte rannte er schwanzwedelnd auf ihn zu Hans hockte mit schmerzverzerrten Gesicht auf den Boden und hielt seine stark blutenden Hände hoch scheiß Teller er stöhnte laut während sein Blick zu Beiling ging die langsam leer gekommen war und zerknirscht die Hundeleine hoch hielt Hund sollen frei was machst du denn hier Pitt starrte Beiling an die auf ihn zukam ich wollen sehen wo bist du und dann ich stehe vor dem armen Hund ich ihn machen frei und dann erlaufen los sie sah ihn zerknirscht an ging schnell könnt ihr das gleich besprechen Christa hatte Pitt energisch zur Seite geschoben und war vor Hans in die Hocke gegangen um Gottes Willen wie hast du das denn gemacht der scheiß Hund hat mich angesprungen anklagend deutete Hans auf den Hund der sich jetzt neben Eddie gesetzt hatte und scheinbar interessiert das geschehen verfolgte bin über ihn gestolpert und mit den Händen voll in die Scherben er schwankte leicht und war inzwischen kreidebleich aua Christa jetzt fasst das nicht an das tut doch weh das muss genäht werden Christa hatte vor ihrer Zeit mit Hans als Krankenschwester gearbeitet sie kannte sich aus hier half kein Pflaster die Schnitte sind zu tief ich fahr dich ins Krankenhaus sie kam ächzend wieder hoch dann fiel ihr etwas ein ach nein es muss ja jemand hier bleiben die bingospieler kommen gleich ihr flehender Blick ging zu Eddie der sah erst sie dann Hans an wir haben zwei Bier getrunken wir fahren nicht mehr aber wir können hier bleiben Hans hob abwehrend eine Hand das Blut tropfte auf den Schotterweg als er das sah wurde er noch blasser und stöhnte das sind zwölf Leute du hast doch keine Ahnung vom Thekendienst aber Pitt der hat doch eine Kneipe Eddie sah seinen Freund an der kann das ob der hier oder in Hamburg Bier zapft ist ja wohl egal auf keinen Fall blaffte Hans verzog aber sofort wieder das Gesicht als er die Blutflecken auf seiner Hose sah nur bei meine kannst du nicht mal einen Lappen holen ich verblute Eddie hol mal die Küchenrolle steht hinterm Tresen Christas Miene ließ keinen Widerspruch zu sie wandte sich an Pitt bitte könntest du uns hier kurz vertreten sie sah ihn flehend an so lange bis Pitt nickte erleichtert nahm sie Eddie die Küchenrolle ab und wickelte mehrere Bahnen um Hans Hände die Brötchen stehen schon fertig geschmiert in der Küche die kommen einfach auf die Tische und Getränke bestellt jeder selbst Preistafel klebt am Kühlschrank Kasse ist in der Schublade den Rest findet Eddie wir fahren jetzt los komm Hans und halt die Hand hoch sonst saust du alles ein sie sah hoch und nickte danke Pitt das ist echt nett von dir und deine Freundin soll den Hund hier weg bringen der hat genug angerichtet ach ja genau in diesem Moment fuhren schon die ersten Autos auf den Parkplatz und Hans blieb nichts anderes übrig als blutend und protestierend seinem Erzfeind seine Kneipe zu überlassen als Pitt sich kurz danach hinter den Tresen stellte konnte er sich ein leichtes Grinsen nicht verkneifen der Handelsvertreter hatte ein paar Münzen auf dem Tisch liegen gelassen und war gegangen Eddie fegte noch die Scherben zusammen und Pitt sah den ersten Bingo Spielern die jetzt die Kneipe betraten entgegen wenn Pitt Petersen etwas konnte dann war es die Leute zum Trinken zu animieren Hans Kruse dieser Provinzwirt würde staunen und mit Beiling würde er nachher mal ein paar Takte reden sie konnte jedoch nicht machen was sie wollte so langsam gingen sie ihm wirklich auf den Geist wieso lief sie überhaupt dauernd hinterher vielleicht war es doch besser wenn er sie nach Hamburg zurück brächte er musste nachher mal in Ruhe darüber nachdenken sie wurde ihm langsam ein bisschen zu anhänglich samstag 15 juni matilda lehnte ihr fahrrad an den holzunterstand in dem bauer papes landmaschinen standen nahm den korb vom gepäckträger und atmete tief durch sie hatte gestern abend donauwellen gebacken weil sie sich plötzlich daran erinnert hatte dass pape sie damals immer so gern mochte damals als er noch onkel johannes und nicht bauer pape hieß vor diesem großen streit zwischen ilse und ihrer schwester den niemand verhindert und über den nie jemand geredet hatte stattdessen hatten papes sich zurückgezogen ilse hatte so getan als hätte sie nie schwester und schwager gehabt und matilda hatte um des lieben friedens willen den mund gehalten wie immer damals hatte sie einfach nicht den mut gehabt sich gegen ilse zu stellen aber das hatte ja nun ein ende sie würde jetzt in aller ruhe den kontakt mit johannes pape wieder aufbauen und wenn es sich ergab auch über alles reden wirklich über alles matilda reus hatte sich entschlossen straffte ihre haltung und ging über den gepflasterten Hof vorbei an den stallgebäuden zum Haus früher als heller noch lebte blühten vor den stallwänden noch lupinen ringelblumen kornblumen und klatschmohn hinter dem kälberstall hatte ihre tante damals einen kräutergarten angelegt der in einen gemüse garten überging nach ihrem tod hatte bauer pape sich nie mehr um die beete gekümmert er hatte keine zeit und keine lust die nutzlose schönheit zu pflegen nur die stockrosen an der rückseite des wohnhauses hatten seine ignoranz überlebt sie waren unverwüstlich und kam jedes jahr in voller pracht wieder matilda blieb kurz stehen und strich sanft tante es wurde zeit dass matilda sich wieder um ihren onkel kümmerte vielleicht würde er es sogar zulassen nach all den jahren und nach all dem was passiert war sie nahm den korb in die andere hand und ging ein paar schritte weiter von hier aus konnte man am haus vorbei auf die straße sehen ihr blick fiel unvermittelt auf den schwarzen mercedes am Straßenrand erstaunt blieb sie normalerweise ließ er niemanden rein und wollte auch mit den dorfleuten keinen kontakt was also wollte der bürgermeister hier matilda musste nicht lange rätseln nur wenige sekunden später ging die tür auf und es wurde laut matilda spähte erschrocken um die hausecke ein aufgebrachter harald wiesner stürmte heraus und drehte sich auf der treppe noch mal wütend um dann verschimmel doch auf du aufgeben musst und dann will keiner deinen scheiß mehr haben papes antwort war nicht zu verstehen aber wiesner sah aus als würde er jeden moment explodieren stattdessen hob er unwirsch die hand und wandte sich ab du alter stur kopp er stapfte die drei treppen runter knallte die autotür mit mehr schwung als nötig zu und rauschte ab die reifen machten beim anfahren ein vor lauter anspannung die ganze zeit die luft angehalten was war das denn gewesen wurden jetzt alle im dorf verrückt sie zählte langsam bis zwanzig der korb wechselte wieder die hand dann setzte sie sich in bewegung und ging auf die dielen tür zu die sperrangel weit offen stand matilda klopfte energisch auf den tür rahmen hallo hallo ich bin es matilda wo bist du ihre augen mussten sich nach dem sonnenlicht erst an die dunkelheit im haus gewöhnen so konnte sie papes gesicht nicht erkennen nur seine silhouette die plötzlich im flur auftauchte moin johannes matilda trat näher und schwenkte den korb ich habe donauwellen gebacken die isst du doch so gern sag mal was wollte wiesner denn hier pape blieb zunächst bewegungslos im kommerein sie folgte ihm in die küche wo sie den korb auf einen stuhl stellte und das kuchenpaket rausnahm ich habe ihn nur schreien gehört sagte sie ohne pape anzusehen was war denn los johannes pape hatte sich auf die küchenbank gesetzt und wartete ab bis sie den kuchen auf den tisch gestellt hatte er will land kaufen sofort hielt matilda inne ach und warum pape zuckte mit den achseln und zog den in alufolie eingehüllten kuchen zu sich er wickelte die folie ab und nahm ein stück in das er sofort rein biss willst du nicht eine tasse kaffee dazu trinken matilda setzte sich auf den stuhl und hob die augen braun soll ich dir einen teller geben pape schüttelte den kopf nö schmeckt gut er aß in aller ruhe weiter dann wischte er sich die krümel von den fingern und nahm das nächste stück wolltest du was bestimmtes nein das heißt doch erstens wollte ich dir den kuchen bringen und zweitens wollte ich dich fragen ob du nicht nächsten samstag zu uns zum essen kommen möchtest ich habe geburtstag nächste woche pape runzelte die stirn und ließ den kuchen sinken was weiß ich was nächste woche ist das kann ich jetzt doch noch gar nicht sagen stimmt matilda bekam den auftritt wiesners gar nicht aus dem kopf aber jetzt weißt du schon mal bescheid was will harald denn bloß mit dem land pape kaute matilda wischte imaginäre krümel vom tisch und sah ihn dabei unauffällig an er schien nicht über wiesners auftritt sprechen zu wollen beim nächsten bis fiel eine kirsche vom kuchen und rollte über den tisch matilda stoppte sie mit dem finger du verkaufst harald doch wohl nicht das land oder also das solltest du in keinem fall tun er hat auch schon was von christian und hans gekauft und es ist ja so sie dachte einen moment nach dann biss sie sich auf die lippen sie hatte max hoch und heilig versprochen nicht darüber zu reden was sie von alina wussten daran musste sie sich halten johannes pape schien ihren gewissens konflikt gar nicht zu bemerken er aß auch das zweite stück und die freilaufende kirsche schweigend auf bevor er die alufolie wieder sorgfältig um die anderen stücke legte willst du das wieder mitnehmen natürlich nicht matilda stand langsam auf der ist doch für dich also dann gehe ich jetzt wieder du überlegst dir das mit nächsten samstag nicht wahr sie wartete auf eine antwort die nicht kam deshalb fuhr sie fort und lass dich nicht überreden das land zu verkaufen das wäre falsch johannes pape hatte den kuchen wieder eingewickelt und schob das alupäckchen zur seite bevor auch er sich erhob er warf matilda einen kurzen blick zu dann schlurfte er langsam zur tür ich muss nach den kälbern sehen grummelte er leise blieb aber kurz stehen und sah sie über seine schulter an hier wird überhaupt nichts verkauft dann öffnete er die tür zum hof und verschwand eine halbe stunde dachte Pitt zuversichtlich das würde locker reichen er klopfte sich in Gedanken selbst bewundernd auf die schulter das war doch eine geniale idee gewesen eddie saß bei cruces am tresen schön neben bei ling hinterm tresen stand jetzt christa hans schnittwunden waren tatsächlich so tief gewesen dass die ärzte beide hände nicht nur genäht sondern hans auch für eine nacht dabehalten hatten weil die alte memme nach dem nähen kollabiert war man wollte sicher gehen dass es keine entzündung oder blutvergiftung gab oder ihm nicht noch was anderes fehlte deshalb hatte christa heute morgen gleich pit angerufen um ihn zu bitten noch einen tag in der kneipe auszuhelfen sie musste hans nachher im krankenhaus abholen natürlich war es nichts ernsthaftes hans war immer schon ein weichei gewesen er konnte heute wieder nach hause christas dankbarkeit dass pit ihr in dieser notsituation so unkompliziert geholfen hatte und eingesprungen war war grenzenlos was aber pits problem nicht löste er musste nach wie vor in eddies werkstatt und langsam wurde es wirklich dringend dann war bei link plötzlich in der kneipe aufgetaucht und wollte eine cola trinken was pit ihr ja schwer abschlagen konnte genau im selben Moment war christa hereingeschneit um zu fragen ob alles in ordnung sei bevor sie jetzt in die klinik fahre und plötzlich hatte pit den geistesblitz gehabt sich ein bier übers hemd zu kippen natürlich musste er sofort los um sich ein sauberes hemd anzuziehen und nein bei ling soll er einfach hier bleiben eine halbe stunde bräuchte er dann sei er wieder da so lange müsse hans eben noch auf seine abholung warten was christian natürlich verstand schließlich wollte pit als ihre vertretung einen guten eindruck machen das war also jetzt sein sechster versuch mit eddies werkstatt und hoffentlich das letzte mal es musste einfach klappen er zog das tempo an er musste ja trotzdem noch sein hemd wechseln er war nur noch fünf minuten von eddie entfernt pit nein 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 pit warte doch ich muss dir was sagen er blieb stehen dann schloss er für einen moment die augen das konnte doch nicht wahr sein schließlich drehte er sich im zeitdupentempo um und sah seiner schwester entgegen ach matilda sie ignorierte sowohl seinen gesichtsausdruck als auch seine brüchige stimme stieg von ihrem rad ab und schob es auf ihn zu ich war gerade bei bauer pape begann sie stutzte aber als sie vor ihm stand und schnupperte leicht angewidert ist das bier wer hat dir das denn drüber gekippt ich selbst du musst du musst umziehen ich war auf dem weg skeptisch sah sie ihn an und warum läufst du hier entlang pitt ersparte sich jeden versuch eine antwort er schaute sie nur müde an ist ja auch egal matilda lehnte ihr rad an einem baum bevor sie wieder zu ihm kam du kannst gleich mein fahrrad nehmen dann bist du schneller dafür kannst du dich für fünf minuten mit immer noch hier am weg stand früher hatte sie zu einer bushaltestelle gehört die war aber schon seit jahren abgeschafft worden seitdem saß hier selten jemand matilda zog ihn am arm widerstandslos folgte er ihr es war mittlerweile wirklich egal auch der sechste versuch war also gescheitert mit einem seufzen ließ pit sich auf die bank fallen matilda setzte sich daneben legte den arm auf bei bauer pape und habe da eine sache mitbekommen also das konnte ich kaum glauben es scheint so als würde das ganze dorf durchdrehen wir müssen darüber reden und zu hause ist ja immer jemand dabei deshalb passt es jetzt ganz gut eigentlich darf ich nicht darüber reden aber du bist ja auch betroffen und gehörst zur familie das muss max verstehen deshalb wie soll ich anfangen also ich matilda pitt hob den kopf und sah sie genervt an kommt zum punkt nils mommsen will unser land kaufen platzte es sofort aus matilda raus und harald wiesner war gerade bei bauer pape und will dessen land kaufen aber was die beiden noch gar nicht wissen können ist dass das land jetzt irgendwann bauland und damit wertvoll wird an dieser Stelle hatte sie ihre stimme so gesenkt dass pitt sich näher beugen musste um noch etwas zu verstehen leise wisperte matilda ist das also zufall oder können die schon irgendwas wissen wir haben das von alina gehört habe ich dir erzählt dass sie in husum im bauamt arbeitet jedenfalls hat sie es unter dem siegel der verschwiegenheit verraten wir dürfen es absolut niemandem sagen kannst du das bitte versprechen pitt sonst kriege ich ärger mit max und alina pitt rückte wieder ein stück ab und verschränkte die arme vor der brust er hatte einen etwas spöttischen unterton als er sagte na das hat ja geklappt mit dem siegel der verschwiegenheit matilda er machte eine kleine pause in der matilda ihn unsicher ansah schließlich meinte er wiesner war in hamburg bei mir in der kneipe er wollte mich auch überreden zu verkaufen er hat sogar irgendwelche albernen drohungen ausgestoßen falls wir nicht verkaufen wollen den kannst du doch nicht ernst nehmen klar wird der was wissen das war schon immer ein korruptes arschloch und außerdem ist der bürgermeister und kriegt ja alles mögliche mit matilda schluckte und nils der hat eine freundin das hat ja nichts mit dem land zu tun entgegnete matilda sofort das ist ja sein privatleben aber unsere mutter hat ihm so ein vorkaufsrecht unterschrieben damit hat er die ganze zeit rum gewedelt und er wurde richtig aggressiv als wir gesagt haben dass wir erst mit dir sprechen müssen und gar nicht verkaufen wollen waren sie damit beim notar wer na ilse und nils mit diesem vorkaufsrecht ist das beglaubigt nein das ist nichts nils freundin ist übrigens die frau von diesem gerald tespe der ist landtagsabgeordneter und im wirtschaftsausschuss und für diese siedlung zuständig da hat die gattin wohl einiges mitbekommen und das dann ihrem gigolo nils mommsen bei ihren romantischen treffen brühwarm erzählt so einfach ist das matilda riss die augen auf woher und wo pitt hob die hand das ist doch egal ich weiß das eben hab da so meine quellen so er stand so plötzlich auf dass matilda zusammen zuckte ich muss mich umziehen und gleich wieder zurück muss nochmal hans vertreten das mache ich übrigens nur damit der sich ärgert bis später pitt matilda griff im letzten moment nach seiner hand aber also was sollen wir denn jetzt machen das ganze dorf dreht durch wir wissen warum und dürfen nichts sagen alles wegen dieses siegels der verschwiegenheit aber wir müssen doch was unternehmen wir können doch wiesner und nils nicht damit durchkommen lassen die betrügen doch alle pape und christ und hans was sollen wir denn tun abwarten matilda pitt sah in aller ruhe auf seine schwester herab dieses problem war im vergleich mit seinem anderen problem wirklich ein klacks wenn die beiden krieg haben wollen dann sollen sie den kriegen über die strategie denken wir noch nach da fällt uns schon was ein die können sich warm anziehen diese trottel er machte sich auf den weg zu ilses haus dieses mal auf dem direkten weg an der abzweigung drehte er sich nochmal um und sah zurück matilda saß noch immer auf der bank starrte in den himmel und ballte dabei die fäuste pitt hatte zwar keine ahnung worüber sie gerade nachdachte aber was immer das war sie wirkte wahnsinnig entschlossen und ihrem gesichtsausdruck nach plante sie vermutlich in diesem moment ihre strategie alina lehnte den kopf gegen die scheibe und betrachtete die gelben maisfelder zu beiden seiten der straße sie fand die aussicht wunderschön genauso wie das dorf in das sie gerade fuhren da war sie ganz anders als max der sich mit robert auf dem beifahrersitz unterhielt sie nahmen ihn mit er hatte ja kein auto für max war sein heimatdorf nur noch der wohnort seiner eltern er selbst hatte damit nichts mehr zu tun unter keinen umständen wolle er da wieder leben hatte er gesagt vermutlich würde er in dieser ruhe depressiv werden er liebte die Stadt in der man machen konnte was man wollte weil es die nachbarn gar nicht interessierte er liebte es dass man nicht jeden einkauf mit dem auto machen musste er genoss den trubel und die lebendigkeit in der Stadt war einfach immer was los alina verstand das gar nicht sie mochte die weite den himmel natur und tiere für sie war schon die kleinstadt husum fast zu groß sie wollte nicht zwischen hochhäusern verkehrsstaus und menschenmassen leben nicht im lärm ausgesetzt sein nicht die schlechte luft atmen sie war ein land ei eigentlich wollte sie das auch gar nicht ändern und deshalb freute sie sich dass sie jetzt auf sommerwochenende irgendwann würde sie max schon überreden sich ihre erste gemeinsame wohnung vielleicht doch auf dem land zu suchen jetzt sah sie nach vorn und versuchte rauszubekommen worüber max und robert gerade redeten über surfen ein bisschen über das dorf den rest konnte sie nicht verstehen sie sprachen auch über einige leute aus dettepill von denen alina keinen kannte aber das war egal sie würde sie seiner familie vorzustellen alina hatte gar nicht verstanden warum er so lange damit gewartet hatte es tat ihr leid dass sie die großmutter gar nicht mehr kennengelernt hatte aber das konnte man ja nun nicht mehr ändern die eltern von max fand sie wahnsinnig nett der vater hatte zwar nicht viel gesprochen aber er war so freundlich und matilda war wirklich liebenswert auch wenn sie offensichtlich noch um ihre mutter trauerte immer wenn das gespräch auf ilse gekommen war hatte sie so einen komischen gesichtsausdruck bekommen und ganz schnell das thema gewechselt mit der schwester von max hatte sich alina auf anhieb verstanden sie war so taff trotz ihrer trennung lamentierte sie nicht herum sondern versuchte ihr neues leben so schnell wie möglich wieder in die Bahn zu bekommen bist du eingeschlafen alina fuhr hoch als sie die stimme von max hörte und beugte sich nach vorn nein sie streichelte flüchtig seinen nacken ich war nur in gedanken und sehe mir die schöne gegend an robert drehte sich zu ihr um danke noch mal dass ihr mich mit nehmt nach dettibull bei dem schönen Wetter hat mir wirklich jeden abend mein Herz geblutet wenn ich auf die flensburger förde gesehen und dabei gedacht habe dass mein surfbrett bei uns im schuppen liegt und das brett ohne auto abzuholen wäre wirklich schwierig stimmt max sah ihn an und grinste sieht einfach blöd aus wenn man mit dem brett unterm arm auf dem bahnsteig steht aber es war nicht nur roberts blutendes herz beim anblick der förde was ihn dazu brachte sein brett in dettibill abzuholen da war max sich ganz sicher zwei tage zuvor hatte max mit seiner schwester telefoniert die sich mit robert tatsächlich in flensburg zum essen getroffen hatte sie wohnten ja beide in flensburg hatten aber zuvor keinen Kontakt gehabt es musste ein schöner abend gewesen sein in dessen verlauf robert nele angeboten hatte ihr das surfen beizubringen was sie immer schon lernen wollte das problem war nur dass sein surfbrett im schuppen seiner eltern in dettibill stand und deshalb war nele auf die idee gekommen max zu fragen der hatte einen vw-bus und würde doch bestimmt zeit finden seinem alten freund diesen gefallen zu tun und deshalb fuhren max alina und robert jetzt gemeinsam im bus nach dettibill und weil das wetter so schön und die ganze wochenende auf dem land zu verbringen robert hatte zwar etwas verhalten reagiert aber max hatte entschieden dass es eine gute idee war und so könnten sie abends auch endlich mal wieder ein bier zusammen trinken wie geht es denn deiner mutter fragte max mit einem seitenblick auf robert und du hattest gesagt du müsstest dich sowieso mal um sie kümmern fehlt dir was ich habe keine ahnung reden als ich ihr gesagt habe dass ich komme schienen sie sich tatsächlich ein bisschen zu freuen bin ich ja eher nicht gewohnt ich bin gespannt ob sie irgendetwas erzählt sie waren an der kreuzung angekommen an der es links nach dettibull ging max setzte den blinker und wartete auf die lücke im gegenverkehr ein flacher gelber sportwagen hielt und blinkte kurz auf um max vorzulassen der grinste guck mal diese gelbe flunder und wer da am steuer sitzt er bog in die straße ein und sah in den rückspiegel mit rührendem auspuff folgte ihnen der gelbe wagen nach wenigen metern setzte er zum überholen an als er auf gleicher höhe war verlangsamte der fahrer das tempo sah zu ihnen rüber grinste und hob lässig die hand dann gab er gas und schoss an ihnen vorbei irritiert hatte alina das überholmanöver beobachtet als max und robert leise lachten fragte sie erstaunt was war denn das das war eddie meinte max eddie ist der beste kumpel von meinem onkel und betreibt in dettibill einen wie soll man das nennen einen schwungvollen autohandel ergänzte robert mit sagen wir mal besonderen autos und einem ausgesuchten kundenkreis einem international ausgesuchten kundenkreis setzte max nach also im prinzip ist er im im und export tätig seit jahrzehnten mit sehr guten und langjährigen kontakten robert lachte leise und alles sehr diskret wegen der ausgesuchten kunden alina verstand nicht was an im und export komisch war und hob die augenbrauen was max im rückspiegel sah alina du musst gar nicht mehr darüber wissen dann kannst du dich auch nicht verplappern solltest du mal in die verlegenheit kommen aber eddie ist total in ordnung eigentlich er hat lediglich eine eigene moral was den autohandel angeht er tut aber keinem was ach er klaut auftragsmäßig autos robert tat als würde er zusammen zucken das ist vielleicht übertrieben sagen wir mal er findet sie manchmal oder bekommt sie angeboten aber so ganz genau wissen wir das nicht max du kannst mich hier an der ecke raus lassen ich laufe den rest ja max runzelte die stirn und verlangsamte das tempo musst du dich erst sammeln er lenkte den bus auf den seitenstreifen und hielt an robert schnallte sich ab und lächelte ja ein bisschen aber ich wollte auch noch mal bei selma grise reinsehen wir schreiben uns ja immer e-mails und ich habe ihr noch ein buch mitgebracht unsere alte grundschullehrerin erklärte max alina robert der alte streber hält den kontakt zu ihr er war schon damals ihr lieblingsschüler nur kein neid robert stieg aus dem bus und hielt alina die tür auf damit sie vorne einsteigen konnte danke fürs mitnehmen wir sehen uns nachher unbedingt max beugte sich zum fenster komm einfach rüber oder gib ein zeichen wie früher bis später er legte den ersten gang ein und rollte los als er hupte hob robert im gehen die hand irene momsen betrat roberts ehemaliges kinderzimmer sie neigte ihren kopf in richtung flur lauschte einen moment schloss dann behutsam die tür und drehte den schlüssel um sie sah sich um holte tief luft durchquerte mit wenigen schritten das stimme stimme drang von unten auf den dach boden max ließ das fernglas sofort sinken und rief zurück ja ich bin hier oben ich suche die alben die liegen im unteren regal okay max setzte das fernglas erneut an er hat es nur ausprobieren wollen um herauszufinden ob er von hier aus noch in roberts kinderzimmer sehen konnte es ging tatsächlich umso überraschter war er statt robert irene in dessen früheren kinderzimmer zu sehen er hatte neugierig beobachtet was sie dort tat jetzt klappte sie den laptop zu und verließ den raum bedauernd legte max das fernglas zurück es hatte ausgesehen als hätte irene etwas gesucht max fragte sich ob nils mommsens affäre es schon in die allgemeine gerüchteküche geschafft hatte und irene vielleicht überall nach beweisen suchte wobei es ihnen natürlich gar nichts anging früher hatten nele und er von diesem dachboden aus immer mit dem fernglas in roberts zimmer gesehen pit hatte es max zum zehnten geburtstag geschenkt es war das beste geschenk das max je bekommen hatte es war eine so tolle überraschung gewesen dass max angefangen hatte sein taschengeld zu sparen weil robert auch so ein fernglas bekommen sollte gunnar hatte schließlich was dazugegeben weil die 7 mark 35 die max zusammengespart hatte nicht ganz reichten robert hatte vor freude über das fernglas sogar geweint danach kommunizierten sie ständig mit ferngläsern und taschenlampen über die dachböden das war viel spannender als einfach nebenan zu klingeln das alles war max erst wieder eingefallen als er das fernglas hier oben auf dem schrank entdeckte sofort das ganze zimmer sehen konnte wobei es nicht mehr aussah wie roberts kinderzimmer anscheinend hatte nils sich dort ein büro eingerichtet sehr gediegen mit ledersofa und kleiderschrank dicken teppichen musikanlage einem trumm von schreibtisch und flachbildschirm an der wand so etwas hatte man früher herrenzimmer genannt max fand es unfassbar stillos und hatte überlegt ob robert wohl bei seinen besuchen auf diesem ledersofa schlafen musste und deshalb so selten kam und ob sein fernglas eigentlich auch noch irgendwo in diesem herrenzimmer versteckt war mitten in diesen überlegungen hatte irene dann plötzlich das zimmer betreten dass max auf diese weise irene beim schnüffeln ertappte war wirklich nicht beabsichtigt gewesen aber trotzdem aufschlussreich jetzt bückte er sich und zog die alten foto alben aus dem regal weshalb er ja eigentlich auf den dachboden gestiegen war alina hatte beim kaffeetrinken gefragt wie lange matilda und gunnar schon hier wohnten das war natürlich das lieblingsthema seiner mutter das dorf im wandel der zeiten und mittendrin matildas familie die immer schon hier gewesen war es gab gefühlte zehntausend fotos die das alles dokumentierten und über jahrzehnte ordentlich in alben geklebt waren in viele alben max klemmte sich für den anfang vier unter den arm er wollte alina ja nicht mit der geballten familien chronik erschrecken aber sie schien ernsthaftes interesse am dorfleben der vergangenen jahrzehnte zu haben max fand das süß und fragte sich nicht zum ersten mal wie wohl das zusammentreffen von alina und seiner familie verlaufen wäre wenn oma ilse nicht beim rauchen vom stuhl gekippt wäre er mochte es sich überhaupt nicht vorstellen auf dem terrassentisch stand noch eine geplünderte platte auf der belegte brote serviert worden waren bis auf ein paar silberzwiebeln war die platte jetzt leer matilda wischte sich die finger an einer serviette ab und zog das nächste fotoalbum näher oder hat noch jemand hunger max er schüttelte den kopf danke nein ich platze also schlug matilda das nächste album auf schob es ein stück näher zu alina und betrachtete die erste seite das hier waren meine großeltern mit einem melancholischen lächeln tippte sie auf ein vergilbtes schwarz-weiß foto das ein streng und sehr alt aussehendes paar mit ernstem gesicht inmitten einer herde gänse zeigte mein großvater ist kurz darauf im krieg gefallen da war meine mutter erst 13 und musste danach auf dem hof helfen das war eine schwere zeit alle männer waren im krieg und der hof musste ja bewirtschaftet werden und dann sie hob irritiert den kopf weil es nebenan plötzlich laut wurde was ist denn da jetzt hör mir endlich zu und renn nicht immer gleich weg Irene momsen keifte so laut dass man sie bis hierher deutlich hören konnte es klang schwer nach dicker luft ich will jetzt wissen was du vor hast das geht mich natürlich was an ich muss hier ja schließlich alles machen du kümmerst dich doch um nichts Irines Stimme wurde mit jedem Wort schriller du bist ja nur noch unterwegs was machst du eigentlich die ganze zeit schreie nicht so rum Nils Antwort war nicht so schrill dafür umso lauter du hast du dich jemals gefragt wo es her kommt und im übrigen wenn Robert jetzt sein scheiß surfbrett abholt dann soll er seinen übrigen krempel auch mal mitnehmen überall liegt doch sein plunder rum es geht mir schon lange auf die nerven ich schreie so viel ich will giftete Irene noch lauter zurück und er kann seine Sachen hier lassen solange er will es ist auch mein Haus und er wo willst du denn jetzt hin ich bin noch nicht fertig das metallische geräusch einer garten pforte die ins schloss krachte beendete den lautstarken streit so unvermittelt wie er begonnen hatte sofort war es wieder still matilda wartete mit angehaltenem atem ab nach einem längeren moment der stille sah sie max und alina verlegen an und rutschte gequält auf ihrem stuhl nach vorn tja auch in langjährigen ehen ist nicht immer alles rosig lass mal mama max grinste sie an du musst dich nicht auch noch für die ehe krisen deiner nachbarn verantwortlich fühlen er warf einen blick auf die uhr aber ich könnte ja robert mal aus diesem kriegsgebiet rausholen falls er inzwischen da ist mit glück hat selma grise ihn aufgehalten und er musste sich diesen scheiß gar nicht anhören max hob den kopf und sah in diesem moment robert durch den garten kommen er musste es sich anhören max stand langsam auf und sah seinem alten freund entgegen ich glaube wir gehen erst mal mit ihm ein bier trinken geh mal mit ihm allein alina legte ihre hand auf sein bein ich komme später nach das ist doch die kneipe in der die beerdigung war das finde ich und ihr könnt erst mal ungestört reden ich bleibe wirklich gern hier sitzen und lasse mir von deiner mutter noch ein bisschen familien geschichte erzählen wirklich max blickte zu ihr und sah dann seine mutter an die nickte besser ist das und ich bin ja noch nicht mal bei meinen und pitts kinder bildern ok max nickte ja dann bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Normalerweise ist bei uns so wenig los, dass sich das alles allein machen könnte, hatte Christa Kruse gesagt und Pitt dabei flehend angesehen. Aber ausgerechnet heute Abend spielt die Skatrunde hier und ich muss noch Kuchen backen, weil morgen Nachmittag die Landfrauen ihre Fahrradtour machen und anschließend bei uns im Garten Kaffee und Kuchen bestellt haben. Ich wäre dir so dankbar, wenn du mir noch heute und morgen helfen könntest. Ich habe ja auch noch einen Hausgast, da muss ich noch das Zimmer machen und Hans sitzt da mit zwei verbundenen Händen und schlechter Laune. Du sollst das auch gar nicht umsonst machen, wir werden uns da bestimmt einig. Bitte, Pitt. Ich weiß nicht, wen ich sonst fragen könnte. Pitt war ja kein Unmensch. Es machte ihm nichts aus, es war sogar besser, als in Ilses Haus weiter auszuräumen. Dieses ganze alte Zeug ging ihm mittlerweile so richtig auf den Keks. Bei Ling hatte aufgeregt gesagt, sie könne sowieso besser Sachen einpacken, wenn er nicht daneben stand. Und sie würde ab und zu mal im Gasthaus vorbeikommen, da könne sie ja auch arbeiten. Christa würde sich bedanken. Und er hatte auch keine Lust, Bei Ling die ganze Zeit im Schlepptau zu haben. Allerdings hatte er noch weniger Lust, das jetzt gerade mit ihr zu diskutieren. Das würde er später machen. Pitt schob die Gedanken an Bei Ling für den Moment beiseite. Er stand jetzt hier in Kruses Gasthof in offizieller Mission hinter dem Tresen. Das war eigentlich ein richtig guter Bitz. Der Einzige, der überhaupt nicht darüber lachen konnte, war Hans Kruse. Er saß am Ende des Tresens auf einem Stuhl, weil er ja schlecht mit verbundenen Händen auf den Barhocker kam, und grummelte beleidigt vor sich hin, ununterbrochen. Pitt hatte ihn so gut es ging ignoriert, hatte die Biere für die Skatspieler gezapft und an die beiden Tische gebracht, zwischendurch Gläser gespült, ein neues Bierfass angeschlossen und Eddie einen 10-Euro-Schein gewechselt, damit der die Musikbox bedienen konnte. Auch die war ein Überbleibsel der alten Zeiten. Selbst die Platten waren dieselben. Deshalb wunderte es Pitt auch nicht, dass Eddie dreimal hintereinander von Dahlia Lavi »Meine Art, Liebe zu zeigen« spielte. Eddie war damals schwer in die schöne Dahlia verliebt gewesen. »Hast du Eddies Glas im Blick?«, meldete sich Hans mit dieser leidenden Stimme hinter Pitt. Der drehte sich sofort zu ihm um, worauf Hans seine dick verbundenen Hände hochhielt. »Damit du schon mal anfangen kannst, ein frisches Bier zu zapfen. Es reicht ja, wenn hier einer einen trockenen Hals hat.« Er schluckte, als hätte er Halsschmerzen, und blickte bekümmert auf seine Hände. Nach einem resignierten Blick an die Decke griff Pitt zu dem Bierkrug, der neben Hans stand. Er hielt ihn Hans so vors Gesicht, dass der den Strohhalm mit dem Mund erwischte. Nach mehreren Zügen nahm er den Kopf zurück. »Danke.« »Vielen Dank.« »Du hast jetzt mindestens einen Liter Apfelsaftschorle getrunken.« »Glaub aber nicht, dass ich dir auch noch beim Pinkeln helfe.« Pitt stellte den Krug wieder auf den Tresen und fing an, Eddies zweites Bier zu zapfen. »Was soll ich denn machen?« Hans hob anklagend die Verbandspranken. »Ich habe es mir nicht ausgesucht. Mommsen, der Arsch!« Er starrte trübsinnig vor sich hin, bis einer der Skatspieler an den Tresen kam und eine Runde Schnaps bestellte. Sofort wollte er aufstehen. »Pitt, der Schnaps ist, ich weiß.« Pitt hatte die Flasche schon in der Hand und sah deshalb nur kurz hoch, als die Tür aufging. »Moin, Herr!« Hans machte einen langen Hals und sah verblüfft, dass sein Hausgast sofort den Rückzug angetreten hatte. Die Tür fiel wieder ins Schloss. »Was ist denn jetzt mit dem? Ist dem das zu voll oder kennt der dich?« »Wer?« Pitt stellte die Schnapsgläser auf ein Tablett und begann einzuschenken. »Unser Hausgast, Herr Schröder. Wieso rennt der denn wieder weg?« »Ich kenne keinen Schröder.« Pitt balancierte das Tablett um den Tresen zum Tisch. Als er zurückkam, sah er Hans fragend an. »Was?« »Herr Schröder,« wiederholte Hans, »der ist für irgendwas Vertreter, hat hier ein Zimmer gemietet und sonst immer ein Feierabendbier getrunken. Heute nun nicht.« Eddie sah zur Tür, dann zu Pitt. »Der Handelsvertreter. Der rennt ja den ganzen Tag durchs Dorf. Ich weiß gar nicht, was der so macht.« »Ach, der.« Der Mann im komischen Anzug mit den vielen Pickeln. Der ihm aber irgendwie bekannt vorgekommen war. »Vielleicht Versicherung?« Eddie zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung.« »Der schnüffelt irgendwie hier rum.« »Vielleicht hat Momsen recht und der Typ ist echt detektiv.« »Was?« Pitt stellte Eddie das Bier hin und machte einen Strich auf den Bierdeckel, den er sich eigentlich sparen konnte. Eddie trank immer nur zwei Bier. Aber Hans bestand auf den Strichen. »Und was für Ermittlungen soll der hier machen?« »Na, wegen Nils.« Eddie sah ihn freundlich an. »Der hat doch da so eine Liebelei. Und der Mann von der Frau ist was Hohes in der Politik. Momsen hat Schiss, dass er beschattet wird.« Pitt tippte sich an die Stirn. »Wir sind in Dettebüll, nicht in Hollywood.« »Das sagst du so leicht.« Hans rutschte mit seinem Stuhl ein Stück nach vorn, um nicht so laut reden zu müssen. »Der Schröder ist wirklich nicht besonders helle.« »Detektiv?« »Das kann ich mir sogar vorstellen.« »So wie der sich benimmt.« »Der redet ja überhaupt nicht.« »Kann es nicht auch sein, dass der was mit meinem Schwager zu tun hat?« »Eddie, du weißt doch immer alles.« »Mit Wiesner?« Pitt sah erst Hans, dann Eddie an. Um die Wartezeit auf die Antwort zu überbrücken, griff Pitt nach dem Bierkrug und hielt ihn Hans wieder hin. Der saugte sofort am Strohhalm, den Blick auf Eddie gerichtet. »Kann auch sein«, sagte Eddie und summte zu Dahlia Lavi. Hans schob den Krug mit dem Unterarm zur Seite, bevor er hustete. Eddie wartete ab, bis er fertig war. »Es gibt da so Gerede«, begann Eddie langsam, »dass Harald auf einmal Land kaufen will und man fragt sich wozu.« »Wir haben ihm Land verkauft.« Hans versuchte, sich mit einer verbundenen Hand zu kratzen. Es ging nicht. Nervös sah er Pitt an. »Kannst du mal da überm Ohr?« Wiederwillig nahm Pitt einen Korkenzieher vom Haken und fuhr damit über die beschriebene Stelle. Er kratzte vorsichtig über die Haut. Hans stöhnte erleichtert und sah wieder zu Eddie. »Er hat uns 2000 Euro gegeben für das kleine Stück am Wald, neben dem, was Pape gepachtet hat. Wir wollten Holger was geben, weil der sich doch von seiner Frau getrennt hatte. Aber jetzt ist er ja wieder zurück zu ihr. Na egal, ich weiß nur gar nicht, was Harald mit dem Land will.« »Und woher er das Geld hat?« ergänzte Eddie. »Vielleicht wollen das auch andere wissen.« »Themenwechsel. Da kommt das Jungvolk.« Pitt und Hans folgten seinem Blick. Alle drei sahen stumm zur Tür, durch die gerade Robert und Max kamen. Max grinste, als er sie sah. »Das Schweigen der Männer.« »Oh, Hans, das sieht ja übel aus. Kannst du damit Bier zapfen?« »Witzig, wirklich witzig.« Hans hob die Hände, als steckten sie in Boxhandschuhen. »Dein Onkel macht dir die Vertretung. Wenn du glaubst, du bekämpfst das Bier billiger, hast du dich geschnitten.« »Der war auch witzig.« Robert klopfte Hans leicht auf die Schulter. »Ich habe schon von deinem Unfall gehört.« »Ist ja Pech. Das tut mir echt leid.« »Deinem Vater sollte es leid tun.« Hans presste die Lippen zusammen. »Der Trottel.« »Rennt hier wie ein Idiot durch die Gegend und hinterlässt aber eine Schneise der Verwüstung. Eigentlich sollte ich den anzeigen, wegen Körperverletzung.« »Kommst du nicht mit durch?« Pitt ging langsam an ihm vorbei und stellte sich vor den Zapfhahn. »Zwei Bier?« »Ja.« Max hatte nur auf Roberts Nicken gewartet. »Können wir uns raussetzen? Das ist hier so laut.« »Das ist Dahlia Lavi,« korrigierte er, »die schöne Musik.« »Ich meinte die Skatspieler.« »Ihr nehmt das Bier aber mit.« Pitt sah kurz über die Zapfanlage. »Ich renne jetzt nicht dauernd raus und rein.« »Schon klar.« Lässig lehnte Max sich an den Tresen und sah belustigt seinem Onkel zu, der in der Kneipe seines Erzfeindes Bier zapfte, als wäre es das Normalste der Welt. Der Tisch stand sehr wackelig auf dem unebenen Rasen. Trotzdem seufzte Max zufrieden, als er sein Bierglas hob und Robert zuprostete. »Auf die alten Männer. Irgendwann kriegen sie sich alle wieder ein. Oder sie bringen sich um. Alte Dorfregel.« »Na ja.« Robert wischte sich den Schaum vom Mund. »Dann hoffen wir mal, dass sie sich einkriegen.« Er legte den Kopf in den Nacken und sah in den immer noch blauen Himmel. Herrlich. Ich habe nie verstanden, warum hier so selten jemand draußen sitzt. Die hängen bei dem Wetter alle in dieser finsteren Butze. Warum? Damit sie Dahlia Lavi hören können. Max sah sich um. Sie waren tatsächlich allein in diesem Biergarten. So. Und jetzt erzähl mal kurz. Was ist denn bei euch los? Falls du überhaupt darüber reden willst. Ansonsten können wir auch über Flensburg-Handewitt und die letzten Handballspiele reden. Was bei uns los ist? Robert setzte sich bequemer hin und brachte den Tisch dabei zum Wackeln. In letzter Sekunde rettete Max sein Bier. Meine Eltern haben gerade eine handfeste Krise. Es ist ja nicht so, dass sie sich nie gestritten haben, aber im Moment geht es richtig den Bach runter. Mein Vater hat irgendetwas mit dem Hof vor, spricht aber nicht darüber. Außerdem hat er wohl relativ viel Geld vom Konto abgehoben. Meine Mutter will natürlich wissen, wofür. Aber er sagt nichts. Deshalb ist sie vorhin ausgerastet. Hat er nochmal mit euch gesprochen? Wegen dieses Vorkaufsrechts? Oder hat er deinen Eltern das Land sogar schon abgekauft? Max hatte ihm aufmerksam zugehört und musterte ihn nachdenklich. Robert hatte eine echte Niete mit seinem Vater gezogen. Das konnte man in der Zusammenfassung einfach mal so sagen. Nils Mommsen war früher schon arrogant und ungehobelt gewesen. Seine späte Hormonexplosion hatte das nicht besser gemacht. Als Vater war er immer ein Versager gewesen. Als Ehemann anscheinend auch. Hat dein Vater mal mit dir über dieses Vorkaufsrecht gesprochen? Oder dir gesagt, was er mit den Weiden da oben überhaupt will? Mit einem bitteren Lächeln schüttelte Robert den Kopf. Mein Vater hat nie mit mir über irgendwas gesprochen. Den hat damals schon genervt, dass ich in den Ferien nicht im Internat bleiben konnte. Obwohl er doch so viel zahlen musste. Das nur nebenbei. Er nahm sein Glas in die Hand und wischte das Kondenswasser mit dem Daumen ab. Mich interessiert ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob und warum er euch das Land abkaufen will. Soll er doch machen. Vielleicht will er da oben ja Ziegen züchten. Das ist mir echt egal. Aber meine Mutter ist total sauer. Die kümmert sich ja um den ganzen Scheiß. Er macht sich doch nur wichtig. Max nickte. Das war nichts Neues. Das schlechte Verhältnis zwischen Robert und seinem Vater hatte schon vor Jahrzehnten selbst die geduldige Mathilda aufgeregt. Naja, meinte er jetzt. Nils hat sich ja in den letzten Monaten auch ziemlich verändert. Meinst du seine albernen Klamotten? Roberts Frage klang zynisch. Er hat anscheinend ein massives Problem mit dem Älterwerden. Er starrte auf sein Bierglas. Meine Mutter vermutet eine Affäre. Sie hat seine Sachen durchwühlt. Ich habe sie dabei erwischt. Er hob den Kopf. Sie hat es natürlich abgestritten. Aber sie sind alt genug. Ich glaube, ich will die Details gar nicht wissen. Was seinen Vater angeht, Max rutschte mit seinem Stuhl näher an Robert. Er hatte beschlossen, ihn einzuweihen. Robert war sein ältester Freund. Er konnte ihm vertrauen. Und außerdem betraf ihn die Geschichte auch. Da gibt es noch was anderes. Ich erzähle es dir. Mit der Bitte, es vertraulich zu behandeln. Aber du solltest das wissen. Was denn? Robert sah ihn erstaunt an. Dass mein Vater eine Affäre hat, habe ich schon selbst rausgefunden. Er hat mit seiner Schnalle telefoniert und vergessen, dass ich da bin. Und weil es in diesem Dorf ja selten ein funktionierendes Netz gibt, hat er das vom Telefon in seinem Büro gemacht. Ich saß aber davor auf dem Balkon. Er nennt sie Tati. Was für ein beknackter Name. Dieses Detail kannte ich zum Beispiel noch nicht. Max hielt seinen Blick stand und unterdrückte ein Grinsen. Ein wirklich beknackter Name. Aber im Ernst, Robert, es gibt ein weitaus größeres Problem im Dorf als Nils' Affäre mit Tati. Es hat nämlich einen Grund, dass dein Vater versucht, Land zu kaufen. Und nicht nur dein Vater, auch der Bürgermeister ist da schwer hinterher. Wiesner? Robert hob eine Augenbraue. Mit dem hat mein Vater sich vorhin tierisch gestritten. Ich saß wirklich nur eine halbe Stunde auf diesem Balkon vorm Arbeitszimmer. Der Informationsausstoß war immens. Worüber haben die sich denn gestritten? fragte Max neugierig. Jetzt wurde es richtig interessant. Robert dachte einen Moment nach, bevor er antwortete. Ich habe es nicht so genau mitbekommen. Es hatte was mit Bauer Pape zu tun. Mit dem hat Wiesner wohl Ärger. Das wusste wiederum mein Vater und hat ihn deshalb angebrüllt. Er würde das mit der Gemeinde klären. Wiesner käme damit nicht durch. Er hätte sowieso Beweise, wofür auch immer. Robert zuckte nur mäßig, interessiert die Achseln. Das sind echt zwei Spinner. Früher hingen die ganz oft zusammen. Bis Wiesner Bürgermeister wurde, das fand mein Vater irgendwie daneben. Seitdem können die sich nicht leiden. Was ist? Max sah erstaunt an ihm vorbei. Eddie kam mit zwei vollen Biergläsern in der Hand durch den Garten und stellte sie vorsichtig auf den wackeligen Tisch. Soll ich euch bringen? Er nahm die leeren Gläser mit, als er langsam in die Kneipe zurückschlurfte. Danke, rief Max ihm hinterher, bevor er sich an Robert wandte. Hat eben doch Vorteile, wenn der Onkel hinterm Tresen steht. Also, hör zu. Oben am Wald, also zwischen Kanal und Bundesstraße, soll eine Siedlung gebaut werden. Vertrauliche Information. Die Pläne sind noch nicht offiziell verabschiedet. Das heißt, die ganzen Wiesen werden Bauland. Und es gibt bereits einen Investor, der nach und nach alle Grundstücke kaufen will. Das meiste Land gehört vier Leuten. Bauer Pape, nach dem Tod meiner Oma nun meinen Eltern und Pitt, Hans und Christa Kruse und euch. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Stücke, die unterschiedlichen Dorfbewohnern gehören. Aus irgendeinem Grund scheinen Wiesner und dein Vater diese Pläne schon länger zu kennen. Deshalb versuchen sie seit einiger Zeit, das Land zu kaufen. Für kleines Geld natürlich, damit sie hinterher ein richtiges Geschäft mit dem Investor machen können. Oma Ilse hat Nils angeblich ein Vorkaufsrecht eingeräumt, nachdem sie Harald Wiesners Angebot abgelehnt hat. Kruses haben anscheinend schon was an Wiesner verkauft. Von Papa habe ich noch nichts gehört. Aber die waren bestimmt auch schon bei ihm. Das erklärt auch den Streit, den du gehört hast. Und woher weißt du das alles? Alina arbeitet im Bauamt. Max schluckte. Deshalb musst du über all das auch unbedingt die Klappe halten, Robert. Bitte. Kein Wort darüber. Alina musste eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Sie kommt sonst echt in die Wüste. Wiesner muss das als Bürgermeister irgendwie mitbekommen haben. Ich habe ihn neulich in Husum vorm Bauamt gesehen und frage mich nur, woher der die Kohle hat für das Land. Es hieß doch immer, der wäre so klamm. Und woher weiß mein Vater das? Robert hatte sich inzwischen aufgerichtet und hörte gespannt zu. Keine Ahnung, antwortete Max. Ich dachte erst, es sei ein Zufall. Also die Geschichte mit dem Vorkaufsrecht. Aber er war bei meinen Eltern, um ihnen ein Angebot zu machen und ist ziemlich aggressiv geworden, als sie abgelehnt haben. Der muss was wissen. Ja, Wahnsinn. Robert schüttelte unglaublich den Kopf. Immobilienabzocke in Dettebüll und mein Alter mittendrin. Was für eine linke Methode. Da bescheißen die eiskalt ihre Nachbarn. Aus Geldgier. Das finde ich persönlich übrigens schlimmer als seine Affäre mit Tati. Ich auch, Max nickte. Bleibt nur die Frage, ob wir uns da einmischen sollen. Und wenn ja, wie? Langsam beugte Robert sich vor und griff nach dem Bierglas. Er hob es in Max' Richtung. Ich muss darüber nachdenken. Prost. Mama? Ach, Nele! Mathilda lächelte sofort, als sie die Stimme ihrer Tochter am Telefon hörte. Ich habe gar nicht auf die Nummer gesehen. Meine Brille liegt noch auf der Terrasse. Hier ist es ja so warm. Ich war den ganzen Tag draußen. Ein herrlicher Sommer. Sind Max und Alina schon wieder weg? Die wollten doch bis morgen bleiben. Tun sie auch. Mathilda hatte sich den Telefonhörer unters Kinn geklemmt, um sich ein Glas aus dem Schrank zu nehmen. Sie stülpte es über den Hals einer Saftflasche und ging ins Wohnzimmer. Zufrieden ließ sie sich in den Sessel fallen. Sie sind mit Robert bei Cruises. Also eigentlich sind Max und Robert zu Cruises gegangen. Und Alina ist zunächst hier geblieben. Wir haben alte Fotoalben angesehen. Vor einer halben Stunde ist sie mit dem Fahrrad hinterhergefahren. Wir hatten das Gefühl, dass Robert mal allein mit Max reden muss. Deshalb hat sie die Jungs vorgehen lassen. Warum musste Robert mit Max allein reden? Mathilda drehte den Schraubverschluss ab und goss den Saft ins Glas. Apfelsaft von eigenen Äpfeln. Du, Irene und Nils haben sich vorhin so laut gestritten, dass wir es hier auf der Terrasse gehört haben. Ich nehme an, dass Irene doch was mitbekommen hat. Also, also das mit der anderen Frau. Und Robert hat das natürlich alles brühwarm mitgehört. Das ist schwer für Kinder, wenn die eigenen Eltern so streiten. Mama, Robert ist 40 und dass sich Irene und Nils streiten, ist ja auch nichts Neues. Es ist höchstens peinlich. Nele hatte manchmal so etwas Erbarmungsloses, fand Mathilda und wechselte deshalb das Thema. Aber sag doch mal, wie es bei euch geht. Bei dir und den Mädchen. Ganz gut. Nele machte eine kleine Pause, bevor sie weitersprach. Jonas ist im Moment weichgespült. Ich glaube, seine Mutter hat sich eingemischt und ihn zusammengefaltet. Jedenfalls hält er sich an alle Absprachen, holt die Kinder jeden Mittwoch, wenn die Praxis geschlossen ist und an einem Tag am Wochenende ab und unternimmt was mit ihnen. Sie haben am letzten Wochenende übrigens ihr Seepferdchen gemacht. Ich habe die Abzeichen schon an die Badeanzüge genäht. Sie sind stolz wie Oskar. Das ist ja toll. Mathilda war begeistert. Das freut mich. Und du? Warst du in der Klinik? Ich habe nächsten Freitag das Bewerbungsgespräch. Drück mir mal die Daumen. Mathilda drückte sofort den Daumen der rechten Hand. Mit der anderen hielt sie das Telefon. Für den Anfang sollte es reichen. Sie war sehr stolz auf ihre Tochter. Anstatt sich hängen zu lassen und nach ihrer Trennung zu verzweifeln, hatte sie die Wohnung umgeräumt, sich eine neue Frisur verpassen lassen und eine Bewerbung als Krankenschwester ans Flensburger Krankenhaus geschickt. Sie war viel entschlossener als ihre Mutter. Ich bin sehr stolz auf dich, Nele. Du machst das ganz toll. Mir bleibt ja auch nicht viel anderes übrig. Nele seufzte tief. Jonas, dieser Arsch. Na egal. Lass uns das Thema wechseln. Wie läuft's denn bei euch? Und mit Pitt? Habt ihr inzwischen mal darüber gesprochen, wie ihr jetzt Oma Ilses Erbe aufteilen wollt? Wenn Mathilda neben Streit irgendetwas hasste, waren das Gespräche über Geld. Deshalb zögerte sie auch, bevor sie antwortete, ach, wir sind da doch gar nicht so richtig dazu gekommen. Der Erbschein ist ja noch nicht einmal da. Und das mit dem Land ist auch noch nicht klar. Wir, ach, das kommt alles noch. Pitt hilft mir aber, Omas Sachen durchzusehen. Wobei, das macht eigentlich Beiling. Die ist da sehr eifrig und guckt alles durch. Wirklich alles. Jeden Schrank, jede Schublade. So schnell kommt man kaum hinterher. Ich glaube, sie kann selbst viel gebrauchen, aber das ist ja egal. Also, ob wir was weggeben oder ob sie das nimmt. Mathilda biss sich auf die Unterlippe. Sie wollte an dieser Stelle besser nicht schlecht über Pitts Freundin sprechen. Und schon gar nicht mit Nele, die ja nicht hier war. Nele kannte aber ihre Mutter und deren Tonfall. Wieso sagst du das so komisch? Was macht sie denn? Ach, allein aus diesem Satzanfang klang Mathildas aufgestaute Frustration. Nele war gespannt, was die kleine Chinesin in den Augen ihrer Mutter alles falsch machte. Sie musste nicht lange auf die Liste warten. Ich kann es dir gar nicht genau erklären, begann Mathilda stockend. Also, erst mal bin ich natürlich froh, dass Pitt überhaupt eine Freundin hat. Und natürlich auch, dass er nach all den Jahren wieder hier ist. Aber diese Beiling, wie soll ich dir das erklären? Sie holte Tiefluft. Dann brach alles aus ihr heraus. Sie fragt nichts. Verstehst du gar nichts? Sie interessiert sich nicht für uns, nicht für das Dorf, nicht für euch. Sie sitzt da und lächelt dauernd hinter vorgehaltener Hand, aber sie redet nicht. Und dann bewegt sie sich wie eine Katze. Das ist richtig unheimlich. Man hört sie nie kommen, aber plötzlich ist sie da. Und sie ist neugierig. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Sie guckt überall rein, auch bei uns. Ich habe Pitt schon gefragt, ob sie glaubt, dass unsere Sachen auch Ilse gehört haben, weil sie einfach alles anfasst. So, als ob ihr das sowieso bald gehört. Nele schien überhaupt nicht überrascht. Mathilda hörte sogar ein Lächeln bei ihrer Frage. Was fasst sie alles an? Alles! Mathildas Stimme überschlug sich fast vor Empörung. Gestern habe ich sie in unserem Schlafzimmer erwischt. Sie wollte gerade die Schublade aufziehen, in der meine Unterwäsche ist. Stell dir das mal vor, meine Unterwäsche! Warum sollte sie das tun? fragte Nele ungläubig. Vielleicht hat sie was ganz anderes gesucht und nur das Zimmer verwechselt. Das Zimmer verwechselt? Wiederholte Mathilda und schnaufte. Wenn mitten in einem Zimmer ein Doppelbett steht, kann noch nicht mal ein Chinesin das für eine Küche oder das Bad halten. Das Zimmer verwechselt. Unsinn! Sie atmete tief durch, bevor sie etwas ruhiger weitersprach. Ich hoffe bei Gott, dass sie nichts klauen wollte. Mama! Nele schnappte nach Luft. Echt jetzt? Sie ist Pits Freundin und außerdem wüsste ich nicht, was sie bei euch im Schlafzimmer klauen sollte. Deine Unterhosen? Sie lachte ungläubig. Hast du sie nicht gefragt, was sie da wollte? Kopfschmerztabletten, antwortete Mathilda schmallippig. Sie hat gesagt, sie bräuchte eine Kopfschmerztablette. Pitt hätte ihr gesagt, dass ich welche in meinem Zimmer habe, aber sie hätte nicht gewusst, wo ich sei. Und weil sie so schlimme Kopfschmerzen hatte, konnte sie nicht auf mich warten. Na bitte! Das ist doch eine Erklärung. Nele machte eine nachdenkliche Pause. Pitt hätte sie doch nicht mitgebracht, wenn er sie nicht gut kennen würde. Ach, Pitt, unterbrach Mathilda sie. Pitt hatte schon als Kind so ein Helfer-Syndrom. Der hat doch auch immer irgendwelche ausgesetzten Hunde oder Katzen, sogar angefahrene Kaninchen mit nach Hause gebracht, weil sie ihm so leid taten. Er wirkt doch nur so hart. Beiling ist aber kein angefahrenes Kaninchen, sagte Nele sanft. Er wird schon wissen, warum er mit ihr zusammen ist. Und ich fand sie eigentlich ganz nett. Was sagt Pitt denn dazu? Oder hast du ihm das nicht gesagt? Er ist doch dauernd unterwegs. Plötzlich klang Mathildas Stimme weicher. Er trifft sich auch wieder mit Eddie. Das finde ich richtig schön. Das war übrigens die einzige Frage, die bei Ling mir je gestellt hat, ob Eddie Pits bester Freund ist und wo er wohnt. Aber ansonsten, wie gesagt, null Interesse. Jetzt klang sie wieder beleidigt. Nele hakte nach. Und was macht Pitt im Dorf, außer wieder mit Eddie abhängen? Er hängt nicht mit ihm ab, korrigierte Mathilda streng. Nein, er hilft gerade bei Christa und Hans aus. Hans hatte einen Unfall und hat sich beide Hände zerschnitten. Er hat jetzt zwei riesige Verbände. Das sieht schlimm aus. Und damit kann er natürlich nichts machen. Pitt war gerade mit Eddie in der Kneipe, als der Unfall passierte, und ist eingesprungen, als sie ins Krankenhaus gefahren sind. Und jetzt hilft er die nächsten Tage da aus. Christa ist so froh, dass er da ist. Er ist ja schließlich vom Fach. Er kennt sich in Kneipen aus. Also zumindest, was die Arbeit angeht. Ja, und Hans muss jetzt mal dankbar sein, dass Pitt das alles macht. Christa hat gesagt, dass es ganz gut geht. Und dass Hans sich mal eine Scheibe vom Pitt abschneiden kann. So einmalig hilfsbereit, wie der ist. War ja schon immer mein Reden. Zufrieden hatte sie den Satz beendet und merkte in diesem Moment eine Bewegung auf der Hofeinfahrt. Sie trat etwas näher ins Fenster. Was macht der denn da? Wer? Mathilda schob mit zwei Fingern die Gardine zur Seite. Dieser Mann, sagte sie leise, ganz so, als könne er sie durch das geschlossene Fenster und etwa 20 Meter entfernt hören. Was für ein Mann! Nele konnte es am anderen Ende jedenfalls nicht. Wieso flüsterst du denn so? Mathilda trat zurück, ohne den Blick abzuwenden. Hier steht ein Mann vor der Einfahrt. Den habe ich schon im Dorf rumlaufen sehen. Er hat sich ein Zimmer bei Kruses genommen. Ein ganz komischer Typ. Wieso komisch? Ungeduldig fragte Nele nach. Sie verstand kein Wort. Was macht er? Der steht vor der Einfahrt und starrt auf Omas Hauseingang. Und jetzt macht er mit dem Handy ein Foto. Mathilda knifft die Augen zusammen, um ihn besser sehen zu können. Er sieht ein bisschen ungepflegt aus. Alter Anzug, viel zu warm. Der ist aus Wolle oder Tweed. Altmodisch. Und er schwitzt. Die Haare sind richtig angeklatscht. Jetzt geht er weiter. In Richtung Momsen. Sie schob die Gardine noch ein Stück zur Seite und verfolgte, was er tat. Jetzt guckt er in den Garten. Und er sieht sich dauernd um. Sofort ließ sie die Gardine zurückfallen. Der benimmt sich wie ein Detektiv. Du siehst zu viele TV-Krimis. Du bist in Dettebüll. Was soll er denn da beschatten? Vielleicht Nils? Ach, das weißt du ja noch gar nicht. Pitt hat mir erzählt, dass der was mit der Frau von einem Politiker hat. Vielleicht lässt er ihn beschatten. Damit er ihn in flagranti beim Ehebruch erwischt. Woher weiß Pitt das denn? Fragte Nele überrascht. Seit wann interessiert der sich für Dorfklatsch? Das ist nicht nur Dorfklatsch, belehrte Mathilda ihre Tochter. Leider nicht. Pitt hat mir nicht gesagt, wer seine Quellen sind, aber er wusste, dass Nils Freundin mit diesem Politiker verheiratet ist. Der sitzt übrigens im Bauausschuss und deshalb hat seine Frau vermutlich was von der geplanten Siedlung mitbekommen und das brühwarm Nils erzählt. Was wiederum erklärt, warum der so scharf auf unser Land ist und sich deshalb hier so unmöglich benommen hat. Der hat uns ja fast gedroht, nur wegen des Vorkaufsrechts. Der kennt nämlich die Pläne für die Siedlung. Aber dieser Wisch, den Oma Ilse ihm unterschrieben hat, der ist gar nichts wert, sagt Pitt, weil die gar nicht beim Notar gewesen sind. Da haben wir Glück gehabt. Ähm, Nele kam kaum noch hinterher. Sie schaffte es aber nicht, den Redefluss ihrer Mutter zu unterbrechen. Die fuhr bereits fort. Es kann natürlich auch sein, dass dieser Typ da hier herumschnüffelt, was mit diesen Bauplänen zu tun hat. Das ist ja überhaupt alles seltsam. Weißt du, Alina hat uns das alles unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt, aber ich habe das Gefühl, das machen mehrere so. Wiesner zum Beispiel, also unser Bürgermeister Harald Wiesner, der versucht auch mit allen Mitteln, den Leuten das Land abzuluchsen. Er hat Oma ein Angebot gemacht. Das war das Gespräch, das Max belauscht hatte. Nils hatte es Harald nämlich auf den Kopf zugesagt. Und dann war er bei Bauer Pape. Ich habe ihn gesehen, als er gegangen ist. Stinksauer war er. Und, jetzt halte ich fest, bei Pitt war er auch in Hamburg. In Pits Kneipe. Und wollte ihm sein Erbteil abkaufen. Das glaubt man doch gar nicht. Das ganze Dorf spielt verrückt. Früher wäre das hier nicht passiert. Bist du noch dran? Am anderen Ende herrschte Stille. Nele? Mama. Hörbar angestrengt suchte Nele nach Worten. Ich fasse es nicht. Was zur Hölle ist denn alles bei euch los? Ich komme ja sowieso am nächsten Wochenende mit den Kindern. Und dann reden wir mal in Ruhe. Auch mit Pitt und bei Ling. Und sag doch bitte Max, er möge mich mal anrufen. Heute noch. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020